Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Ellenberg. Gib's mir, Schatz. Gelesen von Sonngart Dressler. Schatz, hast du meine Antizellulite-Creme gesehen? Anne hatte die Frage kaum gestellt, als sie auch schon wusste, das war ein Fehler gewesen. Ein schwerer Fehler. Gerade noch hatte Joachim ihren Arm gestreichelt, jetzt ließ er ruckartig von ihr ab. Sein Blick wanderte zu Annes Schenkeln, die nur notdürftig von einem verwaschenen, ausgeleierten XXL-T-Shirt verdeckt wurden. Äh, wie wär's mal mit ein bisschen Sport? Er zog eine Grimasse. Wäre jedenfalls besser, als dieses sauteure Zeugs zu kaufen. Oder glaubst du im Ernst, dass ein bisschen Creme irgendwelche Dellen ausbügelt? Anne war am Boden zerstört. Das hatte sie nun davon. Seufzend sah sie in den Badezimmerspiegel. Eigentlich hatte sie sich den Auftakt zu dieser Nacht etwas anders vorgestellt. Nach langer, viel zu langer Zeit hatte sie auf ehelichen Sex gehofft. Die Ausgangsbedingungen waren nämlich gar nicht so übel gewesen, gemessen an den üblichen Komplikationen sogar genial. Joachim hatte nicht vor, die halbe Nacht am Laptop zu verbringen. Im Fernsehen liefen weder Sport noch eine von seinen Lieblingskrimiserien. Lars, ihr fünfjähriger Sohn, schlief längst und es sah nicht danach aus, dass er Annes geheime Sexpläne durch Brechdurchfall, Keuchhusten oder andere nächtliche Einlagen stören würde. Außerdem war ihr Mann heute auffallend entspannt gewesen. Doch nun hatte sie selbst die zärtliche Stimmung abgefackelt, wie in der Luft gelegen hatte. Also, ich hau mich da schon mal hin, gähnte Joachim. Die Hoffnung stirbt zuletzt, dachte Anne. Heute ist die Nacht der Nächte, Zellulite hin oder her. Nicht einschlafen, komme gleich nach, flötete sie. Joachim kratzte sich ausgiebig am Rücken, eine Angewohnheit, die Anne ausgesprochen abtörnend fand. Das sagst du immer, und dann dauert es Stunden, beschwerte er sich. Was treibst du bloß vor dem Schlafengehen? Deine Dellen zu spachteln? Vielen Dank für die nochmalige Erinnerung, dass ich nicht mehr taufrisch bin, fauchte Anne. Joachim grinste schief. Immer wieder gern. Er gab Anne einen Klaps auf den Po. Einen dieser kumpelhaften Klapse, die sie hasste, weil sie in etwa so erotisch waren wie die unförmigen Boxershorts mit Bart Simpson-Aufdruck, die Joachim neuerdings trug. Hey, ich bin eine Frau, schon vergessen? Und eine Frau hat, sie räusperte sich, um dann todesmutig hervorzustoßen, gewisse Bedürfnisse. Ach ja? Joachim ordnete gedankenverloren sein Gemächt in den unendlichen Weiten der Boxershorts. Auch so ein Abtörner. Ich würde sagen, du hast ein Problem mit den zwei Chinesen. Wie jetzt? Selbstverliebt betrachtete Anne's Mann seinen Oberkörper im Spiegel, bevor er antwortete, Styling und Timing. Vollkommen verdattert stand Anne da. Soll ich im Lexikon nachschlagen oder kannst du etwas deutlicher werden? Na, dein Styling ist grenzwertig. Oder findest du dieses T-Shirt etwas sexy? Und dein Timing? Naja, wenn du mit deinem Beauty-Programm fertig bist, befinde ich mich regelmäßig im Tiefschlaf. Was auch immer du heute noch mit mir vorhast, weck mich bitte nicht dabei auf. Damit trollte er sich. Auf der Frustskala von eins bis zehn war Anne kurz vor hundert. Wütend musterte sie ihr Spiegelbild. Okay, das T-Shirt war nicht gerade ein Knaller. Und mit ihren achtunddreißig war sie auch nicht mehr so knackig wie diese jungen Dinger, die hüftwackelnd durch die Gegend rannten und ihre straffe Haut vorführten. Aber sie war immer noch ziemlich ansehnlich. Langes, blondes Haar floss in sanften Wellen über ihre Schultern. Ihre rehbraunen Augen waren auch nach dem Abschminken ausdrucksvoll, ganz ohne Wimperntusche und Kajal. Und abgesehen von dem bisschen Cellulite hatte sie wirklich noch eine einigermaßen gute Figur. Nur das strahlende Lächeln, in das sich Joachim einst verliebt hatte, war verschwunden. Anne sah in das blasse, erschöpfte Gesicht einer Frau, die sich zwischen Job und Muttersein aufrieb, täglich ein vollwertiges Abendessen auf den Tisch des Hauses zauberte, die Wohnung in Schuss hielt, den gemeinsamen Sohn zum Kindergarten, zum Malkurs, zum Fußballtraining fuhr und wieder abholte, versteht sich. Zwischen diesen ganzen Aktivitäten war noch mehr verschwunden als nur ihr strahlendes Lächeln. Das erregende Prickeln zwischen ihr und ihrem Mann. Wann hatten sie eigentlich das letzte Mal miteinander geschlafen? Anne erinnerte sich dunkel an ein flüchtiges Geplänkel im letzten Sommerurlaub. Jetzt war Mai. Sollte das etwa normal sein? Tote Hose nach sechs Jahren Ehe? Gedanken verloren kämmte sie sich die Haare. Sie sehnte sich ja nicht nur nach Lust und Leidenschaft. Anne wollte ein zweites Kind. Lars war fünf. Höchste Zeit für ein Geschwisterchen. Aber wie sollte das wohl entstehen, ohne den üblichen Austausch von Körperflüssigkeiten? Also war jetzt Eile geboten. Die Suche nach der Cellulite-Creme gab sie auf. Das blöde Zeug hatte ihr schon genug Scherereien eingebracht. Sie warf den Kamm auf die Ablage über dem Waschbecken, knipste das Licht im Badezimmer aus und schlich auf Zehenspitzen in den Flur. Mit angehaltenem Atem horchte sie, ob Lars wach geworden war. Alles ruhig, stellte sie erleichtert fest. Also los! Als sie das Schlafzimmer betrat, war es darin stockdunkel. Man hörte nur die tiefen, regelmäßigen Atemzüge eines schlafenden Mannes, der offenbar jeden Gedanken an Sex aufgegeben hatte. Jedenfalls mit ihr. Hey Schnecke, was ist los? Anne fuhr herum. Es war Samstagmittag, ihr heiliger Samstagmittag. Wie immer war sie mit ihrer besten Freundin Teresa verabredet, von allen Tess genannt. Atemlos stand sie vor Anne und strich sich die Franzen ihres rotbraunen Kurzhaarschnitts aus der Stirn. Sie kannten sich schon seit über zehn Jahren. Damals waren sie im selben Yogakurs gewesen und hatten sich beide in den überirdisch schönen Yogalehrer verknallt. Es war bei bloßer Schwärmerei geblieben, weil der gute Mann enthaltsam lebte. Aber sie hatten auf diese Weise eine Freundin fürs Leben gefunden. Die 37-jährige Tess war ein echter Hingucker. Sinnlich, kurvenreich, aufreizend, selbstbewusst. Jetzt hefteten sich ihre vergissmeinichtblauen Augen auf Annes missmutiges Gesicht. Du siehst fertig aus, befand sie und setzte sich. Anne zuckte mit den Schultern. Eigentlich hatte sie sich auf Tess gefreut. Die samstäglichen Treffen mit ihrer Freundin waren immer ein kleines Highlight. Doch heute dümpelte ihre Laune auf einem historischen Tiefstand. Was konnte niederschmetternder sein, als vom eigenen Mann verschmäht zu werden? Deprimiert ließ sie den Blick durch ihre Lieblingsbar, Loretta's Loft, schweifen. Ein hellgrün gestrichener Raum mit unverputzten Eisenträgern, einem langen Tresen aus gewischtem Edelstahl und bequemen Korbstühlen. Zwei künstliche Palmen und eine zentimeterdicke Schicht weißen Sands beschworen ein gewisses Südsee-Flair. Die bodentiefen Fenster waren weit geöffnet und ließen die ersten Strahlen der Frühlingssonne herein. Samstags tranken die beiden Freundinnen hier immer ihren Kaffee-Latte und lästerten ein bisschen über die aufgerüschten jungen Mädchen ab, die auf der Suche nach ihrem Prinzen waren. Was sich im Falle von Anne und Tess erledigt hatte. Anne war schließlich verheiratet und Tess lebte mit Bernd zusammen, einem gutmütigen Mitdreißiger, der sich als Hausmann betätigte. Tess hatte einen rasend lukrativen Job als Investmentbankerin. Ihr Gehalt reichte locker für zwei. »Sag schon, was ist los mit dir?«, wiederholte Tess ihre Frage. Wie Anne trug sie Jeans und T-Shirt. Da sie beide nicht auf Männerjagd waren, bevorzugten sie bei ihren Treffen unkomplizierte Klamotten. »Nix ist los«, murrte Anne. »Das ist ja das Problem.« Tess rollte mit den Augen. »Wie soll ich das denn jetzt verstehen?« Einen Moment lang zögerte Anne. »Klar, mit Tess konnte man über alles reden. Doch was Anne bedrückte, war eine, nun ja, sehr intime Angelegenheit. Die intimste überhaupt. Sex. Und so vertrauensvoll ihr Verhältnis zu Tess auch war, spürte Anne dennoch eine gewisse Scheu bei dem Thema. »Naja«, antwortete sie gedehnt, »es geht um Joachim und mich.« »Du musst schon ein bisschen konkreter werden«, sagte Tess. »Habt ihr euch gestritten? Bringt er den Müll nicht runter? Lässt er die Tür offen, wenn er aufs Klo geht? Kümmert er sich zu wenig um Lars? Ist er...« »Nein«, unterbrach Anne ihre Freundin, »soweit ist alles in Ordnung, aber...« Sie schluckte. »Darf ich dich mal was fragen?« »Alles, was du willst«, versicherte Tess, während sie in ihrer riesigen Umhängetasche aus rotem Leder kramte. Anne nahm all ihren Mut zusammen. »Wie läuft es bei euch denn so im Bett?« »Oh«, sagte Tess, »dann sagte sie eine Weile gar nichts.« Wortlos wühlte sie weiter in ihrer Tasche. Erst als der Kellner zwei Kaffee-Latte auf den Tisch gestellt hatte, erwiderte sie, »ist das jetzt der Moment, wo du mir was verkaufen willst, Viagra zum Beispiel?« Anne arbeitete als Empfangsdame bei einem Urologen, der sich auf Herren mit Potenzproblemen spezialisiert hatte. Entsprechend gehörte die Verschreibung von Viagra und anderen stärkenden Medikamenten zu seinem täglichen Programm, wie Anne ihrer Freundin einmal kichernd erzählt hatte. Die Nachfrage war überraschend groß. »Quatsch«, zischte Anne. »Ich meine nur, ist es bei euch noch so wie am Anfang?« Nachdenklich schnippte Tess an ihrem Kaffee-Latte. »Ziemlich indiskrete Frage.« »Tut mir leid«, entschuldigte sich Anne. »Es ist nur so, dass die Luft raus ist?« Anne nickte betreten. Plötzlich überrollte sie eine Welle aus Selbstverachtung und Verzweiflung. »Ich bin trutschig geworden, stimmt's?« brach es aus ihr heraus. »Eine spießige Ehefrau, eine Langweiler-Nummer, eine, der keiner mehr hinterherpfeift. Ist es das?« »Spinnst du?«, protestierte Tess. »Du bist hübsch, sehr hübsch sogar.« »Danke.« »Du polierst immer mein Ego, dass ich mich darin spiegeln kann.« »Trotzdem.« Tess deutete auf die Speckröllchen, die sich über dem Bund ihrer Jeans wölbten. »Was soll ich denn sagen?« Wenn andere in den Spiegel schauen, dann aus Eitelkeit. Wenn ich es tue, ist es Tapferkeit. Mein Job frisst mich auf. Im Gegenzug futtere ich alles in mich rein, was nicht bei drei im Kühlschrank ist. Das einzig Gute ist, dass Bernd auch ein bisschen moppelig geworden ist. Ihn scheint es jedenfalls nicht zu stören, dass ich zugelegt habe. Bei uns ist alles supi soweit. Ach nee. Anne beschloss, aufs Ganze zu gehen. Klirrend setzte sie ihre Tasse ab. »Wie oft?« Nun war Tess völlig entgeistert. »Hallo? Wie oft? Du willst im Ernst wissen, mit welcher statistischen Häufigkeit es bei Bernd und mir zur Sache geht?« Der Kellner kam mit der Speisekarte. Tess verscheuchte ihn mit einer wedelnden Handbewegung. Anschließend kramte sie wieder in den Tiefen ihrer Tasche herum, bis sie eine Tube rosa Lippgloss zutage gefördert hatte. Wortlos trug sie das Gloss auf. Und ließ sich auffallend viel Zeit damit. »Du musst nicht antworten«, sagte Anne kleinlaut. »Aber wenn ich ehrlich bin, komme ich nur auf ein-, zweimal im Jahr.« Tess blieb der Mund offen stehen. Nach der ersten Schrecksekunde warf sie die Tube zurück in die Tasche und begann stumm, etwas an den Fingern abzuzählen. Das Ergebnis schien ihr nicht zu gefallen. »Was soll's«, seufzte sie. »Warum soll ich dir was vormachen?« »Bei uns war es auch nicht viel mehr. Eher weniger. Weihnachten ist öfter.« Eine Sekunde lang starrten die beiden Freundinnen einander an. Dann brachen sie in Gelächter aus. Sie konnten gar nicht wieder aufhören. Die anderen Gäste beäugten sie neugierig. Anne wischte sich eine Lachträne von der Wange. »Oh Mann, ist das krass!« Ihre trübe Stimmung war verflogen. Das Lachen hatte sie befreit. Noch vor einer Minute hatte sie das Gefühl gehabt, eine absolute Versagerin zu sein. Doch das Geständnis von Tess ließ ihre Sexflaute in neuem Licht erscheinen. Sie war nicht allein mit ihrem Frust. »Ja, total krass«, bestätigte Tess und unterdrückte einen neuerlichen Kicheranfall. »Sex ist bei uns so selten geworden wie eine bedrohte Tierart. Mit anderen Worten, kurz vorm Aussterben.« Wieder prustete Anne los. Ihr Handy klingelte, doch sie ignorierte es. Diese Unterhaltung nahm eine Wendung, mit der sie nicht im Traum gerechnet hätte. »Wenn man bedenkt«, warf Tess ein, »dass ich deinen Mann mal nackt in der Sauna gesehen habe, kann man's kaum glauben. Der ist doch so gut bestückt, dass er locker ganze Nächte durchhalten könnte.« »Tut er aber nicht. Was nützt eine Stradivari, wenn sie nicht gespielt wird? Wir leben wie Brüderchen und Schwesterchen.« Allmählich wurde Tess wieder ernst. Aufmerksam begutachtete sie zwei junge Mädchen, die gerade die Bar betraten. In hautengen Leggings und bauchfreien Tops. Alles, was männlich war, sah zu ihnen hin. Anne folgte dem Blick ihrer Freundin. »Die haben das Ganze noch vor sich«, braunte sie Tess zu. »Liebe, Lust und Leidenschaft. Und bei uns soll's schon wieder vorbei sein?« Gebannt beobachteten die beiden Freundinnen, wie sich die Mädchen an den Nebentisch setzten und miteinander tuschelten. Offenbar erzählten sie einander von irgendwelchen nächtlichen Abenteuern, wie man aus ein paar Satzfetzen schließen konnte. Als das Wort »Handschellen« fiel, spitzten Anne und Tess die Ohren. »Hast du das gehört?«, flüsterte Tess. »Wow, Handschellen«, wisperte Anne andächtig. Sie starrte in ihre fast leere Tasse. »Ich habe neulich einen Artikel über Sexspielzeug gelesen. Soll jetzt total angesagt sein. Fesseln, heißes Kerzenwachs, Handschellen, Flocker«. »Flocker? Was ist denn das?«, gluckste Tess. »Klingt verdächtig nach Wischmopp.« »Nee, das ist irgend so ein Teil, mit dem man sich gepflegt den Po versohlt«, gab Anne ihr frisch angelesenes Wissen zum Besten. »Nichts für mich«, wiegelte Tess ab. »Wär ja wohl noch schöner. Wenn Bernd mit so einem Ding um die Ecke käme, würde ich ihn jedenfalls im hohen Bogen rausschmeißen.« »Vielleicht liegt genau da das Problem«, orakelte Anne. Tess tippte sich an die Stirn. »Tickst du jetzt komplett aus? Du willst doch wohl nicht dein Schlafzimmer in ein SM-Studio nach Hausfrauenart verwandeln. Joachim würde sich todlachen, wie ich ihn kenne.« Aber Anne ließ sich nicht beirren. »Wer weiß? Jeder hat doch irgendwelche Fantasien, nur, dass man sie eben für sich behält. Wenn man sich gerade erst kennenlernt, ist man noch experimentierfreudiger.« Ihre Gesichtszüge nahmen einen träumerischen Ausdruck an. »Joachim und ich haben auch ein paar ausgefallene Dinge angestellt, damals, als wir uns erst ganz kurz kannten. Irgendwann kam die laue Routine. Und seit Lars auf der Welt ist, sind unsere Aktivitäten im Bett faktisch mausetot. Wenn ich noch mal schwanger werde, dann wohl nur durch künstliche Befruchtung.« »Auf den Schreck brauche ich einen Schnaps«, bekannte Tess. »Vorsicht«, warnte Anne. »Stimmt, hast du noch nicht gefrühstückt. Alkohol auf nüchternen Magen?« Tess winkte ungerührt den Kellner heran. »Ich betränke mich nicht. Ich desinfiziere innere Wunden. Und zwar genau die Wunden, die du gerade aufgerissen hast.« Anne presste die Lippen aufeinander. Tess hatte gut Witzeln. Sie war zwar in einer festen Beziehung, doch die konnte sie jederzeit lösen, wenn sie wollte. Bisher hatte es Tess sowieso mit keinem Mann länger als zwei Jahre ausgehalten. Anne dagegen liebte Joachim. Immer noch. Außerdem hatten sie ein Kind. Da spazierte man nicht einfach so aus der gemeinsamen Wohnung und sah sich nach neuen Kicks um, wenn der Mann als Liebhaber ausgedient hatte. Gerade hatte Tess ihren Schnaps bestellt, als Annes Handy erneut klingelte. Diesmal ging sie ran. Es war Joachim. »Wie bitte?« Anne wurde blass. »Lars ist hingefallen? Oh Gott, blutet er? Hast du ihm ein Pflaster aufgeklebt?« Es entstand eine kurze Pause. »Gut, ich komme.« Mit bebenden Fingern packte sie das Handy in ihrer Handtasche und trank ihren Kaffee aus. »Mami ist mal wieder unentbehrlich, was?« fragte Tess bissig. Da sie selber kinderlos war, hatte sie nie verstanden, warum Anne so ein Bohei um ihren Sohn machte. »Lars hat sich beim Fußballspielen verletzt. Platzwunde an der Stirn. Ich muss los.« »Jetzt mal ganz langsam und von vorn,« widersprach Tess. »Wir führen gerade ein lebenswichtiges Gespräch, und du willst gehen?« »Okay, noch eine Minute,« lenkte Anne ein, obwohl sie wie auf heißen Kohlen saß. Joachim war ein guter Vater. Die Lizenz zum Trösten hatte er allerdings nicht gerade. Nervös zog sie eine Tüte Gummibärchen aus ihrer Tasche und genehmigte sich eine Handvoll davon. »Klaust du deinem Sohn neuerdings die Gummibärchen?« feigste Tess. »Ist nur gerecht. Schließlich hat er mir mein Sexleben geklaut,« erwiderte Anne und erschrak im selben Moment über ihre Äußerung. »Nur keine voreiligen Schlüsse,« sagte Tess spitz. »Bei uns ist schließlich auch die Erotik auf Null, ganz ohne Kinder.« »Und was machen wir jetzt?« fragte Anne kauend. »Ich habe nicht die blasseste Ahnung,« gab Tess zu. »Aber eins kann ich dir schriftlich geben. Ich springe nicht in Lack und Leder ins Bett. Und so einen dämlichen Flutscher brauche ich auch nicht. Wir probieren es zunächst mal naturbelassen. Abgemacht?« »Wer von uns beiden als Erste zum Zuge kommt, hat gewonnen.« »Wie bitte?« Jetzt war es Anne, der der Mund offen stehen blieb. »Nichts weiter als ein edler Wettstreit in Sachen Beziehungspflege,« grinste Tess. »Wir versuchen einfach, unsere Kerle rumzukriegen.« »Bei aller Freundschaft, so einen hirnlosen Unsinn mache ich nicht mit.« Anne stand auf. »Sind wir hier bei den Olympischen Sexspielen oder was? Und übrigens heißt es Flogger, nicht Flutscher.« »Nenn es, wie du willst.« Tess lehnte sich in ihrem Korbsessel zurück und verschränkte siegesgewiss die Arme. »Ich gewinne sowieso. Sobald es passiert ist, schicke ich dir eine SMS.« »Freu dich nicht zu früh,« Anne drohte Tess scherzhaft mit dem Finger. »Heute Nacht schläft Lars bei Joachims Eltern. Da habe ich freie Bahn.« »Na dann, frohe Verrichtung,« lachte Tess. »Aber wetten, dass ich schneller bin?« »Sie sehen bezaubernd aus,« säuselte Dr. Hermann Huber und deutete einen Handkuss an. Geziert zupfte er die silbergraue Seidenkrawatte zurecht, die er zu seinem eleganten schwarzen Anzug trug. »Bezaubernd und schön wie immer.« Anne lächelte gezwungen. Die Einladungen bei Joachims Chef waren für sie reine Pflichttermine. Meist erwarteten sie langatmige Abendessen an einer festlich gedeckten Tafel mit Leuten, deren feines Getue ihr ziemlich auf die Nerven ging. Sie trug ein schwarzes Etui-Kleid, eine Perlenkette und hochhackige schwarze Pams, so wie es der ungeschriebene Dresscode verlangte. Ihr blondes Haar hatte sie hochgesteckt, um damenhafter zu wirken. Seit sie die Villa der Hubers betreten hatte, sehnte sie das Ende des Abends herbei. Nicht nur, weil sie dauernd an die schräge Wette mit Tess denken musste, sondern auch, weil der Tag ziemlich turbulent gewesen war. Nach ihrem hektischen Aufbruch in Loretta's Loft war es Schlag auf Schlag gegangen. Zu Hause angekommen, hatte sie ein weinendes Kind und einen völlig überforderten Vater vorgefunden, dem nichts Besseres eingefallen war, als Lars mit Schokolade vollzustopfen. Den gesamten Nachmittag hatte Anne im Krankenhaus zugebracht, wo die Platzwunde genäht werden musste. Anschließend hatte sie Lars zu ihren Schwiegereltern gefahren, geduscht, sich zurechtgemacht und war mit hängender Zunge gerade noch pünktlich für die Einladung fertig geworden. Jetzt fielen ihr fast die Augen zu. Joachim dagegen schien sich pudelwohl zu fühlen. Auch er hatte einige Handküsse verteilt und der Dame des Hauses einen übertrieben großen Blumenstrauß überreicht. So ein Prachtbouquet bekam Anne nicht mal zum Hochzeitstag, wenn Joachim überhaupt daran dachte. Gerade unterhielt er die Frauen von zwei Kollegen mit Anekdoten, die Anne in- und auswendig kannte. Die Frauen lachten. Ihnen gefiel dieser gutaussehende Mann mit der kunstvoll verstrubbelten Frisur und dem jungenhaften Charme. Joachim sah unverschämt gut aus in seinem dunkelblauen Anzug. Fast wie ein männliches Model und nicht wie ein Anwalt für Unternehmensrecht, der die 40 längst hinter sich hatte. Manchmal konnte Anne es selbst kaum glauben, dass sie mit einem so attraktiven Mann verheiratet war. Allerdings ahnte niemand, dass dieser tolle Unterhalter regelmäßig vor dem Fernseher einschlief und seine Nächte lieber vor dem Laptop oder mit knatternden Schnarchkonzerten verbrachte, statt seine Frau nach allen Regeln der Kunst zu beglücken. Das Stimmengewirr rund um Anne schwoll an. Unsicher stand sie inmitten der Gäste in dem weitläufigen Wohnzimmer. Die Absätze ihrer Pumps versanken fast in dem hochflorigen Teppich, dessen unauffälliges Beige perfekt mit der Polstergruppe und den Goldleisten der gläsernen Couchtische harmonierte. Abstrakte Bilder in gedeckten Tönen und edle Wurzelholzregale voller Bücher mit goldgeprägten Lederrücken rundeten das stilvolle Ambiente ab. Die Gäste hatten Gläser mit Champagner in der Hand und tauschten die üblichen Belanglosigkeiten aus. Ihre Unterhaltungen drehten sich um das angenehm milde Frühlingswetter, den letzten Skiurlaub, die neuesten Restaurants. Keine Gespräche über Politik, Krankheiten oder Religion, hatte Joachim Anne auf dem Hinweg mal wieder eingeschärft. So lautete das Gesetz der Konversation. Den Ball flachhalten, nett plaudern und immer schön tief stapeln. Offene Worte waren nicht vorgesehen, nur gepflegte Oberflächlichkeiten. Und schon gar keine Gespräche über Sex. Neben Anne schwärmte gerade eine frischblondierte Dame im grauen Designerkostüm von einem neu eröffneten Restaurant. Detailliert zählte sie sämtliche Speisen des Zehngänge-Menüs auf, das man ihr serviert hatte. Anne hatte Mühe, sich auf die endlose Abfolge kulinarischer Spitzenleistungen zu konzentrieren. Nachdenklich musterte sie das tiefgebräunte Dekolleté der Dame, die perfekt manikürten und üppig beringten Finger, ihre grellrot geschminkten Lippen. Wann waren diese Lippen wohl das letzte Mal geküsst worden? Wann hatte sich diese Frau zuletzt den Wonnen einer seligen Liebesnacht hingegeben? Vermutlich im letzten Jahrtausend. Es gab ja auch genügend Ersatzdrogen. Kampfschoppen und Essen gehen zum Beispiel. Für komplett Ausgehungerte kamen Massagen in Betracht. Anne kannte das alles. Frustkäufe und Frustfuttern. Willkommen im Club der Sexlosen, dachte sie erbittert. Bevorzugen sie auch die asiatische Küche? Anne fühlte sich ertappt. Unwillkürlich wurde sie rot. Himmel, hoffentlich sah man ihr nicht an, was für lästerliche Gedanken sie hatte. Also, ja, schon irgendwie, stammelte sie verlegen. Es war die Gastgeberin, die die Frage an Anne gerichtet hatte. Friederike Huber war berühmt für die erlesenen Gerichte, die sie bei ihren Abendessen auftischte. Wie ihr Mann war sie Mitte 60, besaß jedoch dank der kosmetischen Chirurgie ein beängstigend straffes Gesicht. Nur ihre welken Hände und ihr Schildkrötenhals verrieten, dass der Kampf gegen das Alter leider nicht zu gewinnen war. Ich habe eigens einen Sushi-Meister engagiert, verkündete sie. Sein Wasabi ist unerreicht und die Algenblätter lässt er extra aus Japan einfliegen. Anne war mit ihren Gedanken schon wieder woanders. Eins stand für sie fest. Keine der Frauen hier hatte ein Liebesleben, das diesen Namen verdiente. Oder täuschte sie sich? Am liebsten hätte sie eine kleine Umfrage gestartet. Und, meine Damen, wie steht es mit dem Sex? Wie oft passiert es, um genau zu sein? Aber das war natürlich völlig unmöglich. Ein bisschen schämte sie sich dafür, dass sie derart auf ihr neues Thema fixiert war. Unauffällig spähte sie zum Display ihres Handys. Es lag neben Lippenstift und Handspiegel in ihrer kleinen schwarzen Klatsch. Keine Nachricht von Tess. Scheint doch nicht so einfach zu sein, Bernd auf Touren zu bringen, dachte Anne ein ganz klein wenig schadenfroh. Wieder sah sie zu Joachim rüber. Er sprach jetzt mit seiner neuen Kollegin, Frau Dr. Stark. Sie war beunruhigend hübsch. Eine ehrgeizige junge Anwältin, die erst seit kurzem in der Kanzlei arbeitete. Der Typ Frau, den Männer einst rassig genannt hatten. Dunkle Lockenmähne, feuriger Blick, aufreizend gewölbte Lippen. Ihr hautenges Kleid aus heller Seide umspannte einen makellosen Körper mit auffallend großen Brüsten. Das Klischee eines Männertraums. Auch für Joachim? Mit dem Instinkt einer wachsamen Ehefrau beobachtete Anne ihren Mann. Er ging ganz schön ran, stand etwas zu dicht neben seiner Kollegin, lachte etwas zu laut. Ihr wurde mulmig. Lief da was? Andere Gäste schoben sich vor die beiden und Anne verlor sie aus den Augen. Aber ein Stich im Herzen blieb zurück. War ihre Ehe etwa in Gefahr? Auf einmal spürte sie eine Hand am Rücken. Joachims Hand. Ein Schauer überlief ihre Haut. Sie drehte sich um und suchte seinen Blick. Ja, sie liebte ihn immer noch. Und sie begehrte ihn, mit der ganzen Sehnsucht ihres Herzens, mit der ganzen Verzweiflung ihres vernachlässigten Körpers. Na, amüsierst du dich? Raunte Joachim ihr zu. Natürlich, schwindelte sie. Ein wunderbarer Abend. So viel Teamgeist musste sein. Leider ging ihr nicht aus dem Kopf, wie vertraut Joachim mit diesem verdammten Playmate von Anwältin gesprochen hatte. Du bist wunderbar, flüsterte er dicht an ihrem Ohr. Der Huber ist ganz vernarrt in dich. Du siehst aber auch allerliebst aus. Er hauchte ihr einen Kuss auf die Wange. Meine süße, wunderbare Frau. Wie gern hätte Anne ihn jetzt an der Hand genommen und wäre mit ihm nach Hause gefahren. Einfach so. Hätte ihn wild geküsst und sich ganz langsam von ihm ausziehen lassen, um dann in einen Taumel entfesselter Raserei zu verfallen, so wie früher. An was denkst du gerade? Riss Joachim sie aus ihren Fantasien. Sie wollte ihm schon ihre geheimen Wünsche offenbaren, als Hermann Huber mit einem Teelöffel an sein Glas klopfte. Werte Gäste, darf ich zu Tisch bitten? Im Namen meiner Frau wünsche ich uns allen einen schönen Abend. Das war's dann mit den Offenbarungen. Der Hausherr trat auf Anne zu. Es ist mir eine Ehre, dass Sie meine Tischdame sind. Galant legte er eine Hand unter Annes Arm und geleitete sie zu ihrem Platz. Joachim war von der Tischordnung ans andere Ende der Tafel verbannt worden. Nun saß Anne eingeklemmt zwischen dem staubtrockenen Kanzlei-Chef Huber und einem betagten Herrn im dunkelgrauen Anzug. Auf seiner hohen Stirn sprossen ein paar fusselige Strähnen, als hätte er sich die Haare vom Rücken auf die Glatze transplantieren lassen. Anne fühlte sich wie in eine Gruft gesperrt. Ein kleines Teufelchen wurde in ihr wach. Frag die Herren doch mal, ob sie noch sexuell aktiv sind, wisperte das Teufelchen. Dank Viagra war ja alles möglich, das wusste Anne aus ihrem Job. Die Kerle standen in der Praxis nur so Schlange, um ihrer schwächelnden Männlichkeit einen kräftigen Schub zu verpassen. Unruhig spielte sie mit dem Silberbesteck, während sie das festliche Arrangement musterte. Der Tisch bog sich unter feinstem Porzellan, geschliffenen Kristallgläsern und Gestecken aus weißen Lilien. Beerdigungsblumen, dachte Anne, wie passend. Wenn heute Nacht nichts passiert, habe ich's nämlich amtlich, lebendig begraben in einer sexfreien Ehe. Ihr Tischnachbar mit der Notfrisur beugte sich zu ihr herüber. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Klaus von Bernstorff. Ich bin der Seniorpartner der Kanzlei. Etwas klingelte bei Anne. Gesichter konnte sie sich nicht gut merken, aber Namen frästen sich tief in ihr Gedächtnis. Woher kannte sie Klaus von Bernstorff? Angenehm, murmelte sie und reichte ihm die Hand. Ich bin Anne Westheimer. Mein Mann arbeitet in der Kanzlei von Herrn Huber, als Spezialist für Unternehmensrecht. Sieh an, da hat ihr Herrgemahl aber eine gute Wahl getroffen. Unverhohlen ließ Bernstorff seine Augen über Annes Kleid wandern. Dann senkte er verschwörerisch die Stimme. Wissen Sie eigentlich, dass Sie die Königin des Abends sind? Die schönste und, wenn ich so sagen darf, erotischste Frau an diesem Tisch. Ich? Anne hatte sich nie für etwas Besonderes gehalten. Diese Charlotte Stark, Joachims Kollegin, ja, die war ein echter Schuss, der den Puls der Männer beschleunigte. Verglichen mit der Anwältin war sie selbst absoluter Durchschnitt, fand Anne. Und überhaupt, wie kam dieser wildfremde Mann darauf, ihr solch ein freches Kompliment zu machen? Die erotischste Frau am Tisch, na guten Morgen, was sollte das denn werden? Er zwinkerte ihr vertraulich zu. Wenn sie nicht verheiratet wären, könnte ich leicht auf dumme Gedanken kommen. Anne starrte in seine lüstern funkelnden Augen. Wieder klingelte etwas. Und plötzlich fiel ihr ein, woher sie seinen Namen kannte. Aus der Patientendatei. Klaus von Bernstorff war einer der Männer, die sich ganze Familienpackungen Viagra verschreiben ließen. Offenbar hatte er Anne nicht erkannt. Im weißen Kittel und ohne elegante Aufmachung war sie natürlich auch wesentlich unauffälliger. Erwartungsvoll sah er sie an. Zum Glück wurde gerade der erste Gang serviert, ein winziges Stück Fischfilet in einer bräunlichen Tunke. Das ist Zander in einem zehn Jahre gereiften Zake, erklärte die Gastgeberin mit lauter Stimme. Eine exquisite Köstlichkeit aus dem Land der aufgehenden Sonne. Guten Appetit! Hermann Huber erhob sein Glas. Auf meine Frau Gemahlin! Während alle den Weißwein kosteten, rückte Klaus von Bernstorff etwas näher. Zu nah für Annes Geschmack. Sie konnte schon sein aufdringliches Aftershave riechen. Sagen Sie, Frau Westheimer, kennen wir uns irgendwoher? Vielleicht aus dem Golfclub? Oder vom Skifahren? Waren Sie im Winter in St. Moritz? Ich bin doch keine dieser Glamour-Frauen, dachte sie. Ich bin nur die Empfangsdame aus der Arztpraxis, die ihren Mann begleitet und die kurz davor ist, mit dem Thema Sex abzuschließen. Von wegen Königin des Abends. Sie fühlte sich wie Aschenputtel, die eine Mogelpackung von Prinz erwischt hatte. Außen knackig, innen naja. Dabei hatte Joachim sie anfangs um den Verstand gebracht, mit seinen enthemmten Zärtlichkeiten, seinen ausgefallenen Ideen. Einmal hatten sie sogar Sex im Kino gehabt, in der hintersten Reihe. Anne spürte auf einmal wieder das Verlangen jener verrückten Tage. Sie schaute kurz zu Joachim ans andere Ende des Tisches. Er wurde von Frau Huber und dieser elendattraktiven Anwältin belagert, die er lässig bespielte. Er hatte es drauf, keine Frage. Die beiden Frauen hingen an seinen Lippen. Anne dagegen war zur Seniorenbespaßung verdammt, aber jetzt würde auch sie mal ein bisschen Spaß haben. Mit ihrem liebenswürdigsten Gesichtsausdruck wandte sie sich an Klaus von Bernstorf. Wenn mich nicht alles täuscht, kennen wir uns aus der Praxis von Dr. Ahrenson, sagte sie. Ich arbeite am Empfang. Jeder in der Stadt wusste, was der Name Ahrenson bedeutete, die Rettungsstation für Männer, die von mangelnder Standfestigkeit geplagt wurden. Bernstorf erstarrte. Dr. Ahrenson, wiederholte er lahm. Der Arzt ihres Vertrauens. Das kleine Teufelchen in Anne tanzte Tango. Der Medizinmann für lendenlahme Herren. Ein wahrer Magier, wenn es um Störungen der Penilenerektion geht. Die rechte Augenbraue von Klaus von Bernstorf schnellte in die Höhe. Sein Lächeln erstarb. War Anne zu weit gegangen? Aber sicher war sie das. Nix mit nett plaudern und den Ball flachhalten. Sie hatte ein fettes Eigentor geschossen. Ach so, sagte ihr Tischnachbar mit versteinertem Gesicht. Verflixt, schon tat er Anne wieder leid. Ist doch keine Schande. Ich meine, wenn die medizinische Forschung solche Zauberpillen erfindet, sollte man sie auch nutzen. Schließlich hat jeder, gleich welchen Alters, ein Recht auf, äh, sinnliche Freuden, sprudelte sie drauf los und merkte im selben Augenblick, dass sie alles nur noch schlimmer machte. Bernstorfs linke Augenbraue schoss ebenfalls in die Höhe. Er war durchschaut, ein Dolchstoß in seine Männlichkeit. Darf man erfahren, worüber sie sich unterhalten? mischte sich nun auch noch Hermann Huber ein. Anne verstummte betreten. Was für eine Sternstunde der Peinlichkeit. Sehr gern, antwortete Klaus von Bernstorf. Wir sprechen gerade über Potenzprobleme. Nie hatte sich Anne inniger gewünscht, der Boden würde sich auftun und sie könnte spurlos in einem tiefen, tiefen Abgrund verschwinden. Der Gastgeber kniff die Augen zusammen. Wie bitte? Die Vorspeise ist gerade erst serviert und sie reden schon über Erektile Dysfunktion, unterbrach Anne ihn hastig. Die medizinischen Fachbegriffe klangen immer so schön sachlich. Leider bin ich furchtbar vergesslich, grinste Klaus von Bernstorf. Ich muss immer erst mal meine Ginko-Pillen wiederfinden, bevor mir einfällt, wo ich mein Viagra gelassen habe. Hermann Huber lachte los. Sein Gesicht war gerötet, seine Augen tränten. Er hatte reichlich Champagner geladen und auch sein Weinglas schon geleert. Viagra? sagte er. Für mich wäre das nichts. Wozu die Manneskraft aufmuntern, wenn die Damen sich verweigern? Migräne, Müdigkeit, Stress, die haben doch immer eine Ausrede. Der Satz detonierte in Anne wie eine Sprengladung. Da dachte sie fieberhaft über ihr nicht existentes Liebesleben nach und hatte doch das Wichtigste übersehen. Sie selbst hatte die Sache mindestens so verbockt wie Joachim. Schuldbewusst fiel ihr ein, wie oft sie seine Annäherungsversuche abgeschmettert hatte. Mit genau diesen Argumenten. Migräne, Müdigkeit, Stress. Ein unbehagliches Schweigen entstand. Innerlich ergänzte Anne die verbotenen Gesprächsstoffe um das Thema Sex. Hätte sie sich ja gleich denken können. Haben Sie schon die Neuinszenierung von Mozarts Zauberflöte gesehen? wechselte Klaus von Bernstorf auf das Thema. Sehr begabt, dieser französische Regisseur. Ein fantastisches Bühnenbild, aber stimmlich eine Katastrophe, fachsimpelte Hermann Huber. Die Sänger sind hoffnungslos provinziell. Anne ging nie in die Oper. Sie ging sowieso nicht viel aus. Lars lehnte die garantiert kinderlieben Babysitter, die Anne ihm vorschlug, allesamt ab. Zu Joachims Eltern ging er nur unter Protest und ihre Mutter war nicht unbegrenzt verfügbar. Die Abende verbrachte sie daher in der Regel daheim. Allein. Denn Joachim arbeitete meist bis spät in die Nacht oder besuchte Kongresse und Fortbildungen. Wegen der Karriere. Mozart brauchte kein Viagra, kicherte Klaus von Bernstorf. Der hat keine Sauerei ausgelassen. Kennen Sie die Briefe, die er an seine Cousine geschrieben hat? Die Bäsle-Briefe? Einmal unterzeichnete er sie mit Der alte, junge Sauschwanz, Wolfgang Amadei Rosenkranz. Sieh an, die honorigen Herren, dachte Anne, haben nur das eine im Kopf. Vermutlich unterschätzte man die sexuellen Aktivitäten des Alters. Als Anne 16 gewesen war, hatte sie Menschen über 30 für tot gehalten. Nun war sie sogar 38, lebte immer noch, hatte noch Lust auf die Lust und wunderte sich, dass Männer über 60 ihren Penis nicht nur zum Pinkeln benutzten. Ob Huber und von Bernstorf sich wohl für Lack und Leder interessierten? Träumten sie heimlich von Fesselspielen, von Handschellen und Peitschen? Anne lachte leise in sich hinein. Das war ausgeschlossen, völlig unmöglich. Die bevorzugten sicherlich den guten alten Blümchensex. Sie musste wirklich aufpassen, dass ihr neues Thema nicht zur Obsession wurde. In ihrer Klatsch ertönte eine Fanfare. Die SMS war von Tess. Haben gerade eine scharfe Nummer hingeballert. Und ihr? Auf der Fahrt nach Hause war Anne ungewöhnlich schweigsam. Geistesabwesend lehnte sie sich im Beifahrersitz zurück und sah auf die dunkle Straße vor sich. Charlotte stark. Das Vollweib, das Tür an Tür mit Joachim arbeitete. Die Versuchung auf zwei Beinen. Sollte sie Joachim darauf ansprechen? Nein, das brachte ihn erst recht auf dumme Gedanken. Aber da war noch etwas. Die explosive Bemerkung von Hermann Huber ging ihr nicht mehr aus dem Kopf. Dass Frauen dazu neigten, ihre Männer abzuwimmeln, wenn die Lust auf eheliche Freuden hatten. Das stimmte leider. Nach der Geburt von Lars war Anne immer fix und fertig gewesen. Doch auch in den Jahren danach war es nicht wesentlich besser geworden. Obwohl Lars mittlerweile schon fünf war, schlief er nur selten durch. Schlechte Träume, Kinderkrankheiten, hartnäckiger Husten, irgendwas war immer. Dazu kam der Job, das ewige Einkaufen, Kochen und Aufräumen. War doch kein Wunder, dass sie abends erledigt war. Und keine entspannte Geliebte, die in neckischer Wäsche herumsprang. Auch jetzt war sie todmüde. Aber noch wollte sie nicht aufgeben, schon wegen Tess. Haben gerade eine scharfe Nummer hingeballert. Das war mal wieder typisch für ihre Freundin. Immer die Nase vorn. Interessanter Abend, brach Joachim das Schweigen. Die Schulzendorfs haben gerade ein Haus gekauft, in bester Lage am Waldrand. Hightech-Küche, Fitnessraum, Whirlpool. Und ein riesiger Garten. Noch ein, zwei Jahre und wir sind auch soweit. Demnächst ist eine Beförderung samt Gehaltserhöhung fällig. Dann können wir durchstarten. Ein Haus? Gütiger Himmel. Es war offensichtlich, dass Joachim etwas plante, was sie sich nicht leisten konnten, um Leute zu beeindrucken, die Anne nicht mochte. Ihr waren diese Hubers und Schulzendorfs und wie sie sonst noch hießen, völlig fremd. Nicht ihre Welt. Anne gefiel die gemütliche Dachgeschosswohnung, in der sie lebten. Auch einen Garten brauchte sie nicht. Die Dachterrasse, die zu der Wohnung gehörte, hatte sie gerade mit großen Terrakottatöpfen bestückt, in denen Oleanderbäume und Hortensien auf die Blüte warteten. Das reichte ihr vollkommen. Außerdem, wenn sie das mit dem Haus schaffen wollten, wurde es finanziell so eng, dass Anne weiterarbeiten musste. Was war dann mit einem zweiten Kind? Worüber hast du eigentlich mit Huber und von Bernstorff gesprochen? erkundigte sich Joachim. Wenn du wüsstest. Über dieses und jenes, wich Anne aus. Über Mozarts Zauberflöte zum Beispiel. Sie widerstand der Versuchung, ein anzügliches Wortspiel anzufügen. Joachim verstand absolut nichts von klassischer Musik, deshalb fuhr er fort, von seinen Gesprächen zu berichten. Für ihn war das Essen ein voller Erfolg gewesen. Er hatte wichtige Informationen gesammelt, einen hervorragenden Eindruck bei den Gattinnen einflussreicher Männer hinterlassen und wirkte hochzufrieden. Charlotte Stark, das Vollweib, kam in seinem Bericht nicht vor. Und dass Anne eher einsilbig war, schien ihm auch nicht aufzufallen. Je näher sie ihrer Wohnung kamen, desto kribbeliger wurde Anne. Nicht, dass sie diesen albernen Wettstreit mit Tess wirklich ernst nahm. Okay, ein bisschen ärgerte es sie schon, dass ihre Freundin als Erste über die Ziellinie gegangen war. Wie hatte sie das bloß angestellt? Schlagsahne? Massagen? Oralsex? Ha, der werde ich's zeigen, dachte sie, obwohl sie wusste, dass sie gerade eine sehr, sehr unreife Einstellung zum Thema Sexualität entwickelte. Doch eine kinderlose Nacht war eine echte Gelegenheit. Würde sie es heute schaffen, ihren Mann aus dem erotischen Koma aufzuwecken? Als Joachim vor dem Haus parkte, in dem sie das Dachgeschoss bewohnten, gab er einen herzhaften Rölpster von sich. Anne zuckte zusammen. Wie konnte er sich nur so gehen lassen? Da verging einem ja alles. Also wirklich? Sie stupste ihn an. Muss das sein? Was denn? Ich finde, du solltest deine Verdauungsgeräusche für dich behalten. Verzeihung, Prinzessin, blaffte er unwirsch. Sonst noch was? Soll ich vielleicht heute Nacht auf der Couch schlafen, für den Fall, dass mir noch ganz andere Geräusche entweichen? Na toll, voller emotionaler Kälteeinbruch. So wurde das nie was mit dem zweiten Kind. Schon gut, beschwichtigte sie ihn. Lass uns hochgehen. War ein langer Tag. Ohne ein Wort betraten sie das Haus, ohne ein Wort fuhren sie mit dem Lift ins oberste Geschoss und genauso stumm betraten sie die Wohnung. Unwillkürlich lauschte Anne in Richtung Kinderzimmer, bis ihr einfiel, dass Lars ja bei ihren Schwiegereltern schlief. Das war die Chance und sie würde sie nutzen. Was denn sonst? Heute würde sie sich nur eine Katzenwäsche genehmigen und dann... Ja, was dann? Joachim schleuderte seine Schuhe von den Füßen und marschierte auf Socken ins Wohnzimmer. Ächzend sank er auf die Couch und stellte den Fernseher an. Anne schaute auf die Uhr. Viertel vor eins. Du willst noch fernsehen? fragte sie enttäuscht. Jetzt läuft doch nur noch sinnfreies Zeugs. Das tue ich, damit mein Gehirn nicht die Energie verbraucht, die mein Körper für die Verdauung des Abendessens benötigt, erläuterte Joachim. Sechs Gänge, das hat mich gekillt. Die olle Huber hat wie ein Polizist aufgepasst, ob alle ihren Teller leer essen. Er lockerte seinen Schlips und öffnete den Gürtel. Breitbeinig saß er da, ein Bild träger Zufriedenheit. Von dem eleganten Charmeur war nichts mehr übrig geblieben. Anne zerbröselte innerlich. Wie sollte sie dieses antriebsschwache Exemplarmann bloß auf Touren bringen? Setz dich doch zu mir, sagte er und klopfte auf den freien Platz neben sich. Anne hatte mittlerweile andere Pläne. Sekunde, bin gleich wieder da. In Windeseile lief sie ins Schlafzimmer und kramte in ihrer Wäscheschublade. Es musste doch irgendwas darin geben, das einen Mann antörnte. Nach einigem Suchen fand sie einen durchsichtigen schwarzen Spitzenbuddy. Jemand hatte ihr das Teil zur Hochzeit geschenkt. Gut möglich, dass Tess es gewesen war. Der Body war noch ungetragen. Anne bevorzugte kochfeste Baumwollschlüpfer und praktische Sport-BHs. Sie konnte nur beten, dass dieses hocherotische Wäschestück nach der Schwangerschaft und ein paar Kilo Stressspeck überhaupt noch passte. Eine Minute später stand sie vor dem Badezimmerspiegel. Skeptisch begutachtete sie sich. Wenn sie ehrlich war, sah sie aus wie eine Weißwurst in einer Spitzenpelle. Aber es war den Versuch wert. Eilig warf sie ihren Bademantel über und kehrte ins Wohnzimmer zurück. Mit schweren Lidern sah Joachim sie an. Du bist schon bettfertig? Anne hätte es anders genannt. Ja. Wie verführe ich meinen Mann, schoss es ihr durch den Kopf. Sie war aufgeregt wie ein Teenager vor dem ersten Mal. Wie hatte es nur so weit kommen können, dass sie Lampenfieber hatte, bei ihrem eigenen Mann. Mit schnellen Schritten ging sie zur Couch und schmiegte sich an Joachim. Er roch gut, vertraut. Ein undefinierbares Gemisch aus Rasierwasser, Mann und eben Joachim. Von Anfang an hatte sein Duft sie fasziniert. Wie absichtslos legte sie einen Arm um ihn und presste sich etwas enger an seinen Körper. Gib Gas, sprach sie sich Mut zu. Worauf wartest du noch? Auf den magischen Funken, der Joachim in einen feurigen Lover verwandelt? Da kannst du lange warten. Nein, sie musste die Initiative ergreifen. Mit den Fingerspitzen ihrer rechten Hand glitt sie in Joachims Hemdkragen und kraulte zart seinen Nacken. Keine Reaktion. Sie holte die Hand wieder heraus und streichelte seinen Rücken. Guck doch, wieder ein Flugzeugabsturz, sagte er und deutete auf den Fernseher. Fünfzehn Tote. Was für ein Drama. Auch Anne erlebte gerade ein Drama. Alles in ihr sehnte sich nach einer leidenschaftlichen Umarmung. Und was machte ihr Kerl? Flätzte satt wie eine Made auf der Couch, fand Flugzeugabstürze spannender als seine Frau und bemerkte nicht, wie viel Mühe sie sich gab. Dieser sexy Schnäpfeschalotte stark wäre das bestimmt nicht passiert. Nur nicht aufgeben, befahl ihr innerer Coach. Er ist ein Mann. Männer stehen auf simple Reize. Was sagte Tess noch immer? Wenn du eine Frau antörnen willst, sitzt du in einem Flugzeugcockpit mit tausend Hebeln und Schaltern. Beim Mann musst du nur genau eine Taste drücken. Ist so einfach wie Licht anknipsen. Unauffällig zog sie ihren Bademantel etwas auseinander, sodass ein paar Zentimeter schwarzer Spitze zum Vorschein kamen. Doch Joachim hatte nur Augen und Ohren für den Fernseher. Hast du das gehört? Der Pilot war betrunken. Herrschaftszeiten! Wenn ich sowas sehe, steige ich in keinen Flieger mehr. Anne ignorierte die zaghafte kleine Stimme in ihrem Kopf, die zur Aufgabe mahnte. Falscher Zeitpunkt, falsche Stimmung. Aktion abblasen. Ihr fielen die beiden Chinesen ein, von denen Joachim gesprochen hatte, Timing und Styling. Wenigstens das Styling stimmte, auch wenn es Joachim noch nicht aufgefallen war. Aber das ließ sich ändern. Entschlossen nahm sie seine rechte Hand und legte sie auf die Stelle ihres Dekolletes, wo sich der Spitzenbody teilte. Jetzt endlich merkte er, dass etwas anders war. Zerstreut betrachtete er erst Annes Gesicht, dann seine Hand und schließlich den Spitzenbody. Oh, ist das Dingsda neu? Dingsda. Der überschlug sich ja nicht gerade vor Begeisterung. Anne verschwieg lieber, dass dieses hübsche Dessou seit sechs Jahren nutzlos im Wäscheschrank vor sich hingammelte, weil sie nie einen Gedanken an das Erotische darunter verschwendet hatte, was zweifellos ein Fehler gewesen war. Funkelnagel neu, strahlte sie. Mit großen Augen schlug er ihren Bademantel auseinander und betrachtete die luxuriöse schwarze Spitze, die sich wie eine zweite Haut an Annes Körper schmiegte. Jetzt hatte sie ihn da, wo sie ihn haben wollte. Tja, er schloss den Bademantel wieder. Du verbrennst ganz schön viel Kohle, würde ich sagen. Letzte Woche waren es neue Schuhe, gestern diese dämliche Cellulite-Creme, heute hat Madame sich teure Wäsche geleistet, so wird das nie was mit dem Haus am Waldrand. Wie ein angestochener Luftballon sagte ihre Vorfreude in sich zusammen. Ihr wurde kalt, eiskalt. Und ich dachte, stieß sie mit erstickter Stimme hervor. Er runzelte die Stirn. Was? Dass du, dass ich, dass dir das gefallen würde, schluchzte sie. Dass du die Wäsche sexy finden würdest und dass wir... Sie brachte den Satz nicht zu Ende. Heiße Tränen schossen ihr in die Augen. Das Desaster war komplett. Keine Nummer unter diesem Anschluss. Völlig aufgelöst heulte sie los. Betroffen streichelte Joachim ihre Wange. Oh Schatz, entschuldige. Natürlich finde ich dich sexy. Sowieso. Ob mit oder ohne Wäsche. Er versuchte sie zu umarmen. Komm, wir kuscheln ein bisschen. Grob machte sie sich los. Ich will aber nicht nur kuscheln. Merkst du denn gar nicht, wie du mich vernachlässigst? Seit hundert Jahren haben wir nicht mehr miteinander geschlafen. Nennst du das eine Ehe? Sie wartete keine Antwort ab, sondern rannte ins Schlafzimmer, warf die Tür hinter sich zu und drehte den Schlüssel im Schloss herum. Sollte sich Joachim doch gehackt legen mit seiner Nörgelei über Schuhe, Cremes und teure Wäsche. Ihr reichte es jetzt. Er konnte ruhig auf der Couch übernachten und darüber nachdenken, was er ihr angetan hatte. Anne war schon fast weggedämmert, als ihr Handy eine Fanfare von sich gab, eine SMS von Tess. Sorry, Süße, hab geschummelt. Nix lief. Wir müssen dringend telefonieren. Irgendetwas bummerte in Annes Hirn herum. Es war ein wahrer Trommelwirbel. Schlaftrunken schlug sie die Augen auf und sah zum Wecker. Halb neun. Das Gebummer kam aus ihrem Kopf. Er kämpfte mit dem schweren Rotwein, den Frau »Ich bin die beste Gastgeberin der Welt« Huber zum sortierten Rinderfilet mit marinierten Ingwerblättchen serviert hatte. Aber das war nicht alles. Jemand bummerte heftig an die Schlafzimmertür. Komisch. Sonst kam Lars doch immer reingestürmt, ohne lange anzuklopfen. Anne setzte sich auf. Erst jetzt entdeckte sie, dass das Bett neben ihr leer war. Plötzlich fiel ihr alles wieder ein. Der missglückte Annäherungsversuch, der Streit, ihre Flucht ins Schlafzimmer, Wut, Enttäuschung, das ganze Programm. Schatz, mach auf, rief Joachim. Hörst du mich? Nein. Trotzig schlang Anne die Arme um ihre angezogenen Knie. Sie trug noch immer den Spitzenbody. Blödes Teil. Ich hole Brötchen, rief Joachim durch die geschlossene Tür. »Und dann frühstücken wir, ja? Ist ein Friedensangebot.« Das war wirklich nett. Dummerweise stand Anne nicht der Sinn nach Nettigkeiten. Sie war in ihrer Weiblichkeit verletzt. Das ließ sich nicht mit ein paar schlappen Brötchen wiedergutmachen. »Kauf, was du willst«, schrie sie heiser. »Aber lass mich in Ruhe!« Stille. Joachim schien nachzudenken. »Es tut mir leid wegen gestern Abend«, versuchte er es aufs Neue. »Können wir darüber reden?« Für Joachims Verhältnisse war das ein sensationelles Angebot. So sprachgewand er im Job auch war, zu Hause herrschte schon lange das große Schweigen. Im Grunde sprachen sie nur über das Nötigste, wer wann welche Termine hatte, ob ein neuer Mineralwasserkasten her musste und ähnliche organisatorische Fragen. Anne hatte mal gelesen, dass verheiratete Paare im Schnitt fünf Minuten am Tag wirklich miteinander redeten. Fünf ganze Minuten? Davon konnte sie nur träumen. Sie warf die Bettdecke von sich und tapste zur Tür. Langsam drehte sie den Schlüssel um und öffnete die Tür einen Spalt weit. Anne. Mit hängenden Schultern stand Joachim da, frisch geduscht und wie aus dem Ei gepellt, in seinem hellblauen Jogginganzug. »Bist du mir noch böse?« »Ja«, fauchte sie. Er versuchte es mit seinem besten Welpenblick. »Und da kann man gar nichts machen.« »Manchmal hast du die Gefühlswelt eines Einzellers!« Lächelnd breitete er die Arme aus. »Komm her!« Damit war Annes Widerstand gebrochen. Sie ließ sich von ihm in die Arme nehmen und rieb ihr Gesicht an seiner Schulter. Alles wieder gut? Fast alles. Die Kränkung der letzten Nacht war noch nicht vergessen. Plötzlich spürte sie, wie Joachims Hände zu ihrem Po wanderten und ihn sanft kneteten. Anne war wie elektrisiert. Sagte man nicht, dass Versöhnungssex ein echter Bringer war? Ihr Herz begann laut zu klopfen, während seine Hände weiter wanderten und bei ihren Brüsten Halt machten. Vorsichtig schob er seine Finger unter den Spitzenstoff. Sein Mund wühlte in ihrem Haar. Eine heiße Welle nach der anderen überrollte Anne. Sie hatte fast vergessen, wie gut es sich anfühlte, von Joachim berührt zu werden. »Kauf dir, was du willst«, murmelte er, »solange es so was heißes ist wie dieser Buddy.« Er schob sein Becken vor. Schon spürte Anne Joachims Männlichkeit erwachen. Ihre Wangen brannten, ihr Mund wurde trocken. Kein Lampenfieber diesmal, kein peinliches Rumbaggern. »Jetzt geht's los«, jubelte Anne's innere Stimme, die seit gestern Abend nur herumgezetert hatte. »Ich liebe dich«, flüsterte sie. »Ich dich auch«, kam ein schwaches Echo aus ihren Haaren. Ihre Lippen fanden sich, ihre Körper waren in Hochspannung. Das Telefon klingelte. Der Anrufbeantworter, der im Flur auf einer Kommode stand, sprang an. Joachims Stimme, freundlich und souverän. »Guten Tag, hier sind die drei Westheimers, leider nur vom Band. Schön, dass Sie anrufen. Hinterlassen Sie bitte eine Nachricht. Wir rufen gern zurück.« »Biep!« »Anne? Bitte geh sofort ran. Hier ist Mutti.« »Ihre Schwiegermutter.« Im Hintergrund hörte man Geschrei und Gebrüll. »Ich kann Lars nicht mehr beruhigen. Er möchte zu dir. Er will nur dich, was ich reichlich übertrieben finde. Seine Wunde tut weh«, sagt er. »Herrgott, Anne, wo bist du? Joachim, hörst du mich wenigstens?« Wie schockgefroren standen die beiden im Türrahmen. Sie hätten natürlich einfach weitermachen können. Das Gebrüll ignorieren, die besorgte Stimme von Joachims Mutter, die Tatsache, dass sie sich das alles live anhören mussten. Schließlich kam es auf eine Viertelstunde mehr oder weniger auch nicht an. Stumm sahen sie einander in die Augen, fragend, schuldbewusst. Es war Joachim, der als erster aufgab. »Aufgeschoben ist nicht aufgehoben«, murmelte er. »Heute Abend, ja? Da holen wir alles nach.« Wieder nix. Hin- und hergerissen zwischen Muttergefühlen und erotischen Sehnsüchten ließ Anne die Arme sinken. »Aufgeschoben ist nicht aufgehoben?« Nach diesem Motto hatten sie sich jahrelang in sexuelle Nirwana gebeamt. Joachim zog den Reißverschluss seiner Joggingjacke zu. »Ich hole Lars ab und bringe Brötchen mit. Wenn du willst auch ein paar Zeitungen. Mach dich ganz in Ruhe fertig. Ich kümmere mich ums Frühstück.« Roms! Wieder eine Gelegenheit verpasst. Wieder der große Frust. Anne konnte es nicht fassen. Wieso war der Wurm drin in ihrem Liebesleben? Es war sowieso eine kranke Idee gewesen, Lars bei ihren Schwiegereltern unterzubringen. Er mochte sie nun mal nicht, was Anne nur zu gut verstehen konnte. Joachim strich ihr übers Haar. »Mein Schatz, nun guck doch nicht so traurig. Wir haben noch so viele Nächte vor uns und heute Abend haben wir ein Date im Schlafzimmer.« Er gab Anne einen Kuss auf die Wange. Zwei Minuten später fiel die Haustür ins Schloss und sie war allein. Nein, sie war die einsamste Frau auf der großen, weiten Welt. Anne lag in der Badewanne und sah zu, wie eine Seifenblase nach der anderen zerplatzte. Plopp. 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 Wie machten das bloß andere Leute? Was waren das für irre Paare, die zwei, drei, sogar noch mehr Kinder hinbekamen? Schlossen die sich heimlich im Badezimmer ein für eine schnelle Nummer unter der Dusche? Hielten sie sich mit Kaffee wach, um irgendwann spät in der Nacht sagenhafte Orgien zu veranstalten? Oder schwänzten sie ihren Job, warteten, bis die Kinder in der Schule waren und trieben es am helllichten Tag? Nach einer halben Stunde im Badewasser waren Annes Fingerkuppen schrumpelig und ihrer Seele ging es auch nicht viel besser. Ob heute Abend was laufen würde? Im Bett? Je länger sie darüber nachdachte, desto absurder erschien ihr die ganze Angelegenheit. Es war Krampf. Ein Date im Schlafzimmer. Sex nach Plan. Sah so ein erfülltes Liebesleben aus? Sie zog ihren Bademantel an und setzte sich deprimiert auf die Couch. Sicherlich. Sie hatte einen Mann, ein Kind, ein schönes Zuhause. Dafür war sie auch dankbar. Aber wo blieb sie? Was war mit ihrem eigenen Leben, mit ihren eigenen Bedürfnissen? Es ging ja nicht nur um Sex. Früher hatte sie gemalt. Blumenaquarelle. Nichts anspruchsvolles, aber es hatte ihr Spaß gemacht. Wo waren überhaupt ihre Malsachen? Sie stand auf und öffnete die Tür zur Abstellkammer. Hinter einem Berg von Gerümpel aus Schlitten, Wasserkästen und Altpapierstapeln entdeckte sie ihre farbbekleckste Stafflei. Seit Ewigkeiten hatte sie nicht mehr gemalt. Niedergeschlagen schloss sie die Tür. Es hatte keinen Sinn. Sie hatte auf gar nichts Lust. Und wenn sie ehrlich war, nicht mal auf Sex. Sie zog ein rotes, tief ausgeschnittenes Kleid an, dazu silberfarbene Ballerinas, und legte die Perlenkette an, die Joachim ihr zum ersten Hochzeitstag geschenkt hatte. Wenigstens wollte sie sich für ihn schön machen. Sich ein bisschen als Frau fühlen, nicht nur als ein Möbelstück, immer da, immer verfügbar und deshalb gähnend langweilig. Der Spiegel sagte ihr, dass sie sich die Mühe hätte sparen können. Sie sah blass aus, müde, verhärmt. Eben wie eine Frau, die nicht mit sich im Reinen war. Das Leben war so lauwarm wie das Badewasser, aus dem sie gerade gestiegen war. Es rauschte an ihr vorbei, ein Film, in dem sie nur eine Nebenrolle spielte. Während sie ihr Haar föhnte, hörte sie, wie die Haustür aufging. Eine Sekunde später kam Lars ins Badezimmer gelaufen. Mami, Mami, er stutzte. Du siehst aber schön aus. Hinter ihm tauchte Joachim auf. Ja, Kumpel, du hast eine wunderschöne Mami. Lächelnd zog er Anne an sich und gab ihr einen Kuss auf den Mund. Sofort heulte Lars auf. Ihhh, Küssen ist eklig. Anne strich ihm durchs unordentliche Blondhaar. Die Haarfarbe hatte er von ihr, dazu Joachims grüne Augen. In seiner Miniaturjeans und dem blau-weiß geringelten T-Shirt sah er allerliebst aus. Ein hübscher, aufgeweckter, liebenswerter Junge war er und wirkte, nebenbei gesagt, putzmunter. Von wegen großes Drama. Es ging ihm blendend. Das Pflaster auf seiner Stirn schien er ebenso vergessen zu haben wie seine angeblich schlimmen Schmerzen. Anne dagegen war ziemlich durcheinander. Auch Joachim machte einen verspannten Eindruck. Es war wie verhext. Früher hatte der Sex sie verbunden. Jetzt stand er zwischen ihnen, wie ein Berg aus Fragezeichen. Passiert es endlich heute? Oder kommt wieder was dazwischen? Und wie wird es sich überhaupt anfühlen nach all den langen Monaten? Wann bekomme ich eigentlich einen kleinen Bruder? fragte Lars in aller Unschuld. Eine Schrecksekunde lang starrten Anne und Joachim einander an. Schon seit längerem wünschte sich Lars ein Geschwisterchen. Am liebsten einen großen Bruder, der die älteren Jungs aus seiner Kindergartengruppe vertrimmen konnte. Anne hatte ihrem Sohn geduldig erklärt, dass die Natur es so eingerichtet hatte, nur kleine Brüder zu produzieren. Widerwillig hatte Lars es akzeptiert. Ein Bruder? Na ja, vielleicht demnächst, antwortete Anne vage. Lars stemmte die kleinen Hände in die Hüften. Zu Weihnachten? Da ist erstmal eine Playstation fällig, wehrte Joachim ab. Dann sehen wir weiter. Das Thema Baby schien ihm noch unangenehmer als Anne zu sein. Man sah ihm deutlich an, was er dachte. Erstens musste man sexuell aktiv werden, regelmäßig, ausgiebig, um ein Kind in die Welt zu setzen. Zweitens brach bei erfolgreicher Mission die Zeit der schlaflosen Nächte und der müffelnden Windeln an. Für Joachim eine Horrorvorstellung. Er surfte auf einer anderen Rille. Kanzlei, Karriere und ein Kracher von Villa. Bemüht munter schwenkte er die mitgebrachte Brötchentüte. Frühstück! Damit war die Diskussion erstmal beendet. Der Tag verlief quälend langsam. Vor dem Date im Schlafzimmer, wenn es denn überhaupt stattfand, lagen die immer gleichen Sonntagsrituale. Sie frühstückten ausgiebig, machten einen Spaziergang zum Spielplatz und standen rechtzeitig zum Kaffeetrinken vor der Tür von Joachims Eltern. Daran gab es nichts zu rütteln. Sonntagnachmittags musste Anne ihre Schwiegereltern ertragen. Sie waren, nun ja, eigensinnig. Die Könige der guten Ratschläge, die Weltmeister der Besserwisser. Was Anne im Gegensatz zu Joachim regelmäßig auf die Palme brachte. Aber schlimmer noch, Joachims Mutter liebte es zu backen. Leider verstand sie überhaupt nichts davon. Marmorkuchen mit Wasserstreifen, sandige Streuselkuchen und matschige Sahnetorten inklusive. Da seid ihr ja, begrüßte Frau Westheimer Senior ihre Gäste und sah ungehalten auf die Tür. Fünf Minuten zu spät. Danke, mir geht's auch gut, erwiderte Anne. Das war mal wieder typisch. Kein Sonntag ohne Vorwürfe und Ermahnungen und immer diese naturtrübe Stimmung, diese sterile Atmosphäre. Wenn Anne in die Wohnung ihrer Schwiegereltern kam, hatte sie das Gefühl, einen Operationssaal zu betreten. Alles war penibel aufgeräumt, kein Stäubchen, nirgends. Nur kalte Perfektion. So wohnten Menschen, die ihre Gefühle rückstandslos abgetötet hatten. Wie die Bakterien, die sie dauernd mit irgendwelchen Desinfektionssprays bekämpften. Anne war ganz anders aufgewachsen, im kunterbunten, quicklebendigen Chaos einer Hippie-WG. Ihre Mutter hatte es mit dem Weltfrieden sehr genau genommen, mit Ordnung und Sauberkeit weniger. Diese Wohnung hingegen war so etwas wie ein Hygienemuseum und ein Altar für den geliebten einzigen Sohn. Kein Zimmer, in dem einem Nicht-Joachims Konterfei von großformatigen Fotos entgegenlächelte. Joachim in allen Altersstufen, in allen Lebenslagen, als Kleinkind im Spielhöschen, als Erstklässler mit der Schultüte, als Zehnjähriger auf einem Pony, als Absolvent der Juristischen Fakultät samt Urkunde. Anne und Lars suchte man vergebens auf den Fotos. Sie kamen einfach nicht vor. Joachim, der Wunderbare, der Unvergleichliche, hätte was Besseres haben können als Anne. Davon war seine Mutter überzeugt. Wäre es nach ihr gegangen, hätte es mindestens eine Nobelpreisträgerin mit Modelmaßen und Kochdiplom sein müssen. Das ließ sie ihre Schwiegertochter auch spüren. Keiner dieser grässlichen Sonntagnachmittage verging ohne kleine Spitzen. Du siehst aber gar nicht gut aus, Anne, legte Joachims Mutter prompt los, als sie sich an den Tisch gesetzt hatten. Rot steht dir nun gar nicht, so blass und abgespannt wie du bist. Joachim braucht eine Frau, mit der er repräsentieren kann. Fehlt dir was? Ja, dachte Anne. Sex. Und eine Schwiegermutter, die nicht dauernd auf meinen Gefühlen rumtrampelt. Ist wohl die Frühjahrsmüdigkeit, nuschelte sie, den Mund voller penetrant süßer Dosenpirsiche. Joachims Mutter hatte sie auf einen brettharten Hefeteig gepappt und mit Sprühsahne verziert. Tarte Chantilly nannte sie diese Kreation. Joachim zwinkerte Anne neckisch zu. Nun sei doch nicht so, sagten seine Augen. Heute Abend. Aber Joachims Mutter, die Anne seit ihrer Hochzeit Mutti nennen musste, ließ nicht locker. Stimmt alles bei euch? Muss ich mir wegen irgendwas Sorgen machen? Anne warf einen schnellen Blick auf Lars, der gebannt auf seine Nintendo schaute und kleine, grüne, piepsende Wesen ins Jenseits kickte. Gottlob bekam er nichts mit von dieser nervtötenden Befragung. Nein, nein, alles in Ordnung, versicherte Joachim. Wir sparen übrigens auf ein Haus. Alles läuft bestens in der Kanzlei. Spätestens in zwei Jahren haben wir ein Eigenheim mit einem großen Garten für Lars. Vergesst nicht ein schönes geräumiges Gästezimmer, mischte sich Joachims Vater ins Gespräch, ein ehemaliger Prokurist, der in kotbraunen Strickwesten herumlief und den Muff einer ungelüfteten Krämerseele verbreitete. Mindestens zwanzig Quadratmeter, besser wären dreißig. Dann können wir immer das Wochenende zusammen verbringen. Anne stöhnte innerlich auf. Das klang nach einem Ticket in die Hölle. Reichte es denn nicht, dass sie Sonntag für Sonntag diese Kaffeetafeln durchstehen mussten? Und überhaupt wilde Sexspiele Wand an Wand mit den Schwiegereltern? Nee, sie zog einen Flunsch. Kind, hilfst du mir in der Küche? fragte Joachims Mutter. Sie hatte Annes Minenspiel mit der Aufmerksamkeit eines Kriminalkommissars beobachtet. Oha! Es gab nichts zu helfen in der Küche. Die war immer blitzblank gewinert. Das hoch gefährlich nach einem Gespräch von Frau zu Frau. Natürlich hilft Anne dir, sagte Joachim. Er stieß Anne unter dem Tisch mit dem Fuß an. Brav stand sie auf und folgte ihrer Schwiegermutter in die Küche. Sobald sie allein waren, zog Joachims Mutter die Tür hinter sich zu, stellte sich vor Anne hin und verschränkte angriffslustig die Arme. Jetzt pass mal auf. Jede Ehe hat ihre Hochs und Tiefs. Sie bitte? Ein fieser Verdacht keimte in ihr auf. Hatte Joachim etwa seiner Mutter erzählt, dass es in der Horizontalen klemmte? Die beiden telefonierten sowieso verdächtig häufig miteinander. Wenn das stimmte, war es ein kapitaler Vertrauensbruch. Man muss die ehelichen Pflichten erdulden, verkündete ihre Schwiegermutter mit leidender Stimme. Auch du, meine Liebe, Männer sind manchmal wie, wie Tiere, aber sie brauchen das. Einfach die Augen zumachen und an was Schönes denken. Männer muss man bei ihren Trieben gewähren lassen, sonst kommen sie auf dumme Gedanken. Aber ich sag immer, es ist egal, wo sie den Motor starten, Hauptsache sie parken in der richtigen Garage, wenn du verstehst, was ich meine. Das wurde ja immer gruseliger. Anne wollte sich nicht vorstellen, wie ihr Schwiegervater, dieser ergraute, etwas feiste Herr in der heimischen Garage parkte. Sie räusperte sich. Das ist nicht das Problem. Ach, und was ist es dann? Sollte sie ehrlich antworten? Anne betrachtete das Grauen in Menschengestalt, das sie Mutti nennen musste. Joachims Mutter hatte die Sechzig längst überschritten, die 120-Kilo-Grenze ebenfalls, und sie kleidete sich bevorzugt in pastellfarbene Jerseykleider. Heute war es ein Baby-rosa-Kleid, das fast aus den Nähten platzte. Das Ganze wurde gekrönt von einer pudelartigen Dauerwelle, die einen Stich ins Lila hatte. Kaum zu glauben, dass diese Frau ernsthaft über so etwas wie Sex nachdachte. Also? Die Stimme von Joachims Mutter klang ungeduldig. Er war ihr einziger Sohn, ihr Kronprinz, ihr Ein und Alles. Wie eine Glucke wachte sie über ihr Wunderkind. Durfte Anne dieses strahlende Bild ankratzen? Gestehen, dass Joachim nicht der temperamentvolle, allzeitbereite Liebhaber war, den seine Mutter in ihm sah? Die Entscheidung wurde ihr abgenommen. Ihr Handy dudelte, es war bis in die Küche zu hören. Ich erwarte einen wichtigen Anruf, entschuldigte sich Anne und sauste erleichtert ins Wohnzimmer, wo ihre Handtasche lag. Sofort erkannte sie die Nummer auf dem Display. Tess? Hallo Schnecke, wo steckst du denn? Ich muss mit Schäf, während ihr Blick über die Kaffeetafel wanderte. Über die versteinerte Miene ihres Schwiegervaters, über den versunken spielenden Lars, über Joachims angesäuertes Lächeln, über das vorwurfsvolle Gesicht ihrer Schwiegermutter, die sich wie ein Gefängniswärter an ihre Fersen geheftet hatte. Man telefonierte nicht bei Mutti. Passt wunderbar. Moment, ich gehe mal eben vor die Tür. Das war ein weiteres Sakrileg. Man hatte gefälligst wie festgetackert am Tisch zu sitzen, wenn Mutti hochfielt. Aber Anne war es plötzlich egal. Zwei Sekunden später stand sie im Vorgarten des Eigenheims, wenn man überhaupt von einem Garten sprechen konnte. Joachims Vater hatte fast die gesamte Fläche vor dem Haus zubetoniert, eine Radikalkur, die nur zwei mickrige Rosenbüsche überlebt hatten. Sie presste das Handy ans Ohr. Die Luft ist rein. Ich habe nachgedacht, sagte Tess hechelnd. Über Sex und so. Bin übrigens im Fitnessstudio, auf dem Laufband. Kannst du vorbeikommen? Noch nie hatte Anne das Sonntags-Nachmittags-Ritual durchbrochen. Aber heute war das etwas anderes. Es musste sich was ändern. Dringend. Sonst legte sie sich noch demnächst mit dem laufenden Föhn in die Badewanne vor lauter Debris. Ich nehme ein Taxi. Bis gleich, Tess. Zurück im Wohnzimmer hielt sie sich nicht mit langen Erklärungen auf. Während sie sich ihre Handtasche schnappte, sagte sie, ich muss zu meiner Freundin. Sie ist krank. Aber Kind. Aber Anne. Aber Mami. Schallte es ihr im Chor entgegen. Es ist eine Notsituation. Vereiterte Mandeln, Bronchitis und Brechdurchfall. Einen schönen Nachmittag noch. Unter dem Protest sämtlicher Anwesenden floh sie aus dem Operationssaal. Als sie draußen auf der Straße stand, atmete sie tief durch. Was würde sie bloß ohne ihre Freundin machen? Tess war ihr Fallschirm und ihr Rettungsboot. Und vielleicht hatte sie ja wirklich eine Idee, wie sie aus der erotischen Sackgasse wieder rauskamen. Das Fitnessstudio Fit4U war riesig. Es erstreckte sich über zwei Etagen und wirkte sehr edel mit den polierten dunklen Parkettböden, den grau gewischten Wänden und den Bonsai-Bäumchen, die auf niedrigen Tischen verteilt waren. Sanfte Entspannungsmusik rieselte aus den Lautsprechern. Man hatte alles getan, um mit der Wellnessatmosphäre darüber hinwegzutäuschen, dass Sinn und Zweck des Besuchs war, sich bis zur totalen Erschöpfung abzuschinden. Die Räume waren angefüllt mit schwitzenden, aber bemerkenswert attraktiven Menschen. Während Anne sich auf die Suche nach Tess machte, begutachtete sie unauffällig einige durchtrainierte, muskulöse Männer, die sich an den Maschinen abquälten. Die körperbetonte Atmosphäre verwirrte sie. Überall pralles Fleisch, sehnige Gliedmaßen, nackte Haut. Es roch nach Testosteron. Eigentlich stand sie nicht auf Typen aus der Muckibude, aber in ihrem trostlosen Zustand war sie offenbar empfänglich dafür. Warum sollte sie sich nicht ein bisschen anregen lassen? Hatte nicht sogar ihre Schwiegermutter gesagt, es sei egal, wo man den Motor startete? Ein dunkelhaariger Muskelberg in einer knappen, pinkfarbenen Sporthose und einem Nichts von einem Muscle-Shirt lächelte ihr zu. Es war kein höfliches Lächeln, eher herausfordernd, frech und sehr sexy. Anne bekam eine Gänsehaut. Ohne es zu wollen, starrte sie auf die Schweißbäche, die dem Mann über die tätowierte Brust liefen. Sie hatte noch nie über eine Affäre nachgedacht, war auch nie in Versuchung gewesen, aber jetzt spürte sie, wie ein Schauer sie überlief. Unwillkürlich blieb sie stehen. Der Muskelberg konnte sprechen. »Neu hier?« Er grinste siegesgewiss. Seine kräftigen Arme und Schenkel bewegten unablässig die Gewichte einer furchterregenden, stählernden Maschine. »Ja, ich meine, nein, ich suche...« stammelte Anne. »Herrje, was war nur mit ihr los?« »Wir könnten ja mal zusammen trainieren,« schlug Mr. Universum vor. »Man sagt, ich sei ein guter Personal Trainer.« Hat sich jedenfalls noch keine beschwert. Er sagte es mit einem lasziven Tömbre in der Stimme, als ob er noch ein paar ganz andere Dinge bestens beherrsche. Anne atmete schwer. »War es wirklich so heiß hier, oder lag das an diesen Typen?« »Schnecke, hier bin ich!« Sie drehte sich um. Ganz hinten am Fenster trabte Tess auf einem Laufband und winkte ihr mit einem weißen Frotti-Handtuch zu. »Man sieht sich!« rief der Muskelberg hinter Anne her, während sie auf Tess zumarschierte und dabei fest ihre Handtasche umklammerte. »Hey, hey, hey! Hatte da etwa gerade jemand mit ihr geflirtet?« Tess trug einen giftgrünen Gymnastikanzug, der, nun ja, nicht sonderlich vorteilhaft war. Sonst verstand sie es immer, ihre Rundungen perfekt zu verpacken. Jetzt sah man, dass sie doch ein wenig auseinandergegangen war. Jedes Gramm an ihr zitterte und bebte, während sie schwerfällig Fuß vor Fuß setzte. Es wirkte eher wie eine Flucht, weniger wie eine sportliche Betätigung. Wovor rannte Tess weg? »Danke, dass du mich aus der Schwiegerelternhölle erlöst hast,« sagte Anne. »Ich war kurz davor, gegrillt zu werden.« »Du verlierst echt keine Zeit,« erwiderte Tess atemlos, den Blick abwechselnd auf die Kilometeranzeige des Laufbands und auf Anne gerichtet. »Baggerst sofort den heißesten Typen im Studio an. Alle Frauen hier sind hinter Mark her.« »Mark«, so hieß Mr. Universum also. Wieder spürte Anne eine Gänsehaut. »Nix anbaggern, ich habe ihn nur gefragt, wo ich dich finden kann,« behauptete sie. »Soso«, verdrießlich deutete Tess auf ihre üppigen Hüften. »Sieh dir das an. Mit dreißig kamen die ersten Fettpölsterchen. Und jetzt? Stauungen im mittleren Ring, würde ich sagen. Und damit meine ich kein verkehrstechnisches Problem. Naja, irgendwie doch.« Sie stellte das Laufband aus und stieg schwer atmend herunter. »Komm, wir trinken was.« Auf dem Weg zur Cafeteria kamen sie an Mark vorbei. Mittlerweile saß er auf einer Rudermaschine und grinste Anne schräg von unten ins Gesicht. Seine Muskeln schwollen bei jeder Bewegung an. Ein grandioses Naturschauspiel. Seine Augen funkelten, als er fragte. »Kommst du jetzt öfter?« »Schön wär's,« kluckste Tess. Sie warf dem unwiderstehlichen Mark eine Kusshand zu und schob Anne weiter. »Ist übrigens keine schlechte Idee, wenn du dich hier anmeldest, dann könnten wir zusammen auf die Foltermaschinen. Es gibt auch Yoga-Kurse und Pilates, falls du es softer magst. Würde dir bestimmt guttun.« Abgesehen davon, dass Anne immer geglaubt hatte, für so etwas keine Zeit zu haben, konnte ein wenig Sport nicht schaden. Sie hatte lange nichts mehr für sich getan. Zu lange. »Wäre sicher gut für meine Oberschenkel, aber ist das nicht ein ziemlich teurer Schuppen hier?« »Du kannst einen Probemonat zum Dumpingpreis buchen,« Tess schüttelte ihr schweißnasses Haar. »Dann sehen wir weiter. Wenn ich dich als neue Kundin werbe, wird es preiswerter. Freundschafts-Abo nennen die das.« »Klingt gut? Weißt du was? Ich melde mich sofort an.« »Na, das nenne ich spontan.« Tess führte Anne zum Eingangsbereich, wo sie einen Anmeldebogen ausfüllte. Während sie unterschrieb, überlegte sie, was wohl Joachim dazu sagen würde. Normalerweise besprachen sie solche Dinge gemeinsam. Aber Anne hatte überhaupt keine Lust, darüber zu diskutieren, schon gar nicht an diesem Nachmittag. Nachdem die Anmeldung erledigt war, schlenderten sie zur Cafeteria, die mit Paravents aus Japan-Papier vom Fitnessbereich abgeschirmt war. Auch hier hatte man eher das Gefühl, in ein Wellnesshotel geraten zu sein. Die Wände waren orange gestrichen, überall standen kleine Buddha-Statuen. Hinter der Bar ragte ein raumhohes, bunt beleuchtetes Glasregal mit Hunderten von Flaschen auf. Tess zog Anne zum Tresen. »Süße, ich habe die Lösung für alle unsere Probleme.« »Lass mal,« winkte Anne ab, »ich trinke keinen Schnaps.« Tess verdrehte die Augen. »Ich hatte nicht vor, dich abzufüllen. Ein bisschen komplizierter ist es schon.« Sie bestellte zwei Eiweißdrinks, dann setzten sie sich an einen der runden Glastische. »Also«, sagte Tess und trocknete sich mit dem Handtuch die schweißnasse Stirn. »Faktencheck.« »Wir sind nicht mehr ganz jung, aber wir sind noch nicht alt genug für Rentnersex. Was so viel bedeutet, dass Sex durch schlechtes Essen und schlechte Laune ersetzt wird. Und nach dem gestrigen Abend...« »War es so schlimm?«, fragte Anne. »Schlimm?« Tess lachte und froh. »Eine Katastrophe. Ich konnte ja nicht ahnen, dass Bernd mich in erotischer Hinsicht komplett abgehakt hat. Mann, war das peinlich. Ich habe ihn echt verwöhnt, ihm den Rücken massiert, ihn dann umgedreht und weitergemacht. Weißt du was? Er ist mir unter den Händen weggeschlafen.« »Was?« Tess rührte wie eine Besessene in ihrem Eiweißdrink. »Als ich ihn weckte, war es bei mir vorbei mit dem Verwöhnprogramm. Ich habe ihm klipp und klar gesagt, ich will mit dir schlafen. Jetzt, gleich, sofort. Von mir aus kann es auch ein Sekundenquickie sein. Hauptsache, es knallt.« »Hat er sich darauf eingelassen?«, erkundigte sich Anne, obwohl sie das Ergebnis kannte, jedenfalls im Großen und Ganzen. Wutschnaubend warf Tess ihr Handtuch auf den Tisch. Sie schrie fast. »Er sagte? Ach, ist das jetzt eine Einladung für billigen, bedeutungslosen Sex?« »Etwas leiser, Tess«, beschwor Anne ihre Freundin, die mittlerweile die ganze Cafeteria unterhielt. »Übrigens ist vielleicht eine blöde Frage, aber wieso bleibst du eigentlich mit Bernd zusammen?« Tess nahm einen Schluck von ihrem Drink. »Er macht den Haushalt, gibt keine Widerworte und ist verkorkst genug, um interessant zu sein. Die Typen sind ja immer nur gerade so idiotisch, dass wir denken, wir könnten sie ändern. Gegenfrage. Wieso bleibst du bei Joachim?« Die Antwort fiel Anne nicht schwer. »Ich liebe ihn. Immer noch. Nur, dass er eben kaum noch merkt, dass ich eine Frau bin.« Tess stand kurz vor einem neuerlichen Wutausbruch. Sie schlug mit der Faust auf den Tisch. »Hast du mal in den Spiegel geschaut? Du bist eine tolle Frau!« Anne machte eine wegwerfende Handbewegung. »Die tolle Frau liegt sechs Jahre und zehn Kilo hinter mir.« »Quatsch! Du könntest hier jeden aufreißen, der dir gefällt. Schnipp mit den Fingern und Mark kommt auf Knien angerobbt.« Für den Bruchteil einer Sekunde durchzuckte Anne die Vorstellung, wie sie in Marks Armen lag, in diesen starken, muskulösen Armen, mit denen er sie bestimmt bis ans Ende der Welt tragen konnte. Vor ihrem inneren Auge sah sie, wie er sich an sie presste, wie sich Haut an Haut rieb, schweißnaß, heiß, sinnlich. Es war eine erregende Vorstellung und sowas von verboten. »Unter Sport verstehe ich was anderes als Seitensprünge,« sagte sie, um das Fantasiegebilde zu verscheuchen, das ihr das Blut in die Wangen trieb und nicht nur in die Wangen. »Bleiben wir mal bei unseren eigenen Männern. Das Problem ist doch, sie sind dauermüde. Der Mann weg, ohne dass wir auch nur die Chance haben, auf unsere Kosten zu kommen. Irgendeine Idee?« Tess streifte ihre Schweißbänder aus neongelbem Frottee von den Handgelenken und warf sie zum Handtuch auf den Tisch. »Bevor wir zur Tat schreiten, müssen wir den Kerlen einen doppelten Espresso verpassen, zur Not intravenös, und am besten mit einer Doppeldosis Viagra. Schön klein gemahlen, damit es nicht auffällt.« »Du sitzt doch an der Quelle. Besorg uns das Zeug und alles ist paletti.« »Dann können die gar nicht anders. Sie müssen sich auf uns stürzen.« Anne schüttelte den Kopf. »Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem wiederhaben.« »Okay, ich habe noch über was anderes nachgedacht,« sagte Tess. »Mehrmal so in die experimentelle Richtung.« »Und das heißt?« »Handschellen, Kerzenwachs, Flutscher,« antwortete Tess wie aus der Pistole geschossen. »Flugger,« verbesserte Anne kichernd. »Ich muss schon sagen, du erstaunst mich immer wieder. Gestern wolltest du davon noch nichts wissen.« »Gestern wusste ich ja auch noch nicht, dass Bernd schon beim Vorspiel einschläft,« sagte Tess achselzuckend. »Lass uns einen Ausflug ins Wunderland der Erotik machen. Zusammen. Alleine traue ich mich nämlich ehrlich gesagt nicht.« »Du meinst, wir gehen in so einen Sexshop?« »Ganz genau.« Seufzend betrachtete Anne die Buddhas, die überall herumstanden. Sie lachten so vergnügt, als amüsierten sie sich bestens über die Menschen und ihre irdischen Verstrickungen. Sie lachten Anne aus. »Nee, lass mal. Ich glaube, das war eine Schnapsidee mit den Erotikbeschleunigern. Vielleicht sehe ich zu schwarz. Vielleicht kommt die Sache von selbst wieder in Fahrt.« Tess zog eine Grimasse. »Auf der Titanic gab es auch bestimmt einen, der sagte, »Eisberg? Welcher Eisberg?« »Das Ende der Geschichte kennst du.« »Okay, ich denke darüber nach.« »Denk nicht zu lange,« schnaubte Tess, »sonst findet Joachim vor lauter Spinnweben nicht mehr die richtige Stelle.« Als Anne um kurz nach sieben zu Hause ankam, befand sich die heimische Stimmung auf dem absoluten Tiefpunkt. Lars saß sehr still vor dem Fernseher und schaute ein Kinderprogramm. Joachim hatte sich mit seinem Laptop an den Esstisch gesetzt. Er blickte nicht einmal auf, als Anne an den Tisch trat. »Hallo«, sagte sie. »Hallo«, kam das schwache Echo. Verbissen hackte er auf der Tastatur herum. Anne sah, dass er sich im Internet Häuser anschaute. Häuser? Traumwillen mit Grünblick, weitläufige Anwesen in Seelage, repräsentative Residenzen, und zwar zu astronomischen Preisen. Man musste nicht Mathematik studiert haben, um auszurechnen, dass ihre beiden Gehälter hinten und vorn nicht für so einen Luxus reichten. »Sag mal, baust du da nicht Luftschlösser?«, fragte sie. »Wie sollen wir das alles bezahlen?« Endlich schaute Joachim auf, kühl, abweisend. »Meine Eltern, die du heute mit deiner rücksichtslosen Art vor den Kopf gestoßen hast, sind bereit, uns finanziell zu unterstützen,« blaffte er. »Was hast du dir bloß dabei gedacht? Es ist doch rührend, dass sie uns ihre Sonntage opfern. Und du bist einfach nur undankbar.« Anne spürte, wie eine kalte Wut in ihr hochkroch. »Sie opfern uns ihre Sonntage? Geht's noch? Hast du mal darüber nachgedacht, welches Opfer ich bringe, dass ich Sonntag für Sonntag bei ihnen meine Zeit absitze und mir anhören muss, dass ich leider nicht die Richtige für dich bin?« »Es gäbe so viel anderes, was wir unternehmen könnten. Mit Lars irgendwo hinfahren zum Beispiel. Ich würde auch gern mal wieder was für mich tun. Aber nein, am Sonntag ist Schwiegereltern-Service, Beleidigungen und Demütigungen inbegriffen. Deine Mutter behandelt mich wie ein Fußabtreter.« Joachim schoss von seinem Stuhl hoch. »Das ist nicht wahr.« »Aufhören«, befahl Annes innere Stimme, aber sie war voll in Fahrt und ließ sich nicht stoppen, wie ein Auto, bei dem die Bremsen nicht mehr funktionierten. »Wenn mich nicht alles täuscht, hast du ihr von unseren, unseren erotischen Problemen erzählt. Demnächst setzt Mutti noch auf unserer Bettkante, was? Damit sie sich persönlich davon überzeugen kann, ob ich alles richtig mache.« Noch nie hatte Anne dermaßen aufbegehrt. Jahrelang hatte sie alles in sich reingefressen, gute Miene zum fiesen Spiel gemacht. Aber jetzt war Schluss. »Du bist geschmacklos«, rief Joachim. »Wer hier ein erotisches Problem hat, bist ja wohl du.« »Nicht streiten«, betroffen fuhren sie herum. Lars stand vor ihnen, ein kleiner, fünfjähriger Junge, der wie jedes Kind der Welt wollte, dass sich seine Eltern lieb hatten. »Wir streiten nicht«, sagte Anne, obwohl das nicht stimmte. Sie hockte sich hin und nahm Lars in den Arm. »Alles gut, wirklich«. In seinen Augen standen Tränen. »Vertragt ihr euch wieder?« »Natürlich«, flüsterte Anne, erschrocken darüber, ihren Liebling derart in Angst und Schrecken versetzt zu haben. »Dann müsst ihr euch aber die Hand geben«, schniefte Lars. »Sonst gilt das nicht.« Innerlich verfluchte Anne den pädagogisch wertvollen Kindergarten, in dem man den Kleinen solche großmütigen Gesten beibrachte. Ihr Zorn war noch nicht verraucht. »Hand geben«, insistierte Lars. Leicht schwankend richtete Anne sich auf. Joachim fixierte sie mit einem polar kalten Blick. »Eiszeit«, sagte dieser Blick. »Auf Tauwetter kannst du lange warten.« Anne hatte etwas getan, was in seinem Universum unverzeihlich war. Sie hatte seine Mutter kritisiert, die Königin Mutter persönlich. Es war verletzend, wie Joachim sich aufführte. Aber Anne durfte Lars nicht enttäuschen. Halbherzig streckte sie ihre Hand in Joachims Richtung, ohne ihn anzusehen. Er berührte sie, zog seine Hand aber so schnell wieder weg, als habe er in ein Säurebad gegriffen. »Jetzt ein Kuss«, forderte Lars, und das, obwohl er Küssen eklig fand. Er musste wirklich schwer verunsichert sein. »Später«, sagte Joachim, »Mami muss jetzt das Abendessen kochen.« Auch eine Methode, die große Versöhnungsarie abzuwürgen. Ohne ein Wort ging Anne in die Küche und holte eine Packung Nudeln aus dem Schrank. Während sie die Tomatensauce anrührte, liefen ihr Tränen über die Wangen. Aus der Missstimmung war pure Feindseligkeit geworden. Wie konnte Joachim nur behaupten, sie allein habe Schuld daran, dass es im Bett nicht klappte? Am liebsten hätte sie ihm erzählt, dass sie am Nachmittag von Mr. Universum angeflirtet worden war. Wenig später saßen sie am Tisch, schweigend. Nur Lars erzählte aufgeregt vom bevorstehenden Ausflug in den Zoo. Von den Löwenbabys und Pinguinküken, die es da zu sehen gab. Anne aß nichts, ihr war der Appetit vergangen. Vor allem auf das Date im Schlafzimmer. Der Montagmorgen begann mit der üblichen Hektik. Lars wecken, Kaffee kochen, Butterbrote schmieren. Noch immer wechselte Joachim kein Wort mit Anne. Die Eiszeit hielt an, ein Temperaturanstieg war nicht in Sicht. Sie war früh ins Bett gegangen. Er dagegen hatte noch stundenlang an seinem Laptop ausgeharrt, vermutlich die Zukunft im Eigenheim geplant. Irgendwann in der Nacht war Anne davon aufgewacht, dass er sich neben sie gerollt hatte, kommentarlos und auf Sicherheitsabstand bedacht. Danach hatte sie nicht mehr einschlafen können. Unruhig hatte sie sich hin und her gewälzt, von dem Gedanken gequält, dass sie gerade ihre Ehe an die Wand fuhr. Dabei war doch gar nichts Weltbewegendes passiert. Ein Streit, gut, aber so etwas gehörte doch dazu, war doch normal. Völlig unnormal war jedoch die Unversöhnlichkeit, die Joachim an den Tag legte. Sie beobachtete ihn verstohlen, als sie sich die Zähne putzte. Mit der Präzision einer Maschine duschte er, rasierte sich, zog sich an. Stumm wie ein Fisch, beleidigt wie eine Leberwurst. Erwartete er etwa eine Entschuldigung? Merkte er denn nicht, was für eine Qual es für Anne bedeutete, jeden Sonntag die Attacken ihrer Schwiegermutter über sich ergehen zu lassen? Nie verteidigte Joachim sie. Es war einfach ungerecht. In der Küche wiederholte sich das Spiel. Joachim, der unnahbare Schweiger, trank seinen Kaffee im Stehen, überflog die Morgenzeitung, verzog keine Miene. Bereits um halb acht verließ er grußlos die Wohnung. Wie ein Häuflein Elend blieb Anne zurück. Noch nie war Joachim ohne einen Abschiedskuss gegangen. Noch nie hatte er sie derart spüren lassen, dass sie abgemeldet war. Enttäuscht und wütend stellte sie Lars einen Teller Cornflakes mit Milch hin. Dann fiel ihr Blick auf Joachims Laptop. Er war noch im Stand-by-Modus. Sonst stellte Joachim den Laptop immer aus. Anne kannte das Passwort nicht. Angeblich sollte sie nicht in Versuchung kommen, oberwichtige und obergeheime Details aus der Kanzlei in Erfahrung zu bringen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, mein Liebling, sagte sie. Wenn du aufgegessen hast, darfst du vor dem Kindergarten ausnahmsweise Nintendo spielen. Wirklich? Lars war begeistert. Sonst durfte er höchstens mal eine Stunde am Nachmittag elektronische grüne Männchen vernichten. Und bei Annes Schwiegermutter, weil er dort nichts spielen und nichts anfassen durfte. Blitzschnell löffelte er seine Cornflakes und verschwand im Kinderzimmer. Sofort machte sich Anne an dem Laptop zu schaffen. Sie wusste, dass sie etwas Verbotenes tat. Aber sie wollte einfach wissen, was Joachim die ganze Nacht getrieben hatte. Am Ende beantragte er schon einen Bankkredit, bevor sie sich über die Hausplanung einig waren. Sie mochte es nun mal nicht, vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Der Laptop gab ein zartes Ping von sich, als sie die Enter-Taste drückte. Es klang erstaunt, fast vorwurfsvoll, dieses Ping. Als wollte der Laptop sagen, hey, lass gefälligst die Finger von mir, nur Joachim darf mich berühren. Mit angehaltenem Atem horchte Anne, ob Lars das Ping gehört hatte. Dann wäre er angelaufen gekommen, in der Hoffnung, dass man ihm gegen alle Regeln ein Computerspiel genehmigte. Doch aus dem Kinderzimmer erklang nur das Gedudel und Gepiepse der dahin gemeuchelten grünen Männchen. Also los! Es war für Anne ein leichtes, die Liste zu finden, auf der die letzten Internetaktivitäten angezeigt wurden. In ihrem Job waren exzellente Computerkenntnisse Voraussetzung. Dr. Ahrenson legte Wert darauf, dass die Patientenbögen digital verwaltet wurden. Wir sind eine moderne, papierfreie Praxis, sagte er immer und schickte Anne regelmäßig zu Schulungen. Zwei Mausklicks später hatte sie, wonach sie suchte. Die letzten Einträge, die von halb zwei bis viertel nach drei in der Nacht, ließen Anne das Blut in den Adern gefrieren. Ihre Hände waren eiskalt und schweißnass. Sie schluckte. Dann kochte sie sich erst mal einen Espresso, einen doppelten. Sie musste sich sozusagen Mut antrinken. In einem Zug stürzte sie das heiße, bittere Gebräu herunter, bevor sie sich wieder vor den Laptop setzte. Mit zitternden Fingern klickte sie den letzten Eintrag an. Schon der Name der Internetadresse ließ keinen Zweifel daran, was sie erwartete. YouPorn. Das klang nicht gerade nach einer Immobilienfirma oder einer Bank. Eine Viertelstunde später klappte Anne den Laptop zu. Sie hatte genug gesehen. Nein, viel zu viel. Ihr schwirrte der Kopf vor lauter nackten, keuchenden Körpern, die sich wie Roboter miteinander, ineinander, ineinander, umeinander bewegten. Dazu benutzten diese Leute ein furchterregendes Equipment von Accessoires, die Anne noch nie gesehen hatte, geschweige denn, dass sie die Bezeichnungen dafür kannte. So war das also. Während sie ahnungslos im Bett lag, tauchte Joachim in eine Welt der tabulosen Sexorgien ab. Anne hatte nicht übel Lust, die Neuigkeit brühwarm ihrer Schwiegermutter beizubiegen. Wäre doch mal eine gelungene Überraschung. Übrigens, Mutti, was ich noch sagen wollte, dein untadeliger, wunderbarer Göttersohn ist pornosüchtig. Aber das war nicht die wichtigste Baustelle. Vielmehr stellte sich die Frage, was fing sie nun mit ihrem Wissen an? Sollte sie nobel darüber hinweggehen? Joachim darauf ansprechen? Ihm eine Szene machen? Ihn zu einem Therapeuten schleppen? Sie sah auf die Uhr. Viertel nach acht schon. Sie packte Lars ein Butterbrot und einen Apfel in seine Kindergartentasche. Dann zog sie ihm eine warme Jacke an, warf ihren Trenchcoat über und losging's. Sie waren spät dran. Hand in Hand rannten sie einen Häuserblock weiter zu dem Parkplatz, wo Anne ihren uralten Mini abgestellt hatte. Lars war ziemlich zappelig, als Anne ihn im Kindersitz festschnallte. Sofort hatte sie ein schlechtes Gewissen. Rabenmutter, lässt deinen Sohn am frühen Morgen auf die Elektronik los. Wenn das so weitergeht, wird er noch zum Hypermotoriker. Mit quietschenden Reifen bog Anne aus der Parklücke und reihte sich in den dichten morgendlichen Verkehr ein. Mein Mann schaut Pornos. Wie sich das schon anhörte. Anne war kein Moralapostel. Was sie störte war, dass Joachim klammheimlich den Motor anwarf und dann nicht mehr den Weg in die heimische Garage fand. Hätte er sich doch wenigstens Appetit geholt und ihn dann im Ehebett gestellt. Aber so wie er sich verhielt, ging Anne leer aus. Mama, kam es vom Kindersitz. Was ist elotisch? Anne stieg unwillkürlich auf die Bremse. Wie bitte? Elotisch, 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 trillerte Lars. Wo hast du das denn her? Hast du doch selber gesagt, als du mit Papa geschimpft hast. Anne scannte ihr Gedächtnis. So ein Mist aber auch. Gestern Abend hatte sie tatsächlich von erotischen Problemen gesprochen und Lars hatte mal wieder etwas aufgeschnappt, was nicht für seine Ohren bestimmt war. Unbehaglich rutschte Anne auf ihrem Sitz hin und her. Sie konnte sich kaum auf den Verkehr konzentrieren. Erstens, ich habe nicht mit Papa geschimpft. Wir hatten eine Auseinandersetzung. Jetzt kam zweitens. Bäm. Erklär mal deinem fünfjährigen Sohn, was erotisch bedeutet. Anne holte Tiefluft. Elotisch, sie vermiet es, das Wort richtig auszusprechen, heißt so viel wie ganz, ganz klein. Ich habe Papa gesagt, dass wir elotische Probleme haben. Mit anderen Worten, winzig, nicht der Rede wert. Im Rückspiegel sah sie, wie Lars angestrengt über diese Erklärung nachdachte. Elotisch, elotisch, murmelte er vor sich hin. Du, Lars, Anne sprach so sanft wie eine Krankenschwester auf der Intensivstation. Das Wort kennt nicht jeder. Ich würde es nicht benutzen. Ist das ein böses Wort? fragte Lars interessiert. Ja, nein, irgendwie. Anne kam ins Stottern. Im selben Moment wusste sie, dass sie gegen die einfachsten pädagogischen Regeln verstoßen hatte. Es war nur eine Frage der Zeit, wann Lars dieses hochinteressante Wort einem Spielkameraden an den Kopf werfen würde. Sie schaute wieder in den Rückspiegel. Lass es einfach weg, ja? Punkt halb neun hielt Anne vor der Villa Sonnenschein. Davor wartete schon ein bunter, kleiner Trupp Kindergartenkinder, abmarschbereit für den Ausflug zum Zoo. Ihr Sohn macht uns viel Freude, sagte die Erzieherin Frau Landmann, als sie Lars in Empfang nahm. Sein Sozialverhalten ist vorbildlich, seine Feinmotorik ist altersgerecht. Übrigens, in letzter Zeit spricht er oft über einen Bruder. Frau Landmann leitete die Villa Sonnenschein und war eine von der alternativen Sorte. Hennerroter Kurzhaarschnitt, Klamotten aus dem Dritte-Welt-Laden, klobige Gesundheitsschuhe. Heute trug sie ein bodenlanges Kleid aus ungebleichter Baumwolle und darüber eine grob gemusterte Jacke, die vermutlich peruanische Indios gewebt hatten. Neugierig betrachtete sie Annes nicht gerade flunderflachen Bauch. Ist schon was unterwegs? Wie denn, mein Mann zieht sich lieber Pornos rein, dachte Anne. Der geht mit anderen Frauen ins Bett, virtuell jedenfalls. Nicht, dass ich wüsste, sagte sie gespielt fröhlich. Aber wir arbeiten dran. Na dann, viel Erfolg, lächelte die Erzieherin. Anne grinste schief. Schnell stieg sie in ihren Wagen und fuhr davon. Sie fühlte sich betrogen, ausgebotet. Reichte sie Joachim denn nicht mehr? War sie eine Niete im Bett? Aber war roher, anonymer Sex denn wirklich alles, was zählte? Was war mit Liebe, mit Vertrauen? Das Gespräch beim Abendessen der Hubers fiel ihr wieder ein. Sie musste sich eingestehen, dass Joachim nicht zufällig seinen sexuellen Appetit im Netz stillte. Sie hatte ihn oft genug abgewiesen. So viel stand mal fest. Andere Männer hätten vielleicht schon eine Geliebte. Im Grunde konnte sie froh sein, dass Joachim seine Bedürfnisse mit bloßen Abziehbildern befriedigte. Aber damit war es vorbei. Jetzt würde sie durchstarten. Sie gab Gas und überfuhr eine rote Ampel. Das wilde Gehupe der anderen Autos tat ihr richtig gut. Jawohl, dachte sie. Ich gebe jetzt Gas. In jeder Beziehung. Etwas müde, aber voll neuer Energie stieg Anne die Treppe zur urologischen Praxis von Dr. Ahrenson hoch. Kurz vor neun, sie hatte es pünktlich geschafft. Der Arzt wartete schon im Empfangsbereich auf sie. Er war ein auffallend gepflegter Endvierziger. Sehr smart, sehr attraktiv. Immer gebräunt. Irgendwelche Avancen waren allerdings nicht von ihm zu erwarten. In Liebesdingen bevorzugte Dr. Ahrenson das eigene Geschlecht. Nicht zuletzt deshalb hatte sich Anne für den Job bei ihm entschieden. Die beiden Arzthelferinnen hatten Anne bereits an ihrem ersten Tag das Du angeboten. Laila und Birte waren auffallend hübsch. Und noch keine dreißig. In einer Praxis, die fast nur von Männern frequentiert wurde, ein guter Schachzug. Dr. Ahrenson war eben ein Schlaumeier, der wusste, wie er seine Klientel bei der Stange hielt. Einen schönen guten Morgen, Frau Westheimer, strahlte Annes Chef. Dann schaute er sie etwas genauer an. Was ist Ihnen denn für eine Laus über die Leber gelaufen? Och, nichts Besonderes. Die üblichen zwischenmenschlichen Komplikationen, alles in Ordnung soweit. Dann frohes Schaffen. Das Wartezimmer ist schon gepackt voll. Kein Problem, versicherte Anne. Alles im Griff. Sie deponierte Handtasche und Mantel in einem der türkisfarbenen Spinde im Mitarbeiterraum, zog sich ihren Kittel über und setzte sich hinter den Empfangstresen. Wie jeden Montagmorgen war ein edles Gesteck aus weißen Orchideen und Lilien geliefert worden, das nun auf dem eleganten Schleiflacktresen stand. Die Praxis war ganz in Weiß gehalten. Nur der Fußboden leuchtete in Feuerrot. An den Wänden hingen Fotos von glücklichen Paaren. So, als sei es eine Kleinigkeit, glücklich zu sein und es auch zu bleiben. Während Anne den Computer hochfuhr, stürzten wieder die Bilder des Morgens auf sie ein. Grundgütiger. Pornos an ihrem Esstisch. Wie lange das wohl schon so ging? Wochen? Monate? Jahre? Irgendwo hatte sie gelesen, dass 60 Prozent aller Klicks im Internet Pornoseiten betrafen. Aber nie im Leben hätte sie damit gerechnet, dass ausgerechnet Joachim zum einschlägigen Fanclub gehörte. Was hast du denn? fragte Leila, eine dunkelhaarige Schönheit, die gerade auf dem Weg zum Behandlungsraum war. Du siehst irgendwie verdaddelt aus. Anne spielte mit einem Kugelschreiber, der in der papierlosen Praxis eigentlich überflüssig war. Es ist nicht immer einfach, verheiratet zu sein. Zum ersten Mal fiel ihr auf, dass Leila der rasend attraktiven Charlotte stark ähnelte. Keine schöne Vorstellung, dass Joachim eng mit dieser taffen, hübschen Anwältin zusammenarbeitete. Da war er wieder, der Stich in ihrem Herzen. Aber Joachim war nicht der Typ für Seitensprünge. Dafür wirkte er zu korrekt. Oder waren seine Pornos die Einstiegsdroge für ganz andere Abenteuer? Leila beugte sich zu Anne über den Tresen. Weißt du, was ich immer mache, wenn mein Freund mir blöd kommt? Sexverbot. Ich lasse ihn nicht dran. Funktioniert wie eine Eins. Wie konnte das Mädchen auch ahnen, dass es Männer gab, die gar nicht erst wollten? Danke, werde ich mir merken, sagte Anne trotzdem. Sie sah Leila hinterher. Auch heute trug sie wieder hohe Pumps, die sündhaft teuer aussahen. Nudefarben mit roten Sohlen. Das musste diese französische Marke sein, die für Anne unerschwinglich war. Aus Modezeitschriften wusste sie, dass die Dinger gut 600 Euro kosteten. Es war ihr ein Rätsel, woher Leila das Geld dafür nahm. Als Arzthelferin bezog sie ein moderates Gehalt und ihr Freund war Automechaniker. In diesem Moment kam ein Patient zur Tür herein, ein noch junger Mann in Jeans und Jackett, der nervös an einem Kaugummi herumknabberte. Scheu sah er sich um, bevor er den Empfangstresen ansteuerte. Anne begrüßte ihn, dann wählte sie das Programm an, in das sie die Patientendaten eingab. Geburtsdatum, Vorerkrankungen, Beschwerden. Brav beantwortete der junge Mann die ersten beiden Fragen. Nur bei den Beschwerden druckste er herum. Ist ein Notfall, deshalb komme ich auch ohne Termin. Ich habe so meine Probleme. Wer hat die nicht, dachte Anne. Aber wieso Notfall? Musste er etwa in den nächsten Stunden seine Männlichkeit unter Beweis stellen? Stammt seine Hochzeitsnacht bevor? Könnten Sie bitte etwas konkreter werden? fragte sie. Er schob sein Kaugummi im Mund hin und her, ohne ein Wort herauszubringen. Auf seine Stirn traten dicke Schweißperlen. Erektionsprobleme? hakte Anne nach. Nee, er kratzte sich am Ohr. Sozusagen das Gegenteil. Meine Freundin beschwert sich schon. Anne sah verblüfft auf. Das Gegenteil? Hieß das etwa, er war körperlich dauernd in der Lage, eine Frau zu beglücken? Was für ein beneidenswertes Problem. Mindestens so beneidenswert wie die Freundin dieses Mannes. Da zerbrach sich Anne den Kopf, wie sie Joachim zu einer winzigen kleinen Nummer verführen konnte, und dieser Typ platzte förmlich vor Libido. Herr Ahrenson wird sich darum kümmern. Sie sind bei ihm in den besten Händen. Wir schieben sie so schnell wie möglich dazwischen. Hoffentlich, stöhnte er und trottete Richtung Wartezimmer. Der arme Kerl. Er schien kreuzunglücklich zu sein. Der weitere Vormittag verging mit den üblichen Aufgaben. Telefonate entgegennehmen, Termine vereinbaren, Patientendaten eintragen. Anne sehnte ihre Mittagspause herbei. Sie war zu dem Schluss gekommen, dass sie Tess so schnell wie möglich über Joachims neues Hobby informieren musste. Am liebsten hätte sie ihre Freundin auf der Stelle angerufen, doch während der Arbeitszeit durfte sie keine Privatgespräche führen. Um halb elf hielt Anne es nicht mehr aus. Sie bat Leila, sie kurz zu vertreten, dann holte sie ihr Handy aus der Handtasche und verzog sich damit auf die Toilette. SOS, simste sie. Joachim zieht sich nachts Pornos im Internet rein. Sie überlegte einen Moment, dann fügte sie zwei weitere Ausrufezeichen hinzu. Schon als sie sich die Hände wusch, kam die Antwort. Heilige Scheiße! Tess war mal wieder wenig zimperlich mit ihrer Wortwahl, aber treffender hätte es Anne auch nicht ausdrücken können. Die zweite SMS trudelte ein. Telefonkonferenz um eins? Anne schickte Tess ein Okie. Als sie zum Empfangstresen zurückkehrte, stand der junge Mann davor und wartete auf sie. Anne musste sich schwer beherrschen, um nicht einen Blick unter seine Gürtellinie zu werfen. Ich bekomme noch ein Rezept, sagte er. Dann schauen wir doch mal nach. Sie rief seine Datei auf. Dr. Ahrenson hatte als Diagnose Priapismus eingetragen und vermerkt, er habe dem Patienten ein Alpha-Adrenerges-Medikament injiziert. Uff, in den Schwellkörper. Anne lächelte ihm mitfühlend zu. Sie waren wirklich sehr tapfer. Misstrauisch starrte er sie an. Sie haben doch wohl sowas wie eine Schweigepflicht, oder? Selbstverständlich. Als ob sie etwas ausplaudern würde. Wortlos griff der junge Mann nach dem Rezept, das Anne ausgedruckt hatte, und schlich hinaus. Wie auf Kommando kamen Laila und Birte angelaufen. Birte, ein feingliedriges Wesen mit einer rotblonden Haartolle, kicherte. Du hättest ihn sehen müssen. Auch Laila kicherte. Stell dir vor, rund um die Uhr einsatzbereit. Lachend stoben die beiden Arzthelferinnen davon. Manchmal zweifelte Anne daran, ob es diesen Mädchen gut tat, sich den lieben langen Tag mit Penissen zu beschäftigen. Eine gefühlte Ewigkeit später brach endlich Annes Mittagspause an. Sie raffte ihre Sachen zusammen und flog fast zum Ausgang. An der Tür prallte sie mit Tess zusammen. Ich dachte, wir reden besser Auge in Auge, erklärte sie. Komm, ich hab schon einen Tisch im Bennys reserviert. Das Bennys war ein gemütliches kleines Bistro um die Ecke, eigentlich eher eine Studentenkneipe. Mittags gab es dort Schmalzstullen und Eintopf. Die beiden Freundinnen mochten das Lokal, weil es locker darin zuging. Vielleicht auch deshalb, weil es sie an die alten Zeiten erinnerte. Was würde ich bloß ohne dich machen, seufzte Anne. Ins Bett gehen, heulen und deine Mutter anrufen, erwiderte Tess ungerührt. Aber ich glaube kaum, dass sie dir zweckdienliche Hinweise geben könnte. Ist sie nicht so ein Hippiefreak? Sie ist speziell. Dann erzählte Anne von dem Streit mit Joachim und wie sie seinem einsamen Hobby auf die Schliche gekommen war. Zwischendurch sah sie durch das Fenster nach draußen. Heller Sonnenschein lag über der Stadt. Der Frühling war mit aller Kraft ausgebrochen. Eine heitere, leichte Stimmung lag in der Luft. Aber nicht für Anne. Seit heute Morgen hatte sie ein Wechselbad der Gefühle erlebt. Erst Fassungslosigkeit, dann Trauer. Schließlich war ihr Kampfgeist erwacht. Ja, sie war wild entschlossen, ihre Ehe zu retten. Koste es, was es wolle. Wenn Joachim mit seinem Laptop Liebe macht statt mit mir, ist ja immerhin noch Leben in den Ruinen, oder? Noch ist nichts verloren, knurrte Tess. Ihr müsst eben wieder miteinander schlafen. Wenn's erstmal anständig in der Kiste rumpelt, ist der Streit vergessen. Und seine Pornos braucht er dann auch nicht mehr. Ob du willst oder nicht, noch in dieser Woche gehen wir ins Wunderland der Erotik, eröffnete Anne ihrer Freundin. Wollen doch mal sehen, was mein Gatte sagt, wenn ich ihn mit scharfer Wäsche und einer Ladung Sexspielzeug überrasche? Tess pfiff durch die Zähne. Du willst also doch? Anne nickte. Aber sowas von. Was zieht man eigentlich an, wenn man in einen Sexshop geht? Ein offenherziges Kleidchen oder lieber einen braven Hosenanzug? Kein noch so guter Klamottenratgeber hatte diese Schicksalsfrage jemals beantwortet. Unschlüssig stand Anne vor dem Kleiderschrank. Sie hatte extra einen Tag freigenommen, um sich mit Tess zu treffen. Schräg war das schon. Eine Exkursion in einen Sexshop. Aber Anne und Tess wollten nicht länger im Tal der Ahnungslosen dahin kümmern. Sie hatten Anregung bitter nötig. Und neugierig waren sie auch. Nachdem sie sich dreimal umgezogen hatte, verließ Anne in Jeans und einer uralten schwarzen Lederjacke von Joachim das Haus. Auf ihrer Nase schwebte eine riesige Sonnenbrille. Auf keinen Fall wollte sie im Sexshop erkannt werden. Sie, die erdrette Arzthelferin, die Frau eines stadtbekannten Anwalts, die pflichtbewusste Mutter eines kleinen Sohnes. Das wäre sozialer Selbstmord gewesen. Mit einigem Herzklopfen stieg sie in ihren Mini. Trotz ihrer Neugier fürchtete sie sich sogar ein bisschen. Pornos hatte sie immer verabscheut. Und Sexspielzeuge jagten ihr mehr Angst als erregende Gefühle ein. Sie hatte zwar gehört, dass immer mehr Frauen einen Vibrator im Nachtschränkchen hatten, aber Sex mit einer gefühllosen Attrappe, die summte wie ein Rasierapparat, lag jenseits ihrer Vorstellungskraft. Eine halbe Stunde später parkte sie in einer heruntergekommenen Straße am Stadtrand. Die Gegend wirkte schäbig. Ein verlotterter Supermarkt, ein Schnäppchenladen und ein Textildiscounter reiten sich aneinander. Daneben blinkten drei rote Buchstaben vom abblätternden Putz der Häuserzeile. Ein S, ein E und ein X. Ach du Elend, was mache ich hier, dachte Anne. Nervös hielt sie Ausschau nach ihrer Freundin, konnte sie aber nirgends entdecken. Kniff sie etwa? Anne brauchte ein paar Minuten, bis sie merkte, dass Tess schon da war, allerdings bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Trotz des warmen Frühlingswetters trug sie einen unförmigen Steppmantel, eine dicke Wollmütze und einen mehrfach verschlungenen Schal, der ihren Mund verhüllte. Der seltsame Aufzug wurde von einer überdimensionalen Skibrille gekrönt, die ihre Wangen fast völlig bedeckte. Anne machte einen Schritt auf sie zu. Trainierst du für die Antarktis oder wartest du auf den Skilift? Verdeckte Ermittlung nennt man das. Lauernd sah Tess sich um. Wenn einer meiner Kunden sieht, wie ich in einen Sexshop gehe, kann ich einpacken. Du weißt doch, als Investmentbankerin muss ich oberseriös rüberkommen. Sonst denkt man noch, dass ich einen horizontalen Nebenberuf habe. Bank und Puff, das passt in etwa so gut zusammen wie Nonne und Striptease. Da macht dir mal kein Sorgen. Wir leben sowieso keusch wie Nonnen. Was sich hoffentlich bald ändern wird. Tess nahm ihre Hände aus den Manteltaschen. Wie läuft's daheim? Nix und niente. Joachim hat sich zwar wieder beruhigt, aber er fasst mich nicht an. Sobald ich mich auf weniger als zehn Zentimeter nähere, zeigt er mir die kalte Schulter. Und? Bereit für eine außergewöhnliche Erfahrung? Tess nickte heldenhaft. Auf ins Schlaraffenland der Lüste. Versprich mir, dass wir was kaufen, ja? Egal wie scheußlich es ist. Sowas Idiotisches, schimpfte Tess. Vielleicht finden wir ja raus, dass wir uns nicht als Hobbynutten eignen. Wir brauchen verschärfte Accessoires. So viel dürfte klar sein. Millionen Männer können nicht irren. Anne fasste Tess am Arm und zu zweit durchschritten sie einen Vorhang aus klirrenden, bunten Perlenschnüren. Von einem Moment auf den anderen waren sie in einer anderen Welt. Im Schein einer violetten Lampe sahen sie als erstes eine Schaufensterpuppe, die einen schwarzen Nieten-BH und einen dazu passenden Tanga trug. Der BH war so geschnitten, dass er die Kunststoffbrüste freiließ. In ihrer Hand hielt die Puppe eine nietenbesetzte Peitsche. Ihr Gesicht verschwand unter einer schwarzen Ledermaske. Oha! Tess blieb wie angewurzelt stehen. Dafür müsste ich erst mal zwanzig Kilo abnehmen. Jetzt nicht schwächeln, befahl Anne. Weiter! Sie gelangten in einen niedrigen, langgestreckten Verkaufsraum, der bis an die Decke mit Regalen vollgestellt war. Warum ist das hier so dunkel? wisperte Tess. Anne kicherte leise. Weil wir Sonnenbrillen tragen, Miss Einstein. Hinter dem Verkaufstresen lümmelte ein jüngerer Mann mit Basecap herum. Vor ihm lag ein aufgeschlagenes Magazin. Ein flüchtiger Blick genügte, um Anne bis an die Haarwurzeln erröten zu lassen. Eine undefinierbare Anzahl nackter Leiber war ineinander verknäult und trieb es in den unwahrscheinlichsten Stellungen. Tag, die Damen! Kann ich was für Sie tun? erkundigte sich der junge Mann. Wir haben gerade neue Dildos reinbekommen, beheizbar, in Neonfarben, mit Stachelnoppen. Um Tess war es schon geschehen. Ich schmeiß mich weg, pustete sie. Beheizbar, in Neonfarben, Stachelnoppen. Ist ja gut, lachte Anne. Aber insgeheim stellte sie sich die Frage, wer tat sich bloß sowas an? Unter dem dumpfen Blick des Verkäufers, der sie ungeniert anstarrte, flohen die Freundinnen hinter das nächstbeste Regal. Dort stießen sie mit einem älteren Mann im Regenmantel zusammen, der gerade eine aufblasbare Sexpuppe befingerte. Ihr roter Mund war sperrangelweit geöffnet. Verstrickt und zugedröhnt, kicherte Tess. Wenn die unsere Konkurrenz ist, steige ich aus. Anne konnte nicht mehr. Sie bog sich vor Lachen. Erschrocken verzog sich der Mann in die hinterste Ecke des Ladens. Der Ärmste, platzte es aus Tess heraus. Jetzt hat er gerade seine Traumfrau gefunden und wir vermasseln ihm das Vergnügen. Das finden Männer also aufregend? Anne betrachtete staunend die diversen Öffnungen der Puppe. Sie braucht kein Vorspiel, keine Liebeserklärungen und wenn sie Falten kriegt, lässt man sie einfach wieder auf, giggelte Tess. Ich sag's doch, Traumfrau. Ohne Herz und Hirn? Bist du hier, um Moralpredigten zu halten? Nimm dir lieber mal ein Beispiel an der Sexpuppe. Tess zeigte auf den aufgerissenen Mund. Die Kollegin hier ist immer offen für was Neues. Eine weitere Lachsalve erschütterte sie. Auch Anne stimmte mit ein, obwohl sie widerstrebend feststellte, dass diese fremde Welt sie faszinierte. Ja, es war schräg, es war auch ein bisschen unheimlich, doch ihr wurde bewusst, dass unzählige Männer mit diesem Zeugs ihre geheimsten Fantasien auslebten. Jetzt erst nahm sie wahr, dass der niedrige Raum von einem leisen Keuchen und Stöhnen erfüllt war. Es kam von den Monitoren, die ringsum an den Wänden befestigt waren. Darauf liefen Szenen von unerreichter Eindeutigkeit. Noch mehr nackte Leiber, noch mehr verrenkte Körperteile, allesamt in hektischer Bewegung, begleitet von Schreien der Lust. In diesem Augenblick betrat ein neuer Kunde den Laden. Er war keine 30, ein gebräunter, muskulöser Typ. Sein ärmelloses T-Shirt gewährte freie Sicht auf die beeindruckend tätowierten Arme. Man hätte ihn für einen kleinen Bruder von Marc halten können. Für einen Moment rieselte ein warmer, prickelnder Glücksstrom über Annes Sonnengeflecht. Es hatte so gut getan, wie Marc mit ihr geflirtet hatte. Einer wie er würde sicherlich auch ohne künstliche Hilfsmittel auf sie stehen. Neugierig stiefelte der Typ heran und stellte sich provozierend dicht neben Anne und Tess. Sie wichen einen Schritt zurück, was ihnen Gelegenheit gab, seine nicht minder beeindruckende Rückenansicht zu betrachten. Die Jeans hingen so tief, dass man nicht nur seinen winzigen Lacktanga, sondern auch einen guten Teil seiner Hinterbacken sehen konnte. »Schöner klempner Pfirsich«, flüsterte Tess. »Was?« Anne verstand kein Wort. »So nennt man das, wenn der halbe Po aus der Büx hängt.« Der Mann drehte sich um. »Seid ihr von einem Kegelklub oder ist das ein professioneller Betriebsausflug?« »Kegelklub«, antwortete Anne, während Tess im selben Augenblick Betriebsausflug sagte. Wieder begannen sie zu lachen. »Ich sag euch was«, grinste der Typ. »Ihr seid zwei ganz normale Hausfrauen, die ein bisschen Nachhilfeunterricht im Bett brauchen, stimmt's?« Anne war platt. Der Mann hatte den Nagel auf den Kopf getroffen. Genauso war's. Sie brauchten dringend Nachhilfeunterricht. »Eigentlich liegen sie gar nicht so daneben. Ich meine, nun ja, worauf stehen Männer denn so im Allgemeinen?« Sie wunderte sich selbst über ihre Unverfrorenheit, aber was hatte sie schon zu verlieren? Außerdem fühlte sie sich sicher hinter ihrer Sonnenbrille. »Im Allgemeinen«, der Mann leckte sich anzüglich die Lippen und ließ seine Blicke über die beiden vermummten Frauen schweifen. Vor allem die Skibrille schien ihn zu interessieren. »Was denn nun?« fragte Tess ungeduldig. »Haben Sie einen Tipp für uns?« »Nö, so allgemein kann man das nicht sagen. Jedermann hat da seine speziellen Vorlieben. Aber Strapse gehen immer. Und Handschellen. Da macht es knickknack und da wird Vati wieder jung.« Der Mann deutete mit dem Kopf in die hinterste Ecke, wo sich der ältere Herr im Regenmantel verschanzt hatte. »Die Handschellen findet ihr drüben an der Wand. Dann viel Erfolg und nicht die Schlüssel verlieren.« »Wofür?« fragten Anne und Tess wie aus einem Mund. »Na, für die Handschellen. Sonst muss einer in den Baumarkt Kettensäge kaufen. Ist mir auch schon passiert.« »Echt?« Anne war begeistert. »Ein Augenzeuge. Von dem konnte man bestimmt was lernen.« »Erzählen Sie!« »War eigentlich ein scharfer Abend. Meine Freundin klickte mich am Gitterbett fest. Arme schön hoch.« »Sagte mir versaute Sachen.« Das wollte Anne genauer wissen. »Zum Beispiel?« »Böser Junge«, sagte sie. »Du böser, böser Junge. Na eben solche Sachen. Und dann legt sie los.« Anne machte sich im Kopf Notizen. Sie war ganz ohr. »Ja?« »Muss los«, sagte der Typ. »Ich gehe in die Videokabine, hab Druck auf dem Stift. Also, da drüben gibt's die Handschellen.« Er zwinkerte ihnen zu und trollte sich. »Und das ist das große Geheimnis?«, grummelte Tess. »Ein Mann, der Druck auf dem Stift hat?« Auch Anne war ziemlich ernüchtert. »Noch so ein Gespräch und ich verliere den Glauben an die Männer. Weißt du, was meine Schwiegermutter sagt? Männer sind Tiere.« »Stimmt«, Tess grinste vergnügt. »Der da eben war, sagen wir mal, ein Wasserbüffel. Ich habe zu Hause ein Faultier. Und du?« Anne dachte nicht an Joachim. Sie dachte an Mark. Er war eindeutig ein Raubtier. Mit seinen Muskeln, seinen Pranken, ein Tiger auf dem Sprung. »Komm schon, du wolltest doch was kaufen«, dringelte Tess. Sie schlenderten weiter. Anne konnte kaum glauben, welche Utensilien der extremen Art man hier fand. Als hätten es die meisten Leute darauf abgesehen, mit der Sünde auch gleich die Bestrafung geliefert zu bekommen. Peitschen, Knüppel, Fesselseile. War es das, was Männer wollten? War es das, was Joachim wollte? Er hatte auf seinem Laptop auch einige Hardcore-Seiten angeklickt. Anne wusste nicht mehr, was sie denken sollte. Sie wusste nur eins. Hier lagen keine Ladenhüter. Hier lagen Sachen, auf die Männer standen, in jeder Hinsicht. »Was ist das denn?«, fragte Tess. Sie hielt eine schwarze Gummikugel mit Halteriemen hoch. Anne nahm ihr das Teil ab und las die angehängte Gebrauchsanleitung. Sie bestand letztlich nur aus einem Foto, aus einem ziemlich schockierenden Foto. »Herr im Himmel! Ein Knebel für Sadomaso-Sex. Die Kugel steckt man in den Mund, damit der Gefesselte nicht schreien kann.« »Schenk sie deiner Schwiegermutter«, grinste Tess. »Dann musst du dir nicht ihre nervigen Kommentare anhören.« Anne war plötzlich zu allem entschlossen. »Ich nehme sie. Fragt sich nur, ob ich mir die Kugel gebe oder Joachim.« »Du glaubst doch nicht im Ernst, dass das funktioniert«, sagte Tess. Sie griff nach ein paar Handschellen. »Also, ich weiß nicht. Wir können hier natürlich was kaufen, aber wir haben doch keinen blassen Dunst, wie man die Sachen einsetzt.« »Stimmt«, Anne dachte nach. »Wir könnten uns Filme ansehen, so als Fortbildungsmaßnahme. Was Joachim kann, schaffen wir doch mit links.« Tess fächelte sich mit einer Packung halterloser Strümpfe Luft zu. Sie schwitzte erbärmlich in ihrem Ski-Outfit. Am Rand ihrer Mütze hatten sich Schweißperlen gebildet, sie war hochrot im Gesicht. »Oder«, begann sie nachdenklich, »was, oder?« »Naja, wenn wir das hier durchziehen wollen, richtig durchziehen, meine ich, sollten wir uns lebensecht ansehen, was abgeht.« »Ich habe gestern mal ein bisschen im Internet geguckt. Es gibt da so Clubs.« »Du willst denn einen Puff?« »Nicht mit mir«, protestierte Anne. »Nee, das sind Clubs, wo man ganz normal hingeht und komplett unnormale Sachen macht. Du glaubst gar nicht, wie viele es gibt. Wir bleiben nur Zuschauer, verstehst du? Lassen uns auf nichts ein, bekommen aber eine Lektion, die sich gewaschen hat.« »Man könnte uns erkennen. Und dann?« »Keine Sorge, alle Gäste tragen Masken. Wir wären ganz inkognito.« Anne zögerte. »Fürs Erste versuche ich es mit Strapsen. Der Typ eben hat doch gesagt, darauf fahren Männer ab. Den Gummiknebel und die Handschellen nehme ich auch mit. Als Joker. Klingt nach einem Anfang.« Sie gingen weiter, bis sie vor dem Regal standen, in dem erotische Wäsche lag. Es gab einfach alles. Lackbodies und Lederslips, Netzstrümpfe, durchsichtige Oberteile, strassbesetzte BHs, Tangas, die so winzig waren, dass man sie unter dem Mikroskop suchen musste. Und die im Schritt offen waren. Hui! Tess nahm ihre Mütze ab und strich sich durchs verklebte Haar. »Hoffentlich gibt es die Sachen auch in XXL.« Anne griff zu einer roten Spitzenkorsage, an der Strapse baumelten. Daneben lag ein Stapel Zellophan verpackter, hauchdünner, schwarzer Strümpfe, von denen sie gleich drei Paar nahm. »Übertreibst du nicht ein bisschen?« fragte Tess belustigt. »Ich bin Optimistin, weißt du doch,« kicherte Anne. »Deshalb gehe ich davon aus, dass Joachim mir die Strümpfe mit den Zähnen auszieht. So wie die hinterher aussehen, kann ich sie nicht zweimal tragen.« »Joachim im Rausch der Sinne,« juchzte Tess. »Machst du mir ein Handyvideo? Würde ich gern mal sehen, wie er sich in deinen Strapsen verbeißt.« »Klar, ich stell's ins Internet,« Anne verdrehte die Augen, »damit seine Kollegen in der Kanzlei auch was davon haben.« Sie hielt Tess eine Korsage aus schwarzem Leder hin. »Darin siehst du bestimmt ratenscharf aus.« »Absoluter Wow-Faktor.« »Genau, ich mach für Bernd die Lederlady. Wenn er dann immer noch nicht anfängt zu sabbern, schick ich ihn zu deinem Doktor Ahrenson.« Anne zog Tess zur Kasse. »Los, wir zahlen, bevor wir es uns anders überlegen. Heute Abend probieren wir die Sachen am lebenden Objekt aus. Morgen früh telefonieren wir. Abgemacht?« »Betreuter Sex,« kicherte Tess, »dass ich das noch erleben darf.« Anne hatte einen Plan. Einen ziemlich genialen Plan, wie sie fand. Lars würde bei ihrer Mutter übernachten, die ihn praktischerweise auch vom Kindergarten abholte. Damit stand einem romantischen Candlelight-Dinner nichts im Wege. Ja, heute Abend wollte sie ihre neue Wäsche tragen. High Heels, sonst nichts. Sagte man nicht, der Appetit komme beim Essen? Es würde eine süße Folter für Joachim sein, seine erregend gestylte Frau drei Gänge lang mit Blicken zu verschlingen, bevor er sie im Sturm nehmen durfte. Ihr weiterer freier Tag war ganz dem großen Ereignis gewidmet. Sie ging zum Friseur und ließ ihr glattes Schnittlauchhaar in eine üppige Lockenmäne verwandeln. Anschließend suchte sie einige Feinkostläden auf. Dabei genoss sie das Gefühl, dass niemand ahnte, was in ihrer schwarzen Tüte aus dem Sexshop lag. Anne malte sich jedes Detail aus. Ihre Laune stieg von Minute zu Minute. Und das Schönste war, Joachim ahnte nicht im Geringsten, was sie vorhatte. Es sollte eine Überraschung werden. Zuhause angekommen, bereitete sie zunächst das Essen vor. Dicke Filet-Steaks, so wie Joachim sie gern hatte, mit Kräuterbutter und Knoblauchbrot. Das würde hoffentlich nicht nur seine Cholesterinwerte in die Höhe schießen lassen, sondern auch seinen Testosteronspiegel. Vorher einen Krabbensalat, hinterher Erdbeeren mit Sahne. Kommt bestimmt gut, dachte sie. Wer weiß, vielleicht wird er mir die Sahne vom Körper schlecken. Sie hatte an alles gedacht. Sorgfältig deckte sie den Tisch mit ihrem besten Porzellan, auf dem sich ein filigranes Blumenmuster rankte. Zwei Kerzen in Silberleuchtern und ein kleiner Strauß Moosrosen rundeten das Arrangement ab. Dann stöberte sie in ihrer CD-Sammlung und entschied sich für Kuschelrock, die schönsten Sommerballaden. Genau das Richtige. Es waren Stücke drauf, die Joachim und sie in der Morgenröte ihrer Beziehung gehört hatten. Zum Beispiel How Deep Is Your Love von Take That. Schmuseweich und vielversprechend. Immer wieder sah sie zur Uhr. Halb sechs. Der Countdown lief. Joachim kam meist gegen sieben nach Hause. Der würde Augen machen. Nachdem Tisch und Küche startklar waren, duschte Anne ausgiebig. Von Kopf bis Fuß cremte sie sich mit einer neuen Bodylotion ein, die zart nach Kokos und Vanille duftete. Sie schminkte sich etwas großzügiger als sonst. Viel Kajal. Außerdem zog sie ihre Lippen erdbeerrot nach. Stolz begutachtete sie ihr Werk im Badezimmerspiegel. Verrucht. Atemberaubend. Das war nicht die Anne mit dem blassen Alltagsgesicht. Das war eine schillernde Femme fatal. Naja, eher ein Vorstadt-Wemp. Aber das störte sie nicht. Für den Anfang sah das alles sehr erfreulich aus. Hatte sie irgendetwas vergessen? Nach kurzem Überlegen bezog sie das Bett neu mit knallroter Satinbettwäsche. Auch so ein Hochzeitsgeschenk, das nie zum Einsatz gekommen war. Der Farbton harmonierte perfekt mit ihrer roten Korsage. Zum Schluss versprühte sie einen schweren, süßen Duft auf dem Laken. Danach roch es im Schlafzimmer wie in einem Bordell. Halb sieben. Anne's Magen fuhr Achterbahn. Den ganzen Tag hatte sie nichts essen können. Auch jetzt hatte sie überhaupt keinen Hunger. Ob sie vielleicht schon mal den Champagner probieren sollte? Zehn Minuten später saß sie fertig angezogen, naja, wohl eher fertig ausgezogen, auf der Couch und prostete sich selbst zu. Viel Glück, ermutigte sie sich. Das wird ein lustvoller Abend. Um Viertel nach sieben trank sie das zweite Glas. Wo Joachim nur blieb? Sonst rief er immer an, wenn es später wurde. Komisch. Er wird schon noch kommen, beruhigte sie sich. Vorfreude ist die schönste Freude. Um halb neun war die Champagnerflasche leer. Anne beschwipst und ihr Gatte immer noch nicht da. Schwankend tanzte sie eine Kuschelrocknummer nach der anderen ab, ein großes Sofakissen an sich gepresst. Die Musik schwappte wie Meereswellen durch ihr Hirn. How deep is your love? sang Anne, obwohl Singen nicht gerade zu ihren Stärken gehörte. Es war ein heißer Sommer gewesen damals, der Sommer ihrer jungen Liebe. Händchen halten im Park. Erste, ziemlich unbequeme Annäherungsversuche auf dem Rücksitz ihres Minis. Große Liebespremiere mit lauwarmen Bier in der Junggesellenbude von Joachim. Er war so zärtlich gewesen, so leidenschaftlich, so verrückt nach ihr. Anne trank selten Alkohol, weil sie nichts vertrug. Eigenartig, wie ihre Haut prickelte. Eigenartig und sehr, sehr angenehm. Dass ihr etwas schwindelig war, was machte das schon? Joachim würde entzückt sein, seine Frau in bester Stimmung anzutreffen. Um neun probierte sie den Rotwein, den sie zu den Steaks ausgesucht hatte. Nicht übel. Ein weiteres Glas konnte sicherlich nicht schaden, es gab ja noch eine zweite Flasche. Um kurz vor zehn, Anne hatte gerade die leere Rotweinflasche im Mülleimer versenkt, wurde ein Schlüssel ins Schloss der Haustür gesteckt. Auf dieses Geräusch hatte sie gewartet. Jetzt, frohlockte sie, jetzt geht es wirklich los. Sie tänzelte zur Tür, die sich in dem Moment öffnete, als sie eine kleine Stolpereinlage vollführte und wild mit den Armen rudernd versuchte, ihr Gleichgewicht zu halten. Was ist denn hier los? Völlig entgeistert starrte Joachim das leicht bekleidete Wesen an, das auf ihn zutorkelte und sich juchzend in seine Arme warf. Wie von Sinnen bedeckte es seinen weißen Hemdkragen mit Lippenstiftküssen. Hallo, Liebling, lallte Anne. In diesem Augenblick entdeckte sie Hermann Huber und Klaus von Bernstorf, die hinter Joachim standen und mit weit aufgerissenen Augen die Bescherung begutachteten. Ein markerschütternder Schrei durchschnitt die Luft. Panisch machte sich Anne von Joachim los, drehte sich um und rannte ins Schlafzimmer, so schnell ihre Füße sie trugen. Mit High Heels und einem kräftigen Schwips keine Kleinigkeit. Oh nein, oh nein, oh nein, wimmerte es in ihr. Wieso hat Joachim die Knallköpfe von der Kanzlei mitgebracht? Sie sah in den goldgerahmten Spiegel, der im Schlafzimmer neben der Tür hing. Wie sie aussah! Dein Platz ist in der Restmülltonne, herrschte sie ihr Spiegelbild an. Und mach bitte den Deckel zu, wenn du drin bist. Sie schämte sich in Grund und Boden. Was für ein grauenvolles Schauspiel hatte sie da geboten? In Korsage und Strapsen, zugeschüttet und abgewrackt. Und das, wo Joachims Beförderung kurz bevorstand. Nie wieder konnte sie Huber und von Bernstorf unter die Augen treten. Sie war eben keine Frau, mit der man repräsentieren konnte. Da hatte Mutti recht. Anne konnte nur beten, dass Joachim nicht auf der Stelle seine gestrenge Frau Mama anrief und von ihrer neuesten Entgleisung berichtete. Zerknirscht sang sie aufs Bett. Hätte sie ihn doch bloß vorgewarnt, hätte sie doch bloß … Nein, das Leben war kein Film. Wenn was schiefgegangen war, konnte man keine neue Version drehen. Ihr Blick fiel auf die schwarze Tüte aus dem Sexshop, die auf ihrem Nachtschrank lag. Schnell stopfte sie ihre Einkäufe in die Schublade. Es reichte schon, dass Joachim sie in diesem Aufzug gesehen hatte. Wenn er auch noch Handschellen und einen Gummiknebel aus der Hardcore-Abteilung im Schlafzimmer fand, war alles aus. Aus dem Wohnzimmer hörte sie erregte Männerstimmen. Offenbar palaverten die Herren. Worüber? Na, da machte Anne sich keine Illusionen. War ja auch ein unterirdischer Knaller, ihre supererotische, supersexy Versager-Nummer. Da gab es genug Gesprächsbedarf. Schon nach wenigen Minuten schien ihre Hinrichtung beendet zu sein. Die Haustür fiel ins Schloss. Stille. Anne's Herz klopfte zum Zerspringen. Jetzt kam der Showdown. Sie zog die Knie ans Kinn. Ganz klein, machte sie sich. Es würde ihr nichts nützen. Ein grässliches Donnerwetter würde über sie hereinbrechen, mit schlimmsten Flüchen, mit der Ankündigung ewiger Verdammnis. Ob ihr Auftritt für Joachim ein Scheidungsgrund war? Schritte auf dem Flur, die sich näherten. Schwer atmend schloss sie die Augen. Mach es kurz, bat sie innerlich. Ich bin gestraft genug. Langsam, ganz langsam ging die Schlafzimmertür auf. Anne wagte nicht, die Augen zu öffnen. Ängstlich zusammengekauert wartete sie auf das Fürchterliche, was da kommen mochte. Anne? Joachims Stimme klang überraschend sanft. Anne öffnete ihre Augen einen winzigen Spalt weit. Seltsam, er sah gar nicht wütend aus. Während er seinen Schlips lockerte und den obersten Kragenknopf öffnete, der Kragen war völlig mit Lippenstift verschmiert, setzte er sich auf die Bettkante. Das war leider der falsche Moment, sagte er weich, aber eine wirklich tolle Idee. Wie bitte? Du siehst heiß aus, verführerisch. Gehe ich richtig in der Annahme, dass du dich für mich so schön angezogen hast? Und dass ich mein Geschenk auspacken darf? Anne verstand die Welt nicht mehr. Wollte Joachim sie veräppeln? Wie konnte er so reagieren, obwohl sie sich so komplett daneben benommen hatte? Ich deute dein Schweigen als ein Ja, flüsterte er und rückte näher. Seine Fingerspitzen glitten über Annes Schenkel, berührten das Stückchen Haut zwischen Strümpfen und Korsage. Es war wie ein Stromschlag, Starkstrom, eine Million Volt. Anne entfuhr ein Stöhnen. Sie war ohne Zweifel im falschen Film, weil die Wahrscheinlichkeit gegen alles sprach, was hier gerade passierte. Aber sie mochte den falschen Film. Er fühlte sich wunderbar an. Alles, was danach geschah, erlebte sie wie im Traum. Joachims Küsse, seine Hände, die plötzlich überall waren, seinen Körper, der plötzlich nackt war, seine Erektion, die sich plötzlich an sie drängte. Ihr vom Alkohol betäubtes zentrales Nervensystem war wieder voll da. Besinnungslos vor Glück gab sich Anne ihrem Mann hin, erwiderte seine Küsse, liebkoste seinen Rücken, seinen Po, seine Ohrläppchen, spürte, wie er sie in Besitz nahm. Ja, es war ein Traum, aber ganz real, und sie wollte nie wieder aufwachen. Irgendwann in dieser Liebesnacht, Anne war längst eingeschlafen, wurde sie von einer feuchten Zunge in ihrem linken Ohr geweckt. Schlaftrunken wandte sie ihren Kopf nach links, ertastete etwas, was sich nach totaler Begierde anfühlte, spürte Joachims Atem auf ihrer Haut. Und schon lag er auf ihr, knetete ihre Brüste, saugte daran, legte sich ihre Beine über die Schulter und wühlte sich mit unglaublicher Energie in sie hinein. Es war, als ob er all die langen, schrecklichen Monate nachholen wollte, in denen sie sich nicht geliebt hatten. Mach das Licht an, presste er hervor. Oh, er wollte sie sehen, in ihrer Korsage, in ihren Strapsen. Na, der Einkauf hatte sich gelohnt. Sie schlüpfte unter Joachim hindurch, knipste ihre Nachttischlampe an und wollte sich auf den Rücken legen, als er sie grob umdrehte, bis sie auf allen Vieren kniete. Von hinten siehst du noch viel hübscher aus, stöhnte Joachim. Anne empfand das nicht unbedingt als Kompliment, aber sie besaß genügend Fantasie, um sich vorzustellen, dass ihr Hinterteil durch die rote Verpackung und die schwarzen Strapse an Reiz gewann. Auch gut. Es fühlte sich sündig an. Sie dankte dem Himmel, dass es Sexshops gab, und da sie eine Frau war, begann sie bereits, neue Shoppingpläne zu schmieden, über neue, noch freizügigere Wäsche nachzudenken. Ob blau ihr stand? Oder sollte sie etwas aus Lack probieren? Gab es wohl so etwas wie einen Schlussverkauf im Sexshop? Alles für die Hälfte zum Saisonende? Aber hatte Sexwäsche überhaupt Saisons? Im Schlafzimmer merkte man die Jahreszeiten gar nicht. Nicht ans Shoppen denken, rief sie sich zur Ordnung. Anne konzentrierte sich wieder auf den Andrang praller Männlichkeit, den sie bis in den Magen spürte. Ging das anatomisch? Keuchte und stöhnte sich in echte Erregung, wurde verwegener und tat Dinge, die man definitiv nicht im Mädchenpensionat lernte. Und das alles im Schein ihrer Nachttischlampe, die leise klirrend wackelte, bis Joachim nach seinem letzten Seufzer wie tot auf ihrem Rücken liegen blieb. Dann war Ruhe. Am nächsten Morgen fühlte sich Anne, als hätte sie die ganze Nacht Steine geschleppt. Ja, sie war unendlich glücklich, aber auch ziemlich erledigt. Sie dehnte sich wie ein Kätzchen, reckte ihre Glieder und stellte fest, dass sie ein paar blaue Flecken hatte. Für Anne waren es Orden ihrer neuen Weiblichkeit. Ihr Mann begehrte sie wieder. Das Kopfkissen neben ihr war leer. Nur eine Moosrose lag darauf. Der Wecker zeigte acht Uhr. Offenbar war Joachim schon gegangen. Joachim, wie sie ihn liebte. Sowieso. Und für die Art und Weise, wie er diesen völlig vergurkten Abend in eine rauschende Nacht verwandelt hatte. Es war wie ein Wunder. Sie hatte sich schon mit Lars und einem Koffer vor der Tür ihrer Mutter gesehen, mit Schimpf und Schande aus dem Haus verjagt. Stattdessen hatten sie sich geliebt. So exzessiv, dass sie Mühe hatte, ihre zitternden Beine aus dem Bett zu hieven. Auf ihrem Handy fand sie eine SMS. Danke für die wunderbare Nacht, dein J. Du warst wunderbar, simste sie zurück. Sie duschte und zog ein bunt gemustertes Kleid an, das sie sonst nur im Sommer trug. Doch es passte zu ihren Frühlingsgefühlen. Sie fühlte sich hundert Prozent als Frau, und das sollte man sehen. Leise vor sich hin pfeifend, eine Kunst, die sie nicht wirklich beherrschte, füllte sie eine Gießkanne mit Wasser und goß die Blumen auf der Dachterrasse. An den Blütenknospen sah man schon die bunten Spitzen. Rot beim Oleander, blau bei den Hortensien. Bald würde die Dachterrasse ein Blumenmeer sein. Dann würde sie sich endlich wieder in den Liegestuhl fläzen. Man könnte auch Sex auf dem Balkon inszenieren, überlegte Anne. Joachim mit Handschellen an die Dachrinne fesseln, zum Beispiel. Beflügelt rief sie Tess an und erzählte ihr alles. Wirklich alles. Tess war völlig aus dem Häuschen. Echt jetzt? Ist ja irre. Gratulation, Schnecke, brüllte sie ins Telefon. Anne sonnte sich in ihrem Glück. Dann fragte sie nach, wie es Tess ergangen war. Sofort klang die Stimme ihrer Freundin etwas matter. Naja, auch bei uns hat es gefunkt. Ich wäre froh, wenn mir das etwas bedeuten würde. War nämlich nur ein Tischfeuerwerk, verglichen mit dem, was du erzählst. Tut mir leid, sagte Anne. Was willst du jetzt tun? Weiter experimentieren, antwortete Tess. Lunch um eins? Beschwingt öffnete Anne die Tür zur Arztpraxis. Sie hatte die ganze Autofahrt über mit laut aufgedrehter Musik und voll runtergedrehten Scheiben vor sich hingetrillert. Wie unfassbar gut sie sich fühlte. Dass sie in der Eile weder zum Frühstücken noch zu einer ausgedehnten Verschönerungsaktion gekommen war, machte ihr überhaupt nichts aus. Ihre Augen strahlten, ihre Bewegungen waren geschmeidig. Duftig umwehte sie die bemerkenswert gut erhaltene Lockenpracht aus der Hand ihres begabten Friseurs. Das Glücksgefühl strömte ihr aus jeder Pore. Als sie den Empfangsraum betrat, blieb sie abrupt stehen. Es war ein unheilvolles Bild, das sich ihr bot. Vor dem Empfangstresen warteten zwei Männer, die sie kannte und die, soweit sie es beurteilen konnte, nicht wegen erektiler Dysfunktion hier waren. Ihr Magen vollführte eine Pirouette. Oh, nee. Einen kleinen Moment lang hoffte sie, dass ihre überreizten Nerven ihr einen Streich spielten. Sie kniff die Augen zusammen. Doch es handelte sich um keine Halluzination. Beide Männer hielten einen Blumenstrauß in der Hand. Das war aber auch schon so ziemlich das Einzige, was sie gemeinsam hatten. Der eine war schlank, in einen eleganten, dunklen Nadelstreifenanzug gekleidet und hatte leicht verstrubbeltes Blondhaar. Der andere trug eine Baggy Pants, ein schwarzes T-Shirt mit Totenkopfaufdruck und bestand praktisch nur aus Muskeln. Hallo, guten Morgen, sagte Anne mit belegter Stimme. Was zum Teufel machte Marc hier? Und wieso war Joachim nicht in der Kanzlei? Hallo, schöne Frau, grinste Marc. Wie es aussieht, bin ich nicht dein einziger Verehrer oder hast du heute Geburtstag? Verehrer? Joachim drückte seinen Rücken durch. Ich bin ihr Mann. Ach so. Marc schien das nicht sonderlich zu beeindrucken. Er musterte Joachim von oben bis unten mit einem Gesichtsausdruck, als wollte er sagen, sorry, Junge, für einen wie mich bist du halbe Portion keine Konkurrenz. Dann ging er auf Anne zu und hielt er seinen Strauß roter Rosen hin. Sie war sprachlos und dämlicherweise so verdattert, dass sie die Rosen entgegennahm. Man sieht sich, sagte Marc lässig. Damit trat er den Rückzug an. Wer war das? Joachims Miene verhieß nichts Gutes. Ich, na ja, kenne ihn eigentlich gar nicht. Ist schon klar, höhnte Joachim. Ein Mann, den du eigentlich gar nicht kennst, kreuzt hier mit roten Rosen auf. Hältst du mich für verblödet? Er starrte auf seinen Strauß, ebenfalls rote Rosen. Achtlos legte er sie auf den Empfangstresen. Wenn du mir irgendwas zu sagen hast, beeil dich damit, stieß er bitter hervor. Oder habe ich diesem widerlichen Kerl zu verdanken, dass du neuerdings in Strapsen rumläufst? Nein, rief Anne entsetzt. Frau Westheimer, könnten Sie bitte mal kurz kommen? Es war Dr. Ahrensons Stimme, die aus dem Behandlungszimmer erklang. Noch immer stand Joachim vor Anne, mit verschattetem Blick, den Kopf wie ein angreifender Stier gesenkt. Anne konnte nicht anders, sie musste eine Notlüge erfinden. Die Wahrheit war zu abgefahren, die glaubte Joachim ihr garantiert nicht, dass ein Mann, der sie nur genau einmal gesehen und mit dem sie kaum drei Sätze gewechselt hatte, den Rosenkavalier aufs Parkett legte. Sie dämpfte ihre Stimme zu einem vertraulichen Raunen. Der Typ war der Freund von Dr. Ahrenson. Du weißt doch, er steht auf Männer. Sie zwinkerte Joachim zu. Auch Homosexuelle brauchen Frauen in ihrem Leben, aber nur zum Reden. Du musst dich also gar nicht aufregen, von dem droht keine Gefahr. Frau Westheimer? Komme gleich, rief Anne. Sie hauchte Joachim einen Kuss auf die zum Strich verzerrten Lippen, fuhr ihm mit beiden Händen durchs Haar, atmete seinen Duft ein. Also schön. Joachim entspannte sich ein wenig. Dann sehen wir uns heute Abend. Er streichelte Annas Wange, wie sie aufatmend registrierte. Himmel war das knapp gewesen. Um Haaresbreite war sie an einem Desaster entlanggeschrammt. Wütend bedachte sie Tess mit äußerst unfreundlichen Gedanken. Denn es konnte ja wohl nur eine geben, die Mark verraten hatte, wo Anne arbeitete. Wäre Tess nicht ihre beste Freundin, hätte Anne sie jetzt in die Miststückabteilung einsortiert. Wir holen das Candlelight Dinner nach. Abgemacht? flötete sie. Es gibt extra dicke Filetsteaks und einen hervorragenden Rotwein. Damit war Joachim endgültig von seinem Nebenbuhler abgelenkt. Er küsste Anne auf die Nasenspitze und umfasste ihre Taille. Oder vielmehr das, was bei ihr davon übrig geblieben war. Großartig, raunte er. Einen schönen Tag, mein Schatz. Augenblick noch, Dr. Ahrenson, rief Anne. Ihr war nämlich etwas eingefallen. Eine Frage, die sie im Taumel nachglühender Lust bisher verdrängt hatte, die jetzt aber mit aller Deutlichkeit in ihr Bewusstsein sickerte. Was ist mit Huber und von Bernsdorf? Bin ich bei denen jetzt unten durch? Joachim lächelte durchtrieben. Ganz im Gegenteil. Ich meine, du warst zwar ziemlich beschickert, aber sie fanden es Hammer, dass meine Frau mich in Strapsen empfängt. Haben mich sogar beglückwünscht. Ich sei ein toller Kerl und du eine Wahnsinnsfrau. Männer. Anne war vollkommen perplex. Dennoch mischte sich Scham in ihre Erleichterung. Sie wäre den honorigen Herren lieber in einem anständigen Kleid in Erinnerung geblieben, nicht mit einem Dekolleté nach dem Motto »Alles muss raus«. »Ich sollte jetzt zu Dr. Ahrenson gehen«, flüsterte sie. »Sicher. Ich muss auch weg in die Kanzlei.« Joachim küsste sie ein letztes Mal, dann verschwand er Richtung Ausgang. »Dein Mann?« fragte Leila. Anne fuhr herum. Hatte Leila etwa alles mit angehört? »Ja, das war Joachim«, sagte sie lahm. »Und der andere? Dieser Knaller von Typ? Was will der von dir?« Anne war der vibrierende Unterton in Leilas Stimme nicht entgangen. »Du kannst ihn haben. Würdest mir sogar einen Gefallen tun.« »Nee, ich hab doch einen Freund, aber ein Sahneschnittchen ist der Typ schon. Sollte man mal ausprobieren.« »Sorry, der Doc will mich sprechen«, beendete Anne das Gespräch, bevor sie noch etwas Verfängliches sagte. Sie klemmte das iPad, auf dem sie sich ihre Notizen machte, unter den Arm und marschierte geradewegs zum Behandlungszimmer. »Was war denn los vorn beim Empfang?« fragte Dr. Ahrenson, als Anne mit heißen Wangen und auf etwas wackeligen Beinen in den Raum kam. »Neue Patienten«, schwindelte sie. »Ist ja auch kein Wunder, Sie haben einen Ruf wie Donnerhall.« Etwas befangen lächelte sie den Mann an, dem sie soeben einen muskelbepackten Lover mit Totenkopf-T-Shirt angedichtet hatte. »Besten Dank.« Dr. Ahrenson schien das Kompliment nicht sonderlich zu freuen. Er sah besorgt aus. »Ich wollte Sie sprechen, weil in dieser Praxis einige Dinge vor sich gehen, die nicht ganz korrekt sind.« Anne wurde flau. »Was meinen Sie?« Er deutete auf einen weißen Schrank, der neben der Untersuchungsliege stand. »Wissen Sie, was da drin ist?« »Natürlich, die Musterpackungen mit Medikamenten. Fehlt denn was?« »Ausgeräumt«, sagte Dr. Ahrenson mit ausdrucksloser Miene. »Der Schrank war bis oben hin voll mit Viagra, Levitra und Cialis, allesamt Medikamente, die, wie Sie wissen, bei Störungen der Penilen-Erektion angewendet werden.« Anne schüttelte den Kopf. »Aber der Schrank ist doch immer abgeschlossen.« »Stimmt«, der Arzt verschränkte die Arme hinter dem Kopf und bedachte Anne mit einem bohrenden Blick. Was jedoch bedeutet, dass sich jemand mit dem entsprechenden Schlüssel nach Herzenslust bedienen kann. Also prinzipiell jeder, der hier arbeitet. »Sie verdächtigen doch wohl nicht etwa mich?«, fragte Anne. »So etwas würde ich nie tun, außerdem mein Mann steht auch ohne Chemie seinen Mann.« Dr. Ahrenson betrachtete die Zimmerdecke. »Das freut mich für Sie. Doch es ist sehr ärgerlich, dass hier Medikamente verschwinden. Bitte behalten Sie die anderen Mitarbeiter im Auge und die Patienten.« »Gern«, versicherte Anne. »Kann ich sonst noch was für Sie tun?« »Das wäre alles.« Mit diesen Worten erhob sich Dr. Ahrenson. Es war schwer zu sagen, was er dachte. Unterstellte er ihr etwas? Der Arzt begleitete Anne zum Empfangstresen, auf dem die beiden üppigen Rosensträuße lagen. »Haben Sie heute Geburtstag?«, erkundigte er sich erstaunt. »Hochzeitstag«, schwindelte Anne. »Schon die zweite Notlüge an diesem Morgen. Warum klangen Lügen oft glaubwürdiger als die nackte Wahrheit?« »Interessant«, sagte Dr. Ahrenson. »Gleich zwei Sträuße. Sie scheinen ein ausgefallenes Liebesleben zu haben.« »Einer ist von meiner Mutter«, Notlüge Nummer drei. »Allmählich sollte ich Buch über meine Schwindelleien führen«, dachte Anne, »sonst blicke ich nicht mehr durch.« »Wie nett!« »Also dann an die Arbeit.« Während sich Dr. Ahrenson in sein Sprechzimmer zurückzog, verstaute Anne ihre Sachen im Spind und streifte ihren weißen Kittel über. Dann stellte sie die beiden Rosensträuße ins Wasser. Sollte sie beide mit nach Hause nehmen? Besser nicht. Sie beschloss, die Rosen von Marc am Nachmittag ihrer Mutter vorbeizubringen. Die hatte sich ein Dankeschön verdient. Wenn sie in der vergangene Nacht nicht Lars bei sich aufgenommen hätte, wäre Anne wohl kaum in den Genuss seligster Wonnen gekommen. Andächtig horchte sie in sich hinein. Sie war wieder eine Frau, die begehrt wurde. Vom Mann, den sie liebte. Konnte es etwas Schöneres geben? Sie hatte sich kaum gesetzt, als die Eingangstür aufging. Anne musste nur den bleichen Totenkopf auf schwarzem Stoff sehen, um zu wissen, dass ihr Leben kompliziert zu werden versprach. Richtig kompliziert. Von wegen Lunch. Anne hatte nicht vor, mit Tess zu essen. Sie war stinksauer. Wie eine Rachegöttin stürmte sie ins Bennys, fand Tess an der Bar und ging ohne Vorwarnung in den Angriffsmodus über. Wer hat Mockis wie Vitali Klitschko und die emotionale Intelligenz eines Regenwurms? Damit knallte sie ihre Tasche auf den Tresen und baute sich drohend vor Tess auf. Also ich nicht, sagte Tess, die erschrocken zurückwich. Weit kam sie nicht, nur bis zur Lehne ihres Barhockers. Gerade läuft es wieder mit Joachim, fauchte Anne. Aber du musst ja unbedingt dazwischen Grätschen. Wie konntest du mir das antun? Ungläubig starrte Tess ihre Freundin an. Kriegst du deine Tage? Ich meine, wir Mädels spielen schon ein bisschen verrückt, wenn wir unsere Kirmes haben. Aber das ist kein Grund mich... Ach, so willst du dich rausreden, schnitt Anne ihr das Wort ab. Immer schön so tun, als wüsstest du von nichts. Willkommen an Bord, Käpt'n begriffsstutzig. Damit kommst du bei mir nicht durch. Der Barkeeper, der den Tresen feucht abwischte, kam näher. Offenbar ein Student, der sich etwas dazu verdiente. Er schrubbte die Stelle, wo die beiden Frauen stritten, besonders hingebungsvoll. Schließlich bekam man so eine Szene nicht alle Tage geboten. Auftritt der Kampfhennen. Zickenkrieg. Auch die Gäste nahmen lebhaften Anteil an dem heftigen Streit. Ringsum an den Tischen verstummten die Gespräche. Aber den besten Platz hatte eindeutig der blutjunge Barmann. Er lehnte sich weit vor, um kein Detail zu verpassen. Was ist? fuhr Anne ihn an. Beim Lauschen ertappt, machte er einen Schritt beiseite. Äh, hallo, kann ich euch was zu trinken bringen? Ein lecker Prosecco vielleicht? Er sprach es Prosecco aus. Ich glaub, ich brauch einen Schnaps, ächzte Tess. Meine Freundin hat irgendwas genommen, ich weiß bloß noch nicht was. Du kippst dir jetzt auf keinen Fall ein hinter den Kürbis, widersprach Anne, um sich gleich darauf den Barmann vorzunehmen. Und du, Komiker, machst den Abflug, aber Dalli! Eingeschüchtert huschte er davon. Anne's Wut steigerte sich unaufhörlich. Sie ballte die rechte Faust und fuchtelte damit vor dem Gesicht von Tess herum. Was du getan hast, ist unentschuldbar, hörst du? Tess erholte sich nur langsam von ihrem Schock. Verständnislos sah sie erst die Faust, dann Anne an, die vor Zorn bebte und so wirkte, als schrecke sie selbst vor Tätlichkeiten nicht zurück. Komm mal runter, sagte sie. Erzähl mir lieber, worum es sich eigentlich dreht, bevor du mir eine reinhaust und das ganze Lokal gleich mitzerlegst. Anne stemmte die Hände in die Hüften. Ich hatte mal eine Freundin, dachte ich jedenfalls. Aber du musstest ja unbedingt die Puffmutter spielen und mich verkuppeln. Hast Marc verraten, wo ich arbeite und katscheng schlägt er in der Praxis auf, mit roten Rosen. Und zwar genau in dem Moment, in dem Joachim mir ebenfalls rote Rosen überreichen will. Das ist meine Version. Jetzt bist du dran. Oh Gott! Tess schlug die Hände vors Gesicht. Aber das reichte Anne nicht. Mit beiden Händen rüttelte sie an den Schultern ihrer Freundin. Du bringst meine Ehe in Gefahr. Ist dir das eigentlich klar? War eine superknappe Kiste. Joachim dachte sogar, ich hätte mir die Strapse extra für Marc zugelegt. Oh Gott, oh Gott! Kraftlos sank Tess in sich zusammen, so als hätte sie auf einmal keine Knochen mehr. Es gibt nur eine einzige andere Frau, die mich jemals so gemein hintergangen hat, rief Anne. Warte mal, wie war noch ihr Name? Ich weiß nur noch, dass ich sie seit dem Abgrundtief hasse. Ach, jetzt fällt mir's ein. Sie heißt Mutti. Natürlich war Tess über Annes Dauerclinch mit ihrer Schwiegermutter im Bilde. Umso entsetzter war sie, mit dieser Giftspritze in einen Topf geworfen zu werden. Das ist gemein, schluchzte sie. Das habe ich nicht verdient. Wo ist der Unterschied? Tess wischte sich eine Träne von der Wange. Es war alles total harmlos, ehrlich. Gestern hat mich Marc beim Sport angehauen, ob ich ihm deine Handynummer geben kann. Hab ich abgeschmettert, was denn sonst? So bescheuert bin ich nun auch wieder nicht. Wie man's nimmt. Jedenfalls ließ Marc nicht locker. Die Tresentante im Fitnessstudio hatte ihm schon deinen vollen Namen verraten. Fressen ihm ja alle aus der Hand, die Mädels. Ich sagte ihm nur, dass du verheiratet bist und bei einem Urologen arbeitest. Das ist alles. Es gibt mindestens zwanzig Urologen in dieser Stadt. Du willst doch wohl nicht behaupten, dass er alle zwanzig Praxen abtelefoniert hat und … Anne brachte den Satz nicht zu Ende. Schlagartig wurde ihr klar, dass Marc genau das getan hatte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ächzte Tess. Kannst du bitte mal aufhören mit deinem Oh Gott, oh Gott? Dabei wusste Anne ja selbst nicht, was sie sagen sollte. Noch nie hatte ihr ein Mann derart hartnäckig nachgestellt. Es war ein ganz kleines bisschen schmeichelhaft. Allerdings, wie man gesehen hatte, auch brandgefährlich. Tess rieb sich die Oberarme. Mann, du hast einen stahlharten Griff, wie ein Profiringer. Ich dachte schon, du kugelst mir die Schulter aus. Wie wär's übrigens mit einer Entschuldigung? Der überraschende Stimmungswechsel war Anne nicht gut bekommen. Sie musste sich am Tresen festhalten, so schwindelig war ihr plötzlich. Noch immer schoss das Adrenalin in Höchstgeschwindigkeit durch ihre Adern, ihr Herz schlug wie wild, ihre Beine waren weich wie Daunen. »Entschuldigung«, hauchte sie. Dann kippte sie um. Das Erste, was Anne nach einer ausgedehnten Reise durch unendliche Schwärze wahrnahm, war ein fremder Mann, der sich über sie beugte. Er war von Kopf bis Fuß in grelles Orange gekleidet. Mit sachlicher Stimme erläuterte er irgendetwas. Zuerst verstand Anne nur einzelne Wörter. Blutdruck, Wetterumschwung, Hypertonie. Mit äußerster Willensanstrengung konzentrierte sie sich auf die Stimme. »Ja, ihr Puls ist noch schwach, aber ich habe ihr ein Kreislaufmittel gespritzt. Sollen wir sie mit ins Krankenhaus nehmen?« »Wenn ich das wüsste!« Eine weibliche Stimme. Die Stimme von Tess. Das dazugehörige Gesicht schwebte etwas verschwommen neben dem Farbrausch in Orange. »Ich glaube, sie ist wieder zu sich gekommen.« Jetzt erst merkte Anne, dass sie hinter dem Tresen lag. Man hatte ihren Kopf auf einen Stapel Papierservietten gebettet. »Name?« fragte die Männerstimme. Tess hüstelte nervös. »Anne Westheimer.« »Frau Westheimer, können Sie mich hören?« rief der Mann jetzt übertrieben laut. »Ja,« murmelte Anne. »Wie geht es Ihnen?« Offenbar war es ein Sanitäter, der neben ihr kniete. Um seinen Hals hing ein Stethoskop. »Geht so.« »Frau Westheimer, Sie hatten eine Ohnmacht. Ist das schon öfter vorgekommen?« Anne versuchte, sich aufzusetzen, was gründlich daneben ging. »Nee, und ich verstehe auch gar nicht, wie das passieren konnte.« Der Gesichtsausdruck des Mannes wurde streng. »Wann haben Sie zuletzt was gegessen?« Anne dachte nach. »Vorgestern.« Der Sanitäter tauschte einen bedeutungsvollen Blick mit Tess. »Total unterzuckert.« Er wandte sich wieder Anne zu. »Haben Sie in den letzten vierundzwanzig Stunden Alkohol getrunken, Frau Westheimer?« »Sie trinkt so gut wie nie was,« warf Tess ein. Anne konnte ein hysterisches Kichern nicht unterdrücken. »Hab gestern Abend eine Flasche Shampoos und eine Flasche Rotwein vernichtet. Mit Grund.« »Schnecke!« Tess war außer sich. »Der Alkohol beschleunigt die Unterzuckerung. Damit hat sich das Thema Krankenhaus wohl erledigt,« sagte der Sanitäter, während er aufstand. »Bringen Sie die Dame am besten nach Hause, damit sie sich erholt, und besorgen Sie ihr etwas zu essen.« »Wir haben heute Nudelsuppe,« mischte sich der Barmann ein. »Wenn sie will, kann sie auch einen Rollmops haben. Ist ein klasse Katerfrühstück.« »Nudelsuppe,« flüsterte Anne. Sie startete einen neuen Versuch, sich zu erheben. Dieses Mal klappte es mit Unterstützung von Tess und dem vergnügt feixenden Sanitäter. Anne wusste ja selbst, wonach das Ganze aussah, nach einer Schnapsleiche, die in die Ausnüchterungszelle gehörte. So viel zum Thema »Joachim braucht eine Frau, mit der er repräsentieren kann.« Zwei Minuten später saß sie etwas windschief an einem Tisch im Bennys und löffelte ihre Suppe. Nur den Rollmops ließ sie weg. Schon der Gedanke an einen stinkenden kleinen Fisch, der um eine Essiggurke gewickelt war, verursachte ihr Brechreiz. »Du bist weiß wie die Wand,« sagte Tess, die ihr grübelnd zusah und an einem Glas Prosecco nippte. »Ich habe schon in der Praxis Bescheid gesagt, dass du einen Schwächeanfall hattest. Bist du sicher, dass du nicht nach Hause willst?« »Absolut sicher. Es geht mir viel, viel besser, wirklich.« Das war zur Abwechslung nicht geschwindelt. Die Suppe tat gut. Erleichtert spürte Anne, wie ihre Lebensgeister zurückkehrten. Es war ziemlich unvernünftig gewesen, so wenig zu essen und dann auch noch Champagner und Rotwein in den leeren Magen zu gießen. »Also, ich bin bedient,« seufzte Tess. »Du hast mir einen Heidenschreck eingejagt, vor und nach deiner Ohnmacht. Sag mal, wenn du gestern so kräftig geladen hast, könnte es sein, dass der Sex mit Joachim nur ein Produkt deiner alkoholvernebelten Fantasie war?« »Frag ihn doch selber,« antwortete Anne schnippisch. »Wir haben es getan, so wahr ich hier sitze. Und die neue Wäsche war ohne jeden Zweifel der entscheidende Kick. Wir sind auf dem richtigen Weg, Tess. Langeweile ist der Feind der Erotik.« Sie schaute einem jungen Paar zu, das im hinteren, schummrigen Bereich des Lokals saß und ungeniert knutschte. Bestimmt kannten sie sich erst ganz kurz. Da war alles noch ganz simpel. Man brauchte keine Tricks und keine Geheimstrategien. »Männer sind wie Waschmaschinen,« philosophierte Anne. »Wenn du sie anmachst, drehen sie durch. Wieso war es denn bei dir so lau?« Zerstreut betrachtete Tess ihr Glas. »Was soll ich sagen? Bernd hat irgendwie nur mitgemacht. Da war kein Feuer, nur Sparflamme. Die Lederkorsage hat ihn gar nicht groß interessiert. Wahrscheinlich reicht es nicht, sich einfach so ein Teil anzuziehen, um etwas Neues zu erleben. Du kannst ja auch nicht einfach so Joachim mit Handschellen ans Bett fesseln oder ihm kommentarlos diesen komischen Fetisch-Knebel zwischen die Zähne schieben. Da muss schon die Inszenierung stimmen.« »Was für deine Theorie spricht, dass wir die Sachen mal im professionellen Einsatz sehen sollten?« Tess trank einen Schluck. »Jetzt komm erst mal wieder auf die Beine. Wenn bloß Marc nicht wäre,« dachte Anne. Als er ein zweites Mal in der Praxis aufgetaucht war, hatte er etwas gesagt, was ihr nicht mehr aus dem Kopf ging. »Früher oder später wirst du in meinen Armen liegen.« »Mami, Mami, guck doch mal! Ich habe ein Boot gebastelt!« Freudestrahlend kam Lars auf Anne zugelaufen und schwenkte ein Stück gefaltetes, bemaltes Papier, das entfernt an, ja, an was eigentlich erinnerte. Der Kindergarten sah aus, als hätte es Papierschnipsel geregnet. Tische, Stühle und Boden waren von buntfarbigen Fetzen übersät. Dazwischen standen Mütter und Väter, die ihre kleinen Lieblinge abholten. In der Villa Sonnenschein war die Welt in Ordnung. Eine Insel der Sorglosigkeit. »So ein schönes Boot,« lobte Anne ihren Sohn. »Toll gemacht, mein Großer!« Sie wollte schon mit ihm zum Wagen gehen, als Frau Landmann ihr ein Zeichen gab. »Könnten wir kurz reden?« »Kein Problem. Was gibt's denn?« Frau Landmann hockte sich neben Lars. »Würdest du bitte noch mal ins Kuschelzimmer gehen und den Goldhamstern Futter geben? Bei der Gelegenheit könntest du ihnen auch frisches Stroh in den Käfig legen.« »Mach ich,« rief Lars. In diesem fabelhaften Kindergarten gab es nämlich eigens ein Zimmer voller großer und kleiner Kissen, in dem die Kinder sich zwischendurch ausruhen konnten. Und damit sie auch wirklich ruhig blieben, gab es darin einige Tiere, die man mit feinmotorischer Sorgfalt behandeln musste. Frau Landmann nannte es ein meditatives Konzept der Zuwendung. Als Lars außer Hörweite war, legte sich die sonst so heitere Stirn der Erzieherin in Falten. »Ihr Sohn hat heute ein Wort benutzt, das mich, äh, nun ja, sehr beunruhigt hat.« In Annes Hinterkopf begann es zu rumoren. »Welches Wort ist es denn?« »Elotisch«, antwortete Frau Landmann, »was ja wohl eine kindliche Variante von »erotisch« ist.« »Was bist du aber auch für ein Dämlack«, beschimpfte sich Anne innerlich. Die Erzieherin knabberte an ihrer Unterlippe. »Könnten Sie mir mal bitte verraten, wie ein Fünfjähriger auf so ein Wort kommt?« »Ich habe keine Ahnung«, sagte Anne, ihr unschuldigstes Lächeln aufsetzend. »Vielleicht von den anderen Kindern?« »Ausgeschlossen. Er hat es als Erster verwendet, auf der Toilette.« Frau Landmann sah jetzt richtig ungehalten aus. »Lars hat sich mit Timo gestritten und dann laut gerufen, du hast einen ganz, ganz elotischen Piephahn.« Das ergab einen Sinn. Lars ging davon aus, das erlotisch so viel wie winzig bedeutete. Schon kleine Jungs wussten offenbar, wie die Männerwelt tickte. Jeder wollte der Größte sein und den Größten haben. Dummerweise konnte Anne die Sache nicht aufklären, ohne zuzugeben, dass Lars das Wort zu Hause aufgeschnappt hatte. »Na sowas«, gab sie mit gespielter Verwunderung von sich. »Wir achten hier sehr auf diese Dinge«, sagte Frau Landmann streng. »Sieht Lars unbeaufsichtigt fern? Hat er Zugang zum Internet? Nein, nein, er darf nur das Kinderprogramm anschauen und der Computer ist tabu. Das will ich auch hoffen.« Die Erzieherin zupfte sich ein paar Papierschnipsel von ihrem Wollpullover in ökologisch korrektem Beige. »Ich will keinen Ärger mit den anderen Eltern.« »Dafür haben sie mein vollstes Verständnis«, strahlte Anne. Frau Landmanns Gesichtsausdruck blieb skeptisch. »Ich muss sie eindringlich bitten, zu kooperieren. Dann noch einen schönen Nachmittag.« »Und jetzt? Sollte Anne noch einmal mit Lars darüber sprechen?« »Besser nicht«, überlegte sie. »Je mehr du die Sache aufbaust, desto interessanter wird dieses verdammte Wort.« Sie ging in das Kuschelzimmer, das ganz in sanften Rottönen gehalten war. Rote Wände, roter Teppichboden, Dutzende von Kissen in allen erdenklichen Rotschattierungen. Angeblich weckten diese Farben pränatale Erinnerungen an die schöne Zeit im Mutterleib. Das jedenfalls behauptete Frau Landmann, deren Erfindung die rote Höhle war. Den Kindern schadete der Farbrausch zumindest nicht, und die Menagerie aus Goldhamstern, Meerschweinchen und Zwergkaninchen hatte keine Chance, sich darüber zu beschweren. Dafür roch es streng. Lars hatte einen Goldhamster aus dem Käfig genommen und streichelte das zarte Köpfchen des Tieres. »Guck mal, Mama, er ist so süß, richtig elotisch.« Anne warf alle pädagogischen Vorsätze über den Haufen. »Du sagst das nie wieder, verstanden? Ich will nie wieder hören, dass du elotisch sagst.« Hingerissen sah Lars auf. »Also ist es doch ein böses Wort?« »Nie wieder«, wiederholte Anne. »Versprich es mir.« Versprochen und nicht gebrochen kam es mit dumpfer Stimme aus den Tiefen seines Kinderherzens. Erleichtert umarmte Anne ihn. »Danke, mein Schatz. Und jetzt komm, es ist schon halb vier. Wir fahren zu Oma.« »Zu welcher?« fragte Lars angstvoll. Er mochte Joachims Mutter genauso wenig wie Anne. Denn die Ermahnungen und Spitzen galten mit unschöner Regelmäßigkeit auch ihm. Annes Schwiegermutter konnte es nicht lassen, permanent an Lars herumzumäkeln. Mal war er ihr zu laut, dann wieder zu still. Und dass er mit seinen fünf Jahren weder das ABC noch die Grundrechenarten beherrschte, hielt sie für eine dramatische Entwicklungsverzögerung. »Wir fahren zu Oma Brownie.« »Juhu!« jubelte Lars. »Oma Brownie ist lieb. Sie hat mir gestern Abend ganz viele Geschichten vorgelesen.« Anne's Mutter hatte von Lars diesen Namen bekommen, weil sie immer unwiderstehliche Schokoladenkuchen für ihren Enkel backte. Lecker, saftig und mit einer Glasur, die wie Honig auf der Zunge zerging. Im Gegensatz zu Mutti war diese Oma nämlich eine Künstlerin am Backofen. Joachims Mutter hingegen nannte Lars »Oma brav«, weil sie dauernd sagte, er solle brav sein. Die beiden Großmütter waren ein echtes Kontrastprogramm. Während Oma brav in einer engen, verklemmten Welt lebte, hatte Oma Brownie den größten Teil ihres Lebens in Hippie-WGs verbracht. Anne war mit indischer Sita-Musik und Räucherstäbchen aufgewachsen, hatte als Kleinkind die Wände mit Fingerfarben bemalt und so ziemlich jeden Unsinn anstellen dürfen, auf den sie Lust hatte. Ihre alleinerziehende Mutter war der Meinung gewesen, ein Kind brauche Freiheit. Schon als Anne ein Baby gewesen war, hatte ihre Mutter sie überall mit hingenommen. Zu Öko-Festivals, Open-Air-Meditationen, Rock-Konzerten. In den Ferien waren sie wochenlang in einem bunt beklebten VW-Bus durch Italien und Griechenland gefahren, einmal sogar durch Indien. Als Anne Sieben war, hatten sie in einem uralten Chevrolet Kalifornien-Zippie-Paradiese abgeklappert. Es war eine verrückte Kindheit gewesen. Nachdem Lars angeschnallt war, fuhren sie in Richtung Stadtrand. Dort bewohnte Annes Mutter ein kleines Haus, naja, eher ein leicht baufälliges Gartenhäuschen. Umgeben von einem verwilderten Grundstück voller alter Bäume war es ein wahres Kinderparadies. Lars hatte dort Narrenfreiheit, sehr zum Missfallen von Oma brav. Sie fand Annes Mutter alles andere als salonfähig. Eifersüchtig wachte Mutti darüber, dass Lars nicht verzogen wurde. Anne parkte den Wagen neben dem verbeulten Pick-up ihrer Mutter. Auf der Ladefläche standen ein paar alte, etwas ramponierte Möbel, ein geschnitzter Stuhl mit einer abgeschabten Sitzfläche, ein Tischchen, dem ein Bein fehlte, eine Kommode, von der Lack abblätterte. Oma Brownie restaurierte Antiquitäten, was auch nötig war, nach all den flippigen Jahren, in denen sie sich mehr um ihre spirituelle Entwicklung als ums Geldverdienen gekümmert hatte. Annes Mutter ruhte in sich. Shoppen war ein Fremdwort für sie, das Gemüse baute sie selbst an, ihre Klamotten stammten aus Second-Hand-Shops. Natürlich hatte sie auch die alternativ angehauchte Villa Sonnenschein für Lars mit ausgesucht. Joachim wäre ein Edelkindergarten lieber gewesen, wo die Kleinen mit drei Jahren Englisch, Spanisch und Mandarinen lernten. Oma Brownie wartete schon am romantisch verschnörkelten, verrosteten Gartentor. Sie trug einen Jeans-Overall und, wie schon seit mindestens 30 Jahren, eine Silberkette mit einem Peace-Anhänger. Man sah ihr nicht an, dass sie auf die 60 zuging, noch dazu mit diesem schrägen, weißblondierten Kurzhaarschnitt. Mit 18 hatte sich Anne von ihrer Mutter losgesagt, wollte nichts mehr wissen von ihren spirituellen Ticks, hatte genug vom alternativen Leben. Zum Entsetzen von Oma Brownie hatte sich ihre Tochter für eine bürgerliche Existenz entschieden, ein Anlass für endlose Streitigkeiten und Auseinandersetzungen. Erst seit Lars vier Jahre alt war, kamen sie einander wieder vorsichtig näher. »Hi, alles entspannt?« begrüßte Oma Brownie ihre Tochter und ihr Enkelkind. Anne überreichte ihr Marks riesigen Rosenstrauß, den sie aus der Praxis mitgenommen hatte. »War superlieb, dass Lars wieder bei dir schlafen durfte?« »Rote Rosen?« Oma Brownie schnupperte an den Blüten. »Für mich?« »Die schenkt man jemandem, den man liebt.« Anne wurde mulmig, als sie daran dachte, wem sie das üppige Bouquet zu verdanken hatte. So leicht wurde sie Mark bestimmt nicht los. Warum besaß er nicht die Anständigkeit, sich einfach in Luft aufzulösen. »Ist irgendwas?« fragte Oma Brownie. »Deine Aura ist dunkler als sonst.« »Mami, was heißt Aura?«, wollte Lars wissen. Endlich ein neues Wort, das in den alternativen Kindergarten passte. Frau Landmann würde hoch erfreut sein, wenn Lars die anderen Kinder mit diesem Begriff beglückte. »Die Aura ist sozusagen die Ausstrahlung eines Menschen«, erklärte Annes Mutter. »Daran erkennt man, wie jemand sich fühlt, was er denkt. Stell dir einfach einen farbigen Lichtkranz vor.« Diese Erklärung war eine harte Nuss für Lars. Mit aufeinandergepressten Lippen dachte er darüber nach. »Manche Menschen können die Aura sehen«, fuhr Oma Brownie fort. Ich zum Beispiel. »Bei dir ist die Aura ganz hell und bunt. Sie schillert in allen Regenbogenfarben.« »Und bei Mami?« »Mami hat eine ganz besondere Aura«, erwiderte Annes Mutter diplomatisch. »Kommt doch erst mal rein. Ich habe gerade grünen Tee gekocht.« Sie gingen durch den Garten zum Haus. Zwischen wucherndem Gestrüpp, das die ersten Blättchen zeigte, blühten ein paar Primeln und Narzissen. Etwas abseits, unter einer mächtigen Ulme, stand ein verwitterter Springbrunnen, der von einem moosbesetzten Engel aus Marmor bewacht wurde. Lars flitzte sofort in den Geräteschuppen, wo seine Oma eine kleine Werkbank für ihn eingerichtet hatte. Als Anne mit ihrer Mutter in die kleine, verkramte Küche des Hauses kam, sog sie tief den vertrauten Geruch von Tee, Gewürzen und Duftkerzen ein. Es war das Aroma ihrer Kindheit. Sofort fühlte sie sich wohl. Alles fiel von ihr ab, die turbulenten Ereignisse, die hinter ihr lagen, das rumpelige Zusammentreffen von Joachim und Marc in der Praxis, ihr Streit mit Tess, ihre bühnenreife Ohnmacht. Es war wie nach Hause kommen. Gerührt musterte sie das gemütliche Durcheinander des vollgestopften Raums. Die pinkfarbenen Wände waren mit Kinderzeichnungen von Lars bedeckt. Tee? Kekse? fragte Oma Brownie. Anne sank auf eine hölzerne Bank, die mit bestickten indischen Kissen bedeckt war. Beides. Ihre Mutter stellte die Blumen in eine Vase, dann holte sie zwei Porzellanbecher aus dem buntbemalten Bauernschrank. Liebes, du brauchst mir nichts vorzumachen. Ist was mit Joachim? Sie hatte ihren Schwiegersohn immer im Verdacht, er könnte Anne einengen. Oma Brownie hatte nie verstanden, warum sich ihre Tochter ausgerechnet einen Anwalt aussuchen musste. Ein Musiker oder ein Maler wäre ihr lieber gewesen. Anne wusste das. Vermutlich war auch die Entscheidung für den äußerst korrekten, konventionellen Joachim ihre Form der Rebellion gewesen. Nein, widersprach sie. Joachim und ich verstehen uns gut. Während ihre Mutter den Tee eingoss, durchlief Anne ein wohliger Schauer, als sie an die vergangene Nacht dachte. Sie biss in einen der Kekse, die in einer Silberschale auf dem Küchentisch lagen. Raffiniert, seufzte sie Count. Was ist das für ein Gewürz? Anis? Zimt? Kardamom? Oder hat Schuschu etwas Neues entdeckt? Geheimrezept, raunte ihre Mutter verschwörerisch. Anne nannte sie Schuschu, solange sie denken konnte. Nicht Mami, Mutti, einfach nur Schuschu. Kein Mensch wusste warum. Für Anne war dieses Wort der Inbegriff der Geborgenheit gewesen. Aber ihre alternative Mutter hätte sich auch geweigert, Mami oder Mutti genannt zu werden. Es steht mir nicht zu, dein Leben zu bewerten, wechselte Oma Brownie das Thema. Doch ich habe den Eindruck, dass du kein Eigenleben entwickelst. Du hast Kunstgeschichte studiert, jetzt arbeitest du als Empfangsdame. Ist ein ehrenwerter Beruf, aber entspricht nicht deinen Neigungen. Früher hast du Yoga gemacht, gemalt, sogar kleine Gedichte geschrieben. Davon ist nichts übrig geblieben, soweit ich sehe. Lass dich nicht vereinnahmen. Lass deine Seele fliegen und dein Herz atmen. Sonst gehst du dir selbst verloren. Sie hatte recht. Anne hätte es vielleicht etwas anders formuliert, mit weniger Esoterikgedöns. Doch das mit dem Eigenleben stimmte. Alles, was sie tat, hatte entweder mit Joachim, Lars oder ihrem Job zu tun. Ich habe mich in einem Fitnessstudio angemeldet, erzählte sie. Annes Mutter hob die Augenbrauen. Sie selbst lehnte solche modischen Körperertüchtigungen ab. Stattdessen schwor sie auf tägliche Yogaübungen, Naturkosmetik und vegetarische Biokost. Mit Erfolg. Ihr zartes Gesicht war vollkommen glatt. Ihr schlanker Körper hatte die Anmut eines jungen Mädchens. Sanft und etwas besorgt richteten sich ihre Augen auf Anne. Man sollte seinen Körper nicht kasteinen. Man sollte gut zu ihm sein. Dehne ihn nach dem Aufwachen mit dem Morgengruß. Lass dich achtsam massieren. Versuch es mal mit Tantrasex. Und iss Dinge, die deinen Bauch glücklich machen. Tu ich ja gerade. Die Kekse waren köstlich. Anne hatte schon fast alle verputzt. Ein unbekanntes Wohlbehagen durchflutete sie, ein Gefühl luftiger Leichtigkeit. Du musst mir unbedingt das Rezept verraten. Die Dinger machen wirklich glücklich. Ihre Mutter lachte spitzbübisch. Ich fürchte, dein oberkorrekter Gatte wird wenig begeistert sein, wenn seine Frau Haschkekse backt. Was? Oma Brownie deutete mit dem Daumen zum Küchenfenster. Eigenanbau, garantiert ohne Pestizide oder andere Schadstoffe. Jetzt erst fielen Anne die vielen Pflanzen auf der Fensterbank auf. Unmengen schlanker, fächerartig gespreizter Blätter sprossen aus angeschlagenen Steinguttöpfen. Cannabis. Schon der bloße Anbau war streng verboten. Schu-schu, rief Anne. Bist du wahnsinnig? Sie konnte nur hoffen, dass Joachim sich weiterhin weigerte, seine Schwiegermutter zu besuchen. Ein einziges Mal war er hier gewesen. Anschließend hatte er geschworen, nie wieder seinen Fuß in dieses verrottete Hippie-Chaos zu setzen, wie er es charmanterweise nannte. Nun sei mal nicht so spießig, beschwerte sich Oma Brownie. Ist dir doch bestens bekommen. Und falls du einen Tipp willst, man hat galaktischen Sex, wenn man vorher ein paar Haschkekse isst. Das fühlt sich an, als ob man mit dem ganzen Universum Liebe macht. Verkehrte Welt, dachte Anne. Andere Eltern stellen ihre Kinder zur Rede, weil sie kiffen. Hier läuft es genau umgekehrt. Deine kleine Privatplantage reicht locker für eine Anzeige. Und das Risiko gehst du ein? Ihre Mutter zuckte gleichmütig mit den Schultern. No risk, no fun. Ich ziehe halt mein eigenes Ding durch. Und das solltest du auch tun. Mit einem Entspaßer wie Joachim kommst du nicht weit. Bitte hack nicht auf Joachim rum. Anne fiel die Stafflei ein, die unbenutzt in der Abstellkammer stand. Übrigens, ich habe wieder angefangen zu malen. Es war der Tag der Notlügen. Aber Anne hatte in der Tat plötzlich Lust zu malen. Fragte sich nur wo. Ihre Wohnung, die sie zusammen mit Joachim eingerichtet hatte, war mit empfindlichem, gewachstem Parkett ausgelegt. Und einen Platz für sich selbst hatte sie sowieso nicht. Nicht mal eine winzige Ecke. Oma, ich habe Hunger. Wie ein Torpedo stürmte Lars in die Küche. Nach dem Zustand seiner Kleidung zu urteilen, hatte er sich weniger an der Werkbank als im Garten vergnügt. An seinem Hosenboden klebte Erde. Das himmelblaue T-Shirt hatte grünliche Flecken. Hab den Engel sauber gemacht. Jetzt ist er wieder schön. Du bist ein toller Junge. Oma Brownie drückte ihn an sich. Was willst du essen? Reispfanne? Zucchini-Auflauf? Auberginenmus? Geht auch alles? Fragte er. Wenn man die Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten hat, sollte man immer alles nehmen, gab seine Großmutter ihre Lebensweisheit zum Besten. Das gilt übrigens auch für Männer, fügte sie leise hinzu. Anne überhörte die letzte Bemerkung. Wir müssen nach Hause. Papa kommt bald. Sie stand auf. Ups, was war denn das? Wo sonst der Boden war, spürte sie nur Zuckerwatte. Diese Haschkekse waren alles andere als harmlos. Liebes, ihr bleibt zum Essen, ordnete ihre Mutter an. Es dauert etwa zwei Stunden, bevor du dich wieder hinters Steuer setzen kannst. Schuchu, hättest du mir das nicht vorher sagen können? Gibt es wenigstens sowas wie einen starken Kaffee in diesem Haus? Ich boykottiere Kaffee, erwiderte ihre Mutter. Hast du eine Ahnung, unter welchen Bedingungen die armen Menschen leben müssen, die ihn produzieren? Da kann man ja gleich die Tränen der kolumbianischen Bauern schlürfen. Das wurde ja immer krasser. Anne setzte sich wieder, zog ihr Handy aus der Tasche und schickte Joachim eine SMS. Es würde ihm gar nicht gefallen, dass sie länger bei ihrer Mutter blieb. Noch weniger hätte ihm die Information gefallen, dass Anne von der lieben Oma unter Drogen gesetzt worden war. Leicht benommen sah sie zu, wie ihre Mutter zu kochen begann. Es war wie ein Zaubertrick. Man sah gar nicht, was sie eigentlich tat, weil sie unglaublich schnell war. Auf einmal standen diverse verbeulte Töpfe auf dem Herd, das Gemüse war geschnippelt, schon goss sie den Reis ab und nach Tischlein-Deck-Dich-Manier war im Handumdrehen alles fertig. Es wurde ein Festessen. Selbst Lars futterte, als gäbe es kein Morgen, obwohl er Gemüse normalerweise nicht ausstehen konnte. »Warum lässt du Lars nicht mal ein ganzes Wochenende bei mir verbringen?«, fragte Annes Mutter. »Hier hat er frische Luft, Natur ohne Ende, immer was zu tun und die Verpflegung stimmt auch, würde ich sagen.« »Au ja, Mami, ein Wochenende bei Oma Brownie«, Lars war Feuer und Flamme. »Grundsätzlich spricht nichts dagegen«, Anne zögerte. »Aber du weißt ja, Sonntagnachmittag sind wir immer bei Joachims Eltern.« »Ich will aber nicht zu Oma brav«, schmollte Lars. »Ich will bei Oma Brownie sein.« »Liebling, alle wären sehr, sehr traurig, wenn du nicht mitkommst«, versuchte Anne ihn umzustimmen. Obwohl sie diese Besuche selber hasste wie die Pest, wollte sie Joachim nicht in den Rücken fallen. »Lass nur«, schaltete sich ihre Mutter ein. »Rituale können stabilisierend wirken«, sie zwinkerte ihrer Tochter zu. »Falls sie mit Leben gefüllt sind.« »Selbstverständlich wusste sie, dass bei Joachims Eltern Friedhofsruhe herrschte.« Lars bestand darauf, den Schokoladenkuchen zum Dessert nebenan vor dem Kaminofen zu essen. Das gab Anne Gelegenheit, eine Sache anzusprechen, die ihr die ganze Zeit im Kopf herumgespukt hatte. »Sag mal, Schuschu, was ist eigentlich Tantrasex?« Der Gesichtsausdruck ihrer Mutter nahm etwas Entrücktes an. »Oh, das ist das Beste überhaupt.« Es beginnt damit, dass man sich nackt gegenüber sitzt und einander in die Augen schaut. Lange, sehr lange, eine Stunde mindestens. »Eine ganze Stunde«, staunte Anne. »Sehr erotisch, glaub mir.« Dann beginnt man sich gegenseitig zu berühren. Auch sehr, sehr lange. »Wenn man sich dann vereinigt«, ihr Blick war inzwischen vollkommen verzückt, »nimmt man sich alle Zeit der Welt. Der Mann legt es nicht darauf an, zu kommen. Er hält sich zurück, genießt nur das Jetzt. So kann man die ganze Nacht zusammen sein und auch den ganzen Tag.« Es gab wohl kaum eine Mutter, die mit ihrer Tochter derart offen über Sex sprach. Von Anfang an war es so gewesen und manchmal wusste Anne nicht, ob sie das gut finden sollte. Im Moment fand sie es großartig. Allerdings konnte sie sich schwer vorstellen, dass Joachim, dieses Muster an Effizienz, sich auf so etwas Abgefahrenes wie Tantrasex einlassen würde. Gedanken verloren schob sie ihr Stück Schokoladenkuchen mit der Gabel auf dem Teller hin und her. »Hast du es ausprobiert?« Ihre Mutter lächelte. »Immer wieder. Mit wachsender Begeisterung. Ich praktiziere es heute noch.« »Mit wem?« fragte Anne verblüfft. »Mit jedem Mann, den ein gütiges Schicksal und die weise Natur mir schickt. Du weißt ja, ich halte nichts von der bürgerlichen Ehe, nicht mal was von festen Beziehungen. Treue gibt es nur im Herzen.« Na, das war ein Spruch. Sollte das etwa eine Aufforderung zum Seitensprung sein? Von der eigenen Mutter? Aber selbst wenn Anne das ernsthaft erwogen hätte, Tantrasex und Muskelberge, das passte in etwa so gut zusammen wie grüner Tee und Filetsteak. »Hast du mal auf die Uhr gesehen? Es ist halb neun.« »Ich weiß.« Anne schlüpfte aus ihren Pumps und legte den Autoschlüssel auf die Ablage neben der Garderobe. »Lars wollte unbedingt bei meiner Mutter essen.« Sie zog ihrem Sohn die Jacke und auch gleich alles andere aus. Seine Klamotten starrten vor Schmutz. »Ich komme gleich und sage dir Gute Nacht, Schätzchen. Jetzt abmarsch, Badezimmer, Bett.« »Mach ich, Mami.« Er schmiegte sich eng an Anne. »Hab dich lieb, Papi auch und Oma Brownie.« Sobald Lars im Badezimmer verschwunden war, ließ sich Joachim auf die Couch fallen. »Ihr habt nett gegessen und ich habe einen leeren Kühlschrank vorgefunden,« maulte er. »Kann man sich denn auf gar nichts mehr verlassen?« Das verwöhnte, fordernde Einzelkind, Mamas Bester, der rund um die Uhr bekocht werden wollte. Es war ein schweres Erbe, das Anne angetreten hatte. »Danke, Mutti.« Schon allein deshalb musste Lars ein Geschwisterchen bekommen. »Die Nummer vom Pizzaservice hängt in der Küche,« sagte sie. »Ist doch kein Ding, sich eine Margarita zu bestellen.« Als kleines Mädchen hatte sie sich quasi von Pizza ernährt. Die Nummer vom Bringservice konnte sie immer noch auswendig. Auf den Biotrend war ihre Mutter erst sehr viel später aufgesprungen, als Anne schon nicht mehr bei ihr wohnte. »Und? Wie war's sonst so bei deiner Schuchu?«, fragte Joachim misstrauisch. Er witterte stets Verrat, wenn seine Frau und seine Schwiegermutter sich trafen. Anne setzte sich neben ihn. »Schuchu hat mich auf einen kleinen Trip geschickt und mir erklärt, wie Tantrasex geht.« Sie unterdrückte ein Kichern. »Schön war's.« »So, so, schön.« Beleidigt kniff Joachim die Lippen zusammen. »Habt ihr über mich hergezogen?« Jetzt war Anne ebenfalls beleidigt. »Also wirklich, es gibt auch noch andere Gesprächsthemen als dich. Zum Beispiel?« Die gespannte Atmosphäre zwischen ihnen war furchtbar. Wie zwei Fremde saßen sie nebeneinander, als ob die vergangene Nacht nie passiert wäre. Missmutig dachte Anne an die Handschellen und die Gummikugel, die in der Nachttischschublade auf ihren Einsatz warteten. Waren sie eine Fehlinvestition gewesen? Weit deprimierender jedoch war die Erkenntnis. Joachim behandelte sie wie einen Teenager, der nicht rechtzeitig von einer Party nach Hause gekommen war. Musste sie sich das gefallen lassen? Mit 38 Jahren? Du hast dich nicht entwickelt, flüsterte ihre innere Stimme. Hast immer nur funktioniert. Und was ist die Quittung? Ein mauliger Ehemann. »Ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet und ich werde wieder malen«, sagte sie unvermittelt. »Malen?« Joachim lachte überheblich. »Du wolltest wohl sagen »klecksen?« Was du Blumenaquarelle nennst, ist in meinen Augen nur ein Geschmier aus verlaufenen Farben.« Anne gab sich Mühe, seine taktlose Grobheit zu übergehen. »Und wenn schon, es macht mir Spaß.« Sie wollte keinen Streit. Nicht heute. Der Tag war anstrengend genug gewesen. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie Joachim seinen Schlips lockerte und ihn neben sich auf die Couch warf. »Wir müssen uns dringend unterhalten«, kündigte er gewichtig an. »Jederzeit, kannst direkt anfangen.« »Ich habe ein geeignetes Objekt gefunden«, begann Joachim zu erzählen. »Ein Traumhaus. Es wird dir gefallen.« »Ich habe schon mit der Bank gesprochen und auch mit meinen Eltern. Wir könnten bald im eigenen Haus wohnen. Vorher muss es aber umgebaut werden. Das ist natürlich viel Arbeit. Die Handwerker beaufsichtigen, alles einrichten, den Garten anlegen. Zeitintensive Hobbys sind da nicht drin. Fitnessstudio, malen, das musst du dir für später aufheben.« Anne fühlte sich wie vom Bulldozer überrollt. »Später? Was meinte er mit später? Wenn sie im Seniorentelleralter waren?« Er plante einfach über ihren Kopf hinweg. Joachim behandelte sie nicht wie einen Teenager, sondern wie ein Kind. Sie erhob sich. Enttäuscht, zornig und ziemlich durch den Wind stand sie vor dem Mann, mit dem sie eine wunderschöne Nacht verbracht hatte und der sich jetzt aufführte wie ein Haustüran. »Ich bringe Lars ins Bett. Aber eins kann ich dir versprechen. Ich lasse mich nicht verplanen. Ich habe auch Bedürfnisse, und zwar andere als du. Was ist falsch an dieser Wohnung? Wieso müssen wir diesen Eigenheimstress auf uns nehmen, wenn wir dann keinen Spaß mehr haben? Du imitierst doch nur deine Eltern. Sieh sie dir an. Sind die etwa glücklich geworden mit ihrem aseptischen Haus und ihrem zubetonierten Vorgarten? Stellst du dir so unsere Zukunft vor?« Damit zog sie ab. »Das ist eine Unverschämtheit«, rief er hinter ihr her. Anne wollte nur noch schlafen. Aber nicht mit Joachim. Dem hätte sie am liebsten den Gummiknebel in den Mund gesteckt, damit er endlich Ruhe gab. So wütend war sie. Als sie ins Kinderzimmer kam, lag Lars quer auf dem Bett und schlief. Vorsichtig drehte sie ihn, bis sein Kopf auf dem Kissen lag und deckte ihn zu. Dann setzte sie sich auf die Bettkante. Das Zimmer war klein, aber liebevoll gestaltet. Ihre Mutter hatte alle Möbel hellblau gestrichen und einen kunstvoll geschnitzten antiken Schreibtisch beigesteuert, außerdem einen bunten, flaumig weichen Flukati-Teppich und ein Regal mit altem Blechspielzeug. Für ein zweites Kind war hier kein Platz. Und Anne brauchte einen Raum für sich. Die Sache mit dem Haus war insofern gar nicht so abwegig. Hatte sie Joachim grundlos brüskiert? Sie massierte ihre schmerzende Stirn. Hatte sie einen Haschkater? Gab's sowas überhaupt? Zu viele Fragen zu später Stunde. Anne fielen die Augen zu. Sie wachte erst wieder auf, als es draußen hell wurde und die Vögel zwitscherten. Sie war doch tatsächlich im Kinderbett eingeschlafen. Der Wecker von Lars zeigte sechs Uhr. Leise stand sie auf. Ob Joachim schon aufgewacht war? Ohne ein Geräusch zu machen, tapste sie zum Schlafzimmer und schob die Tür auf. Ja, er war wach. Saß im Bett, den Laptop auf den Knien. Schaute er sich Häuser an oder Pornos? Spontan beschloss sie, aufs Ganze zu gehen. Ohne guten Morgen zu sagen, fragte sie. Sag mal, was hältst du eigentlich von Internetpornos? Joachim fiel die Kinnlade runter. Er sah aus, als hätte Anne ihm einen Eimer Wasser ins Gesicht geschüttet. Wir können natürlich auch über das Haus reden, wenn du willst, sagte sie lässig. Ist vielleicht doch eine ganz gute Idee, so ein Eigenheim. Aber die Antwort auf meine Frage interessiert mich offengestanden brennender. Noch immer war Joachim unfähig zu sprechen. Seine Lippen formten irgendein Wort, das aber nicht recht heraus wollte. Okay, scheint die falsche Frage zu sein. Anne wechselte in den Piep, 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 wir haben uns alle lieb Tonfall von Frau Landmann. Hast du manchmal das Gefühl, dass unser Sexleben zu langweilig ist? Würde es dir gefallen, mal was Neues auszuprobieren? Hä? Joachim rieb sich die Augen, schüttelte den Kopf und sah dann seinen Laptop an, als sei ein Ufo auf seinen Knien gelandet. Ja oder nein, bohrte Anne nach. Allmählich begann sein Sprachzentrum zu arbeiten. Wie jetzt, ja oder nein? Sprichst du gerade vom Haus oder von, er schluckte, von unserem Sexleben? Anne tat so, als müsste sie ein Stäubchen von ihrem Blumenkleid klopfen, das sie seit fast 24 Stunden trug. Such dir was aus. Als sei er bei einer Gerichtsverhandlung, nahm Joachim Haltung an. Man sah förmlich, wie in seinem Hirn geschäftige Hektik ausbrach. Schließlich räusperte er sich. Punkt 1. Das Haus. Diesbezüglich können wir uns gern verständigen, wobei ich anmerken möchte, dass ich die Diffamierung meiner Eltern keinesfalls dulden werde. Punkt 2. Sex. Nein, langweilig ist er nicht. Und ja, etwas Neues ist mir immer willkommen. Das solltest du eigentlich anhand meiner Reaktion auf deine Strapse bemerkt haben. Unüberhörbar waren seine Anwaltsinstinkte erwacht. Strukturiertes Denken, einwandfreie Argumentation. Und das um 6 Uhr morgens. Anne musste lächeln. Das Ganze war schräg. Joachim mit seiner korrekten Sprache und seinen glasklaren Formulierungen. Auch Joachim lächelte. Auf einmal war das Eis gebrochen. Er streckte die Hand nach ihr aus. Komm her. Schon zwei Minuten später keuchte sich Joachim unüberhörbar auf den Höhepunkt zu. Nach nur zwei Minuten. Hallo? Oma Brownie hatte 24 Stunden Tantrasex. Anne vollführte eine ziemlich sportliche Seitenrolle, bis sie rittlings auf ihrem Mann saß. Unauffällig dirigierte sie seinen heftig bewegten Unterleib in Richtung Nachtschrank. Mit einer Hand öffnete sie die Schublade, holte den Gummiknebel heraus und schwenkte ihn im Rhythmus ihrer Bewegungen wie ein Lasso über Joachims Gesicht. Anne! Seine Augen traten aus den Höhlen. Was soll das? Etwas Neues sei ihm immer willkommen, hatte er gesagt. Jetzt bekam er was Neues, aber nicht zu knapp. Anne fand sich toll, gewagt und total sexy. Lass mich mal machen. Wie ein Cowboy auf einem jungen Fohlen bewegte sie ihre Hüften, während sie versuchte, die Riemen hinter Joachims Ohren festzuzurren. Wie ging das eigentlich? Sie hätte mal vor dem Spiegel üben sollen oder an einem Fußball. Anne! Verdammt! Die Riemen verhedderten sich. Egal. Ohne weitere Erklärung öffnete Anne den Mund ihres Mannes und schob den Knebel hinein. Joachim war so überrumpelt, dass er sich nicht wehrte, nur die Augen aufriss. Wie Pferdezügel hingen die Riemen seitlich herunter. Sah ein klein bisschen dämlich aus, aber er konnte sich ja nicht sehen. Äh, und jetzt? Da staunst du was? Versuchte sie es mit ihrer verruchtesten Stimme. Jetzt bist du mir ausgeliefert. Jetzt reite ich das unartige Fohlen. Sagte man so etwas, wenn man jemanden knebelte? Warum eigentlich nicht? Erlaubt ist, was gefällt, fand Anne, und ihr gefiel es. Naja, so mittel. Vorsichtshalber drückte sie den Knebel etwas tiefer in seinen Mund, damit Joachim ihn nicht ausspucken konnte. Zufrieden registrierte sie, dass er erstickte Schreie von sich gab. Eher war es ein leises, rhythmisches Grunzen. Wie praktisch, dachte sie. Das Ding macht auch den wildesten Sex geräuscharm. Sollte man jeder Familie mit hellhörigen Wohnungen und Kindern unter 18 empfehlen. Plötzlich wurde Joachims Körper von konvulsivischen Zuckungen erfasst. Anne jubilierte innerlich, auch wenn sich ihre eigene Erregung in Grenzen hielt, weil sie doch sehr auf die sachgerechte Handhabung des neuen Spielzeugs achten musste. Von einem Höhepunkt war sie Lichtjahre entfernt. Aber wenigstens Joachim würde einen gigantischen Orgasmus haben. Den Mega-Orgasmus. Den Orgasmus des Universums. Ein bisschen früh, aber er war nun mal ein Kurzstreckenläufer. Ein Hochgefühl erfasste Anne. Endlich wusste sie, worauf ihr Kerl stand. Merkwürdig nur, dass seine Erektion in sich zusammenfiel wie ein missglücktes Soufflé. Aus seinem geknebelten Mund erklangen Laute, die sich wie anhörten. War das erotisch? Und nun, ja nun stellte Anne fest, dass die heftigen Zuckungen keine Vorbeben eines absolut gigantischen, megamäßigen Super-Orgasmus waren, sondern dass sie aus der Gegend seines Zwerchfells kamen. Joachim wand und krümmte sich vor Lachen. Doch Anne hatte nicht vor, ihn so davon kommen zu lassen. Sie ritt um ihr Leben. Beherzt gab sie Joachim mit einer Hand seitliche Klatsche auf die Pobacken. Mit der anderen Hand hielt sie den Knebel fest. Und nun? Was hatte der Typ im Sexshop noch gesagt? Anne erinnerte sich schwach an etwas wie böser Junge. Du böser, böser Junge, hast du immer noch nicht genug? rief sie. Joachims Gesicht hatte inzwischen die Farbe reifer Pflaumen angenommen, wobei es eine gewisse Tendenz zu einem Auberginenton gab. Eine Ader auf seiner Stirn schwoll an, sein Brustkorb hob und senkte sich hektisch, aus seinem Mund drang gedämpftes Gebrüll. Plötzlich packte er Anne mit beiden Händen und warf sie ab wie ein junges Pferd den Cowboy. Er riss sich den Knebel aus dem Mund und lachte keuchend, lachte Tränen und zappelte mit den Beinen in der Luft. Anne, du bist zum Schießen, schrie er. Außer Atem sah sie ihn an. Hat es dir gefallen? Lachend rollte er sich hin und her wie ein kleiner, ausgelassener Junge, nicht wie ein böser, böser Junge. Dann stand er auf, mit Lachtränen in den Augenwinkeln. Kichernd sah er auf Anne herab. Das Leben kann schon verdammt hart sein, widerbrach er in Lachen aus. Du verrücktes Huhn, was hast du dir denn dabei gedacht? Anne war verstimmt. Na toll. War das jetzt gut oder schlecht? Das war das Komischste, was ich jemals erlebt habe, keuchte Joachim. Ich gehe mal unter die Dusche. Anne betrachtete die Gummikugel, die auf den Bettvorleger gerollt war. Sah so ihr künftiges Liebesleben aus? Sie nahm den Knebel, ging ins Badezimmer und schrubbte ihn mit Wasser und Seife ab, während Joachim, immer noch lachend, in der Dusche stand. Dann legte sie die Kugel zum Trocknen auf den Nachtschrank. Hatte sie sich lächerlich gemacht? Immerhin, sie hatten miteinander geschlafen. Statistisch gesehen eine Sensation nach der monatelangen Flaute. Tief atmend setzte sich Anne aufs Bett, beseelt von dem Gedanken, wenn wir so weitermachen, werde ich in nullkommanix schwanger. Eigentlich hatte Anne gehofft, dass es nun immer so weitergehen würde. Ging es aber nicht. Das Aufleben ihrer sexuellen Aktivitäten war ein Zwischenhoch gewesen, keine langfristige Wetterbesserung. Am nächsten Abend machte Joachim Überstunden in der Kanzlei. Ausgerechnet mit dieser Charlotte Stark, mit der er eine Unternehmensfusion vorbereitete. Er kam erst lange nach Mitternacht Heim. Anne schlief schon. Am Abend danach hatte er ein Treffen mit ehemaligen Studienkollegen, das ebenfalls bis spät in die Nacht dauerte. Am dritten Abend pennte er, wie gewohnt, vor dem Fernseher ein. Als wesentlich aktiver erwies sich Marc. Inzwischen hatte er sich beim Empfang des Fitnesscenters auch Annes Handynummer besorgt. Nun bombardierte er sie gnadenlos mit SMS-Botschaften. Hallo, schöne Frau, wie geht es dir? Wie steht's mit einem Training zu zweit? Hast du Lust auf einen Kaffee? Ich denk an dich. Und das, obwohl er wusste, dass sie verheiratet war. Wo andere den Scham-Schalter hatten, war bei ihm die Ich-find-mich-scharf-Taste. Standhaft löschte Anne alle Messages, ohne auch nur eine zu beantworten. Sie wollte keine Affäre. Sie wollte Joachim. Doch der hatte plötzlich wieder jegliches erotisches Interesse an ihr verloren. War der Einsatz der Gummikugel ein Reinfall gewesen? Jedenfalls erwähnte er sie nie wieder. Oder wartete er auf etwas Neues? Sie wurde einfach nicht schlau aus ihm. In jedem Fall verhielt er sich sehr merkwürdig. Am Morgen des vierten Tages, einem Freitag, eröffnete er Anne beim Frühstück, er fahre zu einer Fortbildung und komme erst am Sonntagabend zurück. Sie war platt und wütend. Wenigstens am Wochenende, so hatte sie gehofft, würde es zur Sache gehen. Und nun? Gähnende Leere, absolutes Vakuum. Schade, seufzte sie. Ich habe mich auf das Wochenende mit dir gefreut. Ist dieses Seminar denn wirklich so wichtig? Eher geistesabwesend als zärtlich langte er über den Tisch und streichelte ihren Arm. Schatz, es ist sogar sehr wichtig. Im Unternehmensrecht gibt es fortlaufend Gesetzesänderungen. Und meine Beförderung, nebst Gehaltserhöhung, bekomme ich nur, wenn ich auf dem Laufenden bleibe. Wir werden beide davon profitieren, also mach nicht so ein Gesicht. Mutti wird dich vermissen, sagte Anne Spitz. Er sah sie ernst, fast drohend an. Ich gehe davon aus, dass du mich würdig vertreten wirst. Lars und du, ihr könnt auch mal allein zu meinen Eltern fahren. Ich will aber lieber zu Oma Brownie, meldete sich Lars zu Wort. Sie hat gesagt, sie baut mir eine Schaukel. Eine kleine Pause entstand. Joachim versuchte, Anne zu hypnotisieren, indem er sie mit eisiger Miene fixierte. Sonntag ist Mutti-Tag, sonst geht die Welt unter, sollte das wohl heißen. Tja, Anne ließ zwei Zuckerwürfel in ihre Kaffeetasse plumpsen. Dies ist kein Wochenende wie jedes andere. Vorschlag? Papa kümmert sich um seine Karriere, Lars baut mit Oma Brownie die Schaukel und ich werde etwas für mich tun. Ein Paukenschlag hätte nicht weniger wirkungsvoll sein können. Es wurde mucksmäuschenstill am Tisch. Nur eine Fliege war zu hören, die sich brummend näherte und eine Punktlandung auf Joachims Marmeladenbrötchen hinlegte. Der Erste, der das Schweigen brach, war Lars. Mami, darf ich wirklich zu Oma Brownie? Muss ich nicht zu Oma Brav? Exakt, antwortete Anne, bevor Joachim es verbieten konnte. Oma Brav fällt aus. Jippie, ich gehe zu Oma Brownie, danke Mami. Lars sprang auf. Ausgelassen tanzte er um den Tisch herum und rief abwechselnd, Schaukel bauen und Oma Brownie. Joachim dagegen starrte düster auf sein Marmeladenbrötchen. Er machte nicht mal Anstalten, die Fliege zu verscheuchen. Was brütete er bloß aus? Einen Streit? Also gut, lenkte er zu Annes Erstaunen ein. An diesem Wochenende macht jeder seins, aber das muss eine Ausnahme bleiben. Klar soweit? Anne und Lars nickten stumm. Ich packe dann mal meine Sachen, erklärte er Kühl. Das Seminar geht schon heute Abend los. Wo findet es denn statt? erkundigte sich Anne. Wo? Die Frage schien ihn zu irritieren. In... Scheiße, wie hieß der Ort noch? Die Unterlagen liegen in der Kanzlei. Ist irgend so ein Tagungszentrum auf dem Land. Scheiße sagt man nicht, wurde er von Lars belehrt, der sich nicht die Gelegenheit entgehen ließ, den verbotenen Begriff gleich zweimal auszusprechen. Scheiße ist ein böses Wort. Anne runzelte die Stirn. Komisch, dachte sie. Erst überrascht Joachim uns aus heiterem Himmel mit diesem Seminar. Und jetzt weiß er nicht mal, wo er hin muss. Entweder er ist komplett überarbeitet oder... Nein, kein Oder, ermahnte sie sich. Anne hatte sich fest vorgenommen, keine eifersüchtige Ehefrau zu sein. Ihre Spionageaktion mit dem Laptop war schon schlimm genug gewesen. Ohne weitere Erläuterung verschwand Joachim im Schlafzimmer und kehrte fünf Minuten später mit seiner gepackten Reisetasche zurück. Ich rufe meine Eltern an und erzähle ihnen, dass wir alle drei übers Wochenende verreisen. Das schlucken sie am ehesten. Man darf aber nicht lügen, rief Lars entrüstet. Manchmal ist die Wahrheit zu grausam, lautete der knappe Kommentar seines Vaters. Komm, gib mir einen Abschiedskuss. Lars musste erst mal diese eigenwillige Interpretation von Wahrheit und Lüge verknusen. Sein Abschiedskuss fiel entsprechend halbherzig aus. Anschließend hielt Joachim Anne die Wange hin, so teilnahmslos, dass es sie fröstelte. Auf dem Weg zum Kindergarten gab es für Lars nur ein Thema, sein Wochenende bei Oma Brownie. Anne hatte nach dem Frühstück ihre Mutter angerufen und die war begeistert von der Wendung der Ereignisse gewesen. Schon am Nachmittag würde sie Lars von der Villa Sonnenschein abholen. Somit lag ein ganzes Wochenende vor Anne, das sie allein verbringen würde. Ein ganzes Wochenende nur für mich, dachte sie. Das hat es ja noch nie gegeben. Es freute und ängstigte sie zugleich. Klar, zweieinhalb Tage ohne Mann und Kind gaben ihr die Freiheit, zu tun und zu lassen, was sie wollte. Andererseits war die Vorstellung zu ungewohnt, um gleich euphorische Gefühle aufkommen zu lassen. Mama, warum ist die Wahrheit grausam? Tönte es aus dem Kindersitz. Na super, als Pädagoge war Joachim eine Null. Mit einem Satz hatte er einen der wichtigsten Erziehungsgrundsätze zerdeppert. Nun musste Anne die Scherben aufsammeln. Man darf nur im äußersten Notfall lügen, sagte sie. Normalerweise muss man immer bei der Wahrheit bleiben. Ach so, kurzes Überlegen. Ist Oma Brav ein Notfall? Das konnte man wohl laut sagen. Oma Brav hat dich ganz, ganz lieb, beteuerte Anne. Auf ihre Weise. Man merkt es nur nicht richtig. Aber sie wäre bestimmt traurig, wenn du ihr sagst, dass du lieber bei Oma Brownie bist. Nun hatte Lars wieder etwas, worüber er nachdenken konnte. Vor der Villa Sonnenschein herrschte hektischer Betrieb. Lauter bunt angezogene kleine Kinder quollen aus den Autos, lachten und schrien durcheinander, kaum gebändigt von ihren Eltern, die einander Guten Morgen zuriefen und nach Frau Landmann Ausschau hielten. Die Erzieherin wurde förmlich belagert. Jeder holte sich bei ihr die tägliche Dosis Elternstolz. Jeder wollte wissen, wie der Nachwuchs sich machte und natürlich wollte jeder gelobt werden. Lob verteilte Frau Landmann nämlich gern und ausgesprochen großzügig. Heute verzichtete Anne auf die Bestätigung, eine außergewöhnlich gute Mutter mit einem exorbitant begabten Kind zu sein. Sie gab Lars einen Kuss, winkte ein paar Müttern zu, die sie kannte und ging eilig zu ihrem Mini. Sie wollte Tess anrufen. Schließlich musste beratschlagt werden, was man mit dem freien Wochenende anstellen könnte. War es nicht die perfekte Gelegenheit, auf eine Sexrecherche zu gehen? In einen dieser Clubs, von denen Tess gesprochen hatte? Anne hatte schon ihr Handy in der Hand, als es an der Fensterscheibe der Beifahrertür klopfte. Sie sah zur Seite. Hinter der Scheibe erschien das Gesicht von Frau Landmann. Ihre Miene verhieß nichts Gutes. Leicht entnervt beugte Anne sich nach rechts und kurbelte die Seitenscheibe herunter. Der betagte Mini besaß, im Gegensatz zu Joachims teurer Limousine, keine elektrischen Fensterheber. Hallo, Frau Landmann, rief Anne betont fröhlich. Guten Morgen. Kann ich Sie kurz sprechen? Oh nee, nicht schon wieder. Außerdem, wieso eigentlich? Lars hatte doch hoch und heilig versprochen, nicht mehr elotisch zu sagen. Mit einem resignierten Stöhnen stieg Anne aus und umrundete den Wagen. Die finster zusammengezogenen Augenbrauen der Erzieherin machten ihr fast Angst. Frau Landmann hielt sich nicht lange mit Nettigkeiten auf. Sie zog etwas aus der Tasche ihrer wollweißen Steppjacke und hielt es Anne vor die Nase. Könnten Sie mir bitte mal sagen, was das ist? Einen Moment lang war Anne wie gelähmt. Fassungslos starrte sie das Ding an, das dicht vor ihrem Gesicht baumelte. Es war schwarz, es war rund, es hatte zwei schmale Riemen, es war der Mundknebel aus dem Sexshop. Das ist... Annes Kopf war leer wie eine Chipstüte, nachdem Joachim sie beim Fernsehen in die Finger bekommen hatte. Nicht ein winziger Krümel, nichts. Frau Landmann klang jetzt unerbittlich wie ein Staatsanwalt. Ich warte. Himmel, hilf! Beklommen betrachtete Anne die Gummikugel, während ihr der Schweiß ausbrach. Wie war Lars da rangekommen? Ihr fiel ein, dass sie den Knebel zum Trocknen auf den Nachttisch gelegt hatte. Oder hatte Lars etwa die Schublade ihres Nachtschranks durchwühlt? Und noch mehr zum Spielen gefunden? Die Handschellen zum Beispiel? Anne war einer Ohnmacht nahe. Plötzlich kam ihr die rettende Idee. Das ist ein Flummi! Eine Eingebung folgend nahm sie der Erzieherin die Kugel aus der Hand und warf sie auf den asphaltierten Parkplatz. Da blieb sie liegen. Sie hätte wieder hochspringen müssen, das wusste Anne so gut wie Frau Landmann. Sie werden sich vielleicht wundern, woher ich solche Sachen weiß, sagte die Leiterin der Villa Sonnenschein. Aber ich habe im Internet recherchiert. Dies ist ein Knebel, wie er bei Fesselungspraktiken üblich ist. Nicht, dass mich ihre erotischen Vorlieben etwas angehen, auch wenn ich gestehen muss, dass ich sowas abscheulich finde. Aber in Kinderhand gehören solche Dinge nicht. Sie sind mir eine Erklärung schuldig. Zack, bumm, bäm. Sie hatte die Worte wie Salven auf Anne abgeschossen. Jetzt ging es um alles. Um Anne's Ruf, um ihre Ehre, um ihre Berechtigung, Lars in diesen Kindergarten gehen zu lassen. Es war nicht leicht gewesen, einen Platz in der Villa Sonnenschein zu ergattern. Die Warteliste war Kilometer lang. Nicht zuletzt hatte Anne's Mutter mit ihrem alternativen Lebensstil Frau Landmann überzeugt. Joachim dagegen hatte bei der Bewerbung einen weniger guten Eindruck hinterlassen. Er wollte, dass Kinder Ordnung, Disziplin und Pünktlichkeit lernten und quasi das Abitur machten, bevor sie in die Schule kamen. Das war überhaupt nicht gut angekommen. All das schwirrte durch Anne's Kopf, während sie fieberhaft nach einer Antwort suchte. Wenigstens eins hatte sie von Joachim gelernt. In Gefahr und höchster Not bringt der Mittelweg den Tod. Und Angriff ist die beste Verteidigung. Na, dann mal viel Vergnügen. Anne plusterte sich auf. Frau Landmann, ich bin entsetzt, völlig entsetzt, von Ihnen. Diese Gummikugel habe ich zusammen mit anderem Spielzeug auf dem Flohmarkt gekauft. Das ist nur ein ganz normaler, völlig harmloser Ball. Was für eine schmutzige Fantasie muss man haben, um etwas anderes darin zu sehen. Frau Landmann wurde blass um die Nasenspitze. Sie biss sich auf die Lippen und strich sich nervös eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Doch Anne war noch nicht fertig. Auch ihr Liebesleben geht mich nichts an. Aber ich wage mir gar nicht vorzustellen, womit sie ihre Freizeit verbringen, offenbar mit Internetpornos. Und jemand wie sie will unsere Kinder erziehen? Frau Landmann war am Ende. Hilflos stand sie da, mit zuckenden Mundwinkeln. Auf der Stelle weckte sie Annes Mitleid. Eigentlich war die Erzieherin ganz in Ordnung, sogar schwer in Ordnung. Aber warum musste sie auch immer den Polizisten spielen? Ich habe nicht die Absicht, diesen Vorfall an die große Glocke zu hängen, erklärte Anne großmütig. Tun Sie in Ihrer Freizeit, worauf Sie Lust haben. Nur lassen Sie Ihre zweifelhaften Fantasien bitte zu Hause und verschonen Sie mich mit weiteren Verdächtigungen. Damit gab sich die Erzieherin endgültig geschlagen. Entschuldigung, flüsterte sie. Was für ein schreckliches Missverständnis. Kann ja mal vorkommen, sagte Anne freundlich. Sie nehmen Ihre Aufgabe eben sehr ernst und dafür bin ich Ihnen ehrlich dankbar. Es kann keine bessere Erzieherin geben als Sie. Auf einmal ging die Sonne im verfinsterten Gesicht von Frau Landmann auf. Wirklich? Aber ja, natürlich. Anne legte ihr eine Hand auf die Schulter. Und jetzt laufen Sie zu den Kindern. Sie warten bestimmt schon sehnsüchtig auf Sie. Jeder mag Sie. Jeder schätzt Sie. Kinder wie Eltern. Das stimmte sogar. Wir vergessen einfach dieses kleine Gespräch. Abgemacht? Abgemacht, antwortete Frau Landmann mit einem Seufzer der Erleichterung. Und danke. Das ist sehr nett von Ihnen. Aus dem Auto hörte man die Fanfare einer SMS. Tja, dann einen schönen Tag. Die Pflicht ruft. Meine Mutter holt Lars nachher ab, nur dass Sie Bescheid wissen. Oh, Ihre Mutter. In den Zügen der Erzieherin malten sich Respekt und Begeisterung. Sie ist eine bemerkenswerte Frau. Mein großes Vorbild. Ohne Frage hatte Frau Landmann keinen blassen Schimmer, dass Oma Brownie Cannabis anbaute und eine Expertin für Tantrasex war. Es waren gleich drei Messages, die Anne auf ihrem Handy fand, nachdem sie wieder in den Wagen gestiegen war. Nummer eins stammte von Joachim. Danke für dein Verständnis. Dicker Kuss J. Die zweite SMS hatte Tess geschickt. Morgen Mittag, wie immer, in Loretta's Loft. Die dritte SMS, wie konnte es anders sein, war eine Baggerbotschaft von Marc. Ich muss dich sehen, schöne Frau. Während Anne den Motor anließ, atmete sie tief ein und aus. So hatte sie es damals beim Yoga gelernt. Zehn Sekunden ein, zehn Sekunden aus. Es war der Auftakt für eine Reihe von Entspannungsübungen. Ihr Blutdruck musste kurz vorm Kollaps sein. Der Sonnengruß wäre jetzt perfekt gewesen, um ihren ratternden Puls zu besänftigen. Doch sie musste sich sputen, um rechtzeitig in der Praxis zu sein, also nur atmen. Zehn Sekunden ein, zehn Sekunden aus. Sie bog auf die Schnellstraße zum Stadtzentrum ein. Die Auseinandersetzung mit Frau Landmann hatte fast ihre gesamte Energie verbrannt. Dennoch konnte sie mit dem winzigen Rest gleichzeitig Autofahren, tiefenentspannt atmen und nachdenken. Erstens darüber, was es mit Joachims Seminar auf sich hatte. Zweitens, ob sie weiterhin mit Tess erotisches Neuland erkunden sollte. Und drittens, wie sie Marc mit Anlauf aus ihrem Leben kickte. Das nannte man Multitasking. Als sie mit wehendem Mantel die Treppe zur Praxis von Dr. Ahrenson hochlief, hatte sie keins der drei Rätsel gelöst. Zu spät war sie zu allem Überfluss auch noch. Hinter dem Empfangstresen saßen Laila und Birte, die gerade versuchten, die Patientendateien im Computer zu finden. Guten Morgen, rief Anna außer Atem. Sorry, ich bin im Kindergarten aufgehalten worden. Geht gleich los. Eine Sekunde. Nachdem sie ihre Sachen verstaut hatte, hastete sie zur Toilette und sendete Tess eine SMS. Ab heute Mittag ohne Kind und Mann. Und zwar bis Sonntagabend. Pläne? Das musste fürs Erste genügen. Marc würde sie sich später vornehmen. Und Joachim? Tja, was war mit Joachim? Es war das erste Mal, dass er ein Wochenend-Seminar besuchte. Sonst fanden seine Fortbildungen in der Arbeitszeit statt. Ein schlechtes Zeichen? Oder nur die Einsatzbereitschaft eines äußerst ehrgeizigen Familienvaters? Wir haben es geschafft, verkündete Laila, als Anne im weißen Kittel nach vorn kam. Wir sind drin. Unwillkürlich musste Anne an das Gespräch mit Dr. Ahrenson denken. War Laila zuzutrauen, dass sie Medikamente stahl? Unmöglich. Sie war ein feiner Kerl. Und Birte? Nein, auch sie machte nicht den Eindruck, als ob sie etwas mitgehen ließ. Ihr seid echt begabt, sagte Anne. Kompliment. Aber jetzt übernehme ich und ihr könnt euch wieder den Patienten widmen. Sind nur scheintote alte Daddys im Wartezimmer, beschwerte sich Laila. Wann kommt denn dein Sahneschnittchen mal wieder vorbei? Anne lächelte säuerlich. Marc zur Hölle mit ihm. Ja, der Typ mit dem Totenkopf-Shirt, der ist ein Schuss, gluckste Birte. So wie der aussieht, hat er bestimmt gepierste Genitalien. Die beiden Arzthelferinnen brachen in Lachen aus. Jetzt reichte es Anne aber. Nur damit das mal klar ist, ich kenne den Kerl so gut wie gar nicht. Außerdem bin ich glücklich verheiratet. Dein Mann war doch der Typ im Anzug, oder? fragte Laila. Ja, wieso? Das junge Mädchen kicherte. Die hat total süß mit uns geflirtet. Stille Wasser sind tief, würde ich sagen. Flirtig? Süß? Joachim? Sag bloß, Anne verzog den Mund. Nicht, dass du was Falsches denkst. Angemacht hat er uns natürlich nicht, warf Birte schnell ein. Nun guck nicht so böse, lachte Laila. Freu dich doch, dass dir gleich zwei Männer Rosen schenken. Aber wenn ich diese Auswahl hätte, lieber ein stürmischer Lover als ein windiger Ehemann. In ihr Lachen mischte sich eine sonore Männerstimme. Meine Damen, wir sind hier nicht auf einer Party. Ungehalten musterte Dr. Ahrenson seine Mitarbeiterinnen. Keine von ihnen hatte bemerkt, dass er in den Empfangsraum gekommen war. Bei der Arbeit, Chef, flötete Laila. Komm, Birte, wir bereiten die Untersuchungsstühle vor. Damit zogen die beiden jungen Frauen ab und Dr. Ahrenson verschwand wieder in seinem Sprechzimmer. Anne blieb allein zurück. Mit Worten, die wie Ohrfeigen auf ihren Wangen brannten. Süß und flirtig, hatte Laila Joachim genannt. Die Bemerkung über windige Ehemänner hatte ihr vollends den Rest gegeben. So also wirkte er auf ihre Kolleginnen. Das Telefonklingeln riss sie aus ihren trüben Gedanken. Und schon wurde sie in die Mühle der Routine gezogen. Termine vereinbaren, Patienten empfangen, Daten aufnehmen. Aber Anne war nicht ganz bei der Sache. Mal verwechselte sie ein Datum, dann wieder schrieb sie einen Namen falsch. Von wegen Routine. Sie konnte sich kaum richtig konzentrieren. Immer wieder überlegte sie, wie sich Joachim wohl gab, wenn sie nicht dabei war. In ihrer Gegenwart verhielt er sich korrekt, schaute auch nie anderen Frauen hinterher, wie es manche Männer taten. Täuschte sie sich in ihm? Was war mit dieser Charlotte Stark, seiner Kollegin? War er zu ihr auch süß und flirtig? Sobald die Mittagspause anbrach, floh sie förmlich aus der Praxis. Nur weg, nur nicht Laila und Birte begegnen. In einer Bäckerei holte sie sich ein Käsebrötchen, obwohl sie überhaupt keinen Hunger hatte. Dann schlenderte sie in einen nahen Park. Auf einer Bank ließ sie sich nieder und biss in das Brötchen. Es war ein reiner Vernunftakt. Sie hatte beim Frühstück kaum was runterbekommen und nochmal wollte sie nicht umkippen. Gerade als sie widerwillig den letzten Bissen des Käsebrötchens verdrückt hatte, klingelte ihr Handy. Tess klang munter, richtig aufgekratzt. Hey, sturmfreies Wochenende! Ist ja super! Worauf hast du Lust? Sollen wir zusammen trainieren? Warst du überhaupt schon mal im Fit for You diese Woche? Nein, war ich nicht. Anne wischte ein paar Brötchenkrümel von ihrer Jeans. Ich könnte Marc begegnen und das wäre mir sehr unangenehm, so wie der auftritt. Kannst du mal mit ihm reden? Diese dauernden SMS von ihm machen mich noch wahnsinnig. Dem werde ich die Meinung geigen, schnaubte Tess. Wäre ja wohl noch schöner, wenn du dich nicht ins Studio traust. Was ist mit heute Abend? Wollen wir zusammen was kochen? Bernd ist nicht da. Wir könnten in Ruhe reden. Ja, reden war gut. Es gab so vieles zu besprechen. Ich bin um acht da, sagte Anne. Soll ich was mitbringen? Einen leichten Weißwein, gute Laune und jede Menge Spaß, antwortete Tess. Bis dann, Schnecke. Nachdenklich betrachtete Anne ihr Handy. Sollte sie oder sollte sie nicht? Schon den ganzen Morgen über wisperte eine kleine, fiese Stimme in ihrem Ohr. Ruf in der Kanzlei an, horch mal den Huber aus, was das für ein Seminar ist, für das Joachim sein Wochenende mit der Familie opfert. Und sogar die Kaffeetafel bei Mutti. Doch sie verwarf den Gedanken wieder. Seit Hermann Huber sie in Strapsen erlebt hatte, verspürte sie wenig Lust auf ein Gespräch mit ihm. Wusste die Sekretärin vielleicht genaueres? Kam auf einen Versuch an. Anne rief Joachim nie bei der Arbeit an. Das hatte er ihr quasi verboten. Er wollte halt nicht gestört werden. Nur SMS auf sein Handy waren erlaubt, so lautete seine Regel. Ihre Finger bebten, als sie die Nummer der Auskunft wählte und sich mit der Kanzlei verbinden ließ. Zwei Freizeichen später meldete sich Frau Vollmer, die Sekretärin. Anne hatte sie einmal flüchtig bei einer Weihnachtsfeier kennengelernt. Ja, bitte? Hier ist Anne Westheimer. Oh, Frau Westheimer, Anna. Schade, ihr Mann ist gerade raus. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Er wird pünktlich am Flughafen sein. Finde ich ja großartig, dass er mit Ihnen und Ihrem Sohn für ein Wochenende nach Sardinien fliegt. Wir alle haben Verständnis dafür, dass er telefonisch nicht erreichbar sein wird. Sie wissen ja, Herr Dr. Huber liebt es, knifflige Fälle auch mal am Wochenende durchzugehen. Leider sind wir zurzeit dünn besetzt. Einige Kollegen sind im Urlaub. Aber so viel, wie ihr Mann arbeitet, hat er sich eine Auszeit verdient. Sardinien. Innerhalb einer Sekunde stürzte Anne's Welt zusammen. Frau Westheimer, quakte es aus dem Handy. Sind Sie noch dran? Frau Westheimer? Willkommen in der Versuchsküche, rief Tess. Du bist die Erste, die mein sensationelles neues Chicken Curry probieren darf. Sie trug ein rosa geblümtes T-Shirt-Kleid und darüber eine rot-weiß karierte Schürze, auf der quer der Schriftzug »Hier kocht der Chef« gedruckt war. Anne folgte ihr durch den langgestreckten Flur voller bunter, abstrakter Gemälde in die offene Küche, an die sich ein Essbereich und ein großzügiges Wohnzimmer anschlossen. Als erfolgreiche Investmentbankerin konnte sich Tess ein schickes Loft leisten. Das Ganze wirkte luxuriös, ohne mit Schnickschnack aufzutrumpfen. Hellgraue Wände, anthrazitfarbene Möbel, grau-weiß gebeizte Dielenbretter. Die einzigen Farbtupfer waren auch hier großformatige Gemälde in Knallfarben. Auf dem Edelstahltresen standen zwei Champagnergläser. Während Tess eine Flasche Champagner aus dem Kühlschrank holte, sank Anne auf einen Barhocker vor dem Tresen. Sie stand noch immer unter Schock. Seit dem Telefonat mit der Kanzlei hatte sie keinerlei Emotionen gezeigt. Sie hatte weder geweint noch geschrien oder sonst wie reagiert. Etwas in ihr war abgestorben. Ich habe schon ein paar Pläne in petto, schwatzte Tess drauflos. Morgen früh stellen wir unsere Körper im Fitnessstudio. Danach futtern wir uns die abtrainierten Funde bei Loretta wieder an. Und abends geht es in die verbotenen Zonen der Erotik. Was sagst du? Mit vor Unternehmungsgeist gerötetem Gesicht, goss sie die Gläser voll und schob eins zu Anne rüber. Jetzt erst fiel ihr auf, dass ihre Freundin wie ein Schluck Wasser in der Kurve hing. Schnecke? Ist dir nicht gut? Anne konnte nicht antworten. Wo anfangen, wo aufhören? Hey, was ist mit dir? Tess lief um den Tresen herum und legte einen Arm um die Schultern ihrer Freundin. Du bist ganz grün im Gesicht. Mit ihrem letzten Rest Galgenhumor sagte Anne, gestern stand ich noch am Rande des Abgrunds. Heute bin ich schon einen Schritt weiter. Wie jetzt? In welchen Abgrund bist du gerauscht? Ich glaube, krächzte Anne heiser. Ich glaube, Joachim betrügt mich. Jetzt war es heraus. Sie fühlte sich wie ein geprügelter Hund. Alles tat ihr weh. Mein kleiner Sonnenschein, giftete Tess, immer optimistisch, immer gut drauf. Aber jetzt mal im Ernst, wie kommst du denn auf so einen Blödsinn? Das ist kein Blödsinn, flüsterte Anne. Willkommen auf der Resterampe meiner großen Liebe. Was würdest du denn denken, wenn Bernd dir erzählt, er hätte ein Wochenendseminar? Und dann erfährst du, dass er auf eine Lustreise nach Sardinien fliegt. Betroffen schlug Tess die Hand vor den Mund. Sag das nochmal. Dadurch wird es auch nicht besser, erwiderte Anne matt. Ich wäre ja froh, wenn es nicht stimmte, aber die Tatsachen sprechen gegen Joachim. Tess warf sich kämpferisch in Positur. Meine Meinung steht fest. Bitte verwirre mich nicht mit Tatsachen. Joachim liebt dich. Sicher, er ist nicht der leidenschaftliche Romeo, den du dir wünschst. Er ist eben Joachim, der verdrahtete, knochentrockene Anwalt. Aber fremdgehen? Niemals. Zumindest würde das erklären, warum er monatelang nicht mit mir geschlafen hat und warum er sich Anregungen aus dem Internet holt. Wer auch immer die Frau ist, mit der er mich betrügt, wahrscheinlich stellt sie mehr Ansprüche als ich. Nun war es vorbei mit Annes Beherrschung. Von einer Sekunde auf die andere brach sie in Tränen aus. Ich komme mir so doof vor, schluchzte sie. So grotend doof. Verführung, Reizwäsche, Sexspielzeug. Der Zug ist längst abgefahren. Übrigens … Sie holte ein Taschentuch aus ihrer Handtasche und schnäuzte sich. Lars hat den Mundknebel gemopst und mit in den Kindergarten genommen. War ein Riesenskandal. Ich dachte schon, die Erzieherin schmeißt uns raus. Tess fiel es schwer, ernst zu bleiben. Er hat was? Ach, ist nur ein unwichtiges Detail, gemessen an dem ganzen Desaster, sagte Anne müde. Aber ein saukomisches Detail, kicherte Tess. Oh Mann, riechst du das? Sie rannte zum Herd, wo es aus einem bauchigen Topf rauchte und qualmte. Verdammt, der Reis! Sie riss den Topf vom Serankochfeld, wuchtete ihn in die Spüle und ließ Wasser hinein, das zischend verdampfte. Dann stellte sie die Abzugshaube an. Nicht so schlimm, Anne spielte deprimiert mit ihrem Ehering. Ich hab sowieso keinen Hunger. Kommt überhaupt nicht in die Tüte, widersprach Tess. Wir essen jetzt erst mal was Anständiges. Und dann erzählst du mir noch mal ganz genau, was passiert ist. Eine Stunde und einige Gläser Champagner später hatte Tess ein Wunder vollbracht. Schritt für Schritt kraxelte Anne aus dem tiefen Tal der Tränen, in das sie gefallen war. Immer wieder hatte Tess sie beschworen, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Meist klärten sich solche Vorfälle irgendwie auf, beteuerte sie. Anne solle jetzt bloß nicht einknicken. Indubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, krönte Tess ihr flammendes Plädoyer für Joachim. Kann doch zum Beispiel sein, dass er die Fortbildung dem ollen Huber verheimlicht, damit er den Überraschungseffekt auf seiner Seite hat. Vergiss nicht, Joachim ist super ehrgeizig. Na ja, könnte hinkommen, gab Anne ihrer Freundin zögernd recht. Siehst du, nicht immer gleich schwarz sehen. Zufrieden kratzte Tess den letzten Rest Chicken Curry von ihrem Teller. Und dafür, dass ich nicht kochen kann und wir das Zeug ohne Reis essen mussten, war's gar nicht mal so übel, oder? Es war delikat, lobte Anne das Essen, auch wenn dieses Curry so scharf war, dass man damit Löcher in den Tisch hätte ätzen können. Chili, grinste Tess, soll sich sehr anregend beim Sex auswirken. Womit wir beim eigentlichen Thema des Abends wären. Und das wäre? Fragte Anne. Operation Erotik, antwortete Tess knapp. Zwei Frauen in geheimer Mission. Nee, lass mal, stöhnte Anne. Ich muss mich erst von dem Schock mit der Sardinienreise erholen. Außerdem hat Joachim einen Lachanfall bekommen, als ich den Gummiknebel ausprobiert habe. Ach was, wischte Tess den Einwand weg. Das sind nur kleine Startschwierigkeiten. Und Trübsalblasen bringt dich auch nicht weiter. Ich muss dir sowieso noch was beichten. Damit hatte sie Annes Interesse geweckt. Was denn? Da Bernd so lauwarm temperiert ist, wollte ich nach langer Zeit mal wieder wissen, wie es ist, wenn's richtig heiß hergeht. Genießerisch schloss Tess die Augen. Und habe mir, tja, einen Seitensprung genehmigt. Wie taktvoll, murmelte Anne. Du erzählst mir, ich soll keine Gespenster sehen und dann gehst du selbst fremd? War doch nur einmal, verteidigte sich Tess. Außerdem, zwischen Joachim und mir bestehen ja wohl himmelweite Unterschiede. Er ist ein verheirateter Mann, untadelig und korrekt. Ich dagegen befinde mich in einer dahindümpelnden Beziehung und bin eine Chaos-Queen. Anne schüttelte missbilligend den Kopf. Ein One-Night-Stand ist wohl kaum geeignet, Beziehungsprobleme zu lösen. Was heißt hier One-Night-Stand? Erstens war es nicht Nacht und zweitens haben wir nicht gestanden. Typisch Tess. Sie war immer eine wilde Maus gewesen. Schon damals, vor zehn Jahren, als sie gemeinsam im Yoga-Kurs gewesen waren, hatte sie nichts anbrennen lassen. Seither schwirrte sie wie ein Bienchen von Blüte zu Blüte. Bestimmt war das aufregend. Besonders glücklich hatte es Tess allerdings nicht gemacht, fand Anne. Tess, tu mir den Gefallen und beende nicht schon wieder eine feste Beziehung. Du wirst nicht jünger. Willst du nicht irgendwann eine Familie gründen? Kinder? Du sprichst von Kindern? Als hätte sie auf etwas Bitteres gebissen, verzog Tess das Gesicht. Ich glaube, das ist nicht mein Ding. Das habe ich auch lange behauptet, erwiderte Anne. Ich bin ja auch jahrelang rumgeflippt und habe erst mit 32 geheiratet. Bereut habe ich es nie, auch wenn die Ehe manchmal eine verflixt harte Sache ist. Sichtlich verstimmt stand Tess auf und ging zu der Hightech-Musikanlage, die an der Stirnwand des Esszimmers auf einem Sideboard stand. Sie wählte den digitalen Speicher an und einen Augenblick später fluteten federleichte Klavierklänge den Raum. Mozart hilft immer, wenn man den moralischen hat, erklärte sie. Der klimpert alle Sorgen weg. Es stimmt schon. In stillen Momenten denke ich schon über sowas nach. Heiraten, Kinder, das ganze Programm. Vielleicht habe ich Angst vor der Verantwortung. Auf einmal ging Anne auf, warum Tess Joachim so vehement verteidigte. Sie wollte ein Paar in ihrer Nähe, das funktionierte. Sie wollte es einfach, weil sie es brauchte. Durch Anne erlebte Tante Tess, zumindest am Rande mit, was sie selbst nicht besaß, eine Familie. Wie einsam sie sein musste hinter der ewig munteren Fassade. Wie einsam und frustriert. Bernd war nur eine Notlösung für Tess und allmählich dämmerte Anne, dass ihre Freundin drauf und dran war, schon wieder vor einer festeren Beziehung wegzulaufen. Du hast keine Angst vor der Verantwortung, sagte sie. Du hast Angst vor dir selber, vor deinen weichen Seiten, vor dem, was sich zeigt, wenn du Mutter wirst. Bleib dran, spring nicht ab. Bernd ist möglicherweise kein Traumprinz, aber welcher Mann ist das schon? Meine kleine Hobbypsychologin, lächelte Tess versöhnlich. Gut, ich verspreche es. Ich gebe Bernd noch eine Chance. Ein Grund mehr, dass wir mit unserer geheimen Mission weitermachen sollten, oder? Dein freies Wochenende sollten wir ausnutzen. Gleich morgen Abend. Ich habe auch schon was ausgespäht. Den Playland Club, das Paradies der Lack- und Leder-Community. Da können wir bestimmt was lernen. Ach, ich weiß nicht. Joachim kommt doch Sonntagabend wieder, stimmt's? Überrasche ihn mit den Handschellen. Und dieses Mal stilecht. Morgen sehen wir uns an, wie die Fesselnummer läuft. Betrachte es als ein Ehecoaching. Ich habe von Anfang an gesagt, dass es nicht reicht, sich irgendwelche Sachen im Sexshop zu kaufen. Ein Computer kann man schließlich auch nur richtig benutzen, wenn man vorher eine Schulung hatte. Das klang einleuchtend. Gerade noch in der trostlosesten Stimmung schöpfte Anne wieder Hoffnung. Ja, sie wollte wissen, was hinter verbotenen Türen geschah. Wenn sie das nächste Mal etwas Neues ausprobierte, sollte Joachim nicht lachen, sondern staunen und stöhnen. Und seine Frau mit neuen Augen sehen. Leider ließ sich ihr Argwohn nicht ganz vertreiben. War Joachim wirklich auf einer Fortbildung? Sonst nichts? Unversehens meldete sich das kleine Teufelchen in ihr, das eine ganze Weile geschwiegen hatte. Es war ein unwiderstehliches Bild, das dieses freche Teufelchen ihr eingab. Joachim, mit Handschellen ans Bett gefesselt, ihr hilflos ausgeliefert. Dazu ein wenig heißes Kerzenwachs und es würde ein leichtes sein, die Wahrheit über das Wochenendseminar herauszufinden. Es war halb zehn am Samstagmorgen. Mit wachsender Aufregung wartete Anne in der Cafeteria des Fitnessstudios auf Tess. Ihre Glieder fühlten sich an wie Blei. Nur mit äußerster Willenskraft hatte sie sich hierher gezwungen. Neidvoll beobachtete sie zwei junge Frauen am Tresen, die grellbunte, schnittige Sportklamotten trugen und taufrisch wirkten. Anne hatte einen ihrer alten Yoga-Anzüge aus verwaschener, pfirsichfarbener Baumwolle an. Viel zu trotschig, viel zu eng. Aber das musste erst mal reichen. Das Probeabo war teuer genug. Wo Tess nur blieb, dabei hatten sie doch abgemacht, sie sollte pünktlich sein. Sowas Blödes aber auch. Anne hatte sich derart in ihre Markphobie hineingesteigert, dass sie ernsthaft fürchtete, er werde sie anfallen wie ein liebestolles Tigermännchen, sobald er sie sah. Nervös klopfte sie im Rhythmus der Musik auf der Tischplatte herum. Heute Morgen wurde das Studio nicht von Wellnessklängen beschallt, sondern von aufpeitschendem Minimal-Techno. Tacke-tacke-tack. Die armen Buddhas. Ein paar Satzfetzen von den beiden Frauen am Tresen drangen durch den lärmenden Sound an Anne's Ohr. Ist echt hinter ihr her? Mark hat... Glaubst du wirklich? Weiß keiner. Die ist neu hier. Ach du Liebesbisschen, die redeten über Mark. Hatte sich etwa schon rumgesprochen, dass er ihr nachstellte? Schöne Frau! Anne schreckte zusammen. Sie musste sich gar nicht erst umdrehen, um zu wissen, wer hinter ihr stand. Hilfe! Tess, verflixt, wo bist du? Rette mich! Und schon schob sich das Naturereignis in menschlicher Gestalt in ihr Gesichtsfeld. Massig, männlich, riesenhaft und sehr sexy, wie Anne trotz ihrer Urängste vor diesem animalischen Wesen feststellen musste. Du siehst aus, als ob du eine Extradosis Koffein gebrauchen könntest, sagte Mark. Er wartete keine Antwort ab. Mit raubtierhaften Bewegungen ging er zur Bar, wo er einen kleinen Tumult auslöste. Hallo, Mark! schallte es ihm zweistimmig entgegen. Die beiden jungen Frauen umarmten ihn mit übertriebenen Gesten und hauchten ihm rechts und links Küsschen auf die Wangen. Die lachen so breit, dachte Anne, die könnten jetzt ein Brötchen quer essen. Total bescheuert. Einen doppelten Espresso für die Lady da drüben, brüllte Mark, um das Gekicher und Geschnatter der Frauen zu übertönen. Auf der Stelle verstummten die beiden. Anne hatte das ungute Gefühl, dass sämtliche Anwesenden sie plötzlich anstarrten. Und dass jeder in der Cafeteria von Fitness4U dachte, wieso die denn? Ausgerechnet die mit der nicht vorhandenen Taille und dem ausgeleierten Baumwollanzug? Ja, alle dachten das, ganz bestimmt. Bis auf einen, Mark. Er schien überhaupt nicht zu bemerken, dass Anne hier das absolute Mauerblümchen war. In Siegerlaune setzte er sich in Bewegung. Die kurze Sporthose und das knappe Trägerhemd gewährten freien Blick auf das Spiel seiner eindrucksvollen Muskulatur. Es war wie ein Unfall. Ob man wollte oder nicht, man musste einfach hinschauen. Wie machte er das nur? Wie brachte er diesen Gang zustande? Lässig, aber mit voller Körperspannung, wie ein Tiger, der sich anschlich, immer bereit zum Sprung? Nein, er fiel sie nicht an. Stattdessen ließ er sich neben Anne am Tisch nieder und sah ihr herausfordernd in die Augen. Es war ein Wunder, dass das filigrane Stühlchen nicht unter ihm zusammenbrach. Dein Espresso kommt gleich. Und jetzt verrate mir mal, wieso du nicht auf meine SMS antwortest. Er roch gut, kein bisschen verschwitzt, obwohl seine Haut feucht glänzte, einfach nur nach Sex, überwältigend. Vorsicht, jetzt nur nicht schwach werden, warnte ihre innere Stimme. Das Teufelchen in ihr war allerdings ganz anderer Meinung. Halleluja, jubilierte es, er steht auf dich. Mark, du bist leider unmöglich, sagte Anne. Ich bin verheiratet und zwar sehr, sehr glücklich. Was sollen deine SMS? Du machst mich ganz verrückt. Dann mache ich ja was richtig. Selbstgefällig rieb er seinen prallen Bizeps. Das faustgroße Tattoo darauf stellte einen Panther dar mit gefletschten Zähnen. Was hältst du davon, wenn wir ein bisschen überflüssige Energie abbrennen? Ich meine erst mal an den Geräten. Gar nichts halte ich davon, entgegnete Anne heftig. Ich trainiere mit Tess, sie muss jeden Moment kommen. Ah, Tess. Seine Augen leuchteten auf. Die ist fast so heiß wie du. Wollte er sie etwa eifersüchtig machen? Da hatte er sich aber geschnitten. Schön, endlich haben wir einen Gewinner im Charme-Wettbewerb. Wenn dir Tess so gut gefällt, dann versuch's doch bei ihr. Aber nimm dich in Acht. Sie ist genauso in festen Händen wie ich. Uhu, muss ich mich fürchten? fragte Mark mit gespielter Angst. Ist der Kerl von Tess auch so dürftig gebaut wie dein Mann? Sorry, Lady, aber die Jungs müssten erst mal ins Trainingslager, bevor sie mir eins auf die Mütze geben können. Zornig schob Anne die Espressotasse beiseite, die die Kellnerin vor sie hinstellte. Mein Mann ist Anwalt. Wenn du mich weiter bedrängst, kann er dir mir nichts, dir nichts eine Anzeige anhängen. So, da hast du's, du Spatzenhirn. Normalerweise versteckte sich Anne nicht hinter Joachim. Das hatte sie nicht nötig. Doch in diesem Fall waren stärkere Geschütze angebracht. Mark zuckte nicht mit der Wimper. Sieh an, ein Kollege. Wie bitte? Der Muskelberg mit Spatzenhirn war Anwalt? Es war nicht zu übersehen, wie Mark ihre Verblüffung genoss. Hättest du nicht gedacht, was? Anne war außerstande, sich Mark in Schlips und Jackett vorzustellen. Wie verpackte man einen Tiger in Nadelstreifen? Ließ er sich seine Anzüge maßschneidern? Anwalt, interessant, sagte sie so beiläufig wie möglich. Naja, ist ein Beruf wie jeder andere auch. Schnecke, klang es plötzlich aus dem Hintergrund. Wie ein Taifun rauschte Tess heran, in roter Lederjacke und rosa Leggings, bewaffnet mit einer giftgrünen Sporttasche. Für einen Augenblick sah es so aus, als wollte sie Mark die Tasche über den Schädel ziehen. Wie oft soll ich es dir noch sagen, schnauzte sie ihn an. Anne ist tabu, kapiert? Du lässt sie gefälligst in Ruhe. Sie will hier nur trainieren, keinen depperten Muckimann abschleppen. Seelenruhig stand Mark auf. Okay, okay, ich lasse die Damen allein. Ihr habt euch bestimmt eine Menge zu erzählen. Der Espresso geht auf mich, ist klar. Er zwinkerte Anne vertraulich zu, dann wandte er sich zum Gehen. Alle Blicke folgten ihm, während er aufreizend langsam die Cafeteria verließ. Das Raubtier, das sich seiner Kraft nur allzu bewusst war. Kaum war Mark draußen, als überall getuschelt wurde, am Tresen und an sämtlichen Tischen. Tut mir leid, entschuldigte sich Tess. Erst habe ich verschlafen, dann fand ich keinen Parkplatz. War es sehr schlimm. Wusstest du, dass er Anwalt ist? Platzte Anne mit der Neuigkeit heraus. Der? Tess starrte in die Richtung, in der Mark verschwunden war. Was für ein Anwalt? Ein Spezialist für Sexualdelikte oder was? Hab ich ihn nicht gefragt, antwortete Anne. Ist ja auch egal. Wollen wir loslegen? Ich zieh mich nur noch um, sagte Tess. Gib mir eine Minute. Die Wartezeit nutzte Anne, um ihre Mutter anzurufen. Es dauerte ein wenig, bis sie ranging. Anne, alles in Ordnung? Im Hintergrund hörte man Vogelgezwitscher und Kinderlachen. Das wollte ich dich fragen. Hier läuft es wunderbar, berichtete Oma Brownie. Lars hat geschlafen wie ein Bär und zum Frühstück zwei Dinkelbrötchen mit Honig gegessen. Ein paar Nachbarskinder sind vorbeigekommen. Jetzt schaukeln alle. Was machst du? Anne schirmte das Handy mit der freien Hand ab, um die wummernden Techno-Beats abzudämpfen. Ich lasse den Tag auf mich zukommen. Ist etwas ungewohnt, so ein Wochenende allein. Kann ich verstehen. Mach was draus, meine Kleine, ja? Ich gönne es dir von Herzen. Danke, Schuchu, raunte Anne in das Handy. Hab dich lieb. Das hatte sie lange nicht mehr gesagt. In den letzten Jahren war ihr Verhältnis nicht immer einfach gewesen. Zu unterschiedliche Lebensstile, zu unterschiedliche Ansichten. Aber seit dem Nachmittag mit den Haschkeksen spürte Anne wieder die alte Verbundenheit mit ihrer Mutter. Hab dich auch lieb, mein Hase, kam es liebevoll aus dem Handy. Finde deinen Weg. Ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst. Eine Welle der Zärtlichkeit überrollte Anne. Danke nochmal. Mach's gut. Sie beendete das Gespräch. Finde deinen Weg. Auf einmal wurde Anne klar, wie lange ihre Mutter gebraucht hatte, um ihren eigenen Weg zu finden. Wie viele Irrungen und Wirrungen hinter ihr lagen, wie viele innere und äußere Reisen, bis sie glücklich in ihrem Gartenhäuschen gelandet war. Lars konnte keine bessere Großmutter haben als Oma Brownie. Tess erschien, in einem pink- und schwarz gemusterten, wurstpellenartigen Sportanzug. Sie schien kaum Luft zu bekommen in dem Ding. In ihrer rechten Hand schwenkte sie ein zitronengelbes Frottee-Handtuch. An die Geräte, kommandierte sie. Jetzt drücken wir dem Wellfleisch zu Leibe. Es war kurz vor drei Uhr am Nachmittag, als Anne in die Wohnung zurückkam. Sie fühlte sich großartig. Eigentlich hatte sie erwartet, nach dem Training noch schlaffer zu sein als sowieso schon. Doch der Sport hatte ihr gut getan. Sie fühlte sich stark und kräftig. Daran hatte auch der Lunch in Loretta's Loft nichts geändert, weil sie sich auf einen figurschonenden Salat beschränkt hatte. Ohne das gebutterte Knoblauchbrot, das sie sonst so gern dazu aß. Während des Trainings hatte Mark brav Abstand gehalten. Natürlich nicht, ohne ihr immer wieder freche Blicke zuzuwerfen. Der alte Schlawiner, voll auf Testosteron. Akzeptierte er, dass sie nicht an einer Affäre interessiert war? Oder hatte Tess ihn abgeschreckt? Anne holte sich eine Flasche Wasser aus der Küche und trank sie fast ganz aus. Ah! Das Blut schien schneller durch ihre Adern zu fließen. Pulsierte unter ihrer Haut, weckte jede Zelle einzeln auf. Was doch das bisschen Bewegung ausmachte. Während sie zum Badezimmer schlenderte, checkte sie zum wiederholten Mal ihr Handy. Die einzige SMS, die von Joachim eingetrudelt war, bestand aus einem Guten Morgen, verlebe einen schönen Tag. Ziemlich nichtssagend. Oder ein Zeichen dafür, dass alles im grünen Bereich war? How deep is your love? summte Anne vor sich hin. Diesmal war es eher eine Frage als eine Feststellung. Wie tief war Joachims Liebe? Wollte er überhaupt ein zweites Kind? Würden sie für immer zusammenbleiben, bis sie alt und grau waren? Würden sie in 20, 30 Jahren noch Lust aufeinander haben? Dafür musste sie definitiv Abwechslung in ihr eheliches Liebesleben bringen. Mit diesen Gedanken zog Anne sich aus und stellte die Dusche an. Sie hatte zwar schon im Fitnessstudio geduscht, aber sie wollte noch einmal das heiße Prasseln und Prickeln auf ihrer Haut spüren. Wohlig dehnte sie sich in dem Wasserstrom. Heute Abend würde sie mit Tess auf Abwegen wandeln. Ihre experimentierfreudige Freundin war offenbar zu allem entschlossen. Und sie selbst? Das Türklingeln machte Annes Überlegungen ein Ende. Das musste Tess sein. Sie war heimgefahren, um sich umzuziehen und ein paar Besorgungen zu machen. Den Nachmittag wollten sie gemeinsam mit Vorbereitungen für den Abend der Abende verbringen. Anne stellte die Dusche aus, warf ihren Bademantel über und tapste mit nackten Füßen zur Tür. Hallo Süße, bereit für den Bodycheck? fragte Tess statt einer Begrüßung. Sie schwenkte eine Tüte. Eine schwarze Tüte. Ich wüsste nicht, was mich davon abhalten sollte. Wie herrlich es doch war, die Wohnung einmal ganz für sich zu haben. Sie würden ungestört sein, was selten oder nie vorkam. Tess hielt Anne die Tüte hin. Schau mal rein. Ich habe mir extra für heute Abend noch ein Nietenhalsband zugelegt. Dir habe ich auch eins mitgebracht. Ich bin doch kein Schäferhund, sagte Anne. Willst du mich an der Leine rumführen? Abwarten. Heute Abend sehen wir vermutlich noch ganz andere Sachen. Also, Generalprobe in Kostüm und Maske? Kein Problem. Anne schaute in die Tüte. Ist ja abgefahren. Sie holte zwei schwarze Lederhalsbänder heraus und hielt sich eines an die Kehle. Wuff, 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 wuff. Tess verkniff sich das Lachen. Sie setzte ihr strengstes Gouvernantengesicht auf. Bitte den nötigen Ernst nicht vergessen. Eine Viertelstunde später standen sie kichernd vor dem Badezimmerspiegel und schminkten sich gegenseitig. Tess trug ihre schwarze Lederkorsage und halterlose Strümpfe. Anne hatte ihre rote Spitzenkorsage angezogen. Die Lederhalsbänder passten ausgezeichnet dazu. Jetzt umrandeten sie ihre Augen dick mit Kajal. Ich habe übrigens noch was angestellt diese Woche, bekannte Tess übermütig. Meine Blitzaffäre hatte einen Anlass. Ich war bei einem Speed-Dating. Stillhalten, befahl Anne, die gerade versuchte, mit dem Kajalstift eine möglichst gerade Linie auf dem rechten Oberlied von Tess zu ziehen. Und wieso machst du sowas? Ist das nicht so eine komische Veranstaltung, wo man immer nur drei Minuten Zeit hat, jemanden kennenzulernen? Ich hatte kürzere Beziehungen, gluckste Tess. Jetzt gib mal nicht so an. Außerdem habe ich dich zu Bernd verdonnert, bis in alle Ewigkeit. Sie brachen in Lachen aus und Anne musste noch mal von vorn anfangen mit dem Kajalstift. Alles war verschmiert. Gerade zog sie ein Papiertuch aus der Kleenexbox, als sie ein metallisches Geräusch hörte. Alarmiert hielt sie inne. »Hörst du das?« flüsterte sie. Tess lauschte angestrengt. »Was denn?« »Da dreht sich ein Schlüssel im Wohnungstürschloss.« Die beiden sahen sich an, mit schreckgeweiteten Augen. »Um Himmels Willen«, japste Anne. »Joachim! Wieso kommt er denn schon heute wieder? Er darf uns nicht so sehen. Das wäre der Super-Gau. Der denkt sonst, ich hätte mich für einen anderen Mann so aufreizend angezogen oder dass wir hier gleich eine Orgie veranstalten.« Tess unterdrückte einen Schrei. »Wir müssen uns verstecken.« Dafür blieb kaum noch Zeit. Schon sprang die Wohnungstür auf. So schnell Anne konnte, zerrte sie Tess ins Schlafzimmer. Es war ein Klassiker, aber ihr fiel nichts anderes ein. Lautlos öffnete sie die Tür des großen, mannshohen Kleiderschranks, schob Tess hinein und quetschte sich hinterher. Dann zog sie die Schranktür von innen zu, während sie mit der anderen Hand Halt an der Kleiderstange suchte. Atemlos lauschten die beiden Freundinnen, eingezwängt zwischen Kleidern, Mänteln und Anzügen. Was ging hier vor? Anne Sirn feuerte einen Adrenalinstoß nach dem anderen ab. Ihr Herz klopfte bis zum Hals, in ihren Ohren gelte ein hoher Pfeifton. Warum kam Joachim vorzeitig zurück? Hatte er es sich anders überlegt, nach seinem kühlen Abgang gestern? War sein Seminar ein Reinfall gewesen? Oder hatte er sich doch mit irgendeiner Schlampe vergnügt und wollte nun reumütig in den Schoß der Familie zurückkehren? Man hörte Geräusche, die offensichtlich aus der Küche kamen. Die Kühlschranktür quietschte. Schränke wurden klappernd geöffnet und geschlossen. Suchte Joachim etwas? Ihn hatte ja wohl kaum der Hunger nach Hause getrieben. Obwohl Anne gerade erst geduscht hatte, spürte sie, wie sich ein Schweißrinnsal in ihrem Nacken löste und den Rücken hinunter ran. Jetzt erst merkte sie, dass Tess sich an sie klammerte wie eine Ertrinkende an ein Stück Treibholz. Tief bohrten sich ihre Fingernägel in Annes Haut. »Aua!«, flüsterte Anne. »Es mich gefälligst los!« Doch Tess war gar nicht ansprechbar. Zitternd hielt sie sich an Anne fest, den Blick unverwandt auf den knapp Zentimeterbreiten Schranktürspalt gerichtet, durch den man ins Schlafzimmer sehen konnte. Auch für sie war es eine hochpeinliche Situation. Joachim mochte sie ohnehin nicht besonders, weil sie so frech und unkonventionell war. Wenn er sie jetzt auch noch im Domina-Outfit überraschte... Anne kollabierte fast, als sie Schritte auf dem Flur hörte, der zu den hinteren Räumen führte. Was passierte denn jetzt? Falls Joachim vorhatte, einen Anzug aus dem Schrank zu nehmen, konnte sie ihr Testament machen. Wonach sah es denn aus? Sie und Tess, aufreizend zurechtgemacht, in sündiger Wäsche, geschminkt wie Huren vom Straßenstrich. Nach einem Kaffeekränzchen? Nein, nach einem kalt geplanten Seitensprung. In heller Panik, aber auch ein bisschen verwundert, hörte sie, wie Joachim die Tür zur Abstellkammer öffnete. »Herrje, was suchte er denn nun eigentlich?« Bumm! Die Tür wurde zugeworfen. Joachims Schritte kamen näher. Jetzt drückte er die Klinke der Schlafzimmertür herunter. »Nein, bitte nicht!« Zu spät. Die Tür ging auf. Gleich würde die Erde beben, ein Tsunami anrollen, der Himmel einstürzen und das alles gleichzeitig. Man nannte es auch Weltuntergang. Gleich? Jetzt! Der Schweiß lief Anne mittlerweile in Strömen am Körper herunter. Ihre Augen waren weit aufgerissen. In ihrem Kopf dröhnte es. Da. Plötzlich sah sie etwas durch den Spalt, was sie fast um den Verstand brachte. Sie schloss kurz die Augen und öffnete sie wieder, in der Hoffnung, dass es nur eine Ausgeburt ihrer schlimmsten Höllenfantasien war. Aber es war immer noch da. Es war dick. Es war rosa. Es war Mutti. Systemabsturz. Anne war nicht mehr sie selbst. Wie in Trance durchlebte sie den grässlichsten Albtraum ihres Lebens. Kein Schicksal konnte so teuflisch sein wie dieses. Am ganzen Leib bebend hing sie an der Kleiderstange und hielt krampfhaft die Schranktür von innen zu. Tess zerkratzte derweil ihren Rücken. Das hier war nicht steigerungsfähig. Dagegen wirkte ihr Strapsauftritt vor den Herren der Kanzlei wie eine launige Einlage. Ihr stockte der Atem, als sie sah, wie sich die pudelartige lila Dauerwelle ihrer Schwiegermutter über das ungemachte Bett beugte. Noch nie hatte Anne diese Frau so gehasst. Prüfte sie etwa, ob sich Spuren ehelicher Lust auf dem Laken finden ließen? Wie krank war das denn? Während ihr vor lauter Angst fast schwarz vor Augen wurde, regte sich ein unbändiger Zorn in Anne. Hatte doch Joachim seiner Mutter tatsächlich einen Wohnungsschlüssel überlassen? Das Wort Vertrauensbruch reichte gar nicht aus für diese Bodenlosigkeit. Hieß das etwa, Mutti stampfte mit der ihr eigenen Distanzlosigkeit nach Belieben durch die Wohnung, wenn Anne zur Arbeit war? Schnüffelte rum? Fahndete nach belastendem Material, um ihre Schwiegertochter zu kontrollieren? Plötzlich schnellte die Dauerwelle ruckartig nach oben. Verdammt! Hatte Mutti Verdacht geschöpft? Hatte sie etwas gehört? Weder Anne noch Tess gaben auch nur den leisesten Mucks von sich. Aber diese Hexe besaß bestimmt so etwas wie einen sechsten Sinn, den böse Schwiegermutterinstinkt. Prompt erschien ihr feistglänzendes Gesicht hinter dem Spalt zwischen den Schranktüren, nur etwa eineinhalb Meter entfernt. Okay, das war's. Anne kniff fest die Augen zu. Ganz, ganz fest. Wie ein Kind, das meint, es könne sich auf diese Weise unsichtbar machen. Die Stützstrümpfe ihrer Schwiegermutter rieben sich sirrend aneinander, als sie auf den Kleiderschrank zuging. Na los, dachte Anne. Versetz mir den Todesstoß. Ich kann nicht mehr. Ring! Das Telefon schellte. Anne öffnete die Augen. Ihre Schwiegermutter war stehen geblieben und horchte. Klick! Schon setzte sich der Anrufbeantworter in Bewegung. Joachims Stimme, freundlich und souverän. Guten Tag, hier sind die drei Westheimers, leider nur vom Band. Schön, dass Sie anrufen. Hinterlassen Sie bitte eine Nachricht. Wir rufen gern zurück. Piep! Wieder Joachims Stimme, dieses Mal leicht gehetzt. Hallo, ihr beiden Süßen. Hier ist Papa, wollte mich nur mal melden. Alles gut bei euch? Vermisst ihr mich? Ich freue mich schon auf morgen Abend. Lars, kleiner Kumpel, Papa bringt dir was Schönes mit. Bis dann! Mit dem Gesicht ihrer Schwiegermutter ging etwas vor, das Anne mit größter Faszination und einer guten Portion Schadenfreude registrierte. Die Frau war nicht die hellste Kerze am Weihnachtsbaum, doch selbst Mutti kapierte augenblicklich zwei Dinge. Zum einen, dass Anne und Lars nicht verreist waren. Und zum anderen, dass sie, prinzipiell jedenfalls, jederzeit zur Haustür hereinkommen konnten. Das war ein dicker Hund. Mit letzter Kraft hielt sich Anne an der Kleiderstange fest und betete, dass sie halten würde. Schwedische Möbelhäuser waren für ihr putziges Design und ihre niedrigen Preise bekannt, nicht aber für solide Verarbeitung. Währenddessen spielte sich eine Tragödie im Gefühlshaushalt ihrer Schwiegermutter ab. Sie wusste jetzt, dass ihr Mustersohn sie angeschwindelt hatte mit der angeblichen Reise zu dritt. Außerdem musste sie befürchten, auf frischer Tat ertappt zu werden. Husch, weg war sie. Hinter dem Spalt war plötzlich nur noch das Bett zu sehen. Man hörte eilige Schritte, die sich Richtung Wohnungstür entfernten. Ein bisschen Geraschel, ein Schlüssel klirrte. Schon wurde die Tür aufgerissen und fiel krachend ins Schloss. Hektisches Schlüsseldrehen. Dann war alles ruhig. Anne hätte vermutlich noch eine halbe Stunde bewegungslos an der Kleiderstange gehangen, wenn Tess nicht mit einem dumpfen Knall gegen die Schranktür gedonnert und anschließend auf dem Bettvorleger gelandet wäre. Oh Gott, stöhnte sie. Oh mein Gott. Nur langsam löste sich Anne aus ihrer unbequemen Pose. Sie war vollkommen fertig mit der Welt. Einmal Hölle und zurück, das war ein bisschen viel auf einmal. Mit zitternden Beinen stieg sie aus dem Kleiderschrank. Ich dachte, ich sterbe, jammerte sie. Ich bin schon tot, sagte Tess mit Grabesstimme. Alle Viere von sich gestreckt saß sie da und blinzelte Anne an. Ihre Augen brauchten offenbar eine Weile, um sich nach dem dunklen Dämmer des Kleiderschranks an das Tageslicht zu gewöhnen. Anne massierte ihre abgestorbenen Finger. Wir sind dem Inferno entronnen. Sie hätte mich fertig gemacht, diese Teufelin. Scheiße nochmal, fluchte Tess. Wer war das? Das, liebe Tess, war meine Schwiegermutter. Ich muss sie Mutti nennen. Mit offenem Mund sah Tess erst zur Tür, dann Anne an. Und du empfiehlst mir zu heiraten? Polterte sie nach einer Schrecksekunde los. Das ist ja grauenhaft. Eine Schwiegermutter, die jederzeit in deine Wohnung reinsemmeln kann, wann es ihr passt. Und das nimmst du einfach hin? Ich hab's ja gar nicht gewusst, antwortete Anne empört. Nie im Leben hätte ich damit gerechnet, dass Joachim ihr einen Schlüssel gegeben hat. Was ne Flachzange, deine Schwiegermutter? Tess schüttelte sich. Schleicht sich hier rein, guckt in die Zimmer, in die Schränke. Sogar in die Abstellkammer, ergänzte Anne. Aber der Höhepunkt der Geschmacklosigkeit kommt erst. Du hast es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Die Alte inspiziert das Bettlaken, sieht nach, ob das heilige Sperma ihres Sohns drauf ist. Wenn das mal kein schöner Gedanke ist, grinstete es. Anne war weiß vor Wut. Ich könnte mich übergeben. Vor ihrem geistigen Auge erschienen die vielen kleinen intimen Dinge, die im Grunde harmlos waren, aber nicht für die Augen einer Schwiegermutter bestimmt. Ein Haar im Waschbecken, ihre Tampons, ein getragener Slip, der beim Wurf in den Wäschekorb sein Ziel verfehlt hatte. Angebissene Frühstücksbrötchen auf dem unaufgeräumten Esstisch. Die Botschaften, die sie Joachim auf kleine gelbe Zettel schrieb und an den Garderobenspiegel klebte. Alles in allem keine Geheimnisse, aber eben Dinge, die zur Intimsphäre gehörten. Ich würde Joachim auf DIN A4 falten, wenn er morgen nach Hause kommt, schimpfte Tess. Eigentlich müsstest du ihn ein Vierteljahr auf Sexentzug setzen, aber das ist natürlich nicht das, was du vorhast. Glaub mir, zischte Anne. Sex mit Joachim ist das Letzte, woran ich momentan denke. Ich bin voll auf mit der Frage beschäftigt, wie ich meine Schwiegermutter umbringe. Ratengift? Auftragskiller? Was meinst du? Besorg dir schon mal einen guten Therapeuten. Du bist schwer traumatisiert. Anne ließ sich auf das Bett fallen. Immer wieder aufs Neue quälte sie die Vorstellung, dass Mutti vielleicht schon jahrelang die Wohnung filzte, ihr nachspionierte, in Schränken und Schubladen herumwühlte. Wann war sie wohl das letzte Mal da gewesen? Hatte sie die Handschellen gefunden? Den Mundknebel? Hatte sie die Corsage befingert? Die Strapse? Nein, beruhigte sich Anne. Das hätte sie bestimmt schon rausposaunt. Mutti war keine aus der Dezentenabteilung. Die haute ohne Filter alles raus. Ich brauche keinen Therapeuten, presste sie hervor. Ich brauche jetzt einen Schnaps. Einen simplen, ordinären Schnaps. Alkohol ist keine Lösung, sagst du doch sonst, spottete Tess. Anne überhörte die Bemerkung. In der Küche steht eine Flasche Wodka unter der Spüle. Ich muss mich innerlich reinigen und dann schrubbe ich die Wohnung, bis meine Hände bluten. Mir wird ganz schlecht, wenn ich daran denke, dass diese Frau alles angetatscht hat mit ihren Wurstfingern. Nun mach mal halblang, sagte Tess. Das mit der inneren Reinigung geht in Ordnung, aber für Großreinemachen ist die Zeit zu schade. Hast du Eiswürfel? In der Kühltruhe liegt ein ganzer Beutel voll. Sofort kam wieder Leben in Tess. Sie rappelte sich auf und lief in die Küche. Ich führe eine Ehe zu dritt, dachte Anne beklommen. Von Anfang an hatte ihre Schwiegermutter in alles reingeredet. In die Hochzeitsfeier, in die Wohnungseinrichtung, in die Urlaubsplanung. Nichts ging ohne Mutti. Auch die Idee mit dem Haus war bestimmt auf ihrem Mist gewachsen. Vermutlich hatte sie vor, in ein paar Jahren samt Gatten ganz zu Joachim und Anne zu ziehen. Das Gästezimmer war nur der Anfang vom Ende. Und Joachim, das brave Muttersöhnchen, sagte natürlich zu allem Ja und Armen. Nicht zuletzt deshalb, weil seine Eltern das Haus mitfinanzierten. Wer die Kohle hat, der hat die Macht. Das sagte Oma Brownie auch immer. Bitte sehr, einmal Wodka auf Eis. Tess hielt ihr ein Glas hin, das mit einer klaren Flüssigkeit und Eiswürfeln gefüllt war. Ein zweites Glas hielt sie hoch in die Luft. Auf unsere Rettung! Zur Hölle mit allen penetranten Schwiegermüttern dieser Welt! Und jetzt, endlich, konnten sie lachen. Aus vollem Halse. Sie lachten sich schief und krumm und konnten gar nicht mehr aufhören. Im Kleiderschrank abhängen, der neue Sport, rief Anne. Kommissar Mutti auf Spermasuche, kreischte Tess. Anne kugelte sich vor Lachen. Die kennt noch nicht den Spruch. Sei nett zu deiner Schwiegertochter. Sie sucht dir später das Altersheim aus. Mit großer Geste brachte Tess einen Toast aus. Auf Mutti, die Favoritin für die goldene Arschkarte. Oha, sollen wir da jetzt wirklich reingehen? Wie ein kleines Schulmädchen, das ein Gedicht aufsagen soll, trat Anne von einem Fuß auf den anderen. Playland Club, blinkte es hoch oben über ihrem Kopf vor dem schwarzen Nachthimmel. Die Neonschrift warf irrlichternde rote Reflexe auf die Hauswand und auf ihre Gesichter. Anne und Tess standen vor einem schäbigen, heruntergekommenen Gebäude, in einer Gegend, in die Anne nicht mal tagsüber gefahren wäre. Der Bürgersteig war mit Müll übersät. In den Hauseingängen lungerten zwielichtige Gestalten herum. Bestimmt alles Kriminelle. Drogenhändler, Mafiosi, irgendwas in der Richtung. Anne hatte das Gefühl, ihr könnten jederzeit ein paar Kugeln um die Ohren fliegen. Jetzt nur nicht die Nerven verlieren, beschwichtigte Tess ihre Freundin. Im Internet sah der Playland Club total seriös aus. Kostet ja auch eine ganze Menge Eintritt. 50 Euro pro Nase. Da spaziert nicht jeder Penner rein. Komm schon. Noch nie hatte Anne etwas derart Verbotenes getan. Sicher, sie war als junge Frau kein Kind von Traurigkeit gewesen, aber es hatte sich immer um Blümchensex gehandelt, um sauberen, gesunden Sex und nicht um Praktiken der harten Art. Falls Tess aufgeregt war, ließ sie es sich jedenfalls nicht anmerken. Mit ausdrucksloser Miene hielt sie Anne die verwitterte Tür auf. Sie führte in einen düsteren Gang, an dessen Ende eine kleine, schwach beleuchtete Launenschlag, mit niedrigen Ledercouchen und einem Empfangstresen. Der baumlange, glatzköpfige Mann dahinter war eine furchterregende Erscheinung. Kein Zentimeter Haut ohne Tätowierung. In seinen Lippen, Ohren, Augenbrauen und Nasenflügeln klimperten unzählige Piercings. Er trug eine schwarze Lederhose und eine dazu passende Lederweste auf der nackten Haut. »Willkommen im Playland«, begrüßte er die beiden Frauen. »Seid ihr das erste Mal hier?« Sie nickten stumm und ziemlich eingeschüchtert. »Dann erkläre ich euch erst mal, wie es funktioniert.« Er förderte zwei Flyer aus den Tiefen des Tresens zutage. »Freitags ist unser Schnupperabend. Da könnt ihr einfach so vorbeikommen, Leute kennenlernen, quatschen. Ist auch ein Masseur da, der euch entspannt ins Wochenende knetet.« »Heute ist aber Samstag«, warf Anne ein. »Richtig«. Der Hühner streifte sie mit einem angenervten Blick. »Heute ist unsere mystische Playnight. Eigentlich nichts für Anfänger. Sie steht unter dem Motto »Fix it«. »Verstehe kein Wort«, raunte Anne. »Dutes?« Dem Mann war es nicht entgangen. Mit der Geduld einer Kindergärtnerin dozierte er weiter. »Fixieren bedeutet so viel wie Fesseln. Ihr könnt es euch aussuchen. Handschellen, Ketten, Klebeband, Seil, Folie, Zwangsjacke.« »Zwangsjacke? Das wäre was für deine Schwiegermutter«, kicherte Tess. Der strafende Blick des Lederriesen ließ sie wieder ernst werden. »Das Fessel-Equipment ist im Eintrittspreis inbegriffen«, fuhr er fort. »Ihr müsst nur an der Bar danach fragen. Gummiknüppel und Lederpeitschen kosten extra, die Getränke natürlich auch.« »Ahem, Gummiknüppel? Lederpeitschen?« Am liebsten hätte Anne auf der Stelle die Flucht ergriffen. Vielleicht gab es Dinge, die man besser nicht erfuhr, und sie hatte nicht vor, Joachim mit Folterwerkzeugen zu überraschen. Tess reckte das Kinn vor. »Gibt's auch Flutscher hier?« »Flogger«, Anne stupste Tess mit dem Ellbogen an. »Das Teil heißt Flogger. Mann, war das peinlich.« »Klar«, erwiderte der Mann mit einem abschätzigen Grinsen. »Wer von euch wird denn gefixt?« »Ihr wollen doch nur zugucken«, dachte Anne. Aber der Typ sah nicht so aus, als ob er es auf zahlendes Publikum abgesehen hätte, das aus sicherem Abstand heraus das Geschehen beobachtete. »Zwei Hausfrauen auf Sightseeing-Tour. Nur gucken, nicht anfassen«, waren hier ganz bestimmt nicht erwünscht. Todesmutig hob sie also die Hand. »Ich?« »Du willst dich fesseln lassen?« Jetzt war es Tess, die Anne in die Seite knuffte. »Das war aber nicht abgemacht.« »Und wenn schon, mitgefangen, mitgehangen.« »Könnten sich die Damen vielleicht mal einigen?«, fragte der Mann. Er gähnte gelangweilt und schob eines seiner Stachelarmbänder etwas höher, sodass man das Tattoo darunter in voller Schönheit bewundern konnte. Einen rosenumwundenen Phallus. »Geht klar. Ich fixe meine Freundin«, erklärte Tess. Anne musste schon wieder lachen. »Aber fix, wenn's möglich ist.« »Ich bin jetzt schon fix und Foxy«, platzte Tess los. Sie lachten Tränen. »Seid ihr sicher, dass ihr die richtige Location erwischt habt?«, unterbrach der Typ in Leder ihr munteres Geplänkel. »Wir sind hier nicht im Häkelklub.« »Ganz sicher«, bestätigte Anne und blinzelte ihre Lachtränen weg. Sie holte ihr Portemonnaie heraus, aber Tess kam ihr zuvor. Flink zog sie zwei Fünfzig-Euro-Scheine aus ihrer Handtasche und legte sie auf den Tresen. »Der Abend geht auf mich. Auch wenn ich mehr ackern muss als du, meine liebe Anne. Schließlich kannst du gemütlich abhängen und ich muss dich fesseln.« »Davon träumst du aber auch nur«, dachte Anne. Sie hatte nicht die Absicht, die Nacht als verschnürtes Postpaket zu verbringen. »Da drüben ist der Umkleideraum«, brummte der Mann, während er die beiden Geldscheine in seine Lederhose steckte. »Samstags keine Straßenkleidung, nur Lack, Leder, Fetisch, Fantasy, Grunge. Hauptsache, ihr zeigt eure Reize.« Nonchalant öffnete Tess ihren Mantel, unter dem sie nichts als ihr Halsband, ihre Lederkorsage, einen Lederslip und halterlose Strümpfe trug. Der Typ starrte kurz darauf, dann nickte er das Outfit ab. »Und du?« wandte er sich an Anne. Es widerstrebte ihr, bei dieser Fleischbeschau mitzumachen. Trotzig verschränkte sie die Arme über ihrem Trenchcoat. »Ich habe eine rote Spitzenkorsage und Strapse an. Irgendwelche Beschwerden?« »Ah«, sagte der Mann anerkennend, »eine Zofe in einer süßen Spitzenkorsage. Du wirst viele Fans haben. Zofen sind hier sehr beliebt. Stehe ich auch total drauf.« »Du kannst mich mal«, grollte Anne innerlich. »Dir mache ich garantiert nicht, die Zofe. Wäre ja wohl noch schöner.« Er gab ihnen zwei schwarze Augenmasken und demonstrierte, wie man sie aufsetzte. Tess legte ihre Maske an. »Wie sehe ich aus?« »Wie einer von den Panzerknackern«, kicherte Anne. »Und ich?« »Wie Zorros kleine Schwester«, gluckste Tess. »Da lang«, schloss der glatzköpfige Hühne seine Einweisung ab. Er zeigte auf eine schmale Tür. »Daneben sind die Toiletten, falls die Damen sich noch mal erleichtern wollen. Kondome gibt's im Automaten. Viel Spaß, man sieht sich.« Wollte immer schon mal eine Anfänger-Zofe erziehen. »Das war doch einfach nicht zu fassen!« Anne drehte sich abrupt um und zog Tess hinter sich her. Hatte er sie tatsächlich so plump angemacht? Was bildete der sich ein? Dagegen war Mark ja ein Kavalier alter Schule. »Da hat aber jemand eine Eroberung eingesackt«, stichelte Tess vergnügt, während sie durch die Tür schritten. »Kannst ihn haben, den tätowierten Vollpfosten? Der hat ja wohl ein Piercing im Hirn. Ich und eine Zofe, so weit kommt's noch!« Als sie die Umkleide betraten, einen voll verspiegelten Raum mit Metallspinden, verstummten sie. Ein paar mittleren Alters zog sich gerade um. Und das Seltsame war, die beiden sahen so gar nicht nach extravaganten Gelüsten aus, eher wie die netten Nachbarn von nebenan. Er mochte Anfang fünfzig sein, Typ freundlicher Sparkassenangestellter. Sie konnte man sich gut als engagierte Verkäuferin hinter der Käsetheke vorstellen. »Hallo«, lächelte die Frau. »Kennen wir uns schon?« Weder Anne noch Tess antworteten. Wie vom Donner gerührt, starrten sie das Lackensemble an, das die Frau gerade festzurrte. Im Grunde bestand es nur aus ein paar schmalen Streifen, die alles, wirklich alles freiließen, was anständige Damen schamhaft verhüllten. Die Frau war praktisch nackt? Nein, nackter als nackt. Dies war eine Ungenierte zur Schaustellung. »Guido«, sagte der Mann völlig unbefangen und strickte Anne die Hand hin. »Gundula«, stammelte Anne. Sie versuchte krampfhaft, das kümmerliche Gemächt zu ignorieren, das aus seinem Lackhöschen baumelte. »Und ich bin Ducky«, behauptete Tess. Allgemeines Händeschütteln wie auf einer x-beliebigen Stehparty. So sah das verruchte Nachtleben der mystischen Playnight aus. Fehlten nur noch die Käsehäppchen. Als das Paar weg war, explodierte Tess. Sie lachte so heftig, dass sie sich auf eine der metallenen Bänke setzen musste. Auch um Anne war es geschehen, sie hielt sich den Bauch vor Lachen. »Hallo, Gundula«, kreischte Tess. »Kennen wir uns schon?« »Ich schmeiß mich weg. Wie kommst du denn auf den Namen?« »Gundula Landmann, so heißt die kreuzbrave Erzieherin von Lars«, prustete Anne aufs Neue los. »Und wer ist Ducky?« »So heißt der Hund meiner Tante Gerda«, keuchte Tess. Sie konnte sich gar nicht mehr beruhigen. »Ist ein Dakel!« Plötzlich ging die Tür auf. Diesmal waren es zwei Männer, die sich für die mystische Playnight fertig machen wollten. Wie auf Kommando hörten Anne und Tess auf zu lachen. Aufmerksam musterten sie die Neuankömmlinge, die ihrerseits interessierte Blicke auf die beiden Freundinnen warfen. Der eine Mann war groß, schlank, blond, etwa Ende dreißig und im eleganten Freizeitlook gekleidet, beigefarbener Kaschmierpullover, edle Designerjeans, teure Loafers. Der andere war noch etwas größer, deutlich älter, dunkelhaarig, mit grauen Schläfen. Er trug schwarze Jeans, ein schwarzes Seidenhemd, ein gut geschnittenes schwarzes Jackett. Keine Sparkasse, keine Käsetheke. Anne tippte auf Werbeagentur oder Immobilien. Vielleicht arbeiteten sie auch im Management irgendeines Unternehmens. Ihr Auftreten verriet, dass sie es gewohnt waren, Befehle zu erteilen. »Hi«, sagte der Blonde und nickte ihnen zu. »Ready to play?« Anne rang sich ein Lächeln ab, wusste aber nicht, was sie antworten sollte. Hier galten Regeln, die sie nicht kannte. Am Ende sagte sie etwas komplett Harmloses und landete ratzfatz im Klebeband verpackt auf einer Folterbank. Der dunkelhaarige Mann schwieg. Er hatte nur Augen für Tess. Er zog sie förmlich mit Blicken aus. Eine ungeheure, funkensprühende Spannung erfüllte den Raum. Und Tess? Anne hatte sie noch nie so gesehen. Ihr Gesicht zerfloss in schmelzender Hingabe, als läge sie bereits in den Armen dieses völlig fremden Mannes. War es das, wonach sich die taffe, selbstbewusste Tess insgeheim sehnte? Nach der Unterwerfung unter einen dominanten Mann? »Hallo, jemand zu Hause?«, flüsterte Anne ihr zu. »Ich glaube, wir sollten uns mal umziehen, äh, ausziehen.« »Wie? Ach so, ja.« Tess schloss die Augen, während der Mann sie immer noch anstarrte. Anne hätte ihre Freundin am liebsten weggezerrt. Instinktiv wollte sie Tess schützen. Oder war schon alles gelaufen? Zum Glück ließ der Mann in schwarz endlich von Tess ab. Die beiden Männer zogen sich aus. Unter den edlen Klamotten kamen zwei Ledertangas zum Vorschein. Dazu trugen sie schwarze, ärmelose Netzhemden. Der dunkelhaarige Mann setzte eine schwarze Uniformmütze auf. »Bereit?«, sein blonder Gefährte salutierte. »Zu Befehl, mein Fürst der Finsternis!« Sie verstauten ihre Sachen in einem Spind und streiften die Frauen mit einem letzten, neugierigen Blick. Dann verließen sie den Raum, wie schon das Paar vor ihnen, durch eine massive Eisentür. »Der Fürst der Finsternis!«, flüsterte Tess benommen. Anne zog ihren Mantel aus und setzte sich zu ihr. »Schatz, sie, keine Dummheiten! Wir holen uns hier nur Appetit. Gegessen wird zu Hause!« Wie Geschützfeuer knatterten harte Beats aus den überdimensional großen Boxen. Zuckendes Licht warf bizarre Blitze auf die Szenerie, eine unübersichtliche, halbdunkle Halle mit allen möglichen Winkeln und Nischen. Es roch, als wäre eine Flasche Parfüm in einen Raubtierkäfig durchgefallen. Überall sah man Körper, die sich halbnackt auf der Tanzfläche bewegten oder auf Bänken und Pritschen lagen. Anne und Tess hatten Mühe, sich zu orientieren. Etwas verlegen standen sie am Rand der Tanzfläche herum und staunten erst mal. Was für ein schräger Karneval! Im Sexshop hatte alles ordentlich gestapelt in den Regalen gelegen. Es war ein dramatischer Unterschied, all das jetzt in Aktion zu sehen, die scharfen Bodys und Tangas, die Nieten-BHs, die Handschellen und Peitschen. Tess stupste Anne an. »Guck mal!« Sie zeigte auf die gegenüberliegende Wand. Dort hing ein Andreaskreuz, an dem wiederum eine junge Frau hing, mit Ledermanschetten an die Holzstreben gefesselt. Zwei Männer strichen ihr mit etwas über die nackte Haut, was an Staubwedel erinnerte. Eine Frau in einem furchterregenden, nietenbesetzten Lederanzug stolzierte vorbei. An einer Hundeleine führte sie ein voll vermummtes Wesen in Gummi mit sich, das auf allen Vieren kroch. Etwas weiter entfernt, auf einem Podest, kniete ein Mann, die Hände auf dem Rücken verklebt. Hinter ihm stand ein weiterer Mann, der ihn mit einer Reitgärte bearbeitete. In die Musik mischten sich stöhnen und leise Schreie. »Verbindlichsten Dank! Interessante Erfahrung! Mir reicht's!« stieß Anne hervor. »Schade ums Geld, aber ich muss hier raus!« Sie war total bedient. »Nun mal langsam«, widersprach Tess. »Lass uns wenigstens einen Schluck trinken. Wir haben ja noch nicht einmal einen Bruchteil gesehen.« »Genug, um wochenlang schlecht zu träumen«, rief Anne. »Nein, zu wenig, um unser Sexleben auf Vordermann zu bringen!« Tess wippte aufgekratzt mit den Hüften. Im Unterschied zu Anne schien sie überhaupt nicht schockiert zu sein. Sehr aufrecht bahnte sie sich einen Weg durch die Tanzenden und steuerte einen Tresen an. Sie wollte doch wohl nicht einen Schnaps trinken. Anne heftete sich widerwillig an ihre Fersen. Gar nicht so leicht bei dem Gedränge. Ketten und Fußfesseln streiften sie, Männer in Lederkluft starrten sie an. Endlich erreichte sie den Tresen. »Einen Gin Tonic«, bestellte Tess. Das Barmädchen hob bedauernd die Hände. »Kein Alkohol vor 23 Uhr!« Sie sah umwerfend aus, das musste man ihr lassen. Lange, schwarze Haare mit einem extrem kurzen, sehr akkurat geschnittenen Pony. Weißgepuderte Haut, kirschroter Mund. Ihr strassbesetzter Body schmiegte sich eng an den makellosen Körper. »Kein Alkohol? Wieso das denn?« fragte Tess unwirsch. Das Mädchen holte sie mit einer Geste näher heran. Geheimnisvoll senkte sie die Stimme, sodass sie in dem Lärm kaum zu verstehen war. »Ihr seid Anfängerinnen, das sieht man aus zehn Kilometer Entfernung. Also bis elf nur Softdrinks und auch danach nur Bier und Wein. Wir können keine Besoffenen gebrauchen. Bei solchen Sexspielen darf man nicht die Kontrolle verlieren, versteht ihr?« Tess zog einen Schmollmund. »Verstehe. Dann eine Cola Light. Und deine Freundin?« Anne schob sich neben Tess. »Ein stilles Wasser. Gibt es noch etwas, was wir wissen sollten?« Ein feines Lächeln glitt über das Gesicht des Mädchens. »Ihr seht aus, als ob ihr euch gleich in die Hosen macht. Unnötig. Das meiste ist Show. Ich sag immer, der Playland Club ist Kuschel-SM. Die echte Szene ist ganz anders drauf. Härter, gnadenloser. Hier läuft nur eine Party in Sadomaso-Verkleidung, lauter Normalos, die sich ein bisschen Gänsehaut abholen. Komplett harmlos.« Mit grenzenloser Erleichterung hörte Anne zu. »Alles nur Show?«, wiederholte sie. »Und die Schreie sind gar nicht echt?« Das Mädchen grinste. »Was heißt schon echt? Wenn du mit deinem Kerl im Bett liegst, wirst du da nicht auch manchmal etwas lauter, obwohl du gerade über die Steuererklärung nachdenkst?« »Sie meint einen gespielten Orgasmus,« übersetzte Tess und fing auch gleich an zu stöhnen und zu ächzen. »Ja, mh, oh, ja, gib's mir!« »Darf ich sie beim Wort nehmen?« Tess verstummte. Neben ihr stand ein großer Mann in einem schwarzen Ledertanga und einem gleichfarbigen, ärmellosen Netzhemd. Seine Schläfen waren leicht ergraut. »Oh nein, der Fürst der Finsternis«, durchfuhr es Anne. »Wie hat er uns in dem Durcheinander gefunden? Möchten Sie erst Ihre Cola trinken oder gleich mit mir tanzen?« Er hatte die Frage so gestellt, dass keine weiteren Optionen übrig blieben. »Tanzen«, antwortete Tess Sizer. »Falls das für dich okay ist, Anne.« »Tanz ruhig, ich warte hier auf dich.« Anne wollte keine Spielverderberin sein, auch wenn ihr dieser komische Fetischfürst nicht ganz geheuer war. »Danke.« Tess hauchte ihr einen Kuss auf die Wange. »Mein Diener wird sich glücklich schätzen, sie in der Zwischenzeit zu verwöhnen,« gurrte der Mann in Annes Richtung. »Entschuldigung, wo sind meine Manieren geblieben? Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Ramon.« Er betonte die zweite Silbe, Ramon. Tess strahlte ihn an. »Und ich bin...« Sofort ging Anne dazwischen. »Das ist Dagi. Ich heiße Gundula.« Tess spielte mit dem Feuer. Fast hätte sie ihren richtigen Namen verraten. Wie konnte sie nur so leichtsinnig sein? Damals vor dem Sexshop hatte sie klipp und klar gesagt, dass sie ihren Ruf als Investmentbankerin nicht in Gefahr bringen durfte. Und jetzt war sie weiches Wachs in den Händen eines vollkommen Unbekannten. »Daki.« Ramon legte den Kopf schräg. »Das ist doch nicht ein richtiger Name, oder?« Trotz der Maske war deutlich zu erkennen, dass Tess soeben ihr Gehirn ausgeschaltet hatte. Ein seliges Lächeln lag auf ihren Lippen. »Eigentlich heißt sie Daphne,« übernahm Anne die Antwort. »Aber ihre Freunde nennen sie Daki.« Ob der Mann ihr das abkaufte? Zumindest fragte der Fürst der Finsternis nicht weiter nach. Stattdessen steigerte er sich in helle Begeisterung. Daphne, was für ein wunderbarer Name. Die Bergnümpfe der griechischen Mythologie. Die jungfräuliche Jägerin, Tochter des Flussgottes Peneos. Doch Obacht! Sie verschmähte die Liebe von Apoll und ließ sich in einen Lorbeerbaum verwandeln, damit Apoll ihr nicht weiter nachstellte. Das sollte dir, liebe Daphne, nicht passieren. Das Barmädchen beugte sich zu Anne. »Hat er sie noch alle?« Anne war sich da auch nicht ganz sicher. »Scheint so, er hat eine Menge im Oberstübchen gespeichert,« flüsterte sie. »Aber ob das alles richtig formatiert ist? Keine Ahnung.« »Meinen Diener haben sie ja schon flüchtig kennengelernt.« Mit diesen Worten winkte Ramon seinen blonden Begleiter heran. »Magnus ist Ihnen zu Willen,« wehrte Gundula. »Er wird Ihnen jeden Wunsch erfüllen. Wirklich jeden.« »Doll, also so eine Art Geist aus der Flasche.« Ob er auch die Fähigkeit besaß, Anne ins heimische Bett zu beamen und nebenbei seinen Herrn und Gebieter vom Spielfeld zu kicken, das jedenfalls waren momentan Annes sehnlichste Wünsche. »Ach, mir reicht es, wenn ich hier mein Wasser trinke,« hüstelte sie. »Ich brauche keinen Diener.« »Wie Sie wollen. Und wir gehen jetzt tanzen.« Besitzergreifend legte Ramon einen Arm um Tess. »Bereit für den langsamen Walzer der Lust?« Anne war sprachlos. »Was sollten diese öligen Formulierungen? Und wieso fiel Tess darauf rein? Was fand sie nur an diesem Möchtegern-Casanova?« »Tess,« rief sie energisch. »Ich gehe nicht ohne dich. Was auch immer passiert, wir fahren zusammen nach Hause. Zusammen!« »Ja, ja, kann schon sein,« trillerte ihre Freundin. Das Ende vom Lied war »Nachts um zwei stieg Anne allein in ihren Mini. Mit tauben Trommelfellen und der Gewissheit, dass Tess gerade den Fehler ihres Lebens machte.« Der Fanfarenstoß einer SMS weckte Anne. Verschlafen tastete sie nach dem Handy. Als sie es sich geangelt hatte, sah sie als erstes auf die Zeitanzeige. Halb eins. Halb eins? Großer Gott, es war Sonntag. Hektisch sprang sie aus dem Bett, rannte ins Badezimmer, putzte sich die Zähne, rannte ins Kinderzimmer und fand ein leeres Bett vor. Jetzt erst fiel es ihr wieder ein. Dies war ihr Wochenende. Nur ihrs. Schwer atmend sank sie auf das Kinderbett. Wann hatte sie eigentlich zuletzt derart königlich ausgeschlafen? Es war so lange her, dass sie in ihrem Gedächtnis kramen musste. Irgendwann vor der Hochzeit war das gewesen. Sie hatte noch in ihrer eigenen Bude gewohnt. Joachim war ein Frühaufsteher, Lars sowieso. Und speziell der Sonntag stand natürlich ganz im Zeichen von Muttis Kaffeetafel, bei der man pünktlichst zu erscheinen hatte. Und zwar adrett, gekämmt und mit sauberen Fingernägeln. Aber nicht heute. Anne fiel noch mehr ein. Ihr Ausflug in dem Playland Club. Bestimmt war die SMS von Tess. Oder hatte sich Joachim gnädigerweise daran erinnert, dass er eine Frau hatte? Gerade mal eine einzige SMS und die Anrufbeantworter-Nachricht, seit er aus der Wohnung gerauscht war. Sie ging ins Schlafzimmer und aktivierte das Display. Süße, es ist der Wahnsinn, las Anne. Melde mich später, schwebe noch durchs Universum. Tess und ihr Fürst der Finsternis. Mit einem unguten Gefühl dachte Anne daran, wie der Typ sich schon im Umkleideraum des Playland Club an Tess festgesaugt hatte. Und sie war ja wie hypnotisiert gewesen, wie das Kaninchen vor der Schlange. Obwohl das Bild nicht ganz stimmte. Im Grunde hatte es ausgesehen, als ob eine Maus von einem Drachen verschluckt wurde. »Husten an Raumschiff, bitte sicheren Kurs halten«, simste sie. »Tu nichts, was ich nicht auch tun würde.« Sie wartete eine bange Minute. Die Fanfare erklang und die Antwort lautete »zu spät«. »Ich hätte besser auf sie aufpassen müssen«, warf Anne sich vor. »Ich hätte sie irgendwie in den Schwitzkasten nehmen und nach Hause schleifen müssen. Aber wie denn? Tess war nicht zu bändigen gewesen. Erst hatte sie so aufreizend mit Ramon getanzt, dass Anne schon vom Zusehen schwindlig geworden war. Dann hatte sie sich mit ihrem Galan in eine dunkle Nische verdrückt. Was da geschehen war, musste ziemlich aufwühlend gewesen sein. Nach einer Stunde war Tess mit Wirmhaar an die Bar gekommen, hatte einen Espresso geordert und war gleich wieder weggetaucht. Was für eine Nacht! Am Ende hatte Anne sich auf die Suche nach Tess gemacht, war durch diese Geisterbahn der entfesselten Erotik geschlingert, hatte Leute nach ihr gefragt, ihr SMS-Messages geschickt, ohne Reaktion. Tess blieb wie vom Erdboden verschluckt und war garantiert nicht im eigenen Bett aufgewacht. Sie ist eine erwachsene Frau, redete Anne sich gut zu, während sie in die Küche ging und die Kaffeemaschine anstellte. Sie muss wissen, was gut für sie ist. Wusste sie selbst es? Doch ein gewisser Funke war übergesprungen. Nach ihrer anfänglichen Abwehr hatte sie sich auf die Stimmung im Playland Club einlassen können. Sie hatte getanzt, sich treiben lassen, hatte wildfremden Menschen zugesehen, wie sie die Grenzen des Normalen überschritten. Aber erst jetzt verstand Anne, was sie so fasziniert hatte. Diese Leute lebten aus, was sie fühlten, auch wenn es schräg war. Sie scherten sich nicht um Konventionen, auch nicht um Schönheitsideale. Anne hatte junge, straffe Körper gesehen und Ältere, die alles andere als knackig gewesen waren. Es kam nicht darauf an. Nur darauf, etwas auszuleben, was in einem schlummerte. Geheime Wünsche, verrückte Sehnsüchte. Es war erregend gewesen. Anne hatte eine unbekannte Seite der Lust in sich entdeckt, obwohl sie nur Zuschauerin geblieben war. Dabei hatte es an Angeboten wahrlich nicht gemangelt. Viele Gäste hatten sie angesprochen, aber sie hatte sich zurückgehalten und einfach nur genossen, sich lebendig zu fühlen in dieser entfesselten Szenerie. In den Bildern der vergangenen Nacht versunken, holte Anne eine Tasse aus dem Küchenschrank. Langsam kehrte sie in die Gegenwart zurück. Die Küche war nicht gerade im Bestzustand. In der Spüle stand noch Joachims mittlerweile verwelkter Rosenstrauß, der Mülleimer quoll über, auf dem Boden lagen Brötchenkrümel. Prompt musste Anne an die unsägliche Schnüffelaktion ihrer Schwiegermutter denken. Joachim konnte sich schon mal auf eine nervenzerfetzende Szene gefasst machen. Ob sie ihn vorwarnen sollte? Besser nicht. Anne hatte ohnehin noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Da konnte Tess ihn verteidigen, wie sie wollte. Erst die Sache mit den Internetpornos, dann dieses angebliche Seminar, von dem er nicht mal wusste, wo es stattfand, das war schon mehr als verdächtig. Die Uhr zeigte mittlerweile kurz nach eins. Um sechs wollte Anne Lars bei Oma Brownie abholen, blieben also noch mehr als vier Stunden, die sie mit sich selbst verbringen durfte. Sie kochte sich einen Espresso und nahm ihn mit auf die Dachterrasse. Das schöne Frühlingswetter hielt an. Nur ein paar Schäfchenwolken zogen über den unwirklich blauen Himmel. Die ersten Blüten des Oleanders öffneten sich. Anne setzte sich in den Liegestuhl, blätterte in einer Zeitschrift, ging wieder rein und legte eine CD auf. Dann wusste sie, was zu tun war. Es dauerte eine Weile, bis sie die Abstellkammer ausgeräumt hatte. Woher kam nur dieser ganze Krempel? Vermehrte der sich von selber? Mit verbissenem Eifer kämpfte sie sich vorwärts, bis sie schließlich die Staffelei zu fassen bekam. Vorsichtig zog Anne sie heraus und blies den Staub weg. In einer Kiste ganz oben im Regal fand sie eine Tüte mit Farbtuben und eingetrockneten Pinseln. Aber wo sollte sie malen? Sie entschied sich für das Kinderzimmer. Es war der einzige Raum der Wohnung, in dem man Oma Brownies Handschrift spürte und der deshalb eine charmante Gemütlichkeit ausstrahlte. Alle anderen Zimmer zeugten von Joachims Coolness und von der unpersönlichen Perfektion seiner Mutter, wie aus dem Möbelhauskatalog. Anne hatte es bisher nie gestört, aber auf einmal ertrug sie es nicht mehr. Die Wohnung hätte von irgendwem sein können. Sicher, sie war hell und luftig, aber es fehlte die Spur des gelebten Lebens, das individuelle, unverwechselbare, das Herzblut. Außerdem, wozu eine weiße Couch, wenn man ein kleines Kind hatte? Joachim bekam jedes Mal fast einen Herzinfarkt, wenn sich Lars auf die Couch setzte. Und dann diese steife Essgruppe. Ein Hochzeitsgeschenk ihrer Schwiegereltern. Aus Kunststoff. Abwischbar, desinfizierbar, scheußlich. Auch im Schlafzimmer herrschte der diskrete Charme der Sterilität. Anne hätte am liebsten die Farben genommen und sämtliche Wände und Möbel damit bemalt. Fürs Erste gab sie sich mit ihrem alten Aquarellblock zufrieden. Die Blätter waren nach all den Jahren leicht vergilbt. Konnte man ja zum kreativen Prinzip erklären. Ihre Mutter hätte es genauso gemacht. Jetzt brauchte Anne nur noch Blumen. Sie holte den verblühten Rosenstrauß von Joachim aus der Küche. War das nicht sogar ein sehr gutes Motiv? Diese welken Blütenblätter, die hängenden Köpfe? Auch das hätte ihrer Mutter gefallen. Für sie gab es kein schön oder hässlich, richtig oder falsch. Eine Stunde später betrachtete Anne ihr Werk. Es war beachtlich, im Vergleich zu den lieblichen Blumenaquarellen, die sie früher gemalt hatte. Es hatte etwas Wahres, Authentisches. Keine geschönte Wirklichkeit, keine herbeigezwungene Idylle. Einfach nur echt. Ein Sinnbild der Vergänglichkeit. Anne erschrak. War das ein Selbstporträt? Marschierte sie mit großen Schritten in ein verwelktes Alter? Was erwartete sie eigentlich noch vom Leben? Ich will mich spüren, dachte sie. Ich will Lust und Leidenschaft. Ich will das Lachen und den Spaß und jede Menge Abenteuer, egal ob verboten oder nicht. Entschlossen löste sie das Blatt vom Block und begann ein neues Bild. Keine Blumen diesmal, keine zarten Farben. Ungemischt ließ sie Rot, Schwarz und Ocker in das nass getränkte Papier laufen. Sah zu, was passierte. Formte wild zuckende Körper daraus. Schließlich legte sie den Pinsel zur Seite und malte mit den bloßen Händen. Sie verrieb ein wenig Deckweiß an den Konturen der Körper, um mehr Kontraste zu erhalten, und wischte ein Kamesinrot hinein, dann ein düster, glühendes Violett. Nach einer Weile stand sie auf und schaute sich an, was entstanden war. Das Ergebnis machte sie sprachlos. Ihr war gleichgültig, wie Joachim es finden würde. Sie wollte auch nicht Kunstgeschichte schreiben, aber dieses Bild atmete. Es dampfte nahezu, war in Bewegung. Pure Sinnlichkeit, brüllendes Leben mit allen Unwägbarkeiten und Risiken, die nun mal dazugehörten. Ein Glücksstrom durchpolste sie. Der berühmte Flow, von dem ihre Mutter immer schwärmte. Das herrliche Gefühl, ganz eins zu sein mit dem, was man tut. Anne holte altes Zeitungspapier, breitete es auf dem Boden aus und legte die beiden Blätter zum Trocknen darauf. Eine angenehme Mattigkeit erfasste sie. Sie fühlte sich, als hätte sie einen Berg bestiegen und könnte jetzt die Welt von oben betrachten. Gelassener, aber auch freier. Und mit einer unglaublichen Freude, dass sie, Anne, existierte. Oma Brownie hockte in einem Beet und pflanzte Primeln. Lars stand in einer zu großen grünen Gärtnerschürze daneben und begoss jedes frisch gesetzte Pflänzchen mit etwas Wasser aus der Gießkanne. Innerhalb weniger Tage hatte sich der Garten in ein blühendes Paradies verwandelt. Die Bäume und Büsche waren in der Frühlingssonne grün geworden, die Vögel zwitscherten wie verrückt, ein leichter Wind bewegte die Zweige der Bäume. Es war erst halb fünf, doch Anne hatte es zu Hause nicht mehr ausgehalten. Die Sehnsucht nach Lars hatte sie hergetrieben. Außerdem brannte sie darauf, ihrer Mutter die beiden Bilder zu zeigen, die sie in einer Mappe bei sich trug. Hallo Lars, hallo Schuschu, rief sie, als sie das rostige Gartentor aufschob. Lars ließ die Gießkanne fallen und rannte auf sie zu. Überschwänglich umarmte er Anne. Mami, Mami, du bist die Allerbeste und Oma Brownie auch. Guck doch, wir machen alles schön. Ihre Mutter sah vom Beet auf und wischte sich die erdigen Hände am Jeans-Overall ab. Eine Strähne ihres weißblond-gebleichten Haars fiel ihr in die Stirn. Überrascht musterte sie ihre Tochter. Liebes, du hast doch nicht etwa was mit deinem Gesicht machen lassen? Ich? Anne lächelte vergnügt. Nee, kein Botox, falls du das meinst. Sieh dir lieber mal meine Aura an. Oma Brownies Augen leuchteten auf. Wow, hell und strahlend, was ist passiert? Mehr, als ich dir in zwei Sätzen erzählen kann. Aber du kannst es dir ansehen. Anne klappte die Mappe auf und holte die beiden Blätter heraus. Staunend betrachtete ihre Mutter erst das Aquarell mit den verwelkten Rosen, dann die Farbexplosion auf dem anderen Blatt. Mami hat ganz fein gemalt, lobte Lars die Bilder im Frau-Landmann-Tonfall. Wow, sagte Oma Brownie nochmal. Sieht so aus, als wäre Schneewittchen aus dem gläsernen Sarg entwischt. Steckt zufälligerweise ein Prinz dahinter, den ich noch nicht kenne? Kein Prinz. Wenn ich dich richtig verstanden habe, bedeutet Entwicklung, dass man seinen eigenen Weg findet. Anne wunderte sich selbst über das, was sie sagte. Im selben Moment wurde ihr klar, dass sie viel zu lange Joachim für einen Prinzen gehalten hatte. Sie hatte gedacht, heirate ihn, dann wird alles gut. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. So simpel lief es aber nicht. Joachim war nicht besser und nicht schlechter als andere Männer, doch es war eine Illusion, alles von einem Mann zu erwarten. Noch dazu von einem wie Joachim, für den das Leben planbar war wie ein Eigenheim. Lass uns einen Tee trinken, schlug Annas Mutter vor, und dann will ich alles ganz genau wissen. Sie gingen zum Haus, während Lars um sie herumhüpfte. Mami, nachher musst du dir die Schaukel angucken. Oma Brownie will auch ein Klettergerüst bauen. Darf ich nächstes Wochenende wiederkommen? Mal sehen, wich Anna aus. Sie strich Lars durchs Haar. Wie gut es ihm tat, hier zu sein. Nichts engte ihn ein. Er konnte nach Herzenslust toben, seine kleinen Abenteuer erleben. Zu Hause musste er immer darauf achten, nichts schmutzig zu machen. Und bei Oma Brav war sowieso alles verboten. Da blieben ihm nur seine Nintendo-Spiele. Hier rührte er die Spielkonsole nicht mal an. In der Küche angekommen, kochte Annas Mutter einen Räubusch-Tee. Auf dem Tisch stand ein Strauß sattgelber Narzissen in einer schönen alten Kristallvase, die einen winzigen Sprung hatte. Annas Mutter stellte ein Blech mit frischgebackenen Brownies daneben. Ohne Risiken und Nebenwirkungen, erklärte sie verschmitzt, aber du kannst jederzeit ein paar gedopte Kekse haben. Lars schnappte sich zwei Brownies und ging in den Werkzeugschuppen, um ein bisschen zu hämmern. Jetzt waren sie unter sich. Also? Fragend sah Annas Mutter ihre Tochter an. Ich glaube, ich befreie mich gerade, erklärte Anne. Das ist mir beim Malen klar geworden. Ich möchte mein Leben ändern, aber ich habe auch ein bisschen Angst davor. Angst ist ein schlechter Ratgeber, sagte Oma Brownie. Was ängstigt dich denn? Nun brach es aus Anne heraus wie ein Wasserfall. Sie erzählte von ihrer erstarrten Ehe, von ihrem ermatteten Liebesleben, von Joachims Hausplänen und von der Spionageaktion ihrer Schwiegermutter. Über die erotischen Ausflüge mit Tess machte sie nur Andeutungen, aber die genügten voll auf. So, jetzt weißt du das Wichtigste, sagte sie, als sie geendet hatte. Oma Brownie saß neben Anne auf der Küchenbank, die Beine bis ans Kinn gezogen und balancierte ihre Teetasse zwischen den Knien. Ich muss da mal rein spüren. Früher waren Anne solche Sätze ziemlich auf die Nerven gegangen, esoterik gedöhnt. Mittlerweile hatte sich das geändert. Erwartungsvoll sah sie ihre Mutter an, die leise summend ihren Kopf hin und her wiegte. Du hast dich auf eine Reise begeben, sagte sie nach einer halben Ewigkeit. Das ist sehr positiv. Bleib dabei. Du wirst glücklich werden, das spüre ich. Und Joachim? fragte Anne. Wieder dachte ihre Mutter nach, vor sich hin summend. Er ist stehen geblieben, doch auch er wird auf die Reise gehen. Du kannst ihn nicht ändern, aber er hat die Chance auf eine Entwicklung. Du weißt, dass ich meine Vorbehalte gegen ihn habe. Trotzdem sei nicht zu streng mit ihm. Möglich, dass er gerade ein paar Dummheiten anstellt. Keine Reise ohne Umwege. Hauptsache, ihr trefft euch am Ziel. Jedes einzelne Wort traf Anne bis ins Mark. Wie viel Kraft von ihrer Mutter ausging. Die meisten Leute hielten sie einfach nur für eine verkrachte Chaotin, doch in Wahrheit war sie fast so etwas wie eine Weise. Lebe aus, was in dir ist. Mit diesen Worten verabschiedete Oma Brownie ihre Tochter, als sie wenig später am Gartentor standen. Und wenn du willst, mach auch ein paar Umwege. Lars lag schon längst im Bett und schlief, als Joachim nach Hause kam. Bestens gelaunt, in Jeans und Sweatshirt, mit dem Flair einer erfolgreichen Mission. Gegen Abend hatte er eine SMS geschickt. Das Seminar war ein voller Erfolg. Bin um neun Uhr da. Dicker Kuss. Jetzt war es halb zehn. Anne! Mit langen Schritten kam er in die Küche gelaufen, wo Anne gerade klar Schiff machte. Wie geht es dir? Wie war dein Wochenende? Was habt ihr unternommen? Teilnahmslos ließ sie sich von ihm umarmen. Er roch anders. Das war das Erste, was ihr auffiel. Dann registrierte sie, dass er Farbe bekommen hatte. Eine frische Bräune überzog seine Haut. In Sardinien musste das Wetter zu dieser Jahreszeit bombig sein. Spar dir die Spielchen, knurrte sie. Wo warst du? Er wurde blass unter seiner Bräune. Bei diesem Seminar, wieso? Hältst du mich für so naiv? Explodierte Anne. Der Sekretärin hast du erzählt, du fliegst mit deiner Familie nach Sardinien, wo du ja auch offensichtlich warst, wie man an deinem bestens erholten Gesicht sieht. Du hast in der Kanzlei angerufen? Ja, stell dir vor. Anne genoss seine Überrumpelung. Und plötzlich, als hätte jemand einen Vorhang weggezogen, wurde ihr alles klar. Leider sind wir dünn besetzt, einige Kollegen sind im Urlaub, hatte Frau Vollmer, die Sekretärin, gesagt. Zu den Kollegen gehörte ja wohl auch diese hübsche Schlange Charlotte Stark. Anne musste nur eins und eins zusammenzählen. Du warst mit Charlotte Stark auf Sardinien, stimmt's? Als hätte sie ihm einen Schlag verpasst, taumelte Joachim rückwärts. Sein Gesicht wurde grau. Er schlug die Augen nieder. Wieso tust du mir das an? schrie Anne. Wieso betrügst du mich? Aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Du hast deiner Mutter einen Wohnungsschlüssel gegeben. Heimlich. Macht es dir Spaß, mich vorne und hinten zu hintergehen? Sie ballte die Fäuste. Ich dachte, wir führen eine Ehe zu dritt. Du, ich und deine grauenhafte Mutter. Inzwischen ist es eine Ehe zu viert. Und? Wie ist diese Charlotte so im Bett? Welche Kunststückchen hat sie drauf? Törnst du dich mit deinen Internetpornos an, damit du mithalten kannst? Joachim hatte ihren Ausbruch mit größtem Entsetzen angehört. Anne, ich, ich, stotterte er. So, jetzt weißt du nicht weiter, was? Anne war schon ganz heiser, so laut hatte sie geschrien. Du mieser Kerl! Sie sah rot. Dunkel rot. Was hatte ihre Mutter gesagt? Joachim würde auch auf die Reise gehen? Die Reise war vorbei. Endstation. Hilflos hob Joachim die Arme. Anne, beruhige dich. Gib mir bloß keine guten Ratschläge, krächtste sie. Die kannst du selbst besser gebrauchen. Wenn du nicht vom Fach wärst, würde ich dir jetzt einen guten Anwalt empfehlen. Deine Charlotte vielleicht? Die würde unsere Scheidung bestimmt brillant durchziehen. Joachim schüttelte entgeistert den Kopf. Anne, hör zu. Charlotte und ich, wir. Also hast du dich wirklich mit ihr getroffen? Schlaff fielen seine Arme herunter. Ja. Eine kalte Hand griff nach Annes Herzen. Von einem Moment auf den anderen ebbte ihre Wut ab und machte einer unendlichen Leere Platz. Wie eine Flutwelle schossen ihr Tränen in die Augen und rollten über ihre Wangen. Joachim war aschfahl. Ja, ich war auf Sardinien. Und ja, ich habe Charlotte Stark in ihrem Ferienhaus besucht. Wir haben an dieser Fusion gearbeitet. Das Projekt ist die Eintrittskarte für meine Beförderung. Dann kam ihr Urlaub dazwischen. Es war sehr nett, dass sie sich bereit erklärt hat, trotzdem die Unterlagen mit mir durchzugehen. Sie wollte mir helfen. Hast du mit ihr geschlafen? Er wurde noch etwas fahler. Wie kannst du mir nur eine solche Frage stellen? Anne wusste nicht mehr, was sie glauben sollte. Es klang plausibel, was Joachim sagte, aber aus seinem Mund klang immer alles plausibel. Es war sein Beruf, glänzende Plädoyers vom Stapel zu lassen, egal ob sein Klient schuldig oder unschuldig war. Er paukte jeden raus, auch sich selber. Nicht umsonst nannte man Anwälte Rechtsverdreher. Ja oder nein? fragte Anne. Hast du mich mit ihr betrogen oder nicht? Anne, dieses Projekt hat... Ging das schon wieder los? Warum gab er keine eindeutige Antwort? Sie hatte genug. Ich will nichts mehr hören, fauchte Anne. Und heute Nacht will ich allein schlafen. Du kannst die Couch haben. Stumm hörte Joachim zu. Mach dich fürs Erste auf ein paar Änderungen gefasst. Ich male wieder. Ich gehe ab sofort mindestens zweimal die Woche zum Sport. Vielleicht belege ich demnächst einen Italienischkurs. Ich habe mich viel zu lange angepasst. War immer die brave kleine Ehefrau. Die ist Geschichte. Ich mache jetzt mein eigenes Ding. Joachim staunte. Was ist in dich gefahren? Die Erkenntnis, dass mir deine Vorstellung vom Leben zu wenig ist, erwiderte Anne, während sie ein Geschirrhandtuch nahm und sich die Tränen aus dem Gesicht wischte. Überleg dir, ob du damit klarkommst. Die Sonntage mit deiner Mutter sind übrigens gestrichen. Ohne seine Reaktion abzuwarten, ging sie an Joachim vorbei aus der Küche. Sie war so erschöpft, dass sie kaum laufen konnte. Dennoch fühlte sie sich befreit. Ohne sich auszuziehen oder die Zähne zu putzen, warf sie sich im Schlafzimmer aufs Bett und schlief sofort ein. Anne hörte weder das Handy klingeln, noch die Fanfarenstöße einiger SMS, die im Laufe der Nacht eingingen. Das Handy lag in ihrer Handtasche und die lag in der Küche. Am nächsten Morgen war Joachim verschwunden. Eine ordentlich zusammengefaltete Wolldecke auf der Couch war alles, was er zurückgelassen hatte. Sein Zahnputzzeug und sein Duschgel fehlten im Badezimmer. War er etwa ausgezogen? Heulend zu seiner Mutter gerannt? Gleichmütig nahm Anne es hin. Sie hatten eine Krise. Eine dicke, fette Krise. Aber so sehr sie auch diese Ehe wollte, die Krise machte ihr weniger aus, als sie erwartet hatte. Es war ein Belastungstest. Jetzt würde sich erweisen, was ihre Beziehung zu Joachim wert war. Wo ist Papi? fragte Lars, als Anne ihm seine Cornflakes hinstellte. Papi musste ganz früh arbeiten. Du hast nämlich einen sehr, sehr fleißigen Papi. Enttäuscht schürzte Lars die Lippen. Aber heute Abend kommt er doch, oder? Natürlich. Leider war sich Anne da nicht so sicher. Möchtest du einen Orangensaft? Hm, ist er schön kalt? Ja, ich hole ihn dir aus dem Kühlschrank. Anne ging in die Küche und öffnete die Kühlschranktür. Im gleichen Augenblick entdeckte sie ihr Handy. Es lag neben der Handtasche auf der Arbeitsfläche. Hatte Joachim es etwa herausgeholt? Und sich ihre SMS-Liste angesehen? Mit bebenden Händen aktivierte sie das Display. Drei Anrufe in Abwesenheit von Tess und fünf SMS, ebenfalls von Tess. Auweia. Zum Glück keine Message von Mark. Die alten hatte Anne alle gelöscht. Sie klickte die Botschaften von Tess an. Süße, bist du da? Hallo, das Raumschiff ist wieder gelandet. Wie geht es dir? Wie hast du die Nacht im Playland überstanden? Heftig abgetanzt oder was Neues ausprobiert? Anne wurde ganz schwummrig. Sie klickte weiter. Der Fürst der Finsternis ist ein Knaller. Ich wandere durch den Garten der Lüste. Hihi. Gute Nacht, Süße. Und vergiss nicht, deinem Joachim die Handschellen anzulegen. Eine Riesenfaust rammte sich in Annes Magen. Sie suchte Halt an der Küchenspüle, um nicht umzusinken. Jetzt wusste sie, warum ihr Mann kommentarlos das Weite gesucht hatte. Auch er war in der Lage, eins und eins zusammenzuzählen. Was ihn zu dem Schluss gebracht haben musste, dass Anne ihr Wochenende nicht nur mit Aquarellen und Fitnessübungen verbracht hatte. Mami, kriege ich meinen Orangensaft? Ja, mein Schatz, kommt sofort, rief Anne. Aber sie war unfähig, sich zu bewegen. Knappe zehn Stunden war es her, dass sie Joachim eine erbitterte Szene hingebrettert hatte. Inzwischen wusste er, dass seine Frau äußerst eigenartige Dinge trieb, ohne ihn. Was sollte sie tun? Ihn anrufen? Ihm alles beichten? Und ihm vor allem erklären, dass sie es auch für ihn getan hatte? Mami! Anne atmete einmal tief durch. Dann holte sie den Orangensaft aus dem Kühlschrank, goss ein Glas voll und ging damit zum Esstisch. Hier, mein Großer. Da sind ganz viele Vitamine drin. Vitamine? Was ist denn das? Wenigstens mal ein unverfängliches Wort. Das sind so kleine Dinger, die deinen Körper stark machen. Skeptisch starrte er in sein Glas. Leben die? Nein, nein, das sind einfach sehr gesunde Stoffe, die im Obst und im Gemüse enthalten sind. Und jetzt trink aus, wir müssen gleich losfahren. Tonnenschwer lastete das schlechte Gewissen auf Annes Schultern. Sie hatte einiges bei Joachim gut zu machen. Sie musste ihm schnellstens beichten, was sie mit Tess angestellt hatte, auch wenn es ja etwas Harmloses war. Und er? Was hatte er zu beichten? Was hatte sich in dem Ferienhaus abgespielt? Hatte er dort übernachtet? Zwei erwachsene, attraktive Menschen unter einem Dach, unter südlicher Sonne. Da kam man sich schneller näher als in der sachlichen Arbeitsatmosphäre einer Anwaltskanzlei. Die Woche, die vor ihr lag, machte Anna Angst. Sie ging noch einmal in die Küche, wo ein Wochenkalender mit den wichtigen Terminen hing. Moment, was war das? Schlafsackparty Villa S. hatte sie vor langer Zeit für den heutigen Tag eingetragen. Was fürs Frühstück mitbringen, Obst, Brot, Säfte, Taschenlampe nicht vergessen. Einmal im Jahr übernachteten die Kinder in der Villa Sonnenschein, was immer ein Highlight für die Kleinen war. Dann durften sie mit Taschenlampen durch die dunklen Räume geistern und Frau Landmann las ihnen Gespenstergeschichten vor. Selbstverständlich handelten die Geschichten nur von ganz, ganz kleinen, ganz, ganz lieben Gespenstern. Was denn sonst? Bei Frau Landmann waren sogar die Gruselgeschichten weichgespült. Heute ist Schlafsackparty, rief Anne ihrem Sohn zu, während sie zur Abstellkammer hastelte. Ja, yippie, freute er sich. Super, Mami! Das Aufräumen in der Abstellkammer hatte sich gelohnt. Ohne Mühe fand Anne Schlafsack und Taschenlampe. Sie stopfte beides in eine große Reisetasche, lief damit in die Küche zurück und packte einige Äpfel sowie zwei ungeöffnete Flaschen Orangensaft dazu. Dann machte sie sich mit Lars auf den Weg zum Kindergarten. Während sie losfuhr, dachte sie abwechselnd an Joachim und Tess. Wo würde Joachim schlafen? Bei seiner Mutter? Wie stellte er sich die nächsten Tage, Wochen, Jahre vor? Mindestens so große Sorgen machte sie sich um Tess. Dieser Ramon schien ein sehr dominanter Mann zu sein, hoffentlich keine allzu schmerzhafte Erfahrung. Ich könnte Tess heute Abend treffen, überlegte Anne. Lars schläft im Kindergarten und Tess braucht jetzt eine Freundin an ihrer Seite. Mami, darf ich heute Nacht Soja Marie erschrecken? meldete sich Lars aus dem Kindersitz. Soja Marie kam aus einem sehr öko-bewegten Elternhaus, wie schon ihr Name verriet. Lars war ein bisschen verknallt in das Mädchen. Auf eine liebe, unschuldige Weise. Was für einen Fünfjährigen bedeutete, dass er sie gerne neckte. Ja, darfst du, seufzte Anne. Aber treib es nicht zu bunt. Das mögen Mädchen nicht. Man muss sie zart behandeln. Ob der Fürst der Finsternis diese goldene Regel kannte? An einer roten Ampel zog Anne ihr Handy aus der Handtasche und tippte in Windeseile. Heute Abend um sieben? An der nächsten roten Ampel las sie die Antwort. Um sieben im Club des Haard, Adresse folgt. Des Haard? Den Namen musste sie unbedingt im Internet nachgucken. Die Ampel schaltete auf grün und Anne verbrachte den Rest der Strecke mit dem vergeblichen Versuch, ihre Gedanken zu ordnen. Sie hatten sich zu einem wirren Knäuel verknotet, in dem Tess und Joachim herumturmten. Innerhalb weniger Tage war ihr Leben so kompliziert geworden, dass sie einen Assistenten gebraucht hätte, um die Fäden dieses Knäuels zu entwirren. Kaum hatte sie den Mini vor der Villa Sonnenschein zum Stehen gebracht, als Frau Landmann mit ausgebreiteten Armen auf den Parkplatz gelaufen kam, wie ein Raubvogel, der ein Beutetier spät hatte. Schnell stieg Anne aus und befreite Lars aus dem Kindersitz. Lauf schon mal rein, ich bringe dir gleich die Tasche. Aufgeregt mischte sich Lars in den Strom der anderen Kinder, die mit ihren schwer bepackten Eltern dem Eingang der Villa Sonnenschein zustrebten. Frau Westheimer! Außer Atem blieb die Erzieherin vor Anne stehen. Ihre Mundwinkel waren tief herabgezogen, eine metertiefe Zornesfalte bildete sich zwischen ihren Augenbrauen, und wieder zog sie etwas aus der Tasche, wie der Zauberer ein Kaninchen. Es waren Handschellen. Die Handschellen. Deshalb waren sie auch nicht aus silberfarbenem Metall, wie man sie in Fernsehkrimis sah, sondern pechschwarz mit einem blutroten Schlüssel. Anne hätte sich ohrfeigen können. Du Dussel! Nach dem Vorfall mit dem Gummiknebel hatte sie fest vorgehabt, die Handschellen zu verstecken, unerreichbar für die Kinderhände von Lars. Aber es war so viel passiert, dass sie es komplett vergessen hatte. Nun musste sie schon wieder eine Ausrede erfinden. Tja, Anne, dann denk dir doch mal was Schönes aus. Sie horchte in sich hinein. Grabesstille. Ihr Liebesleben, nehmt allmählich Formen an, die nicht mehr feierlich sind, meckerte Frau Landmann. Bitte, jetzt machen Sie mal nicht aus einer Mücke einen Elefanten, versuchte Anne es mit der bewährten Angriffsmethode. Keine Ahnung, woher Lars die Handschellen hat. Er spielt eben Räuber und Gendarm damit oder Cowboy und Indianer. Was weiß ich? Ist doch nichts dabei. Was Sie auch immer gleich denken. Diesmal prallte die Methode an der Erzieherin ab. Ich habe sie gewarnt. Drei Vorfälle in einer Woche. Das Wort erotisch, dann die SM-Kugel, jetzt die Handschellen. Es ist meine Pflicht, über das Kindeswohl zu wachen. Und ich behalte mir vor, Konsequenzen zu ziehen. Anne zuckte mit den Schultern. Wie Sie meinen. Sie bekam noch ein halbherziges Lächeln zustande, dann stieg sie in den Wagen und ließ den Motor an. Ihr Leben geriet völlig aus den Fugen. Wo war der Engel, der sie rettete? In der Praxis herrschte Hochbetrieb. Anne kannte das schon. Immer im Frühjahr gingen die Herren auf Pirsch, befeuert von dem Hormon hoch, das sie der ungewohnten Sonneneinstrahlung und den kurzen Kleidern der Frauen verdankten. Und stellten dann fest, dass ihre Kronjuwelen nicht mehr so glänzend funktionierten wie vor dem Winter. Schlappe Sache. Mindestens zehnmal am Tag fand Anne in den Patientendateien die Diagnose Erektile Dysfunktion. Leila und Birte kriegten sich schon gar nicht mehr ein. Dauernd kamen sie kichernd aus dem Behandlungszimmer und begrüßten einander nur noch mit den Worten »Alles senkrecht?« Die Gewitterwolke Frau Landmann stand noch über Annes Stirn, als sie ihren Trenchcoat in den Spind hängte. Dann stutzte sie. Leilas Spind stand einen Spalt offen. Offenbar hatte sie versäumt, ihn abzuschließen. Anne sah sich um. Niemand da. Sie konnte nicht widerstehen. Vorsichtig öffnete sie die Tür. »Ach, du liebe Lise«, ächzte sie. Neben einem Kosmetiktäschchen und allem möglichen Krimskrams stapelten sich Medikamentenschachteln. Es war ein ganzes Depot. Viagra, Levitra, Cialis sowie weitere Tabletten, Tinkturen und sogar Injektionsampullen. Der Spind war von oben bis unten vollgestopft mit Diebesgut, denn es bestand kein Zweifel, woher Leila diese Medikamente hatte. Anne kämpfte mit sich. Sollte sie Dr. Ahrenson verständigen? Oder den Mantel des Schweigens darüber decken? Leila war kein schlechter Mensch. Sie musste unter großem Druck stehen, dass sie sich herabließ, den eigenen Chef zu beklauen. Sie liebte ihren Job. Wenn sie ihn aufs Spiel setzte, dann nur, weil irgendwas oder irgendwer ihr Angst machte. Nachdem sie sich ein weiteres Mal umgesehen hatte, drückte Anne die Metalltür fest zu. Leila würde schon merken, dass der Spind nicht abgeschlossen war und Anne würde sie in einer ruhigen Minute darauf ansprechen. Bevor sie ihre Handtasche in den Spind legte, checkte sie ihr Handy. Keine Nachricht von Joachim. Sie schrieb ihm nur drei Worte. Wo bist du? Wenn er sich darauf nicht meldete, Anne holte Tiefluft. Was dann? Nachdenklich zog sie ihren Kittel an und ging in den Empfangsraum. Dort wurde sie schon erwartet. Guten Morgen, meine liebe Frau Westheimer, sagte der elegante, ältere Herr mit dem Fusselhaar auf der Glatze. Er trug einen hocheleganten, leichten Anzug aus dunkelgrauer Seide, eine gelbe Krawatte und ein passendes Einstecktuch. Anne benötigte ein paar Sekunden, ehe sie sich gefangen hatte. Dieser Mann hat dich halbnackt in Strapsen gesehen, noch dazu schwer alkoholisiert. Äh, guten Morgen, Herr von Bernsdorf. Sie umrundete den Tresen und setzte sich dahinter, ganz dieser jöse, adrette Empfangsdame. Was kann ich für Sie tun? Er schmunzelte. Diese Frage wollte ich an Sie richten. Anne presste die Lippen aufeinander. Was meinte er? Hatte er mitbekommen, dass Joachim und sie, gelinde gesagt, in Turbulenzen steckten? Oder hatte es mit Joachim Sardinienreise zu tun? Unsicher spielte sie mit dem Kugelschreiber. Das müssen Sie mir genauer erklären. Sehr gern, gnädige Frau. Er setzte eine geheimnisvolle Mine auf. Die Beförderung ihres Mannes steht unmittelbar bevor. Er hat sich ungeheuer ins Zeug gelegt in den letzten Wochen und Monaten. Die Fusion der beiden Unternehmen, die er begleitet hat, ist gestern zum Abschluss gekommen. Das ist schön, sagte Anne. Und? Wir wollen am kommenden Freitag für ihn einen Empfang in der Kanzlei geben, erzählte Klaus von Bernsdorf. Nichts Pompöses, eine intime, kleine Feier. Es kommen einige Kollegen, auch von anderen Kanzleien, mit denen wir kooperieren. Aber ich dachte mir, sie könnten mir vielleicht die Namen seiner besten Freunde verraten. So als Überraschung. Beste Freunde. Die traurige Wahrheit war, Joachim hatte keine besten Freunde. Er arbeitete wie ein Besessener und hing an seiner Mutter wie ein Koala am Eukalyptusbaum. Aber darüber hinaus? Anne empfand plötzlich Mitleid mit Joachim. Im Grunde war er ein einsamer Mann. Von Ehrgeiz zerfressen, mit starrem Blick auf seine Karriere. Darüber hatte Anne noch nie nachgedacht. Ich werde mal überlegen, versprach sie. Klaus von Bernstorf legte ihr seine Visitenkarte auf den Tresen. Rufen Sie mich an. Ach, und dann bräuchte ich noch einen Termin. Da war wohl mal wieder ein stärkendes Mittelchen fällig. Wen dieser ältere Herr wohl mit seiner Manneskraft beglückte? Ja, natürlich. Anne lockte sich in das Terminprogramm ein. Nächste Woche Dienstag um elf Uhr dreißig? Dürfte klappen. Er holte einen altmodischen, ledergebundenen Kalender aus seinem Jackett und blätterte darin. Ja, perfekt. Anne reichte ihm den Kugelschreiber, damit er sich Datum und Uhrzeit notieren konnte. Als er ihr den Stift zurückgab, lächelte er schlitzohrig. Ich habe es ja gleich gewusst. Erinnern Sie sich an unser Kennenlernen bei Dr. Huber? Damals sagte ich, Sie seien die schönste und die erotischste Frau des Abends. Dieser erste Eindruck hat mich nicht getrogen. Ihr Mann ist zu beneiden. Es war sonnenklar, worauf er anspielte, doch sein anzügliches Lächeln konnte Anne nicht erschüttern. Erstaunt stellte sie fest, dass sich nicht nur ihr Problemaufkommen, sondern auch ihr Selbstbewusstsein vergrößert hatte. Sie drückte den Rücken durch, bis sie kerzengerade saß. Ich weiß, ihr Kompliment zu schätzen, Herr von Bernstorf. Brauchen Sie vielleicht ein Rezept? Jetzt war sie es, die anzüglich lächelte. Diese winzig kleine Rache musste einfach sein. Da wäre ich Ihnen sehr verbunden, hüstelte Klaus von Bernstorf. Heute Abend habe ich nämlich was vor. Sieh an! Der Mann war Anfang siebzig und trug keinen Ehering. Stieg der etwa in seinem Alter immer noch durch fremde Betten? Sagenhaft! Anne rechnete nach. Wenn Joachim siebzig war, würde sie sechundsechzig sein. Schräge Vorstellung. Hatte man dann immer noch Lust auf Liebe? Sie druckte ein Viagra-Rezept aus. Einen Augenblick bitte, Dr. Ahrenson muss noch unterschreiben. Federnden Schritts ging sie zum Sprechzimmer des Arztes und klopfte an. Stille. Oder hatte sie das Herein überhört? Sie drückte die Klinke herunter und öffnete die Tür. Peinlich berührt wich sie zurück. Dr. Ahrenson saß auf der Kante seines Schreibtisches und umarmte einen jungen Mann, den Anne schon mal gesehen hatte. Sofort stoben sie auseinander. Frau Westheimer, können Sie nicht gefälligst anklopfen? brummte Dr. Ahrenson vorwurfsvoll. Hab ich ja. Anne wusste gar nicht, wo sie hingucken sollte. Entschuldigung, ich bräuchte nur eine Unterschrift. Sie machte ein paar Schritte auf den Schreibtisch zu. Geben Sie schon her. Der Arzt riss ihr das Rezept aus der Hand, nahm seinen Füllfederhalter und malte einen zackigen Kringel auf das Blatt Papier. Der junge Mann feixte. Wer war er noch? Anne und ihr schlechtes Gesicht der Gedächtnis. Dankeschön, hauchte sie, nahm das Rezept entgegen und huschte hinaus. Draußen auf dem Flur fiel es ihr wieder ein. Das war der junge Mann mit dem Dauerhoch in der unteren Abteilung gewesen. Sie lächelte in sich hinein. Wie romantisch. Da musste Dr. Ahrenson aber aufpassen, dass er es mit der Therapie nicht übertrieb, sonst blieb für ihn nichts übrig. Klaus von Bernstorff strahlte übers ganze Gesicht, als Anne ihm das Papier reichte. Dann steht einem gelungenen Abend ja nichts mehr im Wege. Alles senkrecht, dachte Anne, sagte aber, einen schönen Tag noch. Er machte eine galante, kleine Geste. Wir sehen uns am Freitag, um sieben in der Kanzlei. Sollte Anne ihm sagen, dass sie wahrscheinlich gar nicht kommen würde? Und dass Joachim vermutlich auch keinen Wert darauf legte, Anne auf dieser Feier zu sehen? Sie beschränkte sich auf ein vages Nicken. Sobald Klaus von Bernstorff gegangen war, öffnete sich die Tür eines der Behandlungszimmer und Laila kam heraus. Im Ausschnitt ihres weißen Kittels schimmerte eine Perlenkette. Ist der von Bernstorff ein Verehrer von dir? fragte sie. Der war ja zuckersüß zu dir. Lauschst du etwa? fragte Anne zurück. Nicht gerade die feine Art. Was für ein Geheimnis hatte Laila. Warum stahl sie Medikamente? Betrieb sie einen schwungvollen Schwarzhandel mit dem Zeug? Anne betrachtete die Kette etwas genauer. Sie selbst besaß ähnliche Perlen, jene, die sie von Joachim zum ersten Hochzeitstag bekommen hatte. Sie waren ziemlich teuer gewesen. Sag mal, Anne zeigte auf Lailas Ausschnitt, sind die echt? Entrüstet tippte Laila auf ihr Dekolleté. Ich habe keine gemachten Bubis, alles Natur. Anne musste lachen, obwohl ihr nicht zum Lachen zumute war. Deine Brüste meinte ich auch nicht, sondern die Perlen. Du musst eine ganze Menge Geld dafür hingelegt haben. Unwillkürlich griff Laila nach der Kette. Man spürte das Schuldbewusstsein eines Menschen, der sich in irgendetwas reingeritten hatte. Anne jedenfalls spürte es überdeutlich. Die sind ein Geschenk, die Arzthelferin dachte kurz nach. Und echt sind sie auch nicht. Anne glaubte ihr kein Wort. Sie war zwar keine Expertin für Schmuck, aber diesen edlen Schimmer konnte man nicht aus Kunststoff herausholen. Das hatte sie damals schon im Juweliergeschäft bemerkt, als der Händler ihr zur Demonstration falsche Perlen neben die echten gelegt hatte. Du kannst jederzeit mit mir reden, wenn du was auf dem Herzen hast, sagte sie so beiläufig wie möglich. Dir macht doch was zu schaffen. Zaudernd stand Leila da. Dann drehte sie sich auf dem Absatz um und marschierte in Richtung Mitarbeiterzimmer. Anne seufzte. Sie war nicht die Einzige, die ein Problem hatte. Ein Problem? Viel zu viele. In der Mittagspause meldete sie doch es sprang nur die Mailbox an. Dafür hatte Joachim ihr geantwortet, ungewohnt ausführlich, aber mit stahlharter Diktion. Playland ist gleich SM-Club, hab es gegoogelt. Glaube nicht, dass ich dir weitere Erklärungen schulde. Denke jetzt nach, habe ein paar Klamotten geholt und wohne bis auf weiteres in einer Pension. Grüß Lars. Anne löschte die SMS. Sie wollte nicht versucht sein, sie ein weiteres Mal zu lesen. Jedes Wort tat weh. Wie kalt er geschrieben hatte. Der einzige, aber auch wirklich einzige Trost war, dass er nicht Muttis voluminösen Mutterbusen nass heulte. Wenigstens durfte ihre Schwiegermutter nicht diesen Triumph auskosten. Mit zusammengebissenen Zähnen stand Anne die nächsten Stunden durch, setzte die freundliche, verbindliche Maske auf, sprach, telefonierte, schrieb wie ein Dann endlich konnte sie sich in ihren Mini flüchten, setzte sich ans Steuer und starrte durch die Windschutzscheibe ins Leere. Aus dem Sexfrust und ihren Versuchen, daran etwas zu ändern, hatte sich nach dem Schneeballprinzip eine ganze Lawine entwickelt. War sie schuld an diesen Katastrophen? Würde die Lawine sie unter sich begraben? Nein, dachte sie, ich habe mit den besten Absichten gehandelt, ich habe nur ein bisschen am Lack meiner Ehe gekratzt und festgestellt, dass unter dem hübschen Anstrich reichlich morsches verwurmtes Holz zum Vorschein kam, so wie bei manchen Antiquitäten, die Oma Brownie restauriert. Um vier Uhr, Anne schloss gerade die Wohnungstür auf, rief Tess an. Ihre Stimme klang völlig verändert, kehlig, aufgeraut, erotisiert. Als hätte sie einen Kurs in Telefonsex belegt. Süße, ich kann dir nur sagen, holla die Waldfee, es ist ein wilder Ritt. Ramon trägt mich auf Händen. Frag nicht, was er noch für Dinge mit mir anstellt. Er führt mich auf meine dunkle Seite. Ein unglaublicher Mann. Ich kann nicht fassen, dass ich es so lange mit dem lahmen Bernd ausgehalten habe. Mein Fürst der Finsternis ist Gentleman und Bad Boy zugleich, verstehst du? Überreicht mir einen Arm voller Orchideen und im nächsten Moment fesselt er mich. Seit Samstag hat sich die Erde mindestens hundert Mal für mich gedreht. Anne zog mit einer Hand ihre Schuhe aus, während sie mit der anderen das Handy umklammerte. Hoch beunruhigt öffnete sie die Balkontür und ließ sich im Trenchcoat auf den Liegestuhl fallen. Eine zarte Frühlingssonne wärmte die Blüten von Oleander und Hortensien, die in den letzten Tagen aufgegangen waren. Tess, ich gönne dir alles, wirklich, und es ist schön, dass Ramon dich so verwöhnt. Normalerweise bedeutet das Wertschätzung, aber es gibt Ausnahmen von der Regel. Ausnahmen sind meine Welt, juchzte Tess, wie ein hysterischer Teenager. Jetzt verdirb mir nicht den Spaß. Ich bin nicht so bescheuert wie diese Frauen, die auf die Anzeige Brustvergrößerung durch Handauflegen reinfallen. Nein, bist du nicht, bestätigte Anne, aber kein aber, fiel Tess ihr ins Wort. Heute Abend lernst du Ramon näher kennen, dann änderst du deine Meinung, glaub mir. Ach, ich dachte, wir treffen uns zu zweit, fragte Anne mit einem Anflug von Enttäuschung. Ein andermal Süße, Ramon hat gerade eine sehr schwierige Trennung von seiner Sklavin hinter sich, er braucht mich. Trennung, Sklavin in Annes Ohren schrillten Alarmglocken. Herrschaftszeiten noch mal, Tess, der Typ ist auf Entzug, du bist für ihn nur so eine Art Ersatzdroge. Einen Augenblick war es still am anderen Ende. Selbst wenn's so wäre, dann bin ich eben sein Nikotin Pflaster oder was auch immer. Bitte komm heute Abend, es wird ein Blue Monday, etwas ganz Besonderes, sagt Ramon. Oder hält dich Joachim in seinen Aktenordnern gefangen? Joachim, als hätte ein Kipplaster eine Ladung Pflastersteine über sie ausgeschüttet, sank Anne in sich zusammen. Alles war da, der scheußliche Streit am Abend zuvor, die Sätze, die sie Joachim an den Kopf geworfen hatte, der lange Schatten von Charlotte stark, die stahlharte SMS von Joachim. In der Praxis hatte sie das einigermaßen verdrängen können, aber hier, in der leeren Wohnung, wo niemand auf sie wartete, wo sie ganz allein war, stürzten die Pflastersteine polternd auf sie ein. Joachim, Anne räusperte sich, ist ausgezogen, vorübergehend jedenfalls. Nein, Herr im Himmel! Der Herr ist nicht im Himmel, er ist in einer Pension, erwiderte Anne mit dem letzten Rest Sarkasmus. Er hat deine SMS von letzter Nacht gelesen und den Playland Club gegoogelt. Verflixt! Tess atmete hörbar schwer. Süße, Planänderung, ich komme um halb sechs vorbei. Wir reden, danach gehen wir in den Club de Sard. Muss jetzt Schluss machen, bis gleich. Tess und ihr Liebesleben Eine never-ending story. Auf einmal überwältigte Anne die Sehnsucht nach Joachim. Sie hatten Höhen und Tiefen erlebt, aber immer zusammengehalten. Hinter all der Trauer und der Wut hatten sich ihre Gefühle für ihn nicht verändert. Sie liebte ihn. Ja, sie liebte diesen verdrahteten Knochen trockenen Mann, wie Tess ihn nannte. So eindimensional, wie ihre Freundin ihn sah, war er nämlich gar nicht. Er konnte zärtlich sein, aufmerksam, fast rührend. Und sicher vermisste er Anne genauso, wie sie ihn. Wie trostlos es sein musste, abends allein in einer Pension herum zu sitzen. Sie gehörten zusammen, das spürte sie. Ich vermisse dich, tippte sie ins Handy. Können wir uns aussprechen? Kuss A. Die Minuten vergingen, aber seine Antwort blieb aus. Unschlüssig saß Anne auf dem Liegestuhl. Dann spürte sie den Sog. Es kribbelte in den Fingern, es drängte aus ihr heraus, stark, mächtig, nicht zu bremsen. All die Bilder, die Erlebnisse, die Gefühle der letzten Tage. Sie lief in die Wohnung, schleuderte ihren Trenchcoat von sich, nahm Staflei und Farben und rannte ins Kinderzimmer. Es wurde ein wüstes, düsteres Bild, aber auch kraftvoll. Anne malte wie besessen, mit dem Pinsel, mit den Händen, schließlich mit einem Küchenmesser. Immer wieder kratzte sie Farbe ab, trug neue auf, verrieb und verstrich alles, träufelte Wasser darüber, um am Ende das Papier mit dem Messer aufzuschlitzen. Irre, dachte sie, als sie das fertige Bild betrachtete. Ein Spiegel meiner Seele. Man konnte keine Gegenstände erkennen, eigentlich gar nichts Bestimmtes, nur den gewaltigen Ausbruch von Gefühlen. So versunken war sie in den Anblick, dass sie das Türschellen überhörte. Erst als es Sturm klingelte, schreckte Anne auf. Sie hatte fast zwei Stunden gemalt. Eilig wusch sie sich die farbverschmierten Hände im Badezimmer, lief zur Wohnungstür und öffnete sie. Tess sah sie von oben bis unten an. Wie siehst du denn aus? Wieso? Anne schaute an sich herab. Ihr T-Shirt, ihre Jeans, sogar ihre Strümpfe hatten Farbspritze abbekommen. Ach so, malen nach Zahlen? fragte Tess. Sieh es dir selber an. Tess folgte ihr ins Kinderzimmer. Auf dem Schreibtisch von Lars sah es aus wie nach einem Farbmassaker. Offene Tuben lagen kreuz und quer neben dem Aquarellblock, daneben Pinsel und das Messer. In der Mitte aber klaffte ihnen eine Wunde entgegen. Da, wo Anne das Papier zerschnitten hatte, war leuchtend rote Farbe in die tieferen Schichten des Blocks eingesickert, daneben glühte es schwarz und violett. Wunderschön, flüsterte Tess. Das ist wunderwunderschön. Ehrlich? fragte Anne verblüfft. Ist es nicht etwas furchterregend? Blödsinn! Tess beugte sich über das Bild. Das ist sinnlich! Das ist emotional! Das ist einfach großartig! Sie drehte sich zu Anne um. Hast du noch mehr davon? Zwei Bilder hat meine Mutter, erwiderte Anne. Mehr gibt es nicht, außer den Blumen Aquarellen von früher. Aber du musst gar nicht groß Begeisterung heucheln. Ich weiß selbst, dass es etwas, naja, chaotisch ist. Chaotisch? Tess richtete sich auf und pustete sich eine Haarsträhne aus der Stirn. Ihre Augen funkelten. Das ist das Beste, was ich seit Langem gesehen habe. Bei uns in der Bank gibt es von Zeit zu Zeit Kunst Ausstellungen, lauter ödes Zeug, lauwarm, einfach nur gequirlte Tess. Komm schon, dies ist zwar das Zimmer von Lars, aber er kann ja nicht hören, was die unartige Tante Tess sagt. Süße, du weißt es noch nicht, doch von mir kannst du es schriftlich haben, du bist eine Künstlerin. Anne schluckte. Sie hatte hohen Respekt vor Künstlern, vor echten Künstlern. Ich bin nur eine Sonntagsmalerin, die vor langer Zeit das Studium der Kunstgeschichte abgebrochen hat und nun ein bisschen rumprobiert. So, so, du bist eine Sonntagsmalerin. Tess sah richtig ärgerlich aus. Hat Joachim dir das reingedrückt? Guck mal auf den Kalender, heute ist Montag. Wenn du wirklich nur so als Hobby malen würdest, hättest du dich dann nach einem langen Arbeitstag hingesetzt und diesen Wahnsinn von Bild hingepfeffert? Anne starrte stumm auf den Aquarellblock. Siehst du, krummelte Tess, jetzt fällt dir nichts mehr ein. Hör bloß nicht auf zu malen, mach weiter, ich will mehr davon. Es schien ihr ernst zu sein. Immer wieder schaute sie das Bild an, ging einen Schritt zurück, dann wieder ganz nah ran. Schließlich legte sie Anne einen Arm um die Schulter. Du glaubst gar nicht, wie froh ich bin, dass die brave, angepasste Anne endlich aus sich heraus geht. Und was habe ich davon? brach es aus Anne heraus. Seit ich angefangen habe, mich frei zu schwimmen, geht alles den Bach runter. Joachim ist weg. Verstehst du denn nicht? Die ganze Sache ist aus dem Ruder gelaufen. Sie war den Tränen nah. Abwarten, sagte Tess, der kommt wieder. Betrachte es als Auszeit, in der du tun und lassen kannst, was du willst. Und was zum Beispiel? Anne's Freundin warf die Arme in die Luft, wie ein Zirkusdirektor, der seine beste Nummer ankündigte. Club de Sade. Geht das noch ein bisschen genauer? Der Marquis de Sade war ein Lüstling erster Güte, dozierte Tess, den gespreizten Tonfall ihres finsteren Fürsten imitierend. Ein französischer Adeliger, Mitte des 18. Jahrhunderts geboren. Verderbt, lasterhaft, ein Meister der Schmerzen. Seine Orgien waren berühmt und berüchtigt. Er liebte es, bei Auspeitschungen zuzusehen. Anne spürte eine Gänsehaut ihren Rücken hinunter kriechen. Das ist ja schauerlich. Auf abgelegenen Schlössern, aber auch mitten in Paris, zelebrierte er die Kunst der exquisiten Qualen, setzte Tess ihren kleinen Vortrag fort. Mit Prostituierten, Schauspielerinnen, Zofen, Bauernburschen, sogar Angehörigen des Hochadels. Er hatte sie alle, so wie mein Fürst der Finsternis. Sag mal, kann es sein, dass du gerade durchdrehst? fragte Anne. Tess fiel in ihren normalen Tonfall zurück. Nö, wieso? Dieser Ramon, was hat er mit dir gemacht? Erpressung, Gehirnwäsche, Drogen? Schön, dass du fragst. Tess schloss theatralisch die Augen. Er hat mich wach geküsst. Er hat mir gezeigt, wer ich wirklich bin, zur Sklavin geboren. Spätestens jetzt war Anne überzeugt, dass ihre Freundin neuerdings einen schweren Schatten hatte. Zur Sklavin geboren? Diese selbstbewusste erfolgreiche Investmentbankerin, die sonst alle Männer lässig in die Tasche steckte? Das war ja wohl die Höhe. Wie eine Tänzerin vollführte Tess eine Pirouette und reichte Anne die Hand. Lass dich entführen ins Reich der Sinne. Anne kam nur mit, weil sie Tess auf keinen Fall allein lassen wollte. Ihre Freundin wirkte wesensverändert. In einem Moment war sie die gute alte Tess, frech und spritzig, im nächsten Moment faselte sie von Unterwerfung und ihrem Gebieter. So ging es während der gesamten Autofahrt. Sobald das Gespräch von Ramon handelte, verdrehte Tess die Augen und bekam diesen windelweichen Gesichtsausdruck, der Anne schon in der Umkleide des Playland Club gestört hatte. Das passte nicht zu Tess, jedenfalls nicht zu der Frau, die Anne nun schon seit zehn Jahren kannte. Allmählich fragte sie sich, wie gut man einen Menschen überhaupt kennen konnte. Wie gut kannte sie Joachim? Hatte er auch dunkle Seiten? Oder eine dunkle Vergangenheit? war er sechsunddreißig gewesen, alt genug, um schon eine Menge erlebt zu haben, und seine Vorliebe für Internetpornos war ein eindeutiger Hinweis darauf, dass Anne längst nicht alles über ihn wusste. Fahr schneller, mahnte Tess ungeduldig. Es ist kurz vor sieben, wir müssen rechtzeitig da sein, Ramon will es so. Ach, ist er einer von den Pünktlichen? Nein, der Fürst der Finsternis hat seine eigenen Gesetze. Jetzt sprach wieder Tess, die Sklavin, mit unterwürfiger Samtstimme. Er lässt mich warten. Du glaubst nicht, wie erregend das ist. Gestern hat er mich in ein Hotelzimmer bestellt und ist erst zwei Stunden später erschienen. Vorfreude ist die schönste Freude, sagte Anne trocken. Normalerweise nennt man das Verspätung. Und du verstehst das nicht. Es ist ein hoch erotischer Countdown. Du hast Herzklopfen und Fracksausen und wenn er dann erscheint, macht er dich zur glücklichsten Frau der Welt. Anne bremste und brachte den Wagen vor einer roten Ampel zum Stehen. Das Problem ist, dass du das wirklich glaubst. Ich glaube es nicht. Ich fühle es, säuselte Tess. Es hatte keinen Sinn. Anne gab es auf, Tess zur Vernunft zu bringen. Als die Ampel auf einen Kavalierstart hin, um sich abzureagieren. Sie verging vor Sorge um Tess. Oder sah sie mal wieder Gespenster? Um kurz vor sieben hielten sie vor einer großen Villa. Kein heruntergekommenes Gebäude diesmal, sondern ein herrschaftliches Anwesen in feiner Wohngegend. Es lag in einem hell erleuchteten, gepflegten Park. Eine kiesbestreute Auffahrt führte zu einem prachtvollen, stuckverzierten Haus mit vier weißen Säulen. Eins musste man dem selbsternannten Fürsten der Finsternis lassen. Er spielte in der Oberliga. Anne parkte ihren Mini neben einer Reihe edler Karossen. Die Nummernschildern nachzuurteilen, kamen die betuchten Gäste nicht nur aus der Nähe, sondern auch von weit her. Musste ja ein dolles Ding sein, dieser Klub. Auf einmal fühlte sich Anne albern in ihrer roten Corsage. Seit dem Abend im Playland Club wusste sie, dass ihr Outfit in der SM-Szene als Zofendress galt. In so einer Villa als Zofe rumzulaufen, konnte ja wohl nur bedeuten, dass man sie für niedere Dienste einsetzte. Aber wie würde das konkret aussehen? Getränke servieren? Damen entkleiden? Peitschen anreichen? Grundgütiger. Ich bin so aufgeregt. Aufgeregt war noch untertrieben. Tess zappelte herum wie eine Erstklässlerin. Wir lassen alles ganz ruhig auf uns zukommen, sagte Anne, während sie ausstieg. Sie dachte kurz nach. Lass uns ein Codewort vereinbaren. Ein Codewort? Ja, wenn du weg willst, irgendein Wort, damit ich Bescheid weiß, dann machen wir die Biege. Das wird nicht nötig sein, verkündete Tess hoheitsvoll. Da war Anne aber ganz anderer Meinung. Schweigend stöckelten sie über den Kies auf den Eingang der Villa zu. Davor hatte sich ein kleiner Stau gebildet. Etwa zwanzig Gäste in eleganten Mänteln und mit schwarzen Augenmasken warteten in einer Schlange. Vor dem Portal nahm ein livrierter Diener etwas entgegen, was nach Einladungskarten aussah. Wir kommen da gar nicht rein, flüsterte Anne erleichtert, ist nur für geladene Gäste. Rate mal, was ich habe. Tess zog zwei Büttenkuverts aus ihrer Handtasche. Wir werden fürstlich verwöhnt. Es gab kein Entrinnen. Tess wirkte sowieso dermaßen wild entschlossen, dass sie vermutlich sogar durchs Klofenster in diesen edlen Schuppen geklettert wäre, wenn sie keine Einladung gehabt hätte. Feierlich überreichte sie Anne eine Augenmaske und setzte selbst eine auf. Heute ist der Blue Monday. Die Spiele mögen beginnen. Sie stellten sich hinten in der Schlange an. Das gab Anne Gelegenheit, die anderen Leute näher zu betrachten. Alle Altersstufen waren vertreten. Jüngere Paare in teuren modischen Steppjacken, Frauen mittleren Alters in Pelzen, gesetzte Herren in dunkelblauen und kamelhaarfarbenen Blazermänteln. Obwohl alle Masken trugen, spürte man die gespannte Erwartung. Alle beäugten einander verstohlen, flüsterten und tuschelten. Anne musste an Lars denken, der gerade mit seiner Taschenlampe durch den Kindergarten geisterte und Soja Marie erschreckte. Und sie stand vor einer geheimnisvollen Villa, wo eine Sadomaso-Orgie auf sie wartete. Sie konnte nur von Glück sagen, dass Frau Landmann sie nicht sah, in ihren High Heels, mit nichts als einer sündigen roten Straps-Corsage unterm Trench. Gleich sind wir dran, raunte Tess ihr zu. Es war nur noch ein Paar vor ihnen. Delivrierte Dina, der an der Treppe zum Eingang stand, machte ein hochmütiges Gesicht. Er war totenbleich, sein schlohweißes, senkrecht aus der Stirn gekämmtes Haar stand ihm buchstäblich zu Berge. Ohne eine Mine zu verziehen, holte er die Einladungskarten aus den Büttenumschlägen und verglich sie mit der Namensliste in einem Gästebuch. Es war so dick wie eine Bibel. Aufgeschlagen lag es auf einem Stehtisch, daneben standen gefüllte Champagnergläser. Der Typ sieht aus wie aus dem Wachsfiguren Kabinett, kicherte Anne. Tess, die alte, freche Tess, fing ebenfalls an zu kichern. Den haben sie bestimmt aus der Gruft geholt. Wie der aussieht, schläft er tagsüber in einem Sarg. Anne gluckste. Der wird abends nicht geweckt, der wird wieder belebt. Jetzt waren sie an der Reihe. Stolz reichte Tess dem Diener die beiden Kuverts. Anne dagegen interessierte sich mehr für die Gläser. Ein Schluck Champagner, warum nicht? Zur Not konnten sie später ein Taxi nehmen. Guck mal, Hintes Proseccio, sagte sie, streckte die Hand nach einem der Gläser aus, machte einen Schritt vorwärts und übersah eine Treppenstufe. Erschwerend kam hinzu, dass sie die High Heels trug, mit denen sie schon Joachim am denkwürdigen Abend der großen Verführung entgegengestolpert war. Alles, was nun geschah, erlebte Anne wie in Zeitlupe. Mit der rechten ausgestreckten Hand suchte sie Halt am Stehtisch, riss ihn krachend um, ihre linke Hand klammerte sich an Tess, die kreischend mit Anne zu Boden ging, während der Diener, der ihnen zu Hilfe eilte, mit einem heiseren Schrei auf sie draufpurzelte. Verdutzt blinzelte Anne in die gleißend hellen Laternen des Eingangsbereichs. Es war so peinlich, vor all diesen Leuten, aber es war noch was, saukomisch. Du bist unmöglich, schimpfte Tess, konnte sich das Lachen aber ebenfalls nicht verbeißen. Das war doch mal ein großer Auftritt, prustete Anne los. Tess starb fast vor Lachen. Du fällst schon auf die Knie, bevor es überhaupt losgeht, ausgerechnet du. Unter den strengen Blicken des Dieners, der weich gelandet war und bereits wieder auf seinen spiegelblanken Lackschuhen stand, rappelten sie sich auf. Böse starrte er die beiden Frauen an. Wollte er ihnen etwa eine Standpauke halten? Anne sah ihn leicht schuldbewusst an. Anno, was war mit seiner Frisur passiert? Ihr Toupet ist verrutscht, platzte es aus ihr heraus. Um Tess war es nun endgültig geschehen. Lachtränen, vermischt mit Wimperntusche, liefen ihr übers Gesicht. Es war aber auch ein zu schräger Anblick. Dem guten Mann hing das sorgfältig toupierte Haarteil bis zum Kinn. Seine Glatze glänzte wie poliert. Nichts wie weg hier! Ohne sich noch einmal nach dem indignierten Diener umzusehen, lief Tess die Stufen zu einem wuchtigen Eichenportal hoch, dessen Flügel weit geöffnet waren. Anne suchte derweil hinkend einen ihrer Highheels, den sie bei dem Sturz verloren hatte. Nachdem sie ihn unter dem umgekippten Stehtisch gefunden hatte, lief sie hinter Tess her und holte sie in der Eingangshalle ein. Jetzt haben wir wenigstens ein Codewort, kicherte sie. Pro Setscho! Tess war stehen geblieben, den Kopf in den Nacken gelegt. Die riesige runde Halle reichte drei Stockwerke hoch. Eine geschwungene Treppe mit einem verschnörkelten goldfarbenen Geländer führte in die oberen Gemächer. Die Wände ringsum waren mit röser Lüster. Sprachlos nahmen Anne und Tess die Pracht in Augenschein. Weiße Statuen, die nackte Jünglinge und üppige Frauen darstellten, schauten ihnen dabei zu. Der zentrale Blickfang aber war ein monumentales Gemälde. Es hing direkt gegenüber dem Eingang. Anne blieb die Spucke weg. Mit steifen Schritten stöckelte sie auf das Gemälde zu. In einem über und über verzierten Goldrahmen auf einer Fläche von etwa dreimal vier Metern lächelte ihr ein Mann entgegen, der ihr bekannt vorkam. Genauso wie sein spöttisches überhebliches Lächeln. Er trug eine schwarze Uniform und darüber einen wehenden schwarzen Umhang. Seine Augen waren hinter einer schwarzen Maske verborgen. Trotzdem hatte Anne keine Mühe ihn zu erkennen. Ach du dickes Dotter, sagte sie. Tess war in Andacht erstarrt. Der Fürst der Finsternis, kam es tonlos von ihren Lippen. Anne steckte ihre eiskalten Hände in die Taschen ihres Trenchcoats. Sieht so aus, als ob Ramon die Bude hier gehört. Zutrauen würde ich es ihm, flüsterte Tess vollkommen hingerissen. Ein livrierter Diener eilte auf sie zu, er war bedeutend jünger als die Wachsfigur am Eingang, Die Damen, kann ich Ihnen möglicherweise weiterhelfen? fragte er. Es schickt sich nicht, der großen Zeremonie im Ballsaal in Mänteln beizuwohnen. Die Regeln des Hauses gebieten frivole Nacktheit. Hätten sie vielleicht die Liebenswürdigkeit abzulegen? Ziemlich perplex sahen Anne und Tess sich an. In der Halle war es zugig, beide fröstelten. Kein Wunder, sie waren ja auch halbnackt unter ihren Mänteln. Hätten sie vielleicht die Liebenswürdigkeit uns in Ruhe zu lassen? fragte Anne zurück. Ich behalte meinen Mantel an. Wie sie wünschen, lispelte der Diener gekünstelt vornehmen. Dann bitte dort entlang in den blauen Salon, wenn ich die Damen untertänischst bitten dürfte. Er deutete auf einen dunkelroten Samtvorhang neben dem Gemälde. Voller Unbehagen folgten die beiden Freundinnen seiner Aufforderung. Es war alles ziemlich seltsam, fand Anne, die nach dem Ausflug in den Playland Club etwas ganz anderes erwartet hatte. Der offensichtliche Luxus und die gestellste Förmlichkeit irritierten sie. Nach einer Sadomaso Session sah es auch nicht aus. Kann es sein, dass dein Operettenfürst dich verladen will? wisperte sie Tess zu, als sie vor der Samtportiere standen. Ich meine, wir schlagen hier in unserer sexy Kluft auf und nachher ist es eine sturznormale Party, nur mit Masken. Dann gucken wir echt blöd aus der Wäsche. Apropos, deine Wimperntusche ist verschmiert. Du musst dir das Gesicht waschen, sonst halten die Leute dich für einen Zombie. Okay, fragen wir den eingebildeten Kellner, wo man hier mal für kleine Mädchen kann, bevor wir da reineiern. Sie sahen sich nach dem Diener um. Er war spurlos verschwunden. Immer neue elegante Gäste strömten in die Eingangshalle. Dann suchen wir die Toilette eben selber, beschloss Anne. Auf der anderen Seite des Gemäldes fanden sie zwischen zwei Statuen eine unscheinbare schmale Tür. Ein letztes Mal sahen sie sich um, dann gingen sie hindurch und betraten einen schummrigen so weit heruntergedimmt, dass man kaum die Hand vor Augen sah. Dunkel wie im Bärenpopo, beschwerte sich Tess. Wo ist denn nun die Toilette? Anne tastete sich hinter ihr an der Wand entlang. Du, ich glaube, wir sind hier falsch. Hurra, eine Türklinke, hier muss es sein. Tess drückte die Klinke hörbar herunter, was ein lautes metallisches scheppern hervorrief. Ich glaube, das ist es. Ein langgezogener Schrei und im nächsten Moment war sie weg. Anne stand allein im Gang. Tess rief sie. Tess nichts, als hätte die Wand ihre Freundin verschluckt. Es war unheimlich. Vorsichtig tastete sich Anne weiter in die Richtung, wo Tess verschwunden war. Noch ein Schritt und sie trat ins Leere. Heftig fiel sie nach vorn, flog auf die Seite und schoss mit irrwitziger Geschwindigkeit durch eine gewundene Röhre, die sie einige Meter tiefer ausspuckte. Auf einer dicken, weichen Matratze, direkt neben Tess. Was war das denn? Tess rieb sich das Knie, das während der Rutschaktion offenbar etwas abbekommen hatte. Schätze, ein Geheimgang oder vielmehr eine Geheimrutsche, verbesserte sich Anne. Lars wäre begeistert, aber ich bin echt zu alt für so einen Kinderkram. Stöhnend massierte sie sich ihre schmerzende Hüfte. Tess sah sich beklommen um. Äh, Anne, für Kinder ist das hier glaube ich nicht geeignet. Eine Fackel, die an der Natursteinwand befestigt war, warf ihr flackerndes Licht auf Folterwerkzeuge, die Anne bisher nur aus Mittelalter filmen kannte. Eine Streckbank, Eisenringe und Ketten, Schraubzwingen und anderes Gerät, das sie sich lieber nicht so genau anschaute. Du und dein Fürst der Finsternis, rief sie entnervt. Was ist das für ein Kerl, der sich eine Folterkammer baut, wo andere einen netten Hobbykeller haben? Das hier ist sein Hobby. Tess schmolz dahin, die neue verwandelte Tess. Club des Sardes, schon vergessen? Es ist stilecht. Denk einfach an einsame Schlösser in der französischen Provinz, wo wehrlose Jungfrauen in die Welt der peinigenden Freuden eingeführt werden. Leidenschaft pur. Weißt du, woran ich denke? Dass ich jetzt gemütlich zu Hause in der Badewanne liegen könnte, mit Duftkerzen und einem guten Buch? Anne war auf 180. Sie fand dieses Foltergewölbe einfach nur daneben. Schaudernd blickte sie um sich. Also, du kannst gern auf Ramon warten Ich will hier raus oder am besten gleich nach Hause. Sie krabbelte von der Matratze herunter und begann den Raum nach einer Tür abzusuchen. Im Halbdunkel der Fackel war das gar nicht so einfach. Schließlich ertastete sie einen Hebel zwischen den groben Steinen und drückte ihn herunter. Geräuschlos öffnete sich die Mauer, weil es gar keine Mauer war, sondern eine Kunststoff Attrappe, wie Anne verblüfft feststellte. Was war das eine Filmkulisse? Ich habe den Notausgang entdeckt, rief sie. Kommst du mit oder willst du lieber auf die Streckbank? Ich will mit, mit einem Satz war Tess bei ihr. Selbst im schummrigen Licht sah man, dass sie nun doch etwas Angst vor der eigenen Courage hatte. Schweigend stiegen sie im Schein der grünlichen Notbeleuchtung eine enge Wendeltreppe hoch, die vor einer hölzernen Papiertaschentuch aus ihrem Mantel und rieb Tess, so gut es ging, die zerlaufene Wimperntusche vom Gesicht. Dann untersuchten sie die Tür. Sie hatte keine Klinke, keinen Knauf, nichts, womit man sie hätte öffnen können. Du, das sind zwei Löcher im Holz, wisperte Tess. Sie schaute hindurch. Wow, ein Lotterbett! Lass mich mal! Anne drängte sich neben Tess und schaute durch die Öffnungen, die genau im Augenabstand angebracht waren. Auf der anderen Seite der Tür ging die Post ab. In einem hohen, mit roten Stofftapeten ausgeschlagenen Raum wälzte sich im Kerzenschein mannshoher Kandelaber eine Gruppe dürftig bekleideter Menschen auf einem Himmelbett. Die Körper waren bis zur Unkenntlichkeit ineinander verknäult, die meisten auf irgendeine Weise gefesselt, verteut oder verklebt. Ist es nicht ein hemmlischer Anblick, schwärmte Tess. Diese entfesselte Fesselung, diese lustvolle Ausschweifung. Anne atmete heftig aus. Weißt du eigentlich, dass du manchmal eine Mords Nervensäge bist? Willst du dich etwa in das Gewimmel da stürzen? Tess, bei aller Liebe, das ist komplett hirnlos. Doch ihre Freundin lächelte nur unergründlich. Tja, Süße, du bist eben noch nicht so weit. So weit werde ich nie sein, erwiderte Anne unwirsch. Aber es hilft nichts, wenn wir nicht bis ans Ende unserer Tage im Folterkeller schmoren wollen, müssen wir da durch. Bevor Tess sie davon abhalten konnte, warf sich Anne mit aller Kraft gegen die Holztür. Ächzend gab sie nach und die beiden Freundinnen stolperten geräuschvoll in den Raum. Etwa zehn Augenpaare richteten sich auf sie. Hallo, schönen guten Abend, lassen Sie sich nicht stören, frohe Verrichtung noch, wir sind schon wieder weg, plapperte Anne drauflos. Sie hakte Tess unter und unter den erstaunten Blicken der Gefesselten flitzten sie am Himmelbett vorbei zu einer mächtigen goldverzierten Tür. Anne riss sie auf und einen Augenblick später standen sie atemlos rannten Kerzen auf mannshohen schmiedeeisernen Kandelabern. Sie erleuchteten eine Reihe von Gemälden, die kostbar gerahmt waren. Seine Ahnengalerie, Tess juchzte verzückt. Oh, mein Fürst der Finsternis, wo bist du? Hier. Die beiden Freundinnen zuckten zusammen. War da jemand? Willkommen im Club des Sardes, sagte eine sonore Männerstimme, die unverkennbar Ramon gehörte. Wie ich die Ehre hatte, miterleben zu dürfen, habt ihr euch schon mit den Lokalitäten vertraut gemacht. In diesem Moment entdeckte Anne den Lautsprecher, der zwischen zwei Gemälden hing, und eine Kamera, die direkt auf sie gerichtet war. Nur Mut, meine reizende Novizinnen, schmeichelte die Stimme. Die große Zeremonie findet im Ballsaal statt. Ihr erreicht ihn, wenn ihr eure wohlgeformten Beine nach links bis zum Ende des Gangs bewegt. Dort findet ihr eine Tür mit zwei gekreuzten Schwertern. Tretet ein und begebt euch auf eine Reise in die Welt ungezügelter Lust. Er hat uns die ganze Zeit beobachtet beobachtet, raunte Tess. Ja, es gibt überall Kameras hier. Anne begriff langsam, wie durch Trieben dieser Ramon war. Und dass Tess sich völlig arglos einem Kerl auslieferte, der nicht zu unterschätzen war. Vermutlich saß er in irgendeiner Kommandozentrale und ergötzte sich an den Bildern, die ihm die vielen Kameras lieferten. Und was machen wir jetzt? fragte sie. In den Augen von Tess glitzerte es unternehmungslustig. Auf in den Ballsaal! Ihre Absätze klapperten auf dem gebohnerten Parkett, als sie den Gang entlang stöckelten, bis sie die Tür mit den gekreuzten Schwertern erreichten. Das Codewort heißt Procecho, schärfte Anne ihrer Freundin ein letztes Mal ein. Sobald du es sagst, hol ich dich da raus. Geht klar, mein Hase, Tess zwinkerte Halt? Anne dachte gerade über die Vorteile einer Reiserücktrittsversicherung nach. Sobald sie die schwere gepolsterte Tür geöffnet hatten, umfing sie eine Szenerie, die Anne den Atem stocken ließ. Der hohe, reich ausgeschmückte Ballsaal war voller Menschen, die zu den Klängen eines kleinen Orchesters tanzten. Es mochten an die hundert Personen sein, sämtliche Gäste trugen Outfits aus der Fetischabteilung, Lack, Leder, Nieten in alle nur denkbaren Variationen. Und alle stellten ungeniert ihre nackte Haut zur Schau. Der Duft schwerer Parfums lag in der Luft. Anne schaute hoch zu der goldverzierten Balustrade, wo das Orchester spielte. Was mochten die Musiker in ihren schwarzen Smokings denken? Ramon musste ihnen ein Vermögen zahlen, damit sie Stillschweigen über diese etwas andere Party bewahrten. Champagner? Ein Diener, wie die übrigen Bediensteten in Livree und Lackschuhen hielt ihnen ein Tablett hin. Anne und Tess nahmen sich ein Glas. Tess stürzte ihres in einem Zug hinunter. Ihre Augen glänzten verdächtig. Sie schien voll im Film und absolut sorglos zu sein. Anne dagegen nippte nur an ihrem Champagner, um einen klaren Kopf zu bewahren. Nicht, dass diese hoch erotische Atmosphäre sie abgestoßen hätte. Es war abgefahren, es war faszinierend und sie fand es sogar erregend. Doch vermutlich war es nur eine Frage der Zeit, wann die Party in eine härtere Gangart verfallen würde. Anne hatte nicht vergessen, welche Torturen der Folterkeller versprach. Gerade wollte sie Tess unauffällig zum Ausgang ziehen, als das Orchester einen Tusch spielte. Alle schauten nach oben zur Balustrade. Wie ein König, der sein Volk befehligte, stand ein Mann in einem schwarzen Umhang und einer schwarzen, mit funkelnden Schmucksteinen besetzten Augenmaske an der Brüstung. Frauen kreischten auf, Männer gaben lauthals Bravo-Rufe von sich, Applaus brandete auf, vermischt mit frenetischem Jubel. Ehrerbietig verneigten sich die Gäste vor dem Fürsten der Finsternis. Nur eine blieb kerzengerade am Rand stehen, Anne. Werte Freundinnen und Freunde, hob Ramon zu einer Ansprache an. Es ist mir ein großes Vergnügen, euch begrüßen zu dürfen. Wie ich sehe, habt ihr euch bereits ein wenig angewärmt. Nun schreiten wir zu unserer feierlichen großen Zeremonie. Allgemeines Raunen. Ohne weitere Aufforderung formten die Gäste einen Kreis. Auch Anne und Tess reiten sich ein. Heute ist ein besonderer Abend, fuhr Ramon fort. Wir nehmen in unseren erlauchten Zirkel zwei Adeptinnen auf, die wir mit der gebührenden Ehre empfangen sollten. Als sei er plötzlich aus dem Boden gewachsen, stand vor Anne und Tess der blonde Mann, der Ramon im Playland Club begleitet hatte. Heute trug er statt Ledertanger und Netzhemd einen Latexanzug, der nur sein sehenswertes Hinterteil freilies. Perfekte Apfelhälften, gut durchtrainiert und sanft gebräunt. Um die Hüften hatte er ein Seil geschlungen. Magnus, die Stimme von Ramon nahm einen schnarrenden Befehlston an. Geleite die beiden Damen zu ihrem Platz. Das Graune schwoll an. Alle starrten auf Anne und Tess, die ihrem Gebieter verzückte Blicke zuwarf. Magnus nahm Tess den Mantel ab, was sie ohne Widerstand geschehen ließ. Nun stand sie in nichts als ihrer Lederkorsage, dem Slip und den halterlosen Strümpfen im Zentrum der Aufmerksamkeit. Als Magnus auch Anne den Mantel ausziehen wollte, gab sie ihm Sie trat einen Schritt zurück. Bedauernd hob er die Achseln. Wie du willst. Magnus nahm Tess bei der Hand und führte sie in die Mitte des Menschen Kreises. Annes Freundin schien wie in Trance zu sein, willenlos mit gebeugtem Nacken. Das Stimmengewirr erstarb. Eine unerträgliche Spannung lag im Raum. Auf die Knie ordnete der Fürst der Finsternis donnernd an. Gehorsam sank Tess zu Boden, auf ein kleines rotes Samtkissen, das Magnus ihr hingelegt hatte. Dann wickelte er sich das Seil von seinen Hüften und begann die Hände von Tess auf den Rücken zu fesseln. Anna hatte einen Kloß in der Kehle. Unwillkürlich ballte sie die Fäuste in den Taschen ihres Trenchcoats. Was hatten die vor? Wenn Tess auch nur ein Haar gekrümmt wurde, konnten die was erleben. Sie würde kämpfen wie eine Löwin. Aber wie sollte sie es mit den vielen Menschen hier aufnehmen? Aus ihrer Handtasche ertönte ein schwacher Fanfarenstoß. Verstohlen schmuggelte sich Anne weiter nach hinten bis zur Wand des Ballsaals und holte mit fliegenden Fingern ihr Handy heraus. Hallo, schöne Frau, las sie auf dem Display immer noch standhaft? Mark, der Muskelmann, der Tiger auf dem Sprung. Ja, sie musste ihn auf Abstand halten, nein, sie durfte ihm nicht antworten und beides war jetzt sowas von egal. SOS, ich brauche dringend deine Hilfe, simste sie zurück und tippte die Adresse der Villa ein. Keine weiteren Erklärungen. Sie schickte die SMS ab und wartete , bis komme sofort, bin in zwanzig Minuten da. Anne atmete auf. Andererseits, zwanzig Minuten waren eine Ewigkeit, wer konnte schon wissen, was bis dahin passierte. Währenddessen war die große Zeremonie in vollem Gange. Ein Gast nach dem anderen defilierte an Tess vorbei, die mit geneigtem Kopf auf dem Samtkissen kniete. Jeder gab ihr einen kleinen Schlag, strich ihr über den Rücken oder Unbeweglich ließ sie es über sich ergehen, immer noch wie in Trance. Tess musste komplett den Verstand verloren haben. Mit vor Anspannung zusammengekniffenen Pobacken zog Anne ihren Mantel aus, hängte ihn über einen verschnörkelten Stuhl und reihte sich in das Defilé ein. Als sie bei Tess angekommen war, beugte sie sich zu ihr hinunter. Du musst diesen Mist nicht mitmachen, presste sie leise hervor. Ich bin da, wenn du mich brauchst. Tess zeigte keinerlei Regung, sah nicht einmal zu Anne auf. Es war zum verrückt werden. Unverrichteter Dinge machte Anne dem Nächsten in der Prozession Platz. Es war ein älterer Herr. Auf seinem fast kahlen Kopf sprossen ein paar Fusselhaare. Wie zur Salzsäule erstarrt, blieb Anne stehen. In Lederjäckchen und Smokinghose mit leicht verrutschter Augenmaske stand Klaus von Bernstorf vor ihr und deutete eine galante Verbeugung an. Guten Abend, gnädige Frau. Ich habe Sie schon von weitem gesehen. Meine Gratulation. Wie erfreulich, dass wir unsere extravaganten Leidenschaften teilen. Anne entgleisten die Gesichtszüge. Erfreulich nannte er das. Und überhaupt, es war doch wohl der Irrsinn Hochzehn, dass dieser seriöse ältere Herr hier den Sadomaso Kaspar gab. Der honorige Seniorpartner einer angesehenen Kanzlei. Ausgerechnet er entpuppte sich als Fan von Fessel Partys? Wenigstens wusste Anne jetzt, wofür er so dringend sein Viagra brauchte. Sie täuschen sich in mir, wisperte sie, und zwar gewaltig. Klaus von Bernstorf grinste komplizenhaft. Keine Sorge, von mir erfährt niemand etwas, ich bin ein Ehrenmann. Ein Ehrenmann? Darunter stellte sich Anne nun wirklich etwas anderes vor. Wortlos nickte sie ihm zu und zog sich auf ihre Beobachterposition an der Wand zurück. Klaus war leer. Das Orchester fing wieder an zu spielen, einen langsamen, klagenden Tango. Die Geigen schluchzten, ein Bandoneon stimmte eine klagende Melodie an. Und? fragte Magnus, der unbemerkt neben Anne getreten war. Ist das nicht ein grandioses Schauspiel? Ich würde sagen, ein unwürdiges Schauspiel, erwiderte Anne schroff. Dieser Ramon hat ja wohl mehr als eine Schraube locker und einen schweren Grandiositätskomplex, für wen hält er sich? Magnus lächelte dünn. Du hast es noch nicht verstanden, aber du kommst schon noch drauf. Das glaubst auch nur du, dachte Anne wütend. Trotz ihrer mehr als leichten Kleidung brach ihr der Schweiß aus. Arme Tess, merkte sie denn nicht, dass man sie hier zu einem Lustobjekt degradierte? Mittlerweile teilten, wurden härter. Einige hatten Gummiknüppel und Rohrstöcke in der Hand. So erregend Fesselspiele sein mochten, es mussten Spiele bleiben. Doch diese verdammte Zeremonie war alles andere als ein Spiel. Auf einmal stockte die Prozession. Die Gäste wichen zurück. Im Vollbesitz seiner eingebildeten Macht stolzierte Ramon in die Mitte und blieb hinter Tess stehen. In seiner rechten Hand schwang er eine Peitsche. Wollen wir sie in unseren Zirkel aufnehmen? rief er. Ja, erscholl es vielstimmig zurück. Soll sie ihren Gehorsam unter Beweis stellen? Ja, johlte die Menge. Dann werde ich sie heute Abend vor aller Augen zur Sklavin erziehen. Wieder brach Applaus und jubellos, während Ramon seine Peitsche hoch über den Kopf hob. Anna hatte genug gesehen. Sie zitterte am ganzen Körper. Ob Mark sein Versprechen halten und kommen würde? Ihre Stimme versagte fast, als sie sich an den nächstbesten Diener wandte. Wo, bitte, geht's denn hier raus? Mit unbeweglicher Miene zeigte er auf eine Flügeltür, die unter der Balustrade lag. Aber das wäre zu auffällig gewesen. Gibt es auch eine Abkürzung? Bitte, bitte, ich muss ganz schnell weg. Annes flehende Stimme schien den Diener zu erweichen. Er war ein alter, ergrauter Mann und sah ohnehin nicht so aus, als würde sein Job ihm Spaß machen. Was er von dieser exaltierten Gesellschaft hielt, stand ihm deutlich ins Gesicht geschrieben, gar nichts. Ich führe sie, flüsterte er und öffnete eine Tapetentür, die Anne bisher nicht bemerkt hatte. Kommen Sie. Im Zickzack ging es um ein paar Ecken einen Eingangshalle. Jetzt erst merkte sie, dass sie ihren Mantel vergessen hatte. Verflixt. Da zeigte sie Mark die ganze Zeit die kalte Schulter und sprang jetzt halbnackt durch die Gegend. Ging's noch krasser? Der Diener wollte schon in den Ballsaal zurückkehren, aber Anne hielt ihn zurück. Es kommt noch ein Gast. Misstrauisch sah er zum geschlossenen Eingangsportal. Hat dieser Gast auch eine Einladung? Anne nahm Ich bin die Einladung. Es ist wichtig. Lassen Sie ihn rein, bitte. Sichtlich zwischen seinen Anweisungen und Annes eindringlicher Bitte hin- und hergerissen, kratzte er sich am Ohr. Hm, ich weiß nicht, das gibt bestimmt Ärger. Hören Sie zu, sagte Anne und machte eine Kopfbewegung in Richtung Ballsaal. Da drinnen ist meine Freundin. Sie ist eine liebenswerte, warmherzige Frau, aber leider nicht mehr kontrollieren kann. Ramon, oder wie auch immer dieser ausgetickte Typ mit der Peitsche heißt, wird ihr was antun, was Schlimmes, das dürfen Sie nicht zulassen. Ist ja schon gut, brummte der Mann. Er zog eine Chipkarte aus seiner Livree und ging auf das Portal zu. Dann steckte er die Karte in einen Metallkasten, der in die Wand eingelassen war. Mit wenigen Schritten war gewaltigen Flügeltüren. Dahinter stand Mark. Ein Tiger in Anzug, Hemd und Krawatte, ein Gentleman vom Scheitel bis zur Sohle, wenn auch ein sehr, sehr stark gebauter Gentleman. Fassungslos musterte er Anne, die zitternd neben dem Diener stand, in einer roten Corsage, Strapsen und Highheels. Hallo, hauchte Anne. Mark machte ein Gesicht, als hätte er soeben erfahren, dass der Weihnachtsmann wirklich existierte. Die Augen fielen ihm fast aus dem Kopf. Wow, irre, Wahnsinn, du siehst fantastisch aus. Heißt das, du hast deine Meinung über uns beide geändert? Leider ist es nicht das, wonach es aussieht, sagte Anne hastig. Wir müssen Tess retten, sie ist in großer Gefahr. Wie jetzt, Tess? Und wieso retten? Ich erkläre es dir später, wir müssen uns beeilen, komm bitte mit. Mit diesen Worten zog Anne ihre High Heels aus, schleuderte sie von sich und rannte auf Strümpfen los. Der Diener hatte sich wohlweislich aus dem Staub gemacht, aber die Tür zum Geheimgang stand noch offen. Anne schlüpfte hindurch. Hinter sich hörte sie die federnden Schritte von Mark. Was geht hier ab? rief er. Was ist das für ein Haus? Wohnst du etwa hier? Ohne zu antworten, rannte Anne weiter, bis sie vor einem schmalen Lichtstreifen stehen blieb, der auf den staubigen Boden des Gangs fiel. Die Tür zum Ballsaal war nur angelehnt. Drinnen steigerte sich die Tango-Musik gerade zu einem infernalischen Getöse, in das sich Begeisterungsrufe und Applaus mischten. Mark, sagte sie beschwörend, alles, was du gleich siehst, musst du für dich behalten, ja? Versprich es mir. Versprochen. Er lauschte auf die Musik und die Stimmen. Was geht da drin vor sich? Eine Riesenschweinerei, stieß Anne hervor. Du bist der Retter in der Not. Ich wüsste nicht, was ich ohne dich machen würde. Könnte sein, dass du deine Fäuste benutzen musst. Obwohl er ziemlich verdattert wirkte, warf Mark sich in Positur. Dann nichts wie rein ins Getümmel. Im Ballsaal wütete ein Exzess. Die große Zeremonie begann sich in eine Orgie aufzulösen. Es herrschte ein Gedränge wie in der U-Bahn zur Hauptverkehrszeit. Überall standen, tanzten und lagen enthemmte Menschen, die drauf und dran waren, selbst vergessen ihre dunkelsten Fantasien auszuleben. Zu zweit, zu dritt, in jeder erdenklichen Kombination. Zur Mitte hin verdichtete sich das Treiben. Anne musste ihre Ellenbogen benutzen, um überhaupt durchzukommen. Tess, schrie sie, Tess, verdammt, wo bist du? Proseggio, kam es schwach aus der Mitte. In diesem Moment sah Anne ihre Freundin. Immer noch kniete sie auf dem roten Samtkissen, die Hände auf dem Rücken gefesselt, während Ramon seine Peitsche immer heftiger auf ihren Rücken niedersausen ließ. Mit eisernem Griff hielten Magnus und ein weiterer Mann die wimmernde Tess fest. Gib's ihr, gib's ihr, skandierten die Umstehenden. Bevor Anne überhaupt reagieren konnte, stürzte sich Mark auf Ramon. Mit Bärenkräften entwand er ihm die Peitsche und verpasste ihm einen Kinnhaken, der sich gewaschen hatte. Stöhnend ging der Fürst der Finsternis zu Boden. Dann packte Mark Ramons Helfer am Nacken. Wie zwei Billardkugeln knallten die Köpfe aneinander. Während die Männer umsanken, fasste Mark Tess an den Schultern, zog sie hoch und riss sie mit sich. Ein Aufschrei ging durch die Menge. Das Orchester hörte auf zu spielen, während alle zu Ramon und seinen Gehilfen schauten, die bewusstlos dalagen. Mark hatte ganze Arbeit geleistet. Kinoreif, wie Anne fand. Mein Ritter, mein Held, durchfuhr es sie. Mann, Mann, oh Mann, dieser Mark war ein starkes Kaliber. Ich glaube, wir sind hier unerwünscht, rief ihr Anne zu. Das kannst du laut sagen. Zu zweit hakten sie Tess unter und drängten sich, die allgemeine Verwirrung nutzend, Richtung Tapetentür. Geistesgegenwärtig schnappte sich Anne ihren Trenchcoat, bevor sie im rettenden Geheimgang wegtauchten. In aller Eile löste Anne die Fesseln ihrer Freundin. Tess hatte die ganze Zeit keinen Ton von sich gegeben, sich einfach mitschleifen lassen. Während sie durch den dunklen Gang flüchteten, schien sie wieder zur Besinnung zu kommen. Anne, Mark, ich dachte schon, ich bin geliefert, doch dann kommt ihr und ... Quatsch, keine Opern, nimm lieber die Beine in die Hand, hatte es sich wieder geschlossen. Sie rüttelten an der Flügeltür, vergeblich. Das war's dann wohl mit der Flucht. Es sei denn, sie schlugen ein Fenster ein, doch die waren im Erdgeschoss alle vergittert. Anne war der Verzweiflung nahe. Man braucht eine Chipkarte! Wie aufs Stichwort löste sich ein Schatten aus der Nische hinter dem roten Sandvorhang. Seelenruhig schlurfte der alte Diener heran. Seelenruhig steckte er seine Chipkarte in den Schlitz und schon setzten sich die Flügeltüren in Bewegung. Sesam öffne dich, staunte Marc. Ist ja Hammer! Sowas will ich auch! Männer sind wie Kinder, seufzte Anne innerlich. Kaum sehen sie ein neues Spielzeug, wollen sie es schon haben. Sie sind ein Schatz, strahlte sie den Diener an. Danke, tausend Dank. Wurde aber auch Zeit, dass hier mal jemand aufräumt, grummelte er und klopfte Marc auf die Schulter. Gut gemacht, junger Mann. Anne legte einen Arm um Tess. Du konntest es nicht sehen, aber Marc hat deinem Ramon kräftig eins auf die Nuss gegeben. Du meinst, er hat diesen Scheißkerl von Mistfürst verprügelt? Das würde ich niemals tun, beteuerte Marc glächelnd. Ich habe ihn zielgenau ausgenockt. Jetzt brauche ich aber wirklich einen Schnaps, stöhnte Tess. Sie war wieder ganz die Alte, wie Anne mit größter Erleichterung feststellte. Den Schnaps tranken sie auf Annes Couch. Nach dem Heimkommen hatte Anne ihren Bademantel übergeworfen und die Wodka Flasche sowie drei Gläser auf den Couchtisch gestellt. Nun erholten sie sich von den Strapazen des ereignisreichen Abends. Aufgeregt redeten sie durcheinander wie Kriegsveteranen, die eine siegreiche Schlacht wieder aufleben ließen. Was für ein Schwachmat der Typ in Schwarz, entrüstete sich Marc. Lässt Tess von diesen Schießbuden Figuren festhalten und peitscht eine wehrlose Frau durch. Ich hätte ihn noch viel härter ran nehmen müssen. Bewundernd sah Anne ihn an. Dein rechter Haken war nicht von schlechten Eltern und wie du dann die Köpfe aneinander gestoßen hast. Ich war mal Türsteher, erklärte Marc. Da lernt man so einiges. Hab mir damit mein Jurastudium verdient. Außerdem hatte ich eine Riesenwut auf diesen Blödmann mit der Peitsche. Am Anfang war es ja noch ein erotisches Spiel, jammerte Tess. Aber als Magnus und der andere mich in die Zange nahmen, dachte ich, die knipsen mir das Licht aus. Stillhalten, sagte Anne. Sie bestrich die roten Stremen auf Tess übel zugerichtetem Rücken mit Wundsalbe. Dann gab sie ihrer Freundin Joachims Bademantel. Bibernd zog Tess ihn über ihre Leder Korsage und sah jetzt aus wie ein Boxer nach dem Kampf. Ihre rechte Wange war geschwollen, ihre Handgelenke hatten blaue Flecke. Ich will ja nicht neugierig sein, aber wie seid ihr da überhaupt in diese Villa gekommen, fragte Marc, oder macht ihr sowas öfter? Nee, du willst überhaupt nicht neugierig sein, grinste Tess. Es war das erste Mal, schaltete sich Anne ein, und garantiert auch das letzte. Der Anblick von Joachims Bademantel schmerzte sie. Er fehlte ihr Sie sah auf ihrem Handy nach. Kein Anruf, keine SMS. Hockte er in seiner Pension? Oder suchte er Trost bei Charlotte stark? Die hatte jetzt natürlich leichtes Spiel. Ein einsamer, frustrierter Ehemann, der mit jemandem reden musste. Ein sanfter Blick, ein Wangentätscheln, das ergab einen Domino-Effekt, der brandgefährlich war. Wo ist eigentlich dein Mann? fragte Mark, als ob er Annes Gedanken erraten hätte. Sie tauschte einen Blick mit Tess. Er hat eine Fortbildung. Aha. Und sobald er aus der Tür ist, ziehst du deine bezaubernde Spitzenkorsage an und machst die Männer verrückt? Wobei ich sagen muss, dass auch Tess ziemlich aufregend aussieht. Er bedachte Annes Freundin mit einem frechen Blick und sie drohte ihm scherzhaft mit dem Finger. Plötzlich lag wieder der Flirt in der Luft, den Anne so standhaft abgewehrt hatte. Aber es war nicht zu übersehen, dass Mark nicht nur Anne, sondern auch Tess mit neuen Augen sah. Eine Weile betrachtete Anne ihren Wodka, von dem sie kaum etwas getrunken hatte. Alkohol war nun mal nicht ihr Ding. Weißt du, Mark, begann sie zögernd. Du bist ein toller Mann. Was du heute für Tess und mich getan hast, ist eine Heldentat. Ehrlich. Dafür werde ich dir immer dankbar sein. Wenn ich nicht gebunden und zehn Jahre jünger wäre, hättest du mich längst im Sturm erobert. Es ist aber nicht so. Ich bin verheiratet. Momentan läuft es zwar ziemlich unrund, aber das kommt in jeder Ehe vor und und wenn ich es so sagen darf, du hast eine unglaublich erotische Ausstrahlung. Vor allem aber bist du eine Frau mit Kopf und Herz. Das waren mehr Komplimente, als Anne sonst in einem ganzen Jahr bekam. Verlegen strich sie sich eine Haarsträhne hinters Ohr. Mehr davon, rief Tess. Ich liebe es, wenn Anne Komplimente bekommt. Du hast aber auch ein paar Komplimente Dann gab er Anne einen Kuss auf die Wange. Einen respektvollen Kuss. Ich werde jetzt gehen. Morgen früh habe ich um acht einen Gerichtstermin. Auch Helden müssen mal schlafen. Er verabschiedete Tess mit einem High Five. Ruf mich an, wenn du wieder Dummheiten vorhast, okay? Ja, mein Bodyguard. Sie stand auf. Ich bringe dich zur Tür. Eine bleiernde Müdigkeit erfasste Anne. Sie konnte kaum noch die Augen offen halten. Als Tess zurück ins Wohnzimmer kam, war sie eingeschlafen. Tess deckte sie mit der Wolldecke zu, die noch auf der Couch lag. Dann schlich sie auf Zehenspitzen hinaus. Anne wurde um sechs Uhr morgens vom Klingeln des Telefons geweckt. Schlagartig war sie wach. Hatte sie einen Albtraum gehabt? Doch sie musste nur Gläser auf dem Couchtisch sehen, um zu wissen, dass sie nicht nur schlecht geträumt hatte. Ja, der Abend in der Villa des Grauens hatte sich wirklich ereignet, in allen komischen und schrecklichen Einzelheiten. Sie schlug die Wolldecke zurück und lief in den Flur. Der Anrufbeantworter sprang an. Joachims Stimme, freundlich und souverän. Guten Tag, hier sind die drei Westheimers, leider nur vom Band. Schön, dass Sie anrufen. Hinterlassen Sie bitte eine Nachricht, wir rufen gern zurück. Piep. Anne nahm ab. Joachim, murmelte sie verschlafen. Hier ist Schuchu. Annes Mutter rief nie so früh an. Sie rief überhaupt selten an. Es war nicht ihr Stil, sich aufzudringen. Ist was passiert? Ist was mit Lars? fragte Anne erschrocken. Ich hatte gestern Abend einen Anruf von Frau Landmann. Unheilschwangere Pause. Anne, ich möchte wissen, was bei dir zu Hause los ist. Das ist eine lange, lange Geschichte, hätte Anne am liebsten gesagt. Aber so wie Oma Brownie gestrickt war, ließ sie sich nicht mit Plattitüden abspeisen. Denkst du an was Bestimmtes? fragte Anne, um Zeit zu gewinnen. Ich lasse mal die Sadomaso-Spielzeuge beiseite, kam es wie aus der Hüfte geschossen aus dem Hörer. Wir leben im 21. Jahrhundert und die Sache hat, wie ich weiß, einen gewissen Reiz. Viel wichtiger aber, Lars hat gestern Abend im Kindergarten erzählt, dass er seinen Vater vermisst. Wie sich das aus dem Mund von Frau Landmann anhörte, ist Joachim seit Wochen nicht mehr zu Hause gewesen. Mittlerweile war Anne so hellwach, als hätte sie drei doppelte Espresso getrunken. Das stimmt nicht. Joachim ist Freitagabend zu einer Fortbildung gefahren und Sonntagabend wiedergekommen. Kinder haben ein anderes Zeitempfinden als Erwachsene. Lars kam das sicher länger vor. Kindermund tut Wahrheit kund, sagte Oma Brownie unbeirrt. Lars spürt offenbar, dass etwas nicht stimmt. Hat er denn Joachim wenigstens am Sonntagabend gesehen oder gestern Morgen? Anne setzte sich mit dem Hörer in der Hand auf den Fußboden. Am Sonntagabend kam er erst sehr spät wieder und am Montag Morgen Ja? Gut, warum soll ich lange drumrum reden? Joachim ist ausgezogen, nachdem er von seiner Reise zurückgekommen ist. Wir haben uns gestritten, weil er naja, ängstlich wartete Anne auf den Kommentar ihrer Mutter. Bestimmt war sie entsetzt, besorgt, überhäufte sie mit Fragen oder sagte, sie habe es ja immer schon gewusst. Doch zu Annes größtem Erstaunen reagierte sie völlig anders. Das ist ja großartig, rief sie. Endlich kommt mal was in Bewegung bei euch. Ich dachte schon, ihr seid komplett versteinert. Ja, gut so, man muss die Verhältnisse zum Tanzen bringen. Hatte Anne richtig gehört? Jede andere Mutter hätte doch Alarm geschlagen und ihre fand das auch noch gut. Anne, bist du noch dran? Hm, was sollte sie sagen? Dass sie am vorhergehenden Abend einem Folterfürsten entwischt war, mithilfe eines Mannes, der eine Affäre mit ihr wollte? Dass sie sich in Sexshops und SM-Clubs herumtrieb? Dass Joachim möglicherweise seine hübsche Kollegin tackerte und dass ihre Schwiegermutter heimlich in ihrer Wohnung herumspionierte? Dass sie zwar wieder malte, ihre Bilder aber mit Küchenmessern zerschnitt? Zum Teufel, warum eigentlich nicht? Anne hatte die Nase voll von klammheimlichen Umwegen und Abwegen und peinlichen Sachen, die unter dem Deckel bleiben mussten. Stockend erst, dann immer flüssiger, begann sie zu erzählen. Es wurde ein langes Telefonat. Oma Brownie unterbrach sie kein einziges Mal. Auch dann nicht, wenn Anne etwas länger nachdachte oder um Worte rang. Alles, wirklich alles, erzählte sie ihrer Mutter und ließ nichts aus. Das wär's so ziemlich, schloss sie ihren Katastrophenbericht ab. Erschöpft lehnte sie den Kopf an die Wand. Das klang wie ein großes, großes Ausatmen, sagte Oma Brownie nach längerem Schweigen. Jetzt beginnt die Phase des Einatmens, damit du neue Energien sammelst. Ich freue mich, dass du auf die Reise gegangen bist. Sie wird dich dorthin tragen, wo du hingehörst. Und wo ist das? Das weiß man immer erst am Ende der Reise. Oma Brownie lachte leise. Sieh mich an. Ob ich angekommen bin oder ob das hier nur eine Station ist, keine Ahnung. Wie kannst du nur so gelassen sein, fragte Anne ratlos. Wenn nichts sicher ist, woran soll man sich denn festhalten? Wieder lachte Oma Brownie ihr leises, weises Buddha Lachen. Loslassen, meine Kleine, loslassen ist das Geheimnis. Es war Anna ein Rätsel, wie sie den Tag hinter sich bringen sollte. Und das auch noch ohne Ausfall erscheinungen, Dauergänen und Konzentrationsschwächen. Ein Tag im Liegestuhl wäre ihr lieber gewesen, doch pflichtbewusst, wie sie nun mal war, schleppte sie sich in die Praxis. Ihr Leben war eine einzige Problemzone. Niemand ahnte es. Weder Dr. Ahrenson, der freundlich wie immer war, noch die Patienten, die eine ausgeglichene höfliche Empfangsdame im weißen Kittel sahen. Nur hinter der Fassade, da brodelte es gewaltig. Fragen über Fragen bestürmten Anne, während sie nach außen hin die Form warte. Würde sich Joachim endlich melden? Hatte Lars die Schlafsack gut überstanden? Ging es Tess gut? Sann der Fürst der Finsternis auf Rache? War Mark wirklich mit ein paar blauen Flecken davon gekommen? Annes Kopf war gestopft voll. Und als wäre das nicht genug, verhielt sich Leila sehr merkwürdig. Die Arzthelferin Schnitt Anne ging ohne ein Wort, ohne einen Blick an ihr vorbei. Leider gelang es Anne nicht, sie für ein Gespräch unter vier Augen in einem geeigneten Moment abzupassen. Ahnte Leila, dass Anne ihr auf die Schliche gekommen war? In jedem Fall war der Medikamentendiebstahl zu heikel, um am Telefon darüber zu sprechen. Als der Zeiger der Praxisuhr sich endlich auf die drei schob, stellte Anne den Computer aus. Geschafft! Wie sie sich auf Lars freute! Sie konnte es kaum erwarten, ihn wieder in die Arme zu schließen. Auf dem Weg in die Villa Sonnenschein machte Anne einen kleinen Umweg und fuhr bei einer Gärtnerei vorbei. Sie wollte ihm auf dem Balkon eine eigene Ecke einrichten, mit Pflanzkästen für Blumen, Tomaten und Gurken. Nachdem sie gesehen hatte, wie viel Freude Lars am Buddeln und Blumengießen bei Oma Brownie hatte, schien ihr das eine gute Idee zu sein. Er konnte eine Aufmunterung gebrauchen. Es brach Anne das Herz, das ihn Joachims Abwesenheit derart belastete. Der Besitzer der Gärtnerei ließ sich Zeit. Umständlich erläuterte er jedes einzelne Samentütchen, fachsimpelte über Sonnenstände, Wassermengen und Düngersorten. Anne wollte nicht unhöflich sein. Geduldig hörte sie sich alles an, während sie ein ums andere Mal auf die Uhr schaute. Schließlich verließ sie das gläserne Gewächshaus mit zwei großen Tüten und dem guten Gefühl, etwas wirklich Sinnvolles für ihr Kind getan zu haben. Joachim überhäufte seinen Sohn immer nur mit Nintendo spielen. Typisch Technikfreak. Jetzt würde Lars mit seinen eigenen Händen säen, gießen, hegen, pflegen und vielleicht im Sommer seine ersten Tomaten ernten. Anne konnte schon den Stolz in den Augen ihres Sohnes sehen. Lars, der kleine Gärtner. Zum Geburtstag würde sie ihm eine kleine Gärtnerschürze schenken, mit seinem eingestickten Namen darauf. Während Anne auf die Schnellstraße bog, sah sie wieder zur Uhr. Ein paar Minuten Verspätung würde sie haben, aber was machte das schon, gemessen an Lars' Begeisterung, wenn sie ihm ihre Einkäufe präsentierte? Er würde völlig aus dem Häuschen sein. Um halb vier war Abholzeit. Die Uhr zeigte genau 15 Uhr 38, als Anne ihren Mini parkte und eilig ausstieg. Der Parkplatz war voller Eltern, die ihre Kinder schon in Empfang genommen hatten. Mit Schlafsäcken und Reisetaschen bepackt, stiegen sie in ihre Autos, während die Kinder lautstark von den Abenteuern der Nacht erzählten. Der Vater von Soja Marie winkte Anne zu. Wenigstens schien Lars das Mädchen nicht allzu sehr geärgert zu haben. Anne beschleunigte ihren Schritt und stieg die Treppe zur Villa Sonnenschein hoch. Drinnen hatten sich die Räume bereits merklich geleert. Nur noch zwei Kinder saßen im Kuschelraum und spielten mit dem Meerschweinchen Pärchen, das gerade Junge bekommen hatte. Bestimmt ein Anlass für Lars sich mal wieder nach seinem kleinen Bruder zu erkundigen. Aber wo war er überhaupt? Anne suchte das Spielzimmer ab, den Sportraum, die Bastelecke. Kein Lars. Schließlich schaute sie in der Küche nach. Dort fand sie jedoch nur Frau Landmann, die gerade ein paar bunt gemusterte Trinkbecher in die Spülmaschine einräumte. Die Erzieherin sah sie mit großen Augen an. Frau Westheimer, was machen Sie Was war das denn für eine blöde Frage? Lars abholen natürlich. Ja, wussten Sie denn nicht, dass Ihr Mann ihn heute mitnimmt? Der Boden schwankte unter Annes Füßen. Vor ihren Augen drehten sich glühende Kreise. Mein Mann? Frau Landmann richtete sich zu ihrer vollen Größe auf. Sie glauben gar nicht, wie Lars sich gefreut hat, seinen Papi wieder zu sehen. Er hat ihn sehr vermisst. Beim Einschlafen letzte Nacht hat er immer wieder von ihm gesprochen. Bestimmt ist es für Lars eine schöne Abwechslung, dass er jetzt ein paar Tage bei ihrer Schwiegermutter sein kann. Dann haben sie alle Zeit der Welt ihre häuslichen Verhältnisse in Ordnung zu bringen. Mein Kind. Er hat mein Kind entführt war das letzte was Anne dachte, bevor sie auf dem gekachelten Boden der Küche aufschlug. Geht es Ihnen besser? Anne schlug die Augen auf. Rot, alles rot. Hinter ihrer Stirn pochte es so schmerzhaft, als hätte man ihr einen Presslufthammer implantiert. Frau Westheimer, ich bin Skundula Landmann, tut Ihnen was weh? Langsam nahm Anne war, dass sie im Kuschelzimmer der Villa Sonnenschein lag. Inmitten von einer Million Kissen in einer Million Rotschattierungen. Jedenfalls kam es ihr so vor. Die Erzieherin kniete neben ihr und wrang einen Waschlappen in einer Schüssel Wasser mit Eiswürfeln aus, bevor sie ihn Anne auf die Stirn legte. Schön, kühl. Stöhnend schloss Anne die Augen. Besser, wimmerte sie, Etwas besser. Es könnte sein, dass sie eine Gehirnerschütterung haben, erklärte Frau Landmann. Soll ich einen Arzt rufen oder sie ins Krankenhaus bringen? Geht schon. Mein Wagen steht draußen auf dem Parkplatz. Autofahren dürfen sie auf keinen Fall, protestierte die Erzieherin mit ihrer Hier bin ich der King im Ring Stimme, die sie immer aufsetzte, wenn sie die Kinder zur Ruhe mahnte. Fliegen vielleicht? fragte Anne in einer Aufwallung von kindlichem Trotz. Oder wie soll ich sonst nach Hause kommen? Frau Landmann lächelte nachsichtig. Sie nahm Anne den Waschlappen von der Stirn, wrang ihn erneut aus, tränkte ihn mit kaltem Wasser und legte ihn auf die Stirn zurück. Soll ich Ihren Mann anrufen? Ihre Mutter? Meine Mutter, ja. Das ist eine gute Idee. Anne fiel das Sprechen unendlich schwer. Jedes Wort war eine Riesen Überwindung. Da können wir ja von Glück sagen, dass Lars bis auf weiteres bei seiner anderen Oma ist. Er verpasst nicht viel im Kindergarten. Den Zoobesuch und die Schlafsackparty hatten wir ja schon. Inzwischen können sie sich ganz in Ruhe von ihrem Sturz erholen. Wie von einer Wespe gestochen richtete Anne sich auf, was ihr Kopf mit einer neuerlichen Schmerzattacke quittierte. Aber sie achtete gar nicht darauf. Jetzt fiel ihr alles wieder ein. Lars bei Oma brav. Ihr Sohn im Kinderknast, wo er nichts durfte, immer nur zurechtgewiesen wurde und tot unglücklich war. Wie konnte Joachim ihm das antun? Rabenvater! Er wird da gewaltsam festgehalten. Wir müssen ihn befreien. Stammelte sie unter größter Anstrengung. Liebe Frau Westheimer, nicht doch! Sie fantasieren! Sicherlich eine Begleiterscheinung ihrer Gehirnerschütterung, sagte Frau Landmann zur Abwechslung im alles verstehenden, alles wegbügelnden Kindergärtnerinnen Sing-Sang, für den Anne sie am liebsten gewirkt hätte. Verstand sie denn gar nicht, worum es ging? Dass Lars gegen seinen Willen bei der Horror-Großmutter schlechthin gefangen war? Nein, mit ihrer letzten Kraft bäumte Anne sich auf. Ich muss ihn! Im nächsten Augenblick glühte vor ihren Augen nur noch ein dunkles Rot, das sich langsam, langsam schwarz färbte. Es dauerte mindestens fünf Jahre, dieses Schwarz, oder waren es nur fünf Minuten? Anne! Hey, Kleines! Schuschu! Aufschluchzend warf sich Anne in die Arme ihrer Mutter, die im Schneidersitz neben ihr auf den Kissen hockte. Wie tröstlich es war, die Wange an den groben Stoff dieses Jeans Overalls zu legen, den Geruch von Gewürzen, Duftkerzen und Räucherstäbchen einzuatmen, mit dem silbernen Peace-Zeichen an ihrer Kette zu spielen, das über die Jahrzehnte matt geworden war, und sich bei jemandem sicher zu fühlen, der ihre niederschmetternden Katastrophen kannte und sie dennoch nicht fallen ließ. Komm, mein kleiner Rabauke, ich bringe dich nach Hause, raunte Oma Brownie zärtlich. Das hast du früher auch immer zu mir gesagt. Da war es wieder, dieses Lausbuben Grinsen, das Anne so an ihrer Mutter mochte. Und ich bin froh, dass du wieder ein Rabauke bist. Mir hat die brave Anne nie sonderlich gefallen. Ach, Schu-Schu. Ist sie transportfähig? erkundigte sich Frau Landmann, die in einem unförmigen, großkarierten Poncho ins Kuschelzimmer kam. Sie hob entschuldigend die Hände. Ich müsste nämlich mal langsam los, meine Therapeutin wartet auf mich. Im Stillen wünschte Anne der Therapeutin, die an Frau Landmanns Seele herumschraubte, starke Nerven. Was für eine Therapie ist es denn? fragte Oma Brownie interessiert. Therapien Sie hatte so ziemlich jede Variante ausprobiert, wie Anne wusste. Tanztherapie, Schreitherapie, Dynamische Therapie, Körpertherapie und was der Markt sonst noch so hergab. Frau Landmann errötete übers ganze Gesicht. Offenbar in der Annahme, dass Anne nicht nur auf die Stirn, sondern auch auf beide Ohren gefallen war, flüsterte sie, ich war, äh, bin sechssüchtig. Oma Brownie lächelte. Dafür musst du dich doch nicht schämen. Annes Mutter duzte jeden, grundsätzlich und aus Prinzip, wie sie die Prinzipienlose gern versicherte. Natürlich duzte sie auch Frau Landmann. Soll ich dir mal einen guten Tipp geben? Leb es aus, sagte sie, immer nur raus damit, mach ich genauso. Wirklich? Ein Schimmer der Hoffnung glitt über das Gesicht der Erzieherin. Irgendwie hatte Anne das Gefühl, dass Frau Landmanns Problem eher darin bestand, einen geeigneten Kandidaten für die Befriedigung ihrer angeblichen Sucht zu finden. Kein Ding, erwiderte Oma Brownie lässig, bei Gelegenheit gebe ich dir ein Buch über Tantrasex. Da ist man stundenlang beschäftigt, gab Anne ihr frisch erworbenes Wissen zum Besten. Von früh bis spät und abends mit Beleuchtung und zwar ganz, ganz langsam. Frau Landmann wirkte nicht so, als ob sie auf diesen Rat gewartet hätte. Vermutlich schob sie Annes Bemerkung auf den verwirrten Geisteszustand einer Frau, die gerade unsanfte Bekanntschaft mit einem gekachelten Küchenboden gemacht hatte. Auf geht's! Mit der mühelosen Behändigkeit einer Zwanzigjährigen stand Oma Brownie auf. Vorsichtig schob sie einen Arm unter Annes Nacken. Hilfst du mir mal, Gundula? Gemeinsam stemmten sie Anne hoch und hakten sie unter, um sie sicher nach draußen zu bringen. Du, genauso haben wir gestern Tess aus der Villa geschleift, murmelte Anne, während sie das Pflaster betastete, das ihr jemand auf die Stirn geklebt hatte. Aus der Villa des Fürsten der Finsternis, wir haben sie vor dem sicheren Tod gerettet. Sie fantasiert, hörst du das? fragte Frau Landmann. Oma Brownie, die es besser wusste, lachte in sich hinein. Ja, ja, die Gehirnerschütterung. Es bedürfte einiger Versuche, bis die beiden Frauen Anne in den Pickup gehievt hatten. Die Sitze waren so hoch, dass es ein schweres Stück Arbeit war, ihren kraftlosen Körper in die Fahrerkabine zu wuchten. Winkend stand Frau Landmann auf dem Parkplatz, als Annes Mutter den Schlüssel ins Zündschloss steckte und den Motor aufheulen ließ. Aus dem Auspuff knallte es, dann setzte sich das museumsreifige Pferd tuckernd und röhrend in Bewegung. Die kriegen wir auch noch hin, sagte Oma Brownie, während sie ihre Scheibe herunter kurbelte, um sich ihrerseits winkend von der Erzieherin zu verabschieden. Was heißt hier auch? Meinst du im Ernst, du kriegst mich wieder hin? Wir, Liebes, ich habe von uns gesprochen, lächelte der untypisch schlanke und untypisch weibliche Buddha an Annes Seite. Die menschliche Seele ist kein Motor, bei dem man einfach die Zündkerzen auswechselt und ein bisschen Öl nachkippt. Du musst schon mitmachen. Gib mir eine Woche, seufzte Anne, die gerade entdeckte, dass ihr Trenchcoat einige Blutflecken hatte. Dann müssten sich meine Synapsen wieder sortiert haben. Es gibt keine Vergangenheit, es gibt keine Zukunft, nur das Jetzt wurde sie belehrt. Schau nicht zurück und mach dir keine Sorgen um das Vorne. Es wäre Anne lieber gewesen, wenn Oma Brownie Letzteres beherzigt hätte. Beim Fahren schaute sie nämlich dauernd zu ihrer Tochter und nicht auf die Straße. Die Autos, die ihnen schlingernd entgegen kamen, hupten und blendeten in einem Ford auf. Könntest du bitte einen Hauch weiter rechts fahren, Schu-Schu? Anne's Mutter schaltete in den nächsthöheren Gang, was der Motor mit einem donnernden Brüllen beantwortete. Wieso? Der Highway gehört uns. Weißt du noch, wie wir den Highway One runtergebrettert sind, von San Francisco nach L.A.? Oma Brownie hatte zweifellos ihre Qualitäten, Autofahren konnte sie nicht. Noch dazu in dem uralten, schwergängigen Pick-up. An der nächsten Kreuzung stoppte sie. Bei ihren Fahrkünsten war es gleichbedeutend mit einer Vollbremsung. Wohin möchtest du? Zu mir oder zu dir? Anne lächelte tapfer. Es ist eine Ewigkeit her, dass mich das ein Mann gefragt hat. Lass mich überlegen. Am besten zu mir, für den Fall, dass Lars ... Wo ist er überhaupt? Fiel Oma Brownie ihr ins Wort. Hat eine andere Mutter ihn mitgenommen? Du weißt es noch gar nicht? In groben Umrissen berichtete Anne, was sie von Frau Landmann erfahren hatte. Je mehr sie erzählte, desto Sichtszügen zeichnete sich ein herannahendes Gewitter ab. Sie wusste genau, wie Lars sich gegen Oma brav sträubte und sie liebte Lars über alles. Ruf ihn an, zischte sie. Wie denn? Lars hat kein Handy. Mit hochgezogenen Braun betrachtete Oma Brownie das breite Heftpflaster auf Annes Stirn. Dann atmete sie tief ein und genauso tief aus. Keine Frage, sie musste sich erstmal beruhigen, bevor sie weitersprechen konnte. Liebes, sagte sie dann sehr, sehr sanft, ruf deine Schwiegermutter an. Jetzt erst merkte Anne, dass sie wirklich eine extrem lange Leitung hatte. Und ich habe immer gemeint, nur Männer denken im Schritttempo. Sorry, geht sofort los. Etwas fahrig wühlte sie in ihrer Handtasche und holte ihr Handy heraus. Als sie die Nummer von Mutti im Speicher gefunden hatte, zögerte sie. Es war immer wieder erschreckend, wenn diese Frau sich mit Westheimer meldete, mit demselben Namen, den auch Anne trug. Mach schon, trieb Oma Brownie sie zur Eile an. Unglücklich über ihre Ungeduld fing sie wieder an, tief zu atmen. Zehn Sekunden ein, zehn Sekunden aus. Anne musste nicht mitzählen, um zu wissen, dass es exakt zehn Sekunden waren. Auch sie atmete tief ein und drückte auf die Nummer. Westheimer? Gruselig. Anne atmete aus. Ich bin's, Anne. Wer ist da? Ich kann sie nicht verstehen bei dem Höllenlärm. Hier ist Anne, schrie sie ins Handy. Hörst du mich? Geklapper und Geraschel, dann war ihr Schwiegervater dran. Hallo? Wer ist denn da? Schuschu, kannst du mal anhalten und den Motor ausmachen? Obwohl Anne angeschnallt war, ging sie bei der neuerlichen Vollbremsung fast durch die Windschutzscheibe. Oma Brownie stellte den Motor ab, der einen letzten Knall von sich gab, bevor er jaulend verstummte. Hier spricht Anne. Kannst du erregtes Palawa im Hause Westheimer? Der ist nicht hier. Mutti übernahm wieder. Anne, was soll das bedeuten? Erst schlägst du unsere gut gemeinten Sonntagseinladungen aus und jetzt suchst du Lars bei uns? Hat Joachim ihn denn nicht zu euch gebracht? Nein? Wie kommst du darauf? Es klang echt. Ehrlich erstaunt. Mutti war keine gute Schauspielerin und lügen konnte sie überhaupt nicht. war ihr recht überschaubares Hirn immer so überfordert, dass sie ins Stammeln geriet. Normalerweise führte das zu Taktlosigkeiten, jetzt aber gab es Anne die Gewissheit, dass Lars tatsächlich nicht bei Oma brav war. Also Anne, ich will mich wirklich nicht aufregen, aber ich finde euch äußerst undankbar. Da opfern wir euch extra unsere Sonntage und ihr lasst euch nicht blicken. Joachim hat sich schon seit Tagen nicht mehr gemeldet und jetzt kommst du und fragst nach Lars. Ich kann ja nur hoffen, dass er nicht unter den schlechten Einfluss deiner Mutter gerät, wo er nur Unordnung und Chaos erlebt. Anne platzte fast der Kopf. Unter dem Pflaster auf ihrer Stirn hämmerte es unentwegt. Unter Aufbietung ihrer letzten Energiereserven schrie sie, Danke, das reicht. Wie bitte? Es reicht, wiederholte Anne etwas leiser. Und wo wir schon dabei sind, seit wann hast du unseren Wohnungsschlüssel? Damit hatte Mutti nicht gerechnet. Sie räusperte sich langanhaltend. Nun ja, das war ja nur, weil ich doch nach dem Rechten sehen muss, nicht? Und damals bei eurer Hochzeit, wie war das noch? Also ich sagte zu Joachim, das wäre doch ganz praktisch. Und er hatte auch nichts dagegen, dass ich von Zeit zu Zeit vorbeikomme und mal durchputze. Sechs Jahre. Sechs volle Jahre. Vor Annes Augen begannen zornig blinkende Sterne zu tanzen. Von wegen durchputzen. Genau an der Stelle hatte Mutti rumgestammelt. Es ging um Macht, um Kontrolle, um klebrige Neugier. Gerade wollte Anne zum Gegenschlag ausholen, als sie eine Hand auf ihrem Arm spürte. Sie sah zur Seite. Unergründlich lächelnd schüttelte ihre Mutter den Kopf. Lass gut sein. Alles, was du sagst und tust, kehrt zu dir zurück. Erstes Grundgesetz des Universums. Anne starrte ihr Handy an. Dann klickte sie das Gespräch weg. Einfach so. Und merkte im selben Augenblick, wie gut das tat. Atme sie aus und lass sie los, sagte Oma Brownie. Gemeinsam atmeten sie zehn Sekunden aus. Allmählich hatte Anne den Eindruck, nicht Frau Landmann, sondern sie sei in einer Therapie gelandet. Dabei wäre ihr Sie wusste nicht, was sie mehr ärgerte, die dreiste Art ihrer Schwiegermutter oder die Tatsache, dass Joachim ihr schon bei der Hochzeit einen Wohnungsschlüssel gegeben hatte. Dieser Schuft, zischte sie, dieser verdammte Schuft. Oma Brownie legte wieder eine Hand auf Anne's Arm. Ganz ruhig, mein kleiner Rabauke. Wir wissen jetzt, wo Lars nicht ist. Jetzt sollten wir herausfinden, wo er ist. Sei doch so gut und ruf mal deinen Mann an. Mit schmerzverzerrtem Gesicht wählte Anne Joachims Nummer. Doch es sprang nur die Mailbox an. Wo ist Lars? rief sie ihm aufs Band. Dann schickte sie ihm eine SMS. Melde dich sofort. Noch eine. Ist Lars bei dir? Eine dritte. Joachim, was auch immer zwischen uns steht, bitte, bitte ruf mich an und sag mir, dass es Lars gut geht. Sie sah auf die Uhr, wartete eine Minute, zwei, fünf. Aufgewühlt von Angst, Enttäuschung und Wut, warf sie das Handy zurück in ihre Tasche. Sie hatte Tränen in den Augen. Schuchu, wo kann Lars nur sein? Wir werden ihn finden, und wenn wir bis ans Ende der Welt fahren müssen. Oma Brownie griff zum Zündschlüssel und ließ den Motor aufheulen. Der Pickup machte einen holpernden Satz nach vorn. Wie war noch die Adresse von Joachims Kanzlei? Frau Vollmer, eine ältere Dame im dezenten grauen Kaschmir Twinset, staunte nicht schlecht, als zwei abenteuerlich aussehende Klientinnen in die Kanzlei spaziert kamen. Die eine war weiß-blond gefärbt und trug einen von oben bis unten mit Erde verdreckten Jeans Overall, über dem eine silberne Kette mit dem Peace-Zeichen baumelte. Die andere hatte ein riesiges Heftpflaster auf der Stirn, über das wirres blondes Haar fiel, auf ihrem Trenchcoat klebte Blut. Beide wirkten ziemlich neben der Spur und gleichzeitig wild zu etwas entschlossen, was nur Scherereien bedeuten konnte. Geschäftig räumte die Sekretärin ein paar Schreibutensilien zusammen und ordnete einen Papierstapel, bei dem es nichts zu ordnen gab. Feierabend sollte das heißen. Oder genauer, Sie haben hier nichts verloren, Sie können gleich wieder gehen. Selbstverständlich drückte es Frau Vollmer höflicher aus. Guten Abend, entschuldigen Sie bitte vielmals, aber es ist kurz vor sechs und die Herren Anwälte, die noch zugegen sind, befinden sich in einem Meeting. Zufrieden lehnte Frau Vollmer sich zurück, im Bewusstsein ein eindrucksvolles Reich zu beherrschen. Die Kanzlei lag in einer repräsentativen Altbauwohnung mit vier Meter hohen Decken, geschnitzten Wandpanelen und üppigem Stuck. In bester Lage natürlich, in der begehrtesten Geschäftsgegend der Stadt. Entsprechend Nobel war die Einrichtung. Sie stammte aus der Hand eines bekannten Möbeldesigners. Glänzendes Stahlrohr, feinstes schwarzes Leder, poliertes, goldbraunes Tropenholz. Das moderne Design und die verspiegelten Halogenstrahler bildeten einen aparten Kontrast zu den kostbaren Teppichen, die wohldosiert auf dem Parkett verteilt waren. Beeindruckungsdesign, gediegen und doch zeitgemäß. Oma Brownie ließ sich allerdings nicht davon beeindrucken. Hallo, danke für den netten Empfang. Es macht dir bestimmt nichts aus, uns zu sagen, in welchem Büro Joachim setzt, oder? Schon das Du hätte gereicht, um Frau Vollmer aus dem Konzept zu bringen. Das leicht hingeworfene Joachim machte sie vollends nervös. Verunsichert setzte sie eine strenge Hornbrille auf und betrachtete ihre Gäste genauer. Anne war lange nicht hier gewesen. Sie erinnerte sich dunkel an eine Weihnachtsfeier vor etwa eineinhalb Jahren. Leicht schwankend ging sie über das spiegelblank gebohnerte, knarrende Parkett auf den Schreibtisch der Sekretärin zu. Erkennen Sie mich nicht? Anne Westheimer! Frau Vollmer nahm ihre Brille ab, putzte sie mit einem gelblichen kleinen Tuch und setzte sie wieder auf. Ach ja, Frau Westheimer, natürlich, Entschuldigung. Und das ist meine Mutter. Angenehm, lispelte die Sekretärin. Ihre Miene verriet etwas anderes, große, allergrößte Skepsis. Oma Brownie machte ihr Buddha-Gesicht mit glatten, butterweichen Wangen. Wenn du dann mal die Freundlichkeit hättest, uns das Büro meines Schwiegersohns zu zeigen, wären wir dir sehr verbunden. Frau Vollmer lächelte schief. Das tue ich gern. Sehr, sehr ungern, bedeutete das im Klartext. Doch Sie werden ihn dort nicht finden. Er hat sich den heutigen Nachmittag freigenommen und wird erst am kommenden Freitag wieder am Platz sein, frühestens am späten Nachmittag. Anne taumelte zu einem der edlen Stahlrohrsessel und sank darauf nieder. Kommenden Freitag! Stumm rechnete sie die verbliebene Zeit an den Fingern ab. Drei Tage, dachte sie. Dreieinhalb. Mein Gott, was hat er mit Lars gemacht? Wo ist mein Kind? Oma Brownie beugte sich zu Frau Vollmer herunter und stützte dabei ihre erdverkrosteten Ellenbogen auf der Schreibtischplatte ab. Sag mal, ganz unter uns, du weißt nicht zufällig, ich meine rein zufällig, man hört ja dies und das, wenn man den ganzen Tag hier sitzt, was Joachim vorhatte? Wie aus einem Reflex heraus griff die Sekretärin zum Telefon. Mit dem Hörer in der Hand hatte man etwas, woran man sich festhalten konnte. Hektisch tippte sie eine Nummer ein. Vollmer hier, könnten Sie bitte zum Empfang kommen? Es sind Besucher von Herrn Westheimer da. Sie lauschte. Nein, nicht direkt. Misstrauisch warf sie einen Blick auf Anne, die ächzend auf dem Sessel hing. Ein weiterer Blick galt Oma Brownie, die mit einer Büroklammer herumspielte, auf dem penibel aufgeräumten Schreibtisch. Nun, das müssten Sie dann besser selbst klären, sagte Frau Vollmer in den Hörer. Ja, herzlichen Dank. Und? Oma Brownie lächelte aufmunternd. Was rausgefunden? Eine Kollegin von Herrn Westheimer wird sich um sie kümmern. Sie arbeitet eng mit ihm zusammen. Oh, da ist sie schon. Strahlend, mit einer perfekt geföhnten dunklen Lockenmähne und einem ebenso perfekt sitzenden grauen Schneiderkostüm, bog Dr. Charlotte Stark um die Ecke. Sie bewegte sich so sicher wie ein Fisch im Wasser. Ihre Lippen waren frisch geschminkt, ihr Teint leuchtete zart gebräunt. Sie sah aus wie das blühende Leben, falls man eine perfekte Treibhausblume für lebendig hielt. Als sie die beiden Besucherinnen erblickte, verlangsamte sie ihren Schritt. Hilfesuchend schaute sie zur Sekretärin, doch die war vollauf damit beschäftigt, ihre bereits mehrfach geordneten Papiere ein weiteres Mal durchzublättern und mit einem akkuraten, energischen Zack-Zack auf der Schreibtischplatte zu einem exakten Stapel zu formen. DIN A4. Es gab Dinge, auf die man sich verlassen konnte. »Hallo, Frau Dr. Stark«, sagte Annematt. Ihr war völlig klar, wonach das hier aussah. Nach einer von Eifersucht zerfressenen Ehefrau, die ihrer Nebenwohlerin auf den Pelz rücken wollte. Das Pflaster auf ihrer Stirn, das ungekämmte Haar und ihr blutbespritzter Trenchcoat konnten diesen Eindruck nicht wesentlich verbessern. Es dauerte eine halbe Sekunde, bis Charlotte Stark sich wieder im Griff hatte. Nur ihr Lächeln war etwas eingefroren. Forch marschierte sie auf Anne zu und streckte ihr die Hand hin. »Frau Westheimer, wie nett, dass Sie uns mal besuchen.« »Übersetzt hieß das ja wohl. Könnten Sie bitte mal schleunigst verschwinden?« »Sie mussten Ihren Mann in letzter Zeit ja öfter entbehren, so viel, wie wir mit dieser leidigen Fusion um die Ohren hatten. Tja, wir alle mussten Überstunden dransetzen. Aber jetzt ist die Kuh vom Eis, wie wir sagen. Und das werden wir ja auch gebührend feiern.« Anne hatte aus diesem kleinen Monolog nur ein einziges Wort herausgefiltert. Das Wort »wir«. Viermal hatte Charlotte Stark es benutzt. »Oh, ihr habt die Kuh gemeinsam vom Eis geholt?« fragte Oma Brownie so arglos, dass nur Anne die feine Ironie in ihrer Stimme hörte. »Ja«, die Anwältin lachte gequält. »Wir sind wohl so etwas wie ein Dreamteam.« In Anne tobte ein Sturm, der sich in nullkommanichts zu einem Orkan aufblies. Heute war der Tag der Wahrheit. Sie hatte mit Mutti reinen Tisch gemacht. Warum nicht auch gleich mit dieser elenden Miss Perfect? Die Höflichkeiten und Rücksichtnahmen und das ewige Überlächeln der Probleme hatten sie keinen Millimeter weitergebracht. »Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen ausführlicher, was wir auf Sardinien angestellt haben,« ging Anne zum Angriff über. »Ich meine natürlich Sie und mein Mann. Sind wir uns näher gekommen?« Vollkommen entgeistert starrte die Anwältin Anne an. Woraufhin sich Oma Brownie vom Schreibtisch löste, wo Frau Vollmer krampfhaft ihre Schuhspitzen betrachtete und mit ihrem yoga-leichten Schritt dicht an Charlotte Stark herantrat. »Meine Tochter, ich bin übrigens die Mutter, schön, dich kennenzulernen, möchte nur wissen, ob du mit meinem Schwiegersohn geschlafen hast.« Sie hatte es so sanft und freundlich gesagt, dass die Anwältin erst mit einer gewissen Verzögerung den Inhalt der Frage begriff. Plötzlich verzerrte sich ihr schönes Gesicht. »Das muss ich mir nicht bieten lassen.« Rumpelnd fiel der Papierkorb um, der neben dem Schreibtisch gestanden hatte. »Entschuldigung,« wisperte Frau Vollmer betreten und glaubte den verstreuten Inhalt auf. Anne setzte sich wieder hin. Sie fing an, das Schauspiel zu genießen, die verspannte Sekretärin, die vollkommen perplexe Charlotte Stark und Oma Brownie, die ihre lächelnde Buddha-Nummer mit unnachahmlicher Grandezza durchzog. Ohne den leisesten Anhauch von Aggression. Fehlte nur noch, dass sie ein Räucherstäbchen entzündete. »Wir können doch offen reden, ja?«, fragte Annes Mutter, ein Bein lässig abgewinkelt. »Wir sind doch alle erwachsen, oder?« »Ja,« kam es schmallippig von der Anwältin. »Hui, da bin ich aber froh. Du bist echt in Ordnung, Charlotte.« Sie wandte sich zu Anne um. »Nette Frau, oder?« Anne nickte amüsiert. »Sehr nett, wirklich.« Dr. Stark hatte nicht den blassesten Schimmer, was hier gespielt wurde. »Wir könnten ja bei Gelegenheit einen grünen Tee trinken,« schlug Annes Mutter vor. »Du magst doch grünen Tee, Charlotte?« Wieder nickte die Anwältin, mittlerweile mit wachsender Panik im Blick. »Hast du das gehört, Anne?« »Sie mag grünen Tee,« rief Oma Brownie quer durch den Raum. »Wunderbar,« grinste Anne, »was für eine schöne Überraschung.« »Jetzt, wo wir uns alle so gut verstehen, können wir ja noch mal in unser Thema reinspüren.« Oma Brownie sagte tatsächlich »reinspüren«, was in Charlotte Starks rechtem Augenlid ein heftiges Zucken hervorrief. Man sah ihr an, dass sie am liebsten geflüchtet wäre, doch das traute sie sich nicht, allein schon wegen der Sekretärin, die mit fein gespitzten Ohren Löcher in die Luft starrte. Anne war hin und weg. Alle Streckbänke und Peitschen des Fürsten der Finsternis waren ein Fliegenschiss gegen die perfide Foltermethode ihrer Mutter. Sie entpuppte sich als unfassbar raffinierte Regisseurin dieser Situation. Jede andere hätte Annes Nebenbuhlerin eine Szene gemacht, wüste Beschimpfungen ausgestoßen. Nicht so diese schlanke, nicht mehr ganz junge Frau, die mit dem gesammelten Wissen von gut vier Jahrzehnten Therapieerfahrung vollgepumpt war. »Ah, ich spüre was.« Oma Brownie legte einen Arm um die Schulter der Anwältin, die mittlerweile zitterte wie Espenlaub. »Ich spüre eine hart arbeitende Frau. Eine starke, tüchtige Frau. Tough. Wow. Nun ja, auch ein bisschen einsam, nicht wahr? Das Privatleben kommt etwas zu kurz, Charlotte. Kann man das so sagen? Bitte korrigiere mich, wenn ich es nicht richtig spüre. Doch, ja, da fehlt's ein wenig am Privatleben. Ja, Charlotte? Ja, die Anwältin starb tausend Tode. Hast du das gehört, Anne? Was halten wir davon? Bedauern wir die tüchtige Charlotte, die immer nur arbeitet, arbeitet, arbeitet? Sie tut mir leid, ehrlich, antwortete Anne mit dem größten Vergnügen. Arme Charlotte. Oma Brownie senkte wieder die Stimme. Weißt du, wenn man sozusagen im Büro lebt, ich meine, du verbringst doch den größten Teil des Tages und der Nacht hier, Charlotte. Was blieb der armen Frau anderes übrig, als im Angesicht der Sekretärin die Wahrheit zu sagen? Ja, schon. Da arbeitet man so Schulter an Schulter mit einem Mann. Oh, ich weiß, Charlotte, du würdest nie was Unrechtes tun. Du hast Prinzipien. Du bist eine ehrliche Haut. Ist doch so, ja? Heftiges Nicken. Ist sie nicht großartig, unsere Charlotte, Anne? Was sagst du? Ich bin begeistert. Anne schwankte zwischen Lachen und Weinen. Aber die Grenzen verschwimmen, stimmt's? fragte Oma Brownie. Da kommen Gefühle auf. Ist doch normal, oder? Ist doch ganz normal, Charlotte, stimmt's? Die Wimpern der Anwältin flatterten. Auf ihrer Oberlippe erschienen kleine Schweißtröpfchen. Sie nickte wieder. Und dann dieser wunderbare Mann. Joachim. Du kennst ihn in- und auswendig. Du kennst seinen Geruch. Die Art, wie er lacht. Und eines Tages, Charlotte, eines Tages kannst du nicht mehr widerstehen. Und er, nicht zu vergessen, kann es ebenso wenig. Ihr kommt euch nah. Sehr nah. Die erste zarte Berührung ist nicht mehr zu verhindern. Der erste Kuss ist nicht weit. Ihr liegt euch in den Armen. Ihr küsst euch. Innig. Heiß. Ganz unschuldig natürlich. Es ist ja nichts dabei. Nicht wahr, Charlotte? Ganz unschuldig. Wie in Trance hauchte Frau Dr. Stark ein Ja. Während in ihrem rechten, heftig zuckenden Auge eine Träne blinkte. Ist mir schon tausendmal passiert, behauptete Oma Brownie. Wir sind Frauen. Wir denken gleich. Wir fühlen gleich. Wir spüren ein gewisses Begehren. Es ist unschuldig, wohlgemerkt. Der Grat ist schmal. Wir geben uns hin. Es ist nicht zu verhindern. Du hast mit ihm geschlafen, aber es ist mit den besten Absichten geschehen. Ja, Charlotte? Weil du Joachim magst, weil du tüchtig und fleißig bist und weil ihr mehr Zeit miteinander verbringt als mit irgendwem sonst. Ja? Ja, schrie Charlotte Stark aus den tiefsten Tiefen ihrer gequälten Seele, während Anne das Herz stehen blieb und Frau Vollmer mit einem lauten Stöhnen auf ihrer bestens aufgeräumten Schreibtischplatte zusammensank. Das heißt, wir haben es versucht, schluchzte die Anwältin. Ich habe es versucht. Ich wollte ihn verführen und ich hasse mich dafür, denn als es soweit war, konnte Joachim nicht recht nicht. Der Rest ging in Tränen unter. Oma Brownie atmete tief aus. Anne wusste, was das bedeutete. Sie atmete Charlotte aus, atmete sie weg, ließ das Objekt ihres hochnotpeinlichen Verhörs los. Wie ein Kind, das beim Naschen erwischt worden war, sah Charlotte stark zu Boden. Sie schämte sich zum Gotterbarmen. Gut gemacht, Charlotte. Oma Brownie dehnte die Glieder wie nach einer Yogaübung. Wow, das hat gut getan. Erfrischend. Danke. Charlotte, was bist du doch für eine großartige Person. Sehr schön, Charlotte. Wir werden jetzt gehen, aber den grünen Tee, den trinken wir demnächst gemeinsam, ja? Du magst doch grünen Tee? Anne lag im Bademantel und mit einem Beutel Eiswürfel auf dem Kopf im Bett. Sie trank, nein, keinen grünen Tee, sondern einen dreifachen Espresso, den sie unter den missbilligenden Blicken ihrer Mutter zusammengebraut hatte. Aber da sie sich als Koffein betrieben bezeichnete, musste das sein. Charlotte starks Geständnis hatte Anne in noch größere Verwirrung versetzt als sowieso schon. Sie schwankte zwischen Entsetzen und Erheiterung. Immer wieder malte sie sich die Szene aus, die zweifellos auf Sardinien stattgefunden haben musste. Joachim und Charlotte in heftiger Umarmung, küssend, einander begehrend und dann Fehlanzeige. Der verhinderte Liebhaber, die enttäuschte Frau. Es musste eine gleichermaßen furchtbare wie komische Situation gewesen sein. Obwohl Anne unter starken Eifersuchtsattacken litt, war sie irgendwie erleichtert. Noch immer gab es keine Nachricht von Joachim. Wie Oma Brownie hatte er sich offenbar auf die Psychofolter verlegt. Auf die schlimmste überhaupt. Er spielte mit Annes Muttergefühlen. Und mit den Großmuttergefühlen von Oma Brownie. Sie hatte sogar schon eine halbe Stunde meditiert, um Joachim positive Energien zu senden. Gerade kam sie mit einer Teekanne zur Tür herein. Sag mal, warst du bei der CIA oder bei Mossad? fragte Anne. Das war ja eine Hinrichtung eben in der Kanzlei. Liebes, die Kollegen von den Geheimdiensten sind Stümper gegen die Gurus, die ich kennenlernen durfte. Oma Brownie machte es sich neben Anne im Bett bequem. In Joachims Bademantel, der sich allmählich zu einem Gästebademantel entwickelte. Ihr Jeans-Overall kreiste in der Waschmaschine. Was du eben erlebt hast, war nur ein schwacher Aufguss, fuhr Annes Mutter fort. Vergiss nicht, drei Jahre war ich in Puna, fünf Jahre auf dem Mountchester und bis heute fliege ich regelmäßig nach Esselen. Stirnrunzelnd gab Anna ein weiteres Stück Zucker in ihren Espresso. Das dritte. Was ist das denn? Esselen, die Stimme ihrer Mutter klang auf einmal andächtig, Big Sur, Kalifornien, ein wunderschönes Fleckchen Erde am Pazifik, ein heiliger Ort der Indianer, mit einem Institut, wo die besten spirituellen Lehrer der Welt arbeiten. Ehrlich, die Befragung von Charlotte war eine Fingerübung. Da habe ich schon ganz andere Encounter mitgemacht. Erzähl! Anne stellte gerade fest, wie wenig sie von ihrer Mutter wusste, seit sie von zu Hause ausgezogen war. Du brauchst nur die richtige Frage-Methode, dann erlebst du dein blaues Wunder. Harte Jungs, die weinend zusammenbrechen, Top-Managerinnen, die sich auf dem Boden wälzen, Spitzenpolitiker, die auf allen Vieren durch den Raum kriechen und nach ihrer Mami rufen. Der Mensch ist ein zerbrechliches Wesen. Darüber musste Anne erst mal nachdenken. Dr. Charlotte Stark, ein zerbrechliches Wesen? Irgendwie haute diese Theorie nicht hin. Allerdings hatte die Anwältin unter der Verhörfolter tatsächlich ziemlich flatterig gewirkt. Ich weiß, was du denkst, sagte Oma Brownie. Du meinst, du müsstest Stärke mit Stärke beantworten, richtig? Anne nickte und merkte im selben Moment, wie sie selbst der Fragetechnik ihrer Mutter auf den Leim ging. Jetzt habe ich's kapiert. Die Ja-Schleife. Immer die Fragen so stellen, dass der andere mit Ja antworten muss. So ziehst du ihm alle Informationen aus der Nase, die du haben willst. Mein kluges Töchterchen. Anne lehnte sich zurück. Hingebungsvoll schlürfte sie ihren Espresso, während ihre Mutter nach der Kanne langte und sich eine Tasse Tee eingoss. Grün, was sonst. Wenigstens ließen die Schmerzen endlich nach. Dem dreifachen Espresso und einer Tablette sei Dank. Oma Brownies Haschkekse hatte Anne dankend abgelehnt, obwohl die angeblich besser als Tabletten wirkten. Du, liebe Anne, hast bei dem Gespräch mit deiner reizenden Schwiegermutter Stärke auf Stärke prallen lassen. Und das Ergebnis? Anne zuckte mit den Schultern. Frust. Nichts als Frust, nahm Oma Brownie ihr die Antwort ab. Immerhin hattest du den Überrumpelungseffekt auf deiner Seite. Ich gebe dir jetzt mal einen wertvollen, wirklich wertvollen Tipp. Pack den Stier bei den Hörnern. Achte auf die Stärken deines Gegners und nutze sie. Seine Stärken, nicht seine Schwächen. Anne rückte den Eisbeutel auf ihrem Kopf gerade, der beim Trinken verrutscht war. Verstehe ich nicht. Ich glaube, mein Hirn ist noch im Stand-by-Modus. Was wäre passiert, wenn ich dieser Charlotte ihre Schwächen vorgehalten hätte? Dass sie ein eiskalter Workaholic und ein scharfes Luder ist? Sie hätte es abgestritten, antwortete Anne. Genau. Ich habe ihr stattdessen immer wieder ihre Stärken gezeigt. Ihr gesagt, wie tüchtig und wie fleißig sie ist, wie unschuldig und mit den besten Absichten unterwegs. So wurde aus ihrer Stärke meine Stärke. Damit hatte ich sie an den Eiern. Äh, pardon. Das hört sich bei einer Frau etwas seltsam an. Du solltest den Fürsten der Finsternis kennenlernen, seufzte Anne. Der könnte von dir noch was lernen und vielleicht hätte er auch noch ein paar Tricks drauf, die du nicht kennst. Oma Brownie kicherte mädchenhaft. Unwahrscheinlich. Schuchu! Anne drehte sich so heftig zu ihrer Mutter herum, dass ihr der Eisbeutel vom Kopf flog und auf der Bettdecke landete. Ich habe dir sehr aufmerksam zugehört, als wir neulich telefonierten. Tja, heißt euer Fürst der Leiden zufällig Ramon? Anne ließ fast die Espressotasse fallen. Du kennst ihn? Ramon Aranya di Silva mit bürgerlichem Namen Robert Müller-Ellmann. Wir waren mal zusammen in einem Tantra-Sex-Workshop, aber dann hat er sich, nun ja, in eine ganz andere Richtung entwickelt. Eine Gänsehaut kroch über Annes Körper. Und habt ihr... Von früh bis spät und abends mit Beleuchtung, zitierte Oma Brownie lachend ihre Tochter. War eine Phase. Gerade wollte Anne mehr über diese erstaunlichen Erfahrungen wissen, als es an der Tür schellte. Hast du Pizza bestellt? fragte Anne. Wie in alten Tagen? Nicht, dass ich wüsste. Ich sehe mal nach. Eine Minute später stürzte Tess ins Schlafzimmer, in einem funkelnagelneuen Mantel und mit zwei schwarzen Tüten in der Hand. Meine arme Maus! Du hast eine Gehirnerschütterung? Und ist das wirklich deine Mutter, die mir aufgemacht hat? Sie hat gesagt, ich soll sie duzen. Die Dame hat Charisma ohne Ende, würde ich mal sagen. Da muss sich Mutti aber ganz hinten anstellen. Unbehaglich nahm Anne die beiden Tüten in Augenschein. Warst du etwa Sex shoppen? Hast du immer noch nicht genug? Quatsch! Tess setzte sich auf die Bettkante. Ich wollte dir den Sadomaso-Krempel bringen, falls du Verwendung dafür hast. Ich bin runter von dem Zeug. Und ich war noch nicht mal drauf. Bestimmt auch besser so, erwiderte Anne. Och, so für die Heimarbeit, grinste Tess. Wenn Joachim wiederkommt, kannst du ihn gepflegt in die Mangel nehmen. Falls er wiederkommt. Anne wurde ernst. Er war heute vor mir im Kindergarten, hat sich Lars gekrallt und ist mit ihm auf und davon. Jetzt meldet er sich nicht, reagiert auf keine SMS und geht auch nicht ans Handy. Verstehst du? Er hat mein Kind entführt. Nein. Leider ja. Oma Brownie kam mit einer frischen Kanne Tee zurück und stellte sie zusammen mit einer Tasse auf Annes' Nachtschränkchen. Ein dezenter Hinweis darauf, was sie von Annes' Koffeinkonsum hielt. Tess stemmte die Hände in die Hüften. Wenn er sich bis heute Abend nicht meldet, verständigen wir die Polizei. Ist das wirklich nötig? fragte Anne. Ich habe da eben mal reingespürt. Oma Brownie machte es sich wieder im Bett gemütlich. Es geht Lars gut, Joachim weniger. Verblüfft sah Tess ihre Freundin an. Woher weiß sie das? Schuchu, so nenne ich sie, seit ich sprechen kann, ist ein Buddha, ein Guru und ein Medium, erklärte Anne. Und ich rate dir nur eins, leg dich nie, nie mit ihr an. Der Fanfarenton des Handys ließ alle drei zusammenzucken. Anne wurde heiß, so heiß, dass sie innerhalb einer Sekunde zu glühen begann. Zitternd griff sie nach dem Handy. Von Joachim, kreischte sie auf. Was schreibt ihr? Wo ist er? Hat er Lars? fragten Tess und Oma Brownie durcheinander. Anne konnte kaum die SMS anklicken, so sehr bebten ihre Hände. Bin mit Lars auf Sardinien, las sie vor. Es geht ihm gut, mir weniger. Komme Freitag zurück. Gruß J. Genau das hat deine Mutter gesagt, flüsterte Tess ergriffen. Es geht Lars gut? Joachim weniger. Die Stille, die daraufhin eintrat, hatte etwas Magisches. Als hätten sie eine Erscheinung, starrten Anne und Tess Oma Brownie an. Ist keine Hexerei, murmelte sie gleichmütig. Nur Energiearbeit, konzentrierte Versenkung und der Spirit des Universums. Ach so, kicherte Tess, die sichtlich überfordert war von diesem Esoterik-Crash-Kurs. Wenn's sonst nichts ist, Anne dagegen war den Tränen nah. Lars, mein Lars, und es geht ihm wirklich gut? Was willst du noch? rief Tess. Eine SMS vom Universum? Oma Brownie streichelte die Wange ihrer Tochter. Ich bin hundertprozentig sicher. Joachim ist ein guter Vater. Die beiden werden sich da unten in der Sonne neu entdecken. Was du gerade erlebst, ist ein Klärungsprozess und Joachim durchläuft ihn ebenfalls. Sie lachte schelmisch. Hab ich dir nicht gesagt, dass auch Joachim auf die Reise gehen wird? Ja, aber Flugzeuge hast du nie erwähnt, schmollte Anne. Doch Oma Brownie hatte recht. Alles fühlte sich auf einmal gut und richtig an. Annes Sorge um Lars wich einem Gefühl wunderbarer innerer Ruhe. Was macht ihr hier eigentlich, erkundigte sich Tess. Eine Bademantelparty? Die Eiswürfel liegen ja schon auf der Bettdecke. Wo sind die Drinks? Du bist auf jeden Fall eingeladen, lächelte Anne. Joachims Bademantel ist belegt, wie du siehst, aber du kannst gern einen Pyjama von mir haben. Mit dem Innenleben des Kleiderschranks kennst du dich ja aus. Fehlt nur noch Mutti und die Party ist komplett, kluckste Tess. Darf ich neugierig sein? Oma Brownie linste zu den schwarzen Tüten. Hast du Anne etwas Schönes mitgebracht? Tess, die freche vorlaute Tess, wurde rot. Das ist nur also sie ist anders als andere Mütter, sagte Anne, und sie ist eingeweiht. Was? Das Beste kommt erst noch, Anne klatschte in die Hände. Sie kennt den Fürsten der Finsternis. Tess, die im Begriff war, einen flauschigen geblümten Schrank zu nehmen, fuhr herum. Der Mund war ihr offen stehen geblieben. Stell dir vor, er heißt gar nicht Ramon, erzählte Anne, sondern Robert. Wie war das noch, Schuchu? Robert Müller Ellmann. Ich glaube, der hat schon in der Grundschule kleine Kinder verhauen. Anne gab ihrer Mutter einen neckischen Klaps. Was dich nicht davon abgehalten hat, mit ihm in die Kiste zu springen. Ich fall vom Glauben ab. Tess ließ sich schwer aufs Bett fallen. Du und Ramon, ich meine Robert? Alte Geschichten, winkte Oma Brownie ab. Ich bin mehr am Jetzt interessiert. Gib ihr einfach die Tüten, forderte Anne ihre Freundin auf. Schon im nächsten Moment herrschte eine Stimmung wie auf einer überdrehten Tupper-Party. Die Anspannung der vergangenen Stunden und Tage kippte in eine fast hysterische Lachlust um. Nur, dass es eben keine Plastikschüsseln waren, die von Hand zu Hand gingen, sondern sämtliche Utensilien, die Tess für ihre verhängnisvolle Affäre mit dem Fetischfürsten besorgt hatte. Toller Flutscher, kicherte Anne und ließ etwas durch ihre Finger gleiten, was wie ein Teppichklopfer aus schwarzem Leder aussah. Flogger, sagte Tess mit Nachdruck, um zu beweisen, dass sie ihre Bildungslücke inzwischen geschlossen hatte. Immer mehr furchterregende Accessoires packte sie aus, die plötzlich jeden Schrecken verloren. Anne klickte sich zwei Fußfesseln aus Metall an das Handgelenk, als seien sie Armbänder. Tess streifte sich ein nieten besetztes Ledergeschirr über den Pyjama und stolzierte hüftwackelnd damit auf und ab. Oma Brownie probierte eine Peitsche am Kopfkissen aus. Sie lachten Tränen, als Anne den Gummiknebel aus einem inzwischen sicheren Versteck holte und dann demonstrierte, wie sie Joachim damit traktiert hatte, inklusive ihrer Anfeuerungsrufe für den bösen, bösen Jungen. So wäre es die ganze Nacht weitergegangen, wenn Oma Brownie nicht irgendwann Anne daran erinnert hätte, dass sie Ruhe brauchte. Eine Gehirnerschütterung muss weggeschlafen werden, erklärte sie. Wir lassen dich jetzt allein. Oder möchtest du, dass ich bei dir übernachte? Nein, nein, es ist ganz gut, wenn ich jetzt mal ein bisschen für mich bin, antwortete Anne. Danke, Schuchu, danke für alles. Tess packte die Fetisch- Utensilien zurück in die Tüten. Willst du die Sachen behalten? Ich glaube nicht. Anne zog die Bettdecke bis zum Kinn und kuschelte sich in die Kissen. Dir wird schon was einfallen, wie du sie am besten entsorgst. Na toll, soll ich sie etwa ans rote Kreuz spenden oder dem Fürsten der Finsternis mit der Post schicken? Oma Brownie knüpfte ihren Jeans Overall zu, den Anne zwischendurch in den Wäschetrockner verfrachtet hatte. Warum bringst du ihm die Sachen nicht selbst vorbei? Es wurde mucksmäuschen still. Verwundert sahen Anne und Tess Oma Brownie an, die sich in aller Seelenruhe ihre Kette mit dem Peace Zeichen umhängte. Ist das etwa auch einer von deinen Therapietricks? fragte Anne. Oma Brownie genehmigte sich einen letzten Schluck grünen Tee, der längst kalt geworden war. Ich habe keine Tricks, aber ich kenne ein paar Methoden, um belastende Erlebnisse zu verarbeiten. Und wie ich unsere Freundin Tess einschätze, sollte sie das Kapitel Ramon Auge in Auge mit ihm abschließen. Die Tüten kann sie so lange hier lassen, damit sie das Zeug daheim nicht immer vor Augen hat. Weckt nur ungute Erinnerungen. Tess lächelte ungläubig. Du meinst, ich habe die Chance, es Ramon heimzuzahlen? Annes Mutter ließ sich Zeit mit der Antwort. Sie schüttelte das Bett auf, räumte das Teegeschirr zusammen und hauchte ihrer Tochter einen Abschiedskuss auf die Wange. Dann erst sagte sie, du wirst ihn ausatmen. Wenn du möchtest, helfe ich dir gern dabei. Am nächsten Tag stellte Annes Hausarzt fest, dass sie tatsächlich eine leichte Gehirnerschütterung hatte und schrieb Anne für den Rest der Woche krank. Er verordnete Bettruhe, leichte Kost und viel Schlaf. Der Heilpraktiker, den Oma Brownie schickte, pendelte Annes Kopf aus, sprach ein tibetanisches Gebet und verabreichte ihr ein homöopathisches Mittel. Sich selbst verordnete Anne eine Denkpause. Die Tage verbrachte sie abwechselnd im Bett und auf der Dachterrasse. Es wurde immer wärmer draußen, als wollte der Frühling schon mal ein bisschen Sommerspielen. Der Oleander und die Hortensien standen in voller Blüte. Nur die leeren Pflanzkästen und die Beutel mit Erde erinnerten daran, dass auf diesem Balkon etwas fehlte, das Entscheidende fehlte, Lars. Wenn Anne dann im Liegestuhl in der Sonne lag, kam ihr in den Sinn, dass irgendwo im Mittelmeer Lars und Joachim unter derselben Sonne saßen, vielleicht eine Sandburg bauten oder im Meer badeten. Damit war die Denkpause meist beendet. Je länger Anne über alles nachgrübelte, desto mehr verstärkte sich ihr Gefühl, dass Lars der Kurzurlaub mit seinem Vater guttun würde. Wann hatte er Joachim denn schon mal für sich? Die paar Minuten morgens und abends reichten nicht, um einen bleibenden väterlichen Eindruck zu hinterlassen. Und selbst am Wochenende arbeitete Joachim oft oder war zu erledigt, um sich seinem Sohn zu widmen. So ein Jungsurlaub, fand Anne, war eine fabelhafte Sache. Dann wieder stand sie tausend Ängste aus, meinte in dieser Reise schon die Vorzeichen einer bevorstehenden Trennung zu erkennen. Ein furchtbarer Gedanke knüpfte sich daran. Wollte Joachim nach einer Scheidung Lars etwa für sich? Dann verfolgte er wohl den Plan, seinen Sohn schon mal wirklich die Stirn haben, Anne das Kind zu entreißen und es tagsüber vor und nach dem Kindergarten seinen Eltern zu überlassen? Joachim schickte nur spärliche Botschaften in seinem gewohnt knappen Telegrammstil. Gutes Wetter, hatten einen schönen Tag, Gruß J. Lars jetzt Schwimmer, besten Gruß J. Alles okay, J. Es Kürzeln irgendetwas über Joachims Pläne oder gar seine Gefühle zu schließen. Letztlich waren es nur Beweise, dass die beiden lebten. Immer wenn die vielen Gedanken in Anne's Kopf Überhand nahmen, setzte sie sich für eine Weile ins Kinderzimmer und malte. Ohne Plan, ohne Motiv, einfach aus dem Bauch heraus. Sie begann zu experimentieren. Einmal klebte sie eine kleine Spielfigur von Lars auf ein dann wieder kippte sie eine Tasse Espresso über das Blatt oder rieb Zucker in die feuchte Farbe. Inzwischen hatte sie schon einen ganzen Stapel dieser ungewöhnlichen Aquarelle und fragte sich allmählich, was sie damit anfangen sollte. Die einzige Abwechslung in diesen Tagen waren die Besuche von Tess und Oma Brownie. Tess brachte frühmorgens Brötchen und Zeitungen, Annes Mutter kam Grünkern Bratlinge und Tofu Bällchen transportierte. Am Freitagmorgen fand Tess ihre Freundin in einem desolaten Zustand vor. Anne wirkte angespannt und nervös, hatte ihr Sweatshirt verkehrt herum angezogen und vergessen zu duschen. Ihre Augen waren verweint. Süße, jetzt sag schon, was ist passiert, fragte Tess, als sie den Frühstückstisch steckte. Anne strich sich mit beiden Händen durchs ungekämmte Haar. Noch nichts, aber heute ist Freitag. Na und? Der Dreizehnte ist es schließlich nicht. Heute kommt Lars zurück, erwiderte Anne mit brüchiger Stimme. Aber Joachim hat mich nicht mal informiert, wann genau. Ich würde Lars so gern vom Flughafen abholen, weißt du? Tess legte drei Brötchen in den Brotkorb und stellte Butter und Marmelade dazu. Daneben legte sie die Morgenzeitung. Dann setzte sie sich hin und stützte ihr Gesicht in die Hände. Du könntest deine Schwiegereltern anrufen, schlug sie nach längerem Nachdenken vor. Die wissen bestimmt, wann die beiden ankommen. Aber das ist doch krank, Anne nahm ihr Messer und begann ein Brötchen zu zersäbeln. Bestimmt hat Joachim seine Eltern gegen mich aufgehetzt. Ich habe sowieso den wie sich das Brötchen unter Annes Händen in einen Haufen Krümel verwandelte. Essen konnte man das nicht mehr, jedenfalls nicht mit Butter und Marmelade. Wir könnten uns bei deinen Schwiegereltern auf die Lauer legen, sagte Tess. Wenn die dann mit Lars angefahren kommen, schnappen wir ihn uns und nehmen ihn mit. Anne seufzte. So kann nur jemand sprechen, der keine Kinder hat. Was meinst du denn, wie Lars das auffassen würde, so eine Entführung? Der bekäme doch einen Schock fürs Leben. Außerdem ist ja gar nicht klar, dass es so läuft. Vielleicht bringt er Lars auch in die Pension, in der wohnt. Und du weißt natürlich nicht, wo das ist. Hilflos hob Anne die Hände. Null Ahnung. Sie stand auf und ging in die Küche, um sich einen Espresso zu kochen, den vierten, seit sie frühmorgens aufgewacht war. Während sie wartete, dass die Maschine sich wieder aufheizte, fiel ihr Blick auf den Wochenkalender mit den wichtigen Terminen. Er war so gut wie leer. Doch ausgerechnet für den heutigen Tag hatte sie etwas eingetragen. Naja, eher hingekritzelt. Anne schaute etwas genauer hin. 19 Uhr, Empf, Kanzel, stand da. Plötzlich fiel es ihr wieder ein. Das war der Empfang für Joachim, die kleine Feier in der Kanzlei wegen seiner Beförderung. Tess, hast du heute Abend schon was vor? rief sie ins Esszimmer. Nö, kam es zurück. Bernd Ausweichen, der mir immer mehr auf den Keks geht, kann man ja wohl nicht als Vorhaben bezeichnen, oder? Während Anne eine Tasse unter das silberne Rohr der Espressomaschine stellte, murmelte sie, Planänderung, du hast was vor. Immer wieder schaute Anne in den Badezimmerspiegel. Sie hatte ein edles schwarzes Kostüm angezogen, ein Designerteil aus dem Second-Hand-Shop. Dazu eine weiße Seidenbluse, Pumps und Perlenkette, denn Anne wollte heute besonders seriös wirken. Sie schminkte sich dezent, steckte ihr Haar hoch und kämmte ein paar Strähnen über das breite Pflaster, das auf ihrer Stirn klebte. Die Platzwunde verheilte erstaunlich gut. Ob das an der Bettruhe und der leichten Kost oder an dem tibetischen Gebet und den homöopathischen Tropfen lag, ließ sich nicht ermitteln. Ins Schleudern kam Anne, als sie ihren Ehering auf der Ablage unter dem Spiegel entdeckte. Sollte sie den Ring heute tragen, nach allem, was passiert war? Nachdenklich nahm sie den schmalen Goldreif in die Hand. Im Standesamt war Joachim so hibbelig gewesen, dass ihm der Ring aus den schweißnassen Fingern gerutscht und runtergefallen war. Seine Mutter hatte aber Joachim gezischt. Tess war fast an einem Kicheranfall erstickt und Oma Brownie hatte einfach weiter gemacht mit ihrem indianischen Hochzeitsritual. Während der gesamten Zeremonie war sie leise summend und ein Federbüschel schwenkend um das Brautpaar und den Standesbeamten herumgewandert in einem bestickten Walle-Walle-Kleid. Schon damals hatte sich abgezeichnet, dass weder Joachim noch seine Eltern Annes Mutter ins Herz schließen würden. Es war kurz vor sieben und immer noch keine SMS, kein Anruf von Joachim. Als ob Anne gar nicht mehr existieren würde, als ob sie nicht krank vor Sehnsucht nach ihrem Kind wäre. Anne gab sich einen Ruck und streifte den Ring über den Finger. Trotzdem. Nein, jetzt erst recht. Sie kämmte sich ein letztes Mal, atmete tief durch und wollte gerade losfahren, als ihr Handy klingelte. Lars war alles, was sie denken konnte, doch das Display zeigte Nummer unbekannt an. Hallo, Westheimer, meldete sich Anne. Hier ist Leila. Ihre Stimme klang dünn und unsicher. Leila, äh, ja? Anne, ich muss dir was sagen. Ihre Stimme erstarb fast. Es ist wegen der Medikamente. Endlich durchzuckte es Anne. Ich glaube, du weißt es sowieso schon. Ich war's. Ich habe die ganzen Sachen geklaut. Leila fing an zu schluchzen. Er hat mir Geld dafür gegeben, aber nur am Anfang. Dann hat er mich erpresst, hat gesagt, er geht zu Dr. Ahrenson, wenn ich nicht weitermache. Wer, Leila, wer denn? Eine Weile hörte man nur den schweren Atem der Arzthelferin. Dann flüsterte sie, Herr von Bernstorf. Anne musste sich setzen. Völlig entgeistert sank sie auf den Badewannenrand. Von Bernstorf? Aber warum denn? Er bekommt doch immer seine Rezepte. Das war ja nicht für ihn, schluchzte Leila, dass es zum Steinerweichen war. Es war für so komische Partys, für die Gäste. Sie haben Viagra und das ganze Zeug kostenlos verteilt. Starr vor Schreck hörte Anne zu. Er hat mich einmal mitgenommen zu so einer Party. Leila stöhnte auf. Sie haben ein Video von mir gemacht, wie ich nackt. Unwichtig, erzähl weiter. Zwei Tage später hatte ich die DVD in der Post. Er sagte, er stellt das Video ins Internet, wenn ich ihn nicht weiter versorge. Aber ich halte das nicht mehr aus. Bitte, Anne, kannst du mir helfen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. von Bernstorff. Dieses Schwein, dieses elende Schwein. Anne wusste gar nicht, wohin mit ihrer Wut. Und dann Ramon und seine Kameras. Bestimmt erpressten die beiden nicht nur Leila. Schätzchen, bleib ganz ruhig, sagte sie. Wir klären das. Hab keine Angst. Wir werden diesem feinen Herrn von Bernstorff einen Einlauf verpassen, dass er nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Gut, dass du mir alles gesagt hast. Danke, Anne, noch immer weinte Leila. Dann legte sie auf. Annes Hände flogen, als sie in ihren Wagen stieg. Ramon und Zwar hatte Anne keine Ahnung wie, aber dass diese Herren ihre Strafe bekommen mussten, war so klar wie Korn. Unterwegs holte sie Tess ab. Ihre Freundin, die in der Freizeit zu Farbexzessen neigte, hatte sich ebenfalls einen seriösen Business-Look verpasst. Dunkelgrauer Hosenanzug, dezent gemustertes Seidentuch, kleine Perlenohrringe. Sofort erzählte Anne von dem Telefonat mit Leila. Tess Heilige Scheiße! Und jetzt? Was hast du vor? Weiß ich noch nicht. Erstmal muss ich Lars wieder haben, dann überlegen wir uns was. Den Rest der Fahrt verbrachten sie schweigend, etwas, was bei Anne und Tess noch nie vorgekommen war. Jede der beiden Frauen hing ihren Gedanken nach. Dann unterbrach Anne das Schweigen. Wir sehen aus, als ob Siegel. So gruftig sehe ich im Job immer aus. Passt heute übrigens besonders gut. Ich habe soeben meine Beziehung mit Bernd zu Grabe getragen. War sowieso kein Leben mehr drin, nur Friedhofstille. Tess, du hast dich von Bernd getrennt? Anne rammte fast einen Laster, der vor ihr auf die Straße einscherte. Meine Wiederbelebungsversuche waren erfolglos, antwortete Tess Achsel zuckend, und deine sind ja auch nicht gerade von Erfolg gekrönt. Stimmt, sagte Anne Düster, jetzt will ich wenigstens mein Kind wieder haben. Seufzend klappte Tess die Sonnenblende wieder hoch. Und du meinst, Joachim bringt Lars mit zu diesem Empfang? Ich hoffe es. Und ich hoffe, dass mir nicht die Sicherungen durchknallen, wenn ich keine voreiligen Aktionen, Anne hob warnend die Hände. Noch darf von Bernstorff nichts ahnen, Rache ist ein Gericht, das kalt genossen wird. Um halb acht klingelten sie an der Kanzlei. Natürlich waren sie zu spät, und so dauerte es ein wenig, bis die Tür sich öffnete. Frau Vollmer lächelte süßsauer. Frau Westheimer, wir hatten gar nicht mit Ihnen gerechnet, gerade hat Herr Dr. Huber mit der Rede angefangen. Anne und Tess folgten ihr durch das Sekretariat in den großen Konferenzraum, wo etwa dreißig festlich gekleidete Gäste mit Champagnergläsern in der Hand standen. Hermann Huber, hochelegant in einem nachtblauen Anzug und silberheller Krawatte, hatte sich an der Stirnwand aufgebaut und las seine Rede von einem Zettel ab. Neben ihm stand Joachim. Etwas kleiner, etwas schmächtiger, als Anne ihn in Erinnerung hatte. Obwohl eine gesunde Bräune sein Gesicht überzog, wirkte er irgendwie zerknittert. Mit ausdrucksloser Miene ließ er die Lobreden seines Chefs über sich ergehen. Brauchen wir Kollegen wie Joachim Westheimer, engagiert, aufopferungsvoll, ideenreich. Es ist mir eine Freude und eine Ehre, jemanden wie Sie, lieber Joachim, im Team unserer Kanzlei zu wissen. Deshalb unbeweglich hörten die Gäste zu. Es waren fast nur Männer, alle in dunklem Tuch, alle mit dem Wichtigheimer Gesicht, wie Tess es immer nannte. Mit den Augen suchte Anne den Raum Himmel, wo ist Lars? Als sie Klaus von Bernstorf erspähte, zuckte sie unwillkürlich zusammen. Er hatte Anne schon entdeckt und zwinkerte ihr klebrig zu. Neben ihm stand Charlotte stark, in dunkelgrauer Seide, ein tiefgefrorenes Lächeln auf den Lippen. Dann sah Anne einen rosa Klecks. Einen ziemlich großen rosa Klecks. Sie drängelte sich etwas weiter nach vorn. In einem rosa Jersey Kostüm, hoheitsvoll lächelnd unter ihrer lila Pudelfrisur, hörte Mutti der Rede zu. Natürlich, dachte Anne, die Königin Mutter wohnte der Krönung ihres Prinzen bei. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen. Ihr Blick glitt tiefer. Und jetzt, endlich, jetzt sah sie ihn. Lars! Etwas eingeschüchtert stand er neben Annes Schwiegermutter, die wie ein Schraubstock seine Hand umfasst hielt. Das Herz krampfte sich Anne zusammen. Ein Schluchzer stieg in ihrer Kehle hoch. Süßer, lieber Lars! Sein sonst so unordentliches Haar war mit Gel glatt zurückgekämmt und er steckte in einem steifen, schwarzen Anzug, der ihm etwas zu groß war. Lars, mein Liebling, flüsterte Anne, während sie sich weiter in seine Richtung vorarbeitete. Die monotone Stimme von Hermann Huber erfüllte den Raum. War diese Fusion ein virtuoses Meisterstück, wie es wohl nur sie, lieber Joachim, haben vollbringen können. Was mir Gelegenheit gibt, auch unserer geschätzten Kollegin Frau Dr. Stark zu danken, die mit großem Elan und unnachahmlichem Teamgeist Mami! Hermann Huber verstummte. Ungestüm riss sich Lars von der Schraubstockhand los, fing an zu laufen, rutschte auf dem glatten Parkett aus, rappelte sich wieder auf und stürzte in Annes Arme, die ihn weinend umfing. Mein Kind, mein Süßer, mein Liebling, schluchzte sie. Niemand sprach einen Ton. Zu offensichtlich war, dass sich hier gerade ein familiäres Drama offenbarte. Anne spürte eine Hand auf ihrer Schulter. Sie drehte sich um und sah in die grünen Augen von Joachim, der sie feindselig musterte. Gehen wir in mein Büro, sagte er, mehr nicht. Anne drückte Lars an sich. Schätzchen, Mami und Papi müssen mal eben was besprechen, bin gleich wieder da, okay? Nein, rief Lars, geh nicht weg. Heftig klammerte er sich an seine Mutter. Wer will mit meinem Handy spielen, hab ein saukooles Spiel runtergeladen, trällerte eine Frauenstimme. Lars sah zu Tess, die plötzlich neben ihm aufgetaucht war und mit ihrem Smartphone herumwedelte wie ein Dompteur, der dem Löwen einen Fleischbrocken hinhält. Was denn für eins, Tante Tess? fragte er und ließ Anne los. Nichts für kleine Jungs, aber du bist ja schon erwachsen und ein verdammt harter Kerl, oder? Jetzt hatte sie ihn am Haken. Lars Hau rein, sagte Tess und überließ ihm das Handy. Anne und Joachim nutzten die Ablenkung und bahnten sich einen Weg durch die tuschelnde Gäste-Schar. Eine Minute später standen sie in Joachims Büro. Es war sehr geräumig, genauso elegant eingerichtet wie der Empfangsbereich und wirkte ebenso unpersönlich. Nicht mal ein Foto von Anne und Lars stand auf dem Schreibtisch. Joachim setzte sich auf die Fensterbank. Ist dir ja bestens gelungen, mir den Abend zu verderben. Ach ja? Und du? Aufgebracht funkelte Anne ihn an. Hast du auch nur einen einzigen Gedanken daran verschwendet, was ich durchmache? Haust einfach ab, nimmst Lars mit und gibst mir nicht den Hauch einer Chance, alles zu erklären. Er lachte unfroh. Erklären? Du musst mir nichts erklären. Ich sag nur Playland Club. Verschone mich mit Einzelheiten. Ich möchte gar nicht wissen, mit wie vielen Männern du es treibst. Das saß. Unter Annes Pflaster begann es zu pochen und zu bummern. Auch die glühenden Kreise waren wieder da, die sich immer schneller vor ihren Augen drehten. Ich habe das für uns getan, rief sie verzweifelt, um mir Anregungen zu holen, nicht um andere Männer kennen zu lernen. Niemand dessen Pornos reinziehst. Wie konnte ich auch ahnen, dass du mit dieser Charlotte stark rummachst. Sie hat mir alles erzählt. Auf Joachims Gesicht malte sich ungläubiges Entsetzen. Was hat sie dir erzählt? Allmählich bekam Anne wieder Oberwasser. Sie schaffte sogar ein kleines spöttisches Lächeln. Eigentlich hat sie es nicht mir erzählt, sondern meiner Mutter. Schuchu? Oh mein Gott, sie das Entsetzen in Joachims Gesicht steigerte sich. Seine Handknöchel waren fast weiß, so fest klammerte er sich an die Fensterbank. Tja, Anne setzte sich lässig auf die Schreibtischkante. So musste ich erfahren, dass ihr auf Sardinien übereinander hergefallen seid, du und Charlotte, auch wenn du dann wohl ziemlich Ladehemmung hattest. Betreten sah Joachim zu Boden. Anne, es mich dafür. Verzeih mir bitte. Ja, ich war drauf und dran, dich zu betrügen. Aber es ging nicht. Mein Körper war klüger als ich. Er wusste, dass meine Gefühle für dich stärker sind. Ach nee, ätzte Anne, seit wann kann ein Penis denken? Langsam löste sich Joachim von der Fensterbank und machte ein paar unsichere Schritte auf Anne zu. Er setzte seine beste Waffe ein, den Welpenblick, dem Anne nicht widerstehen konnte. Lange sahen sie einander in die Augen, befragten einander stumm, unterhielten sich ohne Worte und auf einmal spürte Anne, wie sich etwas löste. Auch bei Joachim. Sein Gesichtsausdruck wurde weicher, der Anflug eines Lächelns umspielte seine Mundwinkel. Kann es sein, dass wir beide ziemlichen Entschuldige, Scheiß, gebaut haben? fragte er. Scheiße sagt man nicht, Scheiße ist ein böses Wort, grinste Anne. Vorsichtig, ganz vorsichtig streckte Joachim die Hand aus und hob Annes Kinn hoch. Sie küssten sich, scheu erst, dann drängender, schließlich voller Begehren, bis Anne spürte, wie der denkende Teil von Joachims Körper anschwoll. Wieder sahen sie einander in die Augen und diesmal klappte es innerhalb einer Sekunde mit der Kommunikation. Joachim rannte zur Tür, schloss sie ab und während aus dem Konferenzraum leises Stimmengewirr zu ihnen herüberschwappte, drückte er Anne auf die Schreibtischplatte. Ungeduldig fluchend kämpfte er mit dem Reißverschluss seiner Hose. Dann liebte er Anne mit der Inbrunst eines Mannes, der von einer sehr langen Reise nach Hause zurückkehrt. Der beste Quickie meines Lebens, seufzte Anne innerlich, als Joachim kurz darauf keuchend auf ihr lag und sein Herzschlag sich wieder verlangsamte. Ein Quickie mit dem Mann, den ich liebe. Behutsam streichelte er das Pflaster auf ihrer Stirn, das während der leidenschaftlichen Umarmung zum Vorschein gekommen war. Du musst mir später erzählen, wie das passiert ist. Wollen wir jetzt wieder reingehen? Ich schätze, man vermisst uns schon. Anne knöpfte ihre Bluse zu. Ich kann es kaum erwarten. Bevor sie in den Konferenzraum ging, huschte sie zur Toilette, wo sie ihre verrutschte Frisur in Ordnung brachte und die Lippen nachzog. Alles wird gut, flüsterte sie ihrem Spiegelbild zu. Als sie sich wenig später unter die Gäste des Empfangs mischte, hatte sie eine Halluzination. Sie kniff die Augen zusammen. Der breitschultrige Mann, der in einer Ecke mit Tess plauderte, sah aus wie ein Zwillingsbruder von Mark. Fantasierte sie? Spielte ihr die Gehirnerschütterung einen Streich? Der Mann war genauso groß und genauso muskulös unter dem stramm sitzenden Maßanzug wie ihr Held und Retter einer denkwürdigen Nacht. Und er lächelte Tess genauso unwiderstehlich an wie in jener Nacht auf Annes Couch. Fast so, als flirtete er mit ihr. Anne war platt. Spätestens als die Halluzination ihr zuwinkte und »Hallo, Anne« rief, ahnte sie, dass es Komplikationen geben würde. »Ich wusste ja gar nicht, dass dein Mann für Huber arbeitet«, sagte Mark, während er seinen massigen Körper dicht an Anne heranschob und ihr rechts und links Küsschen auf die Wangen gab. Anne war noch immer perplex. »Und ich wusste nicht, dass du Huber kennst. Unsere Kanzleien kooperieren schon seit einigen Monaten, aber es ist das erste Mal, dass ich Hubers Mannschaft persönlich treffe.« Er grinste verschmitzt. »Bis auf deinen Mann natürlich.« »Joachim, wo war er überhaupt?« Annes Herz klopfte bis zum Hals. Gerade hatten sie sich ausgesprochen und fulminanten Versöhnungssex gehabt, aber Mark gefährdete alles. Sie hätte ihn am liebsten unterm Konferenztisch versteckt. Genauso gut hätte sie versuchen können, einen Elefanten in einer Streichholzschachtel zu verstecken. Jetzt kam auch noch Joachim mit seiner Mutter angeschlendert. Mutti nickte Anne eisig zu. Ihr »Guten Abend« klang wenig freundlich. Seit dem lautstarken Telefonat herrschte Funkstille zwischen den beiden Frauen. Von diesen Verspannungen schien Mark nichts zu spüren. Unbefangen lächelte er erst Mutti, dann Joachim an. »Ich glaube, wir kennen uns schon aus der Praxis von Dr. Ahrenson, haben uns aber noch nicht vorgestellt. Gestatten? Mark Dresen. Ich arbeite für die Kanzlei Schneiderhahn und Reichelt. »Angenehm«, erwiderte Joachim. »Angenehm«, wiederholte seine Mutter. »Sehr, sehr unangenehm«, dachte Anne. Warum nur meinte sie, das Ticken einer Bombe zu hören? Es war Joachim, der das brennende Streichholz an die Zündschnur legte. »Sie hätten gern ihren Lebensgefährten mitbringen können«, sagte er gönnerhaft. Mark stutzte. »Wie meinen Sie das? »Na, ihren Lebensgefährten, Dr. Ahrenson«, bekräftigte Joachim. »Homosexualität ist ja zum Glück kein Tabu mehr.« Mutti war da ganz anderer Meinung, wie ihre hochgezogenen Augenbrauen verrieten. »Annes Herzrhythmus gerät ins Stolpern«, Mark schüttelte amüsiert den Kopf. »Lieber Herr Westheimer, glauben Sie mir, ich toleriere jede Art der sexuellen Orientierung, aber ich bin eindeutig heterosexuell.« Er sah Muttis verständnisloses Gesicht und schob noch eine Version ohne Fremdwörter hinterher. »Ich liebe Frauen«, was Anne Ihnen sicherlich gern bestätigen wird. Dies war der Moment, in dem die Bombe detonierte. »Los, schneller«, rief Anne immer wieder, während sie panisch durch die Kanzlei rannte, in den Hausflur stürmte und die Treppe mehr hinunterfiel, als hinunterlief. Noch einmal würde sie sich Lars nicht wegnehmen lassen, nie wieder. Tess und Lars hatten einen kleinen Vorsprung, wobei Lars vorne weglief, angefeuert von Tante Tess. Geistesgegenwärtig stellte sie die Flucht aus der Kanzlei als ein Wettrennen dar. So viel Einfühlungsvermögen in die verspielte Seele eines Kindes hatte Anne ihr gar nicht zugetraut. »Erster, erster, ich werde erster«, juchzte Lars, der das Ganze entsprechend sportlich nahm und flink wie ein Eichhörnchen die Treppenstufen hinuntersauste. Anne war am Ende. Es hatte nur eines einzigen Satzes bedurft, um die Versöhnung mit Joachim in Schutt und Asche zu legen. Joachim war kreidebleich geworden. »Du Schlampe«, hatte er zwischen den Zähnen hervorgepresst, »das ist das Ende.« Anne hatte versucht, das Missverständnis aufzuklären, auch Mark hatte beteuert, es sei nie etwas zwischen ihnen gewesen, doch es half alles nichts. Joachim glaubte ihnen kein Wort. Anne hätte sich ohrfeigen können. Warum hatte sie sich nur diese dumme Notlüge ausgedacht, Mark sei der Lover von Dr. Ahrenson? Nun bekam sie die Quittung für ihre Schwindelei. Für Joachim sah es nach einem Lügengebäude aus, um die vermeintliche Affäre von Anne und Mark zu verschleiern. Es war der große Augenblick von Mutti gewesen. Ohne Rücksicht auf die ringsumstehenden Gäste hatte sie ihren Sohn an den Mutterbusen gepresst und Anne zum Teufel gewünscht. Das war Tess nicht entgangen. Sie floh schon mit Lars an der Hand aus dem Konferenzraum, als Anne angesportet kam. Zu dritt hasteten sie nun die Treppen hinunter. »Sieger«, rief Lars, als er die Haustür erreichte. Im nächsten Moment war Anne bei ihm. »Glückwunsch!« Sie gab ihm einen Kuss. »Du bist der Beste. Mal sehen, ob du noch mehr kannst.« Zu dritt liefen sie zum Wagen, der zwei Querstraßen weiterparkte. »Mami, warum haben wir denn ein Wettrennen gemacht?« fragte Lars außer Atem, als Anne ihn im Kindersitz festschnallte. »Weil der Sieger eine Überraschung bekommt.« Sie lief um den Wagen herum und riss die Fahrertür auf. »Eine ganz tolle Überraschung!« »Au, ja, eine Überraschung!« jubelte er. »Was ist es, was ist es?« »Das musst du dir selbst ansehen, mein Liebling. Wäre ja sonst keine Überraschung!« Tess saß schon auf dem Beifahrersitz, Anne klemmte sich hinters Steuer, dann legte sie einen Kavalierstart hin und brauste los. Auf der Fahrt beratschlagten sie sich per SMS. Sie konnten ja schlecht in Lars Gegenwart darüber diskutieren, wie es weitergehen sollte. »Ist die Wohnung sicher?« simste Tess. »Wohl nicht«, simste Anne an der nächsten roten Ampel zurück. »Oma Brownie?« schrieb Tess. »Gute Idee«, antwortete Anne. Aber erst mal mussten sie, wie versprochen, einen Umweg machen. Anne hatte die ganze Wohnung mit Luftballons und Papierschlangen geschmückt, auch die Dachterrasse. Dort warteten die Pflanzkästen mit roten Schleifen verziert. Außerdem hatte Anne ein paar Süßigkeiten und eine Playmobil-Schachtel gekauft, in der ein Miniaturgarten samt kleinen Figuren mit winzigen Haken und Schaufeln auf Lars warteten. Er war außer sich vor Freude, dass ihm ein derart festlicher Empfang bereitet wurde. »Danke, Mami«, rief er immer wieder und bestand darauf, die Samen von Möhren und Radieschen auf der Stelle in die Erde zu streuen. »Warum musste Mark in der Kanzlei auftauchen?« dachte Anne. »Warum ist das Schicksal so gemein zu mir?« Ihr Körper glühte immer noch von Joachims Umarmung, doch in ihrem Herzen war es polar kalt und zappenduster. War dies tatsächlich das Ende, wie Joachim gesagt hatte? Es ging ihr durch und durch, wenn sie an sein enttäuschtes Gesicht dachte. Für ihn musste es ja so aussehen, als hätte sie eine Affäre mit Mark. Während Anne zusammen mit Lars die Pflanzkästen einweihte, telefonierte Tess in der Küche mit Oma Brownie. »Alles okay«, verkündete sie, als sie mit erhobenem Daumen wieder auf die Dachterrasse kam. Aber wir sollten hier so schnell wie möglich verschwinden. Eilig packte Anne die Playmobil-Schachtel und ein paar Kleidungsstücke saßen sie wieder im Wagen. Für Lars war das alles glücklicherweise ein Riesenabenteuer. Erst die Reise ans Meer, dann die Geschenke. Nun freute er sich auf das Wochenende bei Oma Brownie. Aus seiner Perspektive war es wie Weihnachten und Ostern zugleich. Auch deshalb, weil Anne ihm versichert hatte, nicht bei Oma Brav antanzen zu müssen. Es war schon dunkel, als sie etwas erschöpft vor dem Grundstück von Oma Brownie aus dem Wagen kletterten. Der Garten sah wie ein verzaubertes Märchenland aus. In den Zweigen der Bäume hingen bunte Lichterketten, die sacht im Wind schaukelten. Brennende Fackeln markierten den Weg zum Haus. Wie immer im Jeans Overall kam Oma Brownie ihnen entgegen. Ich habe das Auto gehört, sagte sie. Willkommen in meinem magischen Reich. Lars fiel ihr überschwänglich um den Hals. Hallo Oma Brownie, ich kann jetzt schwimmen und Mami hat mir einen Garten geschenkt. Seine Großmutter nahm ihn auf den Arm. Mein großer Junge, schön, dass du wieder da bist und schön, dass du Besuch mitgebracht hast. Ich habe eine ganz große Reispfanne für euch alle gekocht. Sie trug Lars, der sich selig an sie schmiegte ins Haus, gefolgt von Anne und Tess. Der Küchentisch war gedeckt, auf dem Herd stand ein riesiger Wok, in dem es verheißungsvoll zischte und dampfte. Doch schon vom Duft der Reispfanne wurde Anne übel. Was hatte Joachim vor? Sie konnte an nichts anderes mehr denken. Bestimmt würde er es nicht kampflos hinnehmen, dass Anne ihren gemeinsamen Sohn nach Piratenart gekapert hatte. Er würde zurückschlagen, fragte sich nur wie. Vermutlich stand er gerade in der geschmückten Wohnung und sann über seine nächsten Schritte nach. Schon nach einer Viertelstunde sie hatten sich kaum gesetzt und angefangen zu essen, fielen Lars die Augen zu. Leise schnarchend lag er auf der Küchenbank. Er schnarcht wie Joachim, dachte Anne gerührt. Und er braucht uns beide, Joachim und mich. Werden wir jemals wieder eine Familie sein? Ich bringe ihn ins Bett, flüsterte Oma Brownie. Im Kühlschrank steht eine Flasche Weißwein. Bis gleich. Behutsam nahm sie Lars in die Arme und trug ihn hinaus. Ich glaube, ich brauche jetzt einen Schnaps, ächzte Tess. Kein Vollrausch auf der Flucht, ein Glas Wein muss reichen. Anne war schon aufgestanden und suchte einen Flaschenöffner, was in Oma Brownies Toho Wabohu nicht gerade die leichteste Übung war. Sie fand ihn schließlich zwischen einer beachtlichen Sammlung von Tee-Dosen, in denen sich vermutlich nicht nicht nur Tee befand. Tess hatte schon den Wein herausgeholt. Mit geübten Bewegungen öffnete Tess die Flasche. Die erste Etappe liegt hinter uns. Wie geht es weiter, Anne? Auf Dauer kannst du nicht vor Joachim flüchten. Er ist zwar ziemlich behämmert, aber nicht behämmert genug, um nicht auch hier nach Lars zu suchen. Sie fand drei Gläser in dem bemalten Bauernschrank, stellte sie auf den Tisch und goss sie bis zum Rand voll. Unwillkürlich lauschte Anne. Stand Joachim womöglich schon vor der Tür? Mit Mutti? Oder gleich mit der Polizei? Aber es war nur das Rauschen der Bäume zu hören und die leise Stimme von Oma Brownie, die nebenan so etwas wie ein Schamanen Gute Nacht Lied summte. Tess trank ihr Glas auf einen Zug aus und füllte es sofort wieder. Trink mal einen Schluck, das Zeug ist überraschend gut. Es ist alles so verfahren, müde lehnte sich Anne auf ihrem Stuhl zurück. Joachim glaubt felsenfest, ich hätte ihn mit Mark betrogen. Dabei schien schon alles wieder in Ordnung zu sein. Wir haben uns sogar, naja, geliebt, auf seinem Schreibtisch. Verdammt, warum musste das mit Mark passieren? Das Universum weiß schon, was es tut, sagte ihre Mutter milde, die in diesem Moment in die Küche zurückkam. Zur Hölle mit deinem Universum, brach es aus Anne heraus. Willst du etwa auch da rein spüren? Es gibt nichts zu spüren. Dein Esoterik Krempel bringt uns diesmal nicht weiter. Oma Brownie ließ sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Ja, Liebes, lass die Wut raus, das reinigt. Sie schloss die Augen. Du wirst es nicht glauben, aber ich spüre tatsächlich etwas, und zwar, dass ihr noch nicht so weit seid. Was soll das heißen? fragte Tess. Versöhnungssex ist keine Annäherung, erklärte Oma Brownie. Es gibt noch zu viele unerledigte Themen. Ein wildes Pochen an der Haustür ließ die drei aufhorchen. Jemand hämmerte mit beiden Fäusten an das verwitterte Holz. Anne schrie auf. Das ist Joachim. Und das ist auch gut so, lächelte Oma Brownie. Ich werde ihm öffnen. Nein, bloß das nicht, Tess stand der Angstschweiß auf der Stirn. Der macht uns fertig, der tut uns was an. Aber Oma Brownie war schon auf dem Weg zur Tür, leise summend, als wollte sie auch Joachim in den Schlaf wiegen. Anne hätte sich am liebsten verkrochen. Zitternd suchte sie die Hand von Tess. Vom Flur drangen Stimmen in die Küche, die sehr laute, sehr erregte Stimme von Joachim, dazwischen die weiche, sehr leise Stimme von Oma Brownie. Dann näherten sich Schritte. Anne umklammerte die Hand ihrer Freundin fester. Wir haben einen weiteren Gast. Mit diesen Worten betrat Oma Brownie völlig entspannt die Küche und drehte sich zu Joachim um. Er befand sich in einem furchtbaren Zustand. Sein Gesicht war gerötet, die Krawatte hing schief, mit zerauftem Haar starrte Zwei Frauen ängstlich aneinander gekauert. Hier seid ihr also, rief er drohend. Oma Brownie tätschelte seine Hand, als sei er ein kleiner, bockiger Junge. Ja, hier sind sie. Ich freue mich immer, wenn Anne mich besucht und Tess ist eine echte Bereicherung. Sie schob ihn zum Küchentisch und drückte ihn sanft auf einen Stuhl. Wie schön, dass du den Weg zu uns gefunden Joachim, der offensichtlich eine ganz andere Reaktion erwartet hatte, blinzelte sie verblüfft an. Unbeweglich saßen Anne und Tess da und betrachteten das Schauspiel, das sich ihnen bot. Du bist ein wunderbarer Mann, versicherte Oma Brownie. Du hast Potenzial. Er schnaubte verächtlich. Gut, dass das mal jemandem auffällt. Ich habe es von Anfang an gesehen. Oma Brownie tätschelte zur Abwechslung seine Schulter. Aber vieles ist verschüttet. Man muss es zutage fördern. Donnernd schlug Joachim mit der Faust auf den Tisch. Quatsch hier nicht rum. Ich will Lars und ich kriege Lars. Wo ist er? Oder soll ich ihn selbst suchen? Er wollte schon aufstehen, doch mit eiserner Sanftheit drückte Oma Brownie ihn zurück auf den Stuhl. Du solltest etwas essen. Du wirkst unterzuckert. Bestimmt hast du heute so gut wie nichts gegessen. Wieder blinzelte Joachim erstaunt, sagte aber nichts. Stumm beäugte er die Frau, die seine Schwiegermutter war, und damit auf Annas Seite. Sie hätte seine Feindin sein müssen, doch sie behandelte ihn so freundlich wie einen eigenen Sohn, was ihn grenzenlos irritierte. Nur Anne aus dieser Ahnung wurde eine Gewissheit, als sie sah, wie Oma Brownie eine Dose Kekse öffnete und sie vor Joachim auf den Tisch stellte. Du fühlst dich wie gerädert, stimmt's? Es war ein langer Tag für dich, Joachim, das muss man doch sagen, oder Joachim? Er nickte. Siehst du, Anne, ich habe es gewusst. Vor uns sitzt ein Mann, der immer alles gibt, der sich anstrengt, der bis zur Erschöpfung arbeitet und sich trotzdem bemüht, ein guter Ehemann und ein guter Vater zu sein. Was man ihm hoch anrechnen muss. Das ist doch richtig so, Anne, korrigiere mich, wenn ich es falsch sehe, aber es liegt doch auf der Hand, oder? Joachim arbeitet hart und er ist ein guter Ehemann und Vater, erwiderte Anne, die das Spiel nach Verdutzt sah Joachim Anne an, während er automatisch nach einem Keks griff und hineinbiss. Mh, sagte er kauend, lecker. Abgefahren, dachte Anne, total abgefahren, wenn der wüsste, dass er gerade auf einen Trip geschickt wird. Das freut mich, dass die Kekse dir schmecken. Auf Oma Brownies Gesicht lag das unergründliche Buddha-Lächeln. Anne wird sie dir bestimmt auch gerne backen, wenn du möchtest, denn sie hatte ich ja all die Jahre immer gut versorgt. Das hat sie doch, stimmt's Joachim? Ja, stimmt. Er wunderte sich selbst über das, was er sagte. Sie ist ein toller Mensch, eine gute Mutter und eine aufregende Frau. Aber das hab ich jetzt gesagt. Widersprich mir, Joachim, wenn ich falsch liege. Doch das alles kann man schon von Anne behaupten, oder Joachim? Tief Luftholend sah er kurz zu Anne, dann nickte er. Tess staunte Bauklötze, sie vergaß sogar, ihren Wein zu trinken. Nimm noch einen Keks, Joachim, die tun dir gut, die holen dich aus der Unterzuckerung und dann möchtest du bestimmt ein bisschen mit Anne allein sein, oder täusche ich mich? Nein, ich spüre es, du sehnst dich danach, dich einfach mal auszustrecken, nach diesem viel zu langen Tag, der dich gerädert hat. Ist doch so, oder, Joachim? Ja, ich bin total hinüber. Er hatte mittlerweile fast alle Kekse aufgegessen, die Röte war aus seinem Gesicht gewichen, die Angriffslust, die Wut. Auf dem Küchenstuhl saß nur noch ein müder, erschöpfter Mann, der sich ausruhen wollte. Wie es der Zufall will, habe ich gerade heute Morgen mein Bett frisch bezogen. Anne, zeigst du deinem Mann den Weg? Ohne Protest ließ sich Joachim von Anne ins Schlafzimmer führen. Es war eher eine Schlafhöhle, die an das Kuschelzimmer in der Villa Sonnenschein erinnerte. Das breite Bett war bedeckt von unzähligen Kissen in allen Rotschattierungen dieser Welt. Darüber hing an vier Holzpfosten ein roter Schleier und bildete einen duftigen Betthimmel. Eine geschnitzte Stehlampe mit einem roten Schirm verbreitete gedämpft schimmerndes Licht. So wie er war, mit Anzug und Krawatte sank Joachim auf das Bett und streckte die Arme nach Anne aus. Ich habe dich so vermisst, flüsterte er. Es war zwölf Uhr mittags. Aus dem Garten hörte man Kinder Geschrei, in der Küche klapperten Töpfe. Auf einen Ellenbogen gestützt, betrachtete Anne ihren Mann. Noch nie hatte er so lange geschlafen. Und noch nie hatten sie eine solche Nacht der endlosen Zärtlichkeiten verbracht. Ob das Tantrasex gewesen war oder einfach der galaktische Einfluss der Haschkekse, vermochte Anne nicht zu sagen. Sie wusste nur, dass es stundenlang gedauert hatte, ohne dass Joachim auf dem Gipfel zugestürmt wäre. Jetzt, mit seinem verstrubelten Haar und den entspannten Gesichtszügen, sah er aus wie ein kleiner Junge. Anne fiel auf, wie viel Ähnlichkeit er mit Lars hatte. Süß und liebenswert. Zärtlich strich sie ihm das Haar aus der Stirn. Mit einem tiefen Seufzer schlug Joachim die Augen auf. Verwirrt sah er sich um. Wo sind wir? In einer anderen Welt, antwortete Anne. Ruckartig setzte er sich auf. Bitte sag nicht, dass wir in dem verrumpelten Chaos-Haus deiner Mutter sind. Wir sind an einem Ort, wo wir absolute Freiheit haben, sagte Anne. Und genug Zeit, uns alles zu sagen. Wirklich alles. Willst du anfangen? Oh Gott! Er ließ sich zurück auf das Kopfkissen fallen. Wird das jetzt etwa ein Beziehungsgespräch? Bitte, wenn du willst. Aber darauf habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Lust. Mich interessiert viel mehr, was in dir vorgeht. Was erwartest du noch vom Leben? Wovon träumst du? Gibt es etwas, was du immer schon mal tun wolltest? Er rieb sich verblüfft die Augen. Wie meinst du das, was ich immer schon mal tun wollte? Anne stoppte sich ein paar von den roten Kissen in den Rücken und machte es sich an seiner Schulter bequem. In dieser Kuhle zwischen seinem Schlüsselbein und seinem Oberarm, in die ihr Kopf perfekt hineinpasste. Stell dir vor, du würdest heute sterben. Was würdest du am meisten bedauern? Was hättest du versäumt? Joachim biss sich auf die Lippen. Diese Frage habe ich mir noch nie gestellt. Anne lächelte. Jetzt hast du Gelegenheit, sie zu beantworten. Die nächsten Stunden wurden die spannendsten in Annes Ehe. Nach längerem Überlegen erzählte Joachim von Dingen, mit denen sie nicht im Entferntesten gerechnet hätte. Dass er von einer Kajakfahrt in Kanada träumte, von der Sahara, von Lagerfeuern am Südpol zum Beispiel. Ein Haus kam in diesen Erzählungen nicht vor. Und auch seinen Job, seine Karriere, erwähnte Joachim mit keiner Silbe. Zwischendurch holte Anne Tee und Brötchen aus der Küche, dann kuschelte sie sich wieder an Joachim und hörte ihm zu. Als er alles, alles gesagt hatte, fragte er, und du? Nun schilderte Anne ihre Träume. Dass sie frei sein wollte, am liebsten als Malerin, dass sie ein zweites Kind wollte und, so wie Joachim, neugierig auf ferne Länder war. Danach lagen sie einfach nur da, schauten in den Betthimmel und spürten, wie ein tiefer Frieden in sie einzog. Über eins haben wir noch nicht gesprochen, sagte Anne nach einer langen Pause. Und über was? Sie räusperte sich. Über unsere Fantasien, unsere erotischen Fantasien. Willst du anfangen? Danach bin ich dran. Joachim sog scharf die Luft durch die Nase ein. Offenbar fühlte er sich ertappt. Nervös spielte er mit der Bettdecke, ohne zu antworten. Na los, ermunterte ihn Anne. Ich möchte deine geheimsten Wünsche und Fantasien erfahren. Eine Stunde später zogen sie sich an. Leichtfüßig lief Anne nach draußen, wo Oma Brownie und Tess an einem schmiedeisernen Gartentisch hockten und frische Brownies verdrückten. Lars saß auf der Schaukel und alberte mit den Nachbarskindern herum, die auf dem neuen Klettergerüst herumturnten. Joachim folgte Anne auf dem Fuße, allerdings nicht gerade entspannt. Schon aufgestanden? grinste Tess. Ist doch erst halb vier. Möchtet ihr Tee und Kuchen? fragte Oma Brownie. Joachim legte einen Arm um Anne. Ein andermal sehr gern. Wir müssten dann mal los. Anne errötete leicht. Wir haben was zu erledigen. Auf der Fahrt nach Hause stellte Joachim einen neuen Rekord im zu schnell fahren auf. Es war Anne egal. Seine Hand lag auf ihrem Schenkel. Ein heißer Schauer nach dem anderen überrollte sie. Als sie in die Straße einbogen, in der dann stellte den Wagen ganz gegen seine Gewohnheit im Halteverbot ab. Komm, schnell, sagte er heiser, während er sich abschnallte. Sie warteten nicht auf den Aufzug, sondern rannten die Treppen zum Dachgeschoss hoch, immer zwei Stufen auf einmal nehmend. Schon auf dem Weg zum Schlafzimmer zogen sie einander aus, küßten sich, flüsterten sich verrückte Dinge zu. Anne holte zwei schwarze Tüten aus dem obersten Regal der Abstellkammer, dann fiel die Schlafzimmertür hinter ihr und Joachim knallend ins Schloss. Was sich an diesem Tag und in der anschließenden Nacht in der Wohnung der Westheimers abspielte, war und blieb ein Geheimnis. Nicht einmal Tess erfuhr, was genau Anne und Joachim miteinander angestellt hatten. Nur die alte Dame, die ein Stockwerk tiefer wohnte, wunderte sich, dass sie Schreie hörte, die in etwa so klangen, als riefe jemand, Gebs mir! Epilog Vier Monate später Ist euch gut bekommen, das Kanu-Rafting, sagte Tess, während sie Anne und Joachim umarmte. Ihr seht super erholt aus. Ein Glück, dass ihr pünktlich seid. Ich sterbe fast vor Aufregung. Anne knetete ihre Hände. Frag mich mal, ob ich aufgeregt bin. Picasso hat auch klein angefangen, witzelte Tess. Nur Mut. Das Foyer der Bankzentrale stand voller Stehtische mit langen weißen Tischdecken. Zwei Kellner balancierten ganze Batterien von gefüllten Gläsern auf ihren Tabletts. Sie wurden von etwa hundert Gästen belagert, die sich lautstark unterhielten. Aber das war es nicht, was Annes Aufmerksamkeit fesselte. Mit einer Mischung aus Furcht und Stolz betrachtete sie die Bilder an den Wänden. Ihre Bilder. In schlichten schwarzen Rahmen dominierten sie den Raum, sprangen den Betrachter förmlich an. Es erstaunte Anne selbst, wie viele es waren. Schon während Joachims Sardinienreise hatte sie wie besessen gemalt. Danach war sie in einen wahren Schaffensrausch verfallen. Tante Tess, übermütig kitzelte Lars Annes Freundin, Darf ich mit deinem Handy spielen? Später, großer Mann, oder willst du die erste Vernissage deiner Mami verpassen? Lars zog die Nase kraus. Mami, was ist eine Versage? Das kann dir Frau Landmann erklären. Ich muss noch meine Rede üben, erwiderte Anne. Oh Mann, ich sterbe fast vor Lampenfieber. Lars betrachtete seine Mutter misstrauisch. Mami, werde ich dann auch krank, so wie bei Soja Marie, als sie Schnupfen hatte? Jetzt schaltete sich Joachim ein. Komm, ich bring dich zu Frau Landmann. Sie freut sich auf dich, hat sie jedenfalls gesagt. Während er Lars an die Hand nahm und mit ihm zu einem der Stehtische ging, sahen die beiden Freundinnen ihm nach. Joachim hatte sich verändert. Das sah man schon an seiner Körpersprache, die geschmeidiger war als früher, nicht so zackig und verspannt. Ich muss dir was sagen, Tess schluckte. Ich bin schwanger. Mit offenem Mund sah Anne sie an. Wie bitte? Benutzt du denn kein Kondom? Wieso? Du hältst doch auch nicht an jeder roten Ampel. Es war Tess deutlich anzusehen, wie sie Annes Überraschung Genuss. War nicht geplant, doch jetzt finde ich es wahnsinnig aufregend. Marc wünscht sich Kinder und ich naja, ich kann ja nicht jedes Mal Mozart auflegen, wenn ich meinen moralischen habe. Mit dem Schnapstrinken ist es jetzt natürlich auch vorbei. Anne umarmte Tess stürmisch. Glückwunsch, ich freue mich so. Dann bekommen wir unsere Kinder ja fast zur selben Zeit. Ist ja krass, da kann sich Frau Landmann schon mal warm anziehen. Wir haben übrigens eine größere Wohnung gefunden, mit genug Platz für ein Atelier und ein Gästezimmer. Ihr könnt jederzeit bei uns übernachten. Das Eigenheim ist vom Tisch? fragte Tess. Erleichtert hob Anne die Hände. Kein Eigenheim. Wir wollen unser Leben genießen, jeden einzelnen Tag. Und deine Schwiegereltern, heulen die jetzt? Anne dachte kurz an Mutti. Auch sie war auf eine Reise gegangen. Nachdem sich Joachim für sie wie aus heiterem Himmel abgenabelt hatte, war sie in eine tiefe Krise geraten. Anne hatte ihr einen Yoga-Kurs empfohlen, seitdem atmete sie ein und aus und entdeckte jeden Tag ein neues Hobby. Zur Zeit begeisterte sie sich fürs Töpfern. Es geht Ihnen gut, antwortete Anne. Wann soll ich eigentlich mit meiner Rede anfangen? Tess sah auf die Uhr. Warte noch ein bisschen, so zwei Minuten. Die Leute zerreißen sich alle das Maul über den Skandal. Die müssen erst mal ablästern, bevor sie sich auf deine Bilder konzentrieren können. Das stimmte. Überall im Raum wurde, je nach Temperament, laut geredet oder verstohlen getuschelt. Es war heime Sexpartys veranstaltete, bei denen Frauen und nicht nur Frauen gewaltsam zu sadomasochistischen Praktiken gezwungen wurden. Klaus von Bernstorf und sein Kompagnon, ein gewisser Robert Müller Ellmann, waren in einer spektakulären Polizeiaktion verhaftet worden, bei einer Party in einer gewissen Villa, wo man jede Menge DVDs mit belastendem Material gefunden hatte. Du hast Ramon nicht nur ausgeatmet, du hast ihn ausgespuckt, lächelte Anne. Alle Achtung, das war mutig. Du hättest dein Gesicht sehen sollen, Tess schob energisch das Kinn vor. Der dachte doch tatsächlich, ich rutsche auf Knien zu ihm zurück, als ich Anfang der Woche bei dieser dämlichen Blue Monday Party aufkreuzte. Er konnte ja nicht ahnen, dass ich nur da war, um seinen Abgang nicht zu verpassen. Die Party Mann, war das schön. Schaudernd dachte Anna an den Fürsten der Finsternis. Und von Bernsdorf war der auch da? Aber wie, schnaubte Tess. Der hatte sich gerade ein blutjunges Mädel vorgenommen, das überhaupt nicht wusste, wie ihm geschah. Und dann klickten die Handschellen. Aber diesmal waren es Handschellen von der Polizei. Ich war dabei, als sie den Raum mit den ganzen Monitoren aufbrachen, wo Ramon die Videos speicherte. So ein Ekel. Er und von Bernsdorf haben im großen Stil die Gäste erpresst. Und die arme Leila. Aber du hast den Kerlen das Handwerk gelegt. Ich bin stolz auf dich. Marc schnürte heran, mit seinem unwiderstehlichen Tigergang. Spricht dir jemand von meiner wunderbaren Tess? Er begrüßte sie mit einem wilden Kuss. Die Anziehungskraft zwischen den beiden war, mit Händen zu greifen. Ich lass euch mal allein, sagte Anne und winkte Oma Brownie zu, die gerade das Foyer der Bankzentrale betrat. Etwas wackelig vor Aufregung, aber mit federleichten Schritten durchquerte Anne den Raum. Alles hatte sich gefügt. Noch nie war sie so innig vertraut mit Joachim gewesen und dass Tess und Marc sich gefunden hatten, konnte man nur als einen Sonderservice des Universums bezeichnen. Anne freute sich auf diese Ausstellungseröffnung. Sie freute sich auf das Kind, das sie schon spüren konnte, wenn sie in sich hineinspürte. Und sie freute sich auf ihre Rede, trotz des Lampenfiebers. Weil sie allen danken wollte, die sie auf ihrer Reise begleitet hatten, die zu ihr hielten und Rednerpult kam sie an Joachim vorbei, der sie am Arm festhielt. Du machst das schon, raunte er ihr zu. Alle sind gespannt, alle sind dir wohl gesonnen. In seinen Augen glitzerte es. Gib's ihnen! Sie hörten Gib's mir Schatz von Ellen Berg Gelesen von Songard Dressler Auf Wiederhören bei Audible auch von E San Dressler Dressler Vielen Dank. 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 Vielen Dank.